Southampton, Mai 1878. Tessa konnte sich gar nicht mehr an die Zeit erinnern, als der Clockwerk-Engel noch nicht zu ihrem Leben gehört hatte. Er stammte von ihrer Mutter, die ihn auch zum Zeitpunkt ihres Todes getragen hatte. Danach war der Engel in eine Schmuckkassette gelegt worden, bis ihr Bruder Nathaniel ihn eines Tages herausgenommen hatte, um zu überprüfen, ob das Uhrwerk noch intakt war. Kaum größer als Tessas kleiner Finger präsentierte die winzige Messingstatuette, ein feingeschnittenes Gesicht mit geschlossenen Augenlidern. Die Hände waren über einem langen Schwert verschränkt, und die kleinen geschlossenen Bronzeschwingen auf dem Rücken der Figur schienen kaum größer als die einer Grille. Unter ihnen hindurch verlief eine dünne Kette, sodass der Engel wie ein Medaillon um den Hals getragen werden konnte. Selbst nachts, wenn sie schlief, ruhte der Engel an ihrer Brust. Sein beständiges Tick-Tack, Tick-Tack schlug wie der Puls eines zweiten Herzens. Jetzt in diesem Augenblick hielt Tessa den Engel fest umklammert, während die Main sich zwischen anderen wuchtigen Dampfschiffen einen Weg hindurch bahnte, auf der Suche nach einem Ankerplatz in den Docks von Southampton. Das englische Festland wirkte trostlos und grau. Regen trommelte auf die Turmspitzen einer weit entfernten Kirche, während schwarzer Qualm aus den Schornsteinen der Schiffe aufstieg und den ohnehin düsteren Himmel zusätzlich verdunkelte. Am Kai stand eine reglose Menschenmenge, in dunkle Kleider gehüllt und mit aufgespannten Regenschirmen. Angestrengt hielt Tessa nach ihrem Bruder Ausschau, doch der Nebel und der Nieselregen waren zu dicht, um irgendjemanden erkennen zu können. Ein Ruf schallte vom Kai hoch. Die Main, deren schimmernder, schwarzgestrichener Rumpf regenfeucht glänzte, war vor Anker gegangen, und nun pflügten sich kleine Boote durch die grauen Fluten, um Gepäck und Passagiere an Land zu bringen. Diese verließen in strömendes Schiff, offensichtlich ganz begierig darauf, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Mit hochgezogenen Schultern schloss sie sich der von Bord gehenden Menge an. Eisige Regentropfen stachen ihr wie spitze Nadeln in die ungeschützte Haut, und ihre Finger in den dünnen Handschuhen fühlten sich feucht und klamm an. Als sie endlich den Kai erreichte, schaute Tessa sich erwartungsvoll um, immer auf der Suche nach Nate. Doch ihr Bruder war nirgends zu finden. »Sind Sie Miss Grey?« Die Stimme klang keelig und besaß einen starken Akzent. Vor Tessa war wie aus dem Nichts ein großer Mann aufgetaucht, mit einem weiten schwarzen Mantel und einem hohen Hut, dessen Krempe das Regenwasser wie eine Zisterne einfing. Er hatte seltsam heraustretende, fast schon hervorquellende Augen wie die eines Froschs, und seine Haut wirkte so rau wie Narbengewebe. Nur mit Mühe gelang es Tessa nicht erschrocken zurückzuweichen. Aber der Mann kannte ihren Namen. Wer in diesem Teil der Erde konnte ihren Namen wissen, wenn er nicht auch Nate kannte? »Ja?« »Ihr Bruder schickt mich, bitte folgen Sie mir.« »Wo ist er?«, wollte Tessa wissen. Doch der Mann marschierte bereits davon. Sein Gang wirkte holprig, als würde er aufgrund einer alten Verletzung hinken. Nach einem Moment der Verwirrung raffte Tessa ihre Röcke und eilte ihm nach. Zielstrebig bahnte sich der Mann einen Weg durch die Menge. Tessa musste förmlich laufen, um mit ihm Schritt zu halten. Kurz darauf bog er abrupt um einen Stapel Kisten und blieb vor einer mächtigen, glänzend schwarzen Kutsche stehen. Dann schwang die Tür der Kutsche auf und eine Frau beugte sich heraus. Sie trug einen riesigen Federhut, der ihr Gesicht verbarg. »Miss Theresa Grey?«, Tessa nickte. Der Mann mit den Glubschaugen beeilte sich, der Dame aus der Kutsche zu helfen, und unmittelbar dahinter kam eine weitere Dame zum Vorschein. »Ein seltsames Paar«, überlegte Tessa. Eine der Frauen war sehr groß und dünn, mit einem hageren, verhärmten Gesicht. Ihre farblosen Haare waren im Nacken zu einem straffen Knoten zusammengesteckt. Sie trug ein Kleid aus leuchtend violetter Seide, die sich durch den Regen an manchen Stellen bereits dunkler verfärbt hatte, und dazu farblich passende violette Handschuhe. Die andere Frau war dagegen klein und gedrungen, mit winzigen Augen, die tief in den Höhlen lagen. Die leuchtend rosafarbenen Handschuhe, die sie über ihre großen Hände gestreift hatte, ließen diese wie grelle Pfoten erscheinen. »Theresa Grey«, sagte die kleinere der beiden Frauen nun. »Welch eine Freude, endlich ihre Bekanntschaft machen zu dürfen. Ich bin Mrs. Black, und dies ist meine Schwester Mrs. Dark. Ihr Bruder hat uns geschickt, um sie nach London zu begleiten.« Durchfroren und verwirrt zog Tessa ihren Umhang fester um die durchnässten Schultern. »Ich verstehe nicht ganz. Wo ist Nate? Und warum ist er nicht selbst gekommen?« »Er ist leider verhindert. Dringende Geschäftsangelegenheiten haben ihn in London aufgehalten. Aber er hat ihnen eine Nachricht geschickt.« Mrs. Black hielt Tessa einen zusammengerollten Papierbogen entgegen, den der Regen bereits zu durchweichen begann. Tessa nahm den Brief und wandte sich ab, um ihn schnell zu überfliegen. Es war eine kurze Nachricht ihres Bruders, der sich dafür entschuldigte, dass er sie nicht persönlich in Southampton abholen konnte. Außerdem teilte er ihr mit, dass Mrs. Black und Mrs. Dark sie sicher zu seinem Haus in London geleiten würden. Die beiden Damen seien nicht nur seine Vermieterinnen, sondern auch treue Freundinnen und Genossen sein vollstes Vertrauen. Tessa schluckte, rollte die Nachricht zusammen und schob sie in ihren Ärmel. Dann wandte sie sich wieder den Schwestern zu. »Nun denn?« sagte sie und kämpfte gegen das Gefühl der Enttäuschung an. »Kommen Sie, mein Kind. Es wird Zeit, dass wir sie ins Trockene bringen.« London, sechs Wochen später. »Die Schwestern wünschen, sie in ihrem Zimmer zu sehen, Miss Grey.« Tessa legte das Buch, in dem sie gelesen hatte, auf ihrem Nachttisch und drehte sich zu Miranda, die in der Tür der kleinen Kammer stand, um. So wie jeden Tag um diese Uhrzeit, wenn sie die Nachricht überbrachte, die sie jeden Tag überbrachte. In ein paar Sekunden würde Tessa sie bitten, im Flur auf sie zu warten, und dann würde Miranda den Raum verlassen. Zehn Minuten später würde sie jedoch zurückkehren und ihre Botschaft wiederholen. Und wenn Tessa nicht gehorsam mitkam, würde Miranda sie packen und hinter sich herziehen. Die Treppe hinunter und durch den Flur, bis zu dem stickig heißen, stinkenden Raum, wo die dunklen Schwestern, wie sie sich selbst nannten, bereits auf sie warteten. »Einen Augenblick, Miranda.« Das Dienstmädchen machte einen ungelenkten Knicks, ging aus dem Zimmer und zog die Tür hinter sich zu. Tessa stand auf und sah sich in dem kleinen Raum um, der seit den vergangenen sechs Wochen ihre Gefängniszelle darstellte. Die mit einer Blümchentapete versehene Kammer war winzig und äußerst spärlich möbliert. Ein schlichter Holztisch mit einem weißen Spitzentischtuch, an dem sie all ihre Mahlzeiten einnahm. Ein schmales Messingbett, in dem sie schlief. Der abgenutzte Waschtisch mit der angestoßenen Porzellankanne, an dem sie sich wusch. Die Fensterbank, die ihr als Bücherregal diente. Und ein harter Stuhl, auf dem sie jeden Abend saß und Briefe an ihren Bruder schrieb. Briefe, von denen sie wusste, dass sie sie nie würde abschicken können und die sie unter ihrer Matratze versteckte, wo die dunklen Schwestern sie nicht finden würden. Wo war Nate? Er war derjenige, für den sie das alles hier auf sich nahm, aber manchmal vermisste sie ihn so sehr, dass ihre Brust schmerzte, als hätte sie zerbrochenes Glas geschluckt. Ohne ihn war sie vollkommen allein auf der Welt. Diese grauenvolle Vorstellung drohte sie manchmal zu überwältigen und in eine bodenlose Dunkelheit zu stoßen, aus der es kein Entrinnen gab. Das Klicken des Türschlosses riss Tessa aus ihren Gedanken. Die Tür schwang auf und Miranda erschien auf der Schwelle. Es wird jetzt Zeit, dass sie mitkommen. Mrs. Black und Mrs. Dark warten bereits. Tessa musterte das Dienstmädchen widerwillig. Sie konnte einfach nicht abschätzen, wie alt Miranda war. 19? 25? Ihr glattes, rundes Gesicht hatte etwas Altersloses an sich und ihre Haare waren streng hinter die Ohren gekämmt. Genau wie der Kutscher der dunklen Schwestern besaß auch Miranda hervorstehende Augen, sodass sie aussah, als wäre sie ständig überrascht. Die beiden mussten irgendwie verwandt sein, überlegte Tessa. Als sie gemeinsam die Treppe hinunterstiegen, Miranda mit ihrem hölzernen, schwerfälligen Gang zwei Schritte vor Tessa, berührte Tessa rasch die Kette, an der der Glockwerkengel hing. Die kurze Berührung war ihr inzwischen zur Gewohnheit geworden, eine Geste, die sie vor jedem erzwungenen Besuch bei den dunklen Schwestern machte. Schließlich erreichten sie das dämmerige Kellergeschoss. Hier unten war die Luft muffig. Feuchtigkeit glitzerte an den klammen Wänden, was die Schwestern jedoch nicht zu stören schien. Ihr Büro lag in der Nähe der Treppe, geschützt hinter einer breiten Flügeltür, während ein schmaler Gang in die andere Richtung führte und sich in der Dunkelheit verlor. Die Tür zum Büro der Schwestern stand weit auf. Wie üblich erwarteten die Schwestern sie bereits hinter ihrem riesigen, erhöhten Schreibtisch. Mrs. Dark neigte den Kopf zur Seite. Komm her, Theresa. Von den beiden Frauen war sie die freundlichere. Sie versuchte eher, sie zu umschmeicheln und zu überreden, während ihre Schwester durch Schläge und böse gezischte Drohungen zu überzeugen gedachte. Und nimm das hier, fügte sie hinzu und hielt Tessa etwas entgegen. Eine Schleife, wie Tessa sofort erkannte. Ein schäbiges Stück rosa Stoff, das vielleicht als Haband eines jungen Mädchens gedient hatte. Inzwischen war Tessa daran gewöhnt, dass die dunklen Schwestern ihr irgendwelche Gegenstände reichten. Gegenstände, die einst anderen Leuten gehört hatten. Nun nimm schon, forderte Mrs. Dark sie erneut auf mit einem Hauch Ungeduld in der Stimme, und verwandle dich. Tessa nahm die Schleife. Sie lag leicht in ihrer Hand, leicht wie ein Schmetterlingsflügel, und die dunklen Schwestern starrten sie ungeduldig an. Sie drehte die Schleife in der Hand und erinnerte sich an das erste Mal, als die dunklen Schwestern ihr einen Gegenstand gereicht hatten. Einen Damenhandschuh mit Perlmuttknöpfen am Handgelenk. Die beiden Frauen hatten sie angeschrien, sich endlich zu verwandeln, sie geschlagen und geschüttelt, während Tessa mit wachsender Panik wieder und wieder beteuert hatte, sie wisse nicht, wovon die Schwestern redeten, und sie habe nicht die geringste Ahnung, was sie von ihr wollten. Damals war sie nicht in Tränen ausgebrochen, obwohl ihr wirklich danach zumute gewesen war. Aber Tessa hasste es zu weinen, vor allem vor Leuten, denen sie nicht traute. Und von den wenigen Menschen auf der Welt, denen sie vertraute, war einer tot und der andere im Gefängnis. Die dunklen Schwestern hatten ihr das erzählt. Sie hatten ihr versichert, dass sie Nate in ihrer Gewalt hätten und dass er sterben müsste, wenn Tessa nicht tat, was sie verlangten. Zum Beweis hatten sie ihr seinen Ring gezeigt, den Ring, der einst ihrem Vater gehört hatte und der nun blutverklebt war. Danach hatte sie alles getan, was die beiden Frauen von ihr verlangten. Sie hatte das bittere Gebräu geschluckt, das sie ihr gaben, die stundenlangen Übungen über sich ergehen lassen und sich gezwungen, so zu denken, wie es den Schwestern gefiel. Diese hatten ihr befohlen, sie solle sich selbst als einen klumpen Ton betrachten, der auf der Töpferscheibe geformt und gestaltet wird. Sie solle sich vorstellen, sie besäße eine strukturlose und wandelbare Gestalt. Dann hatten sie verlangt, Tessa solle sich tief in die ihr überreichten Gegenstände hineinversetzen, sie als Lebewesen betrachten und den Geist herauslocken, der in ihnen schlummerte. Es hatte Wochen gedauert und als Tessa sich schließlich zum ersten Mal verwandelt hatte, war dieses Erlebnis so unerträglich schmerzhaft gewesen, dass sie sich übergeben musste und dann das Bewusstsein verloren hatte. Als sie wieder zu sich gekommen war, hatte sie auf einem der stockfleckigen Sofas im Büro der Schwestern gelegen, ein feuchtes Tuch auf der Stirn. Mrs. Black hatte sich über sie gebeugt mit essigsaurem Atem und leuchtenden Augen. Das hast du gut gemacht, Theresa, sehr gut. Danach war es ihr leichter gefallen, das Verwandeln. Zwar verstand Tessa noch immer nicht, was in ihrem Innern dabei vor sich ging, aber sie hatte sich die Schritte eingeprägt, die die dunklen Schwestern sie gelehrt hatten. Tessa wusste nicht, was sich um sie herum an diesem seltsamen dunklen Ort befand, den sie auf Geheiß der Schwestern aufsuchen musste, aber sie kannte den Weg, der durch ihn hindurch führte. Diese Erinnerungen nahm sie nun zur Hilfe und schloss ihre Finger fest um das verschlissene rosa Haarband in ihrer Hand. Dann öffnete sie ihren Geist und ließ die Dunkelheit über sich hereinbrechen. Sie ließ sich durch die Verbindung führen, die sie mit der Schleife und dem darin innewohnenden Geist, das geisterhafte Echo der früheren Besitzerin des Gegenstands, untrennbar verknüpfte, ließ sich wie von einem leuchtend goldenen Faden durch die Schatten geleiten. Ihre Haut begann zu prickeln und dann zu brennen, als würden tausende winziger Nadeln hineinstechen. Diese Phase der Verwandlung war anfangs der schlimmste Teil gewesen, jener Teil, der Tessa davon überzeugte, dass sie jeden Moment sterben würde. Doch inzwischen hatte sie sich daran gewöhnt und ertrug diese Phase mit stoischer Gelassenheit, während ihr ganzer Körper zu zittern begann. Der Glockwerkengel an ihrem Hals schien schneller zu ticken, wie im Einklang mit dem Rhythmus ihres pochenden Herzens. Und der Druck unter ihrer Haut stieg immer mehr an, bis Tessa schließlich aufstöhnte und die geschlossenen Augen aufriss, wobei sich die aufgestaute Spannung schlagartig entlud. Es war vollbracht. Tessa blinzelte benommen. Langsam schaute sie an sich herab. Ihre neue Gestalt wirkte zart, fast schon zerbrechlich, und der Stoff ihres Kleides hing lose an ihr herab und warf Falten auf den Boden. Tessas Blick fiel auf ihre Hände, die sie vor der Brust zusammengepresst hatte. Bleiche, dünne Hände mit gesprungenen Fingerspitzen und abgekauten Nägeln, unbekannte fremde Hände. »Wie heißt du?« fragte Mrs. Black herrisch. »Emma. Miss Emma Bayless, Madam.« Plötzlich sah Tessa eine schmale, dunkle Gasse vor sich mit weißen Nebelschwaden. Dann ertönten Schritte, gedämpft durch den dichten Smog. Hände griffen aus den Schatten nach ihr, packten sie an den Schultern, zerrten sie in die Dunkelheit. Sie schrie auf. Die rosa Schleife fiel aus ihren Haaren, während sie sich verzweifelt wehrte. Eine harsche Stimme schrie sie wütend an, und dann blitzte die silberne Klinge eines Messers auf, schlitzte ihre Haut auf. Ein Schmerz, so brennend wie Feuer, und nie gekannte Furcht durchfuhren ihren Körper. In Todesangst schlug sie um sich, und es gelang ihr, dem Mann, der sie festhielt, den Dolch aus der Hand zu treten. Mit dem Mut der Verzweiflung raffte sie die Waffe an sich und rannte fort, so schnell sie konnte, während das Blut immer schneller aus der klaffenden Wunde strömte und sie immer schwächer wurde. Mühsam schleppte sie sich in einen Durchgang, wo sie schließlich zusammenbrach. Plötzlich hörte sie ein heiseres Zischen hinter sich. Sie wusste instinktiv, dass irgendetwas ihr gefolgt war, und sie hoffte inständig, dass sie sterben würde, bevor es sie eingeholt hatte. Die Verwandlung zerbrach wie springendes Glas. Mit einem Aufschrei stürzte Tessa auf die Knie, und die zerrissene kleine Schleife glitt ihr aus der Hand. Sie befand sich wieder in ihrem eigenen Körper. Emma war verschwunden wie eine abgelegte Haut. Tessa war wieder sie selbst. Aus weiter Ferne drang Mrs. Blacks Stimme zu ihr. »Theresa, wo ist Emma?« »Sie ist tot.« »Sie ist in einer Gasse gestorben.« »Verblutet.« »Gut,« schnaufte Mrs. Dark zufrieden. »Gut gemacht, Theresa. Das war sehr gut.« Tessa schwieg. Die Vorderseite ihres Kleids war mit Blut bespritzt, aber sie spürte keinen Schmerz. Sie wusste, dass es sich dabei nicht um ihr eigenes Blut handelte. Schließlich geschah dies nicht zum ersten Mal. Taumelnd schloss sie die Augen und zwang sich, nicht das Bewusstsein zu verlieren. »Wir hätten Sie viel eher dazu auffordern sollen,« sagte Mrs. Black. »Das Schicksal dieses Mädchens, dieser Emma, hat mich die ganze Zeit beschäftigt.« »Ich war mir nicht sicher, ob sie schon dazu in der Lage war,« erwiderte Mrs. Dark. kurz angebunden. »Aber sie hat hervorragende Fortschritte gemacht, meinst du nicht, Schwester Herz?«, erwiderte Mrs. Black, »wenn man bedenkt, in welchem Zustand sie zu uns gekommen ist.« »In der Tat.« »Sie war vollkommen ungeformter Ton. Wir haben hier wahrhaftig ein Wunder vollbracht. Ich wüsste nicht, warum der Magister nicht äußerst zufrieden mit uns sein sollte.« Mrs. Black schnappte nach Luft. »Soll das heißen? Glaubst du wirklich, es ist soweit?« »Oh ja, unbedingt, liebes Schwester Herz. Sie ist soweit. Für unsere kleine Theresa wird es Zeit, ihren Herrn und Meister kennenzulernen.« Damit rauschte sie aus dem Zimmer, ihre Schwester im Kiel sog. »Kommen Sie,« sagte kurz darauf Miranda, als sie sie abholte, um sie zurück in ihre Kammer zu bringen. »Wir müssen Sie für den Magister bereit machen.« »Miranda?« »Miranda, wer ist der Magister?« Stille machte sich breit, eine lange Stille, während der Miranda mit ausdruckslosem Gesicht vor sich hin starrte. Doch dann erwiderte das Mädchen zu Tessas Überraschung, »Der Magister ist ein sehr bedeutender Mann. Es wird eine große Ehre für sie sein, wenn sie mit ihm vermählt werden.« »Vermählt?« Der Schock war so groß, dass Tessa den Raum plötzlich glasklar sehen konnte. Miranda, den blutbespritzten Teppich auf dem Boden, den schweren Messing-Globus auf dem Schreibtisch. »Ich? Heiraten? Aber wer ist er denn überhaupt?« »Er ist ein sehr bedeutender Mann,« wiederholte Miranda. »Es wird eine große Ehre sein.« Sie ging auf Tessa zu. »Sie müssen jetzt mitkommen.« »Nein!« Tessa wich vor dem Mädchen zurück, bis sie mit dem unteren Rücken schmerzhaft gegen die Schreibtischkante stieß. Verzweifelt sah sie sich um. Sie könnte zwar zu fliehen versuchen, aber sie würde niemals an Miranda vorbeikommen, die die Tür blockierte. Und der Raum besaß weder Fenster noch Türen zu benachbarten Zimmern. Wenn sie sich hinter dem Schreibtisch verschanzte, würde Miranda sie einfach hervorzerren und auf ihr Zimmer schleifen. »Miranda, bitte!« »Sie müssen jetzt mitkommen,« wiederholte Miranda lediglich und marschierte unaufhaltsam auf Tessa zu. Tessa konnte in den schwarzen Pupillen des Dienstmädchens bereits ihr eigenes Spiegelbild erkennen, konnte den leicht bitteren, fast verbrannten Geruch wahrnehmen, der in Mirandas Kleidern hing. »Sie müssen jetzt mitkommen! Sie müssen!« Mit einer Kraft, die sie sich selbst nie zugetraut hätte, riss Tessa den Messing-Globus der dunklen Schwestern vom Schreibtisch, hob ihn hoch und schlug ihn Miranda mit voller Wucht über den Schädel. Der massive Fuß traf mit einem Übelkeit erregenden Klang gegen die Stirn des Mädchens. Miranda taumelte rückwärts und richtete sich dann auf. Tessa schrie erschrocken auf, ließ den Globus fallen und starrte entsetzt auf das Mädchen. Die gesamte linke Gesichtshälfte war zerschlagen wie eine eingedrückte Maske aus Pappmaché. Der linke Wangenknochen war zertrümmert, die Lippe gegen die Zähne gequetscht. Aber es floss kein Blut, nicht ein einziger Tropfen. »Sie müssen jetzt mitkommen!« sagte Miranda, im selben ausdruckslosen Ton wie immer. Tessa starrte sie mit offenem Mund an. »Sie müssen mitko... Sie müssen... Sie... Sie...« Mirandas Stimme bebte und brach. Und dann gab sie nur noch unverständliches Gebrabbel von sich. Langsam bewegte sie sich auf Tessa zu, wandte sich dann aber ruckartig zur Seite, zuckend und taumelnd. Tessa löste sich vom Schreibtisch und wich tiefer in den Raum zurück, während das verletzte Mädchen sich nun um die eigene Achse drehte, schneller und schneller. Miranda torkelte durch das Büro der Schwestern wie eine Betrunkene, stieß schrille Schreie aus und prallte schließlich so heftig gegen die gegenüberliegende Wand, dass sie das Bewusstsein verlor. Krachend ging sie zu Boden und lag dann vollkommen reglos da. Tessa stürzte zur Tür hinaus in den Flur und schaute sich nur noch einmal kurz um. Es hatte den Anschein, als ob schwarzer Qualm aus Mirandas Körpermitte aufstieg, aber Tessa nahm sich nicht die Zeit, genauer hinzusehen. Fluchtartig stürmte sie durch den Korridor und ließ die Tür hinter sich sperrangelweit offen stehen. Als sie die Treppe erreichte und hinauf rannte, wäre sie fast über ihre Röcke gestolpert und schlug mit dem Knie gegen eine der harten Stufen. Der Schmerz ließ sie aufstöhnen, doch sie rappelte sich auf und stürmte weiter nach oben bis zum ersten Treppenabsatz, wo sie sich zum Korridor wandte. Der Gang lag lang und gewunden vor ihr und verlor sich irgendwo in den Schatten. Während Tessa weiterrannte, erkannte sie, dass der Korridor von zahlreichen Türen flankiert wurde. Sie hielt kurz inne und rüttelte an einer der Türen, doch diese war fest verschlossen. Und auch die nächste Tür und die darauf folgenden ließen sich nicht öffnen. Tessa wusste nicht wohin. Der einzige Weg, den sie kannte, war der zu ihrer Kammer. Außer sich schlug Tessa ihn ein. Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, überlegte sie fieberhaft, was sie tun konnte. Wie kam sie aus diesem Haus? Tessa sah sich um. Ein Geräusch hinter ihr ließ sie herumwirbeln. Der Knauf ihrer Zimmertür drehte sich, vor und zurück, als hätte die Person auf der anderen Seite Schwierigkeiten, die Tür zu öffnen. »Mrs. Dark«, durchfuhr es Tessa. Die dunkle Schwester war gekommen, um sie zum Magister zu bringen. Tessa stürmte durch das Zimmer, schnappte sich den Porzellankrug vom Waschtisch und huschte lautlos neben die Tür. Dabei hielt sie den Krug so fest umklammert, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Der Knauf drehte sich erneut und die Tür sprang auf. In der Dunkelheit konnte Tessa lediglich einen Schatten sehen, der nun das Zimmer betrat. Verzweifelt stürzte sie aus ihrem Versteck hervor und schwang den Krug mit aller Kraft. Ein Hagel aus Porzellanscherben prasselte auf den Boden, während der Schemen aufschrie. Der Schrei stammte unverkennbar von einem Mann, genau wie der darauf folgende Schwall von Flüchen. Tessa wich einen Schritt zurück und stürmte dann zur Tür. Doch diese war wieder ins Schloss gefallen und ließ sich nicht öffnen, so sehr sie auch an dem Knauf rüttelte. Plötzlich erfüllte ein strahlendes Licht den Raum, so als wäre die Sonne aufgegangen. Tessa wirbelte herum, blinzelte gegen die Tränen in ihren Augen an und erstarrte. Vor ihr stand ein junger Mann. Er konnte nicht viel älter sein als sie selbst, siebzehn, möglicherweise achtzehn, und trug augenscheinlich Arbeiterkleidung, eine ausgefranste schwarze Jacke und Hose und dazu robuste Stiefel, allerdings keine Weste. Breite Lederbänder liefen kreuzweise über seine Brust und Hüfte. Ledergurte, an denen Waffen befestigt waren, Dolche und Klappmesser und irgendwelche Objekte, die an Klingen aus Eis erinnerten. In der rechten Hand hielt der Eindringling eine Art Stein, der hell leuchtete und das Licht erzeugte, das Tessa fast geblendet hatte. Aus seiner anderen schlanken Hand mit den langen Fingern strömte Blut, aus einer Wunde, wo Tessa ihn mit dem Porzellankrug getroffen hatte. Doch nicht die klaffende Wunde ließ Tessa wie gebannt auf die Erscheinung starren. Der Mann besaß das attraktivste Gesicht, das sie je gesehen hatte. Ein wilder, schwarzer Haarschopf, strahlende wie blaues Glas leuchtende Augen mit dichten, langen Wimpern, elegante Wangenknochen und ein voller, sinnlicher Mund. Im nächsten Moment schien er ihren starren Blick zu bemerken. Sie haben mir eine Schnittwunde zugefügt. Mit einem kritischen Blick musterte er seine Hand. Eine möglicherweise tödliche Schnittwunde. Tessa schaute ihn weiterhin mit großen Augen an. Sind Sie der Magister? Der junge Mann ließ die Hand herabsinken. Blut strömte nach unten, tropfte auf den Boden. Du meine Güte, massiver Blutverlust. Jeden Moment könnte der Tod eintreten. Sind Sie der Magister? Magister? Nein, nicht, dass ich wüsste. Wie heißen Sie denn? Tessa schaute ihn fassungslos an. Wie ich heiße? Ja? Wissen Sie das denn nicht? Sie... Sie platzen einfach so in mein Zimmer, erschrecken mich fast zu Tode und jetzt wollen Sie meinen Namen wissen? Wie um alles in der Welt heißen Sie denn? Und wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Herondale. William Herondale. Aber alle nennen mich Will. Ist das wirklich Ihr Zimmer? Nicht sehr einladend, muss ich sagen. Hier, halten Sie das mal. Erreichte ihr den glühenden Stein. Als Tessa ihn entgegennahm, erwartete sie fast, sich die Finger daran zu verbrennen. Doch der Stein fühlte sich kühl an. In dem Moment, als er ihre Handfläche berührte, erlosch das Licht zu einem schimmernden Flackern. Bestürzt sah Tessa in die Richtung des Jungen, aber der war geradewegs auf die Fensterbank geklettert und schaute hinaus, scheinbar ungerührt. Ein Jammer, dass wir im dritten Geschoss sind. Mir würde ein Sprung nach unten zwar gelingen, aber Sie würden das vermutlich nicht überleben. Nein, wir müssten durch die Tür und unser Glück durch das Haus versuchen. Durch das Haus versuchen? Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Wie können Sie das denn nicht verstehen? Er deutete auf Ihre Bücher. Sie lesen Romane. Da ist es doch offensichtlich, dass ich hier bin, um Sie zu retten. Oder sehe ich etwa nicht aus wie Sir Gullahatt? Theatralisch hob er die Arme. Meine Stärke ist die Stärke von zehn, denn mein Herz ist rein. Plötzlich ertönte ein schwacher Hall, der aus den Tiefen des Hauses zu kommen schien. Das Echo einer zuschlagenden Tür. Im nächsten Moment stieß Will ein Wort aus, das Sir Gullahatt niemals gesagt hätte und sprang von der Fensterbank. Kommen Sie, Miss... Er warf ihr einen fragenden Blick zu. Miss Gray. Miss Theresa Gray. Miss Gray. Folgen Sie mir, Miss Gray. Er lief an ihr vorbei zur Tür, drehte den Knauf, zog daran und... Nichts passierte. Das geht so nicht. Diese Tür lässt sich nicht von innen öffnen. Will grinste spöttisch. Ach nein? Blitzschnell griff er nach seinem Ledergurt und zückte eines der daran befestigten Objekte, das an einen langen, dünnen Zweig aus einem silbrig-weißen Material erinnerte. Dann drückte er den Stab gegen die Tür und begann zu zeichnen. Dicke, schwarze Linien flossen aus der Spitze des biegsamen Stabs und erzeugten ein deutliches Zischen, während sie sich wie verschüttete Tusche über die Holzoberfläche der Tür ausbreiteten. Im nächsten Moment ertönte ein Geräusch wie von splitterndem Glas. Der Türknauf, der mit der Stabspitze nicht in Berührung gekommen war, drehte sich. Erst langsam, dann schneller und schließlich sprang die Tür auf, während von ihren Angeln dünne, schwarze Rauchfahnen aufstiegen. Lassen Sie uns von ihr verschwinden. Unerklärlicherweise zögerte Tessa einen Moment und wandte sich dem Zimmer zu, das während der vergangenen Wochen ihr Gefängnis gewesen war. Meine Bücher! Ich besorge Ihnen neue Bücher. Will drängte sie in den Korridor vor ihm und zog die Tür fest zu. Dann packte er sie am Handgelenk und schob sie durch den Flur und um eine Ecke herum. Vor ihnen lag die Treppe, die Tessa so viele Male mit Miranda hinabgestiegen war. Will nahm zwei Stufen auf einmal und zog sie hinter sich her. Plötzlich ertönte aus dem Geschoss über ihnen ein Schrei. Mrs. Dark. Man hat ihr Verschwinden bemerkt, stellte Will fest. Wir müssen uns beeilen. Vor dem Eingang sind eine ganze Reihe von Kutschen vorgefahren. Offenbar bin ich zu einem unerwartet geschäftigen Zeitpunkt hier eingetroffen. Dann stürmte er die nächste Treppe hinunter und Tessa folgte ihm. Wissen Sie, welche Pläne die dunklen Schwestern für den heutigen Abend hegten? Nein? Aber Sie haben jemanden namens der Magister erwartet, richtig? Sie befanden sich inzwischen im Kellergeschoss, wo die verputzten Wände plötzlich feuchten Steinmauern wichen. Ohne Mirandas Laterne erschien der Gang Tessa ausgesprochen dunkel. Geben Sie mir das Elbenlicht! Als Will Tessas ratlosen Blick sah, schnaubte er ungeduldig. Den Stein! Geben Sie mir den Stein, den ich Ihnen vorhin gab! In dem Moment, in dem er seine Hand um den Stein schloss, flammte das Licht erneut auf und sandte leuchtende Strahlen zwischen seinen Fingern hindurch. Jetzt sah Tessa zum ersten Mal, dass auf Wills Handrücken ein Symbol prangte, als wäre es mit schwarzer Tusche aufgetragen worden, eine Art weit geöffnetes Auge. Zu Tessas Beunruhigung steuerte Will nun auf die breite Flügeltür zum Büro der dunklen Schwestern zu. Nein, nicht! Sie packte ihn am Arm und riss ihn zurück. Nicht da entlang! Dort gibt es keinen Ausgang, das ist eine Sackgasse! Will machte auf dem Absatz kehrt und marschierte in die andere Richtung, auf den dunklen Gang zu, den Tessa immer gefürchtet hatte. Tessa schluckte einmal kräftig und folgte ihm widerstrebend. Während sie weiterliefen, wurde der Gang immer enger und die Mauern schienen von beiden Seiten heranzurücken. Mit jedem Schritt stieg die Temperatur und die Hitze sorgte dafür, dass sich Tessas Haare kringelten und ihr an den Schläfen und im Nacken klebten. Die Luft war drückend und bereitete ihr Atemprobleme. Eine Weile lief sie schweigend hinter Will her, dann hielt sie es nicht mehr aus. Sie musste diese Frage stellen, auch wenn sie wusste, dass die Antwort Nein lauten würde. »Mr. Herondale, hat mein Bruder sie geschickt, um mich zu befreien?« Fast erwartete sie irgendeinen verrückten Kommentar statt einer Antwort, doch Will warf ihr nur einen erstaunten Blick zu. »Habe noch nie von ihrem Bruder gehört«, erwiderte er, was Tessa vor Enttäuschung einen Stich versetzte. Sie wusste zwar, dass Nate den Jungen nicht geschickt haben konnte, denn dann hätte er zumindest ihren Namen gekannt oder nicht, aber dieser Gedanke schmerzte trotzdem. »Und auch von Ihnen hatte ich bis zu unserem Kennenlernen vor zehn Minuten noch nie vernommen, Miss Gray. Seit etwa zwei Monaten verfolge ich die Spuchen eines toten Mädchens. Sie wurde ermordet, verblutete allein in einer Gasse. Sie muss vor, vor irgendetwas geflohen sein.« Inzwischen hatten sie eine Stelle erreicht, wo der Gang sich in zwei Wege gabelte und nach kurzem Zögern entschied Will sich für die linke Abzweigung. Neben der Toten lag ein Dolch mit ihrem Blut befleckt und darunter befand sich ein Symbol, zwei Schlangen, die einander in den Schwanz beißen. Tessa spürte, wie ein Schock durch ihren Körper jagte, verblutete allein in einer Gasse. Neben ihr lag ein Dolch, Emma. »Das ist dasselbe Symbol, das auch auf der Kutsche der dunklen Schwestern prangt. So nenne ich die beiden Mrs. Dark und Mrs. Black. Da sind sie nicht die Einzige, die ganze Schattenwelt nennt sie so. Schattenwelt? Ist das ein Viertel in London?« »Ach, nicht weiter wichtig«, entgegnete Will. »Ich rühme mich gerade meiner Ermittlerfähigkeiten und würde es vorziehen, dabei nicht unterbrochen zu werden. Wo war ich stehen geblieben?« »Der Dolch«, half Tessa aus, verstummte dann aber, als eine Stimme durch den Gang halte. Eine hohe, süßliche und unverkennbare Stimme. »Theresa«, es war Mrs. Darks Stimme, die wie dünne Rauchfahnen aus den Mauerritzen zu dringen schien. »Ach, Theresa, wo steckst du?« Theresa erstarrte. »Mein Gott, sie haben uns eingeholt.« Will packte sie erneut am Handgelenk und gemeinsam stürmten sie weiter, wobei das Elbenlicht in Wills anderer Hand wildtanzende Muster auf die Mauern warf. Der Gang wandte sich immer tiefer in die Erde und die Steinplatten unter ihren Füßen wurden mit jedem Meter feuchter und rutschiger, während die Luft um sie herum heißer und drückender erschien. Tessa kam es so vor, als würden sie direkt in die Hölle laufen. Gleichzeitig heilten die Stimmen der dunklen Schwestern von den Mauern. »Theresa, wir werden dich nicht entkommen lassen. Du kannst dich nicht vor uns verstecken. Wir werden dich finden, Schätzchen, das weißt du doch genau.« Will und Tessa hasteten um eine Ecke und blieben abrupt stehen. Der Gang endete vor zwei hohen Metalltüren. Will gab Tessas Hand frei und stemmte sich mit der Schulter gegen die Türen, die ruckartig aufflogen, sodass Will hindurchtaumelte. Tessa folgte ihm auf dem Fuß und wirbelte herum, um die schweren Flügel hinter ihnen zu schließen. Der Raum war vollkommen dunkel und wurde lediglich von Wills glühendem Stein erhellt, der nur noch ein schwaches Glimmen ausstrahlte. Will griff um Tessa herum, um den Riegel vorzuschieben. Der Metallschieber war sperrig und rostig. Tessa spürte Wills Anspannung, während er angestrengt an dem Riegel zog und zerrte, bis dieser endlich nachgab und die Türen fest versperrte. »Miss Grey?« Will lehnte sich gegen Tessa, die ihrerseits mit dem Rücken gegen die geschlossenen Türen lehnte. Sie konnte den rasenden Rhythmus seines Pulsschlags fühlen, oder war es ihr eigenes Herz, das so wild schlug? Das seltsame weiße Licht des Steins ließ die scharfen Konturen von Wills Kinnpartie hervortreten und die feinen Schweißperlen auf seinem Schlüsselbein. Auch hier waren diese eigenartigen schwarzen Zeichnungen zu erkennen. Sie erstreckten sich über seine Brust hinauf zum aufgeknöpften Hemdkragen, als hätte jemand mit dicker, schwarzer Tusche auf seiner Haut gemalt. »Wo sind wir?« »Sind wir hier in Sicherheit?« Statt einer Antwort drückte er sich von der Wand ab und hob die rechte Hand. In dem Moment erstrahlte das Licht wieder heller und beleuchtete den Raum. Sie befanden sich in einer Art Zelle, allerdings von erstaunlicher Größe. Sowohl die Mauern als auch die Decke und der Boden waren mit Steinplatten versehen, die zur Raummitte hin abfielen und zu einer breiten Abflussrinne führten. Bis auf ein Fenster, das in der gegenüberliegenden Wand hoch unter der Decke eingelassen war, gab es keinen anderen Ausgang aus dem Raum, keine weiteren Fenster, keine anderen Türen. Doch nicht dieser Gedanke verschlug Tessa den Atem, sondern der Anblick, der sich ihnen bot. Dieser Ort war ein Schlachthaus. Lange Holztische erstreckten sich von Wand zu Wand und darauf lagen Leichname, menschliche, entkleidete, bleiche Leichname mit einem tiefen, y-förmigen Einschnitt im Brustkorb. Die Köpfe der Toten baumelten über die Tischkanten und lange Frauenhaare streiften wie Besen über den Steinboden. Auf dem mittleren Tisch stapelten sich blutverschmierte Messer und Maschinenteile, Kupferzahnräder, Messinggetriebe und scharfe Metallsägen. Entsetzt presste Tessa sich eine Hand in den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken, und schmeckte Blut, als sie sich in die eigenen Finger biß, was Will jedoch nicht zu bemerken schien. Mit aschfahlem Gesicht sah er sich um und murmelte irgendetwas vor sich hin, das Tessa aber nicht verstehen konnte. Plötzlich ertönte ein Krachen und die Metalltüren erbebten, als hätte sich etwas Schweres mit Wucht dagegen geworfen. Tessa ließ ihre blutende Hand sinken und schrie auf, Mr. Herondale! Will wirbelte herum, während die Metalltüren erneut bebten, und dann drang eine Stimme von der anderen Seite zu ihnen. Miss Gray, wenn Sie jetzt herauskommen, werden wir Ihnen kein Haar krümmen! Sie lügt, warf Tessa rasch ein. Ach nein, wirklich? Erwiderte Will sarkastisch, steckte sein glühendes Elbenlicht ein und sprang auf den mittleren Tisch mit dem blutbespritzten Maschinenteil. Dann bückte er sich, nahm ein schweres Messingzahnrad, wog es in der Hand und warf es mit einem angestrengten Ächzen in Richtung des hohen Fensters. Sekundenbruchteile später splitterte die Glasscheibe und Will rief mit erhobener Stimme, Henry! Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen! Henry! Wer ist Henry? fragte Tessa, doch in diesem Moment erbebten die Türen ein drittes Mal und dünne Risse zeichneten sich im Metall ab. Tessa stürzte zum Tisch in der Raummitte und schnappte sich willkürlich eine Waffe, eine zerklüftete Metallsäge, mit der Metzger normalerweise Knochen durchtrennten. Es blieb ihr gerade noch Zeit, sich umzudrehen, als die Türen auch schon aufflugen. Im Türrahmen standen die dunklen Schwestern. Mrs. Dark in einem schimmernden, hellgrünen Kleid, so lang und hager wie ein Rechen, und Mrs. Black mit hochrotem Gesicht und die Augen zu Schlitzen zusammengekniffen. Ein leuchtender Kranz aus blauen Funken umgab die beiden wie ein winziges Feuerwerk. Ihr Blick streifte Will, der immer noch auf dem Tisch stand und eine seiner eisklaren Klingen gezückt hatte und wanderte dann zu Tessa. Mrs. Blacks Mund, ein roter Schlitz in ihrem bleichen Gesicht, verzog sich zu einem Grinsen. Aber, aber, Miss Gray, Sie hätten es nun wirklich besser wissen müssen. Wir haben Ihnen doch gesagt, was geschieht, falls Sie zu fliehen versuchen. Dann tun Sie es von mir aus, peitschen Sie mich aus, schlagen Sie mich zu Tode, es ist mir egal, schrie Tessa und stellte mit Genugtuung fest, dass die dunklen Schwestern wenigstens ein bisschen verblüfft wirkten. Einen solchen Ausbruch hatten die beiden wohl nicht erwartet, denn bisher hatte Tessa sich immer viel zu sehr vor ihnen gefürchtet, um die Stimme gegen sie zu erheben. Aber ich werde nicht zulassen, dass Sie mich dem Magister übergeben, eher sterbe ich. Welch unerwartet scharfe Zunge Sie doch haben, meine liebe Miss Gray. Aber wenn wir Sie ihnen aus ihrem hübschen Köpfchen herausschneiden, lernen Sie vielleicht, sich anständig zu benehmen. Dann bewegte sie sich zielstrebig auf Tessa zu, wurde aber umgehend von Will gebremst, der vom Tisch heruntersprang, sich zwischen die beiden stellte und Malik rief. Sofort leuchtete die eisweiße Klinge in seiner Hand auf und strahlte wie eine Sternschnuppe. Geh mir aus dem Weg, kleiner Neffel im Krieger, und nimm deine Sehraufklingen mit. Dies ist nicht dein Kampf. Da irren sie sich, Will knifft die Augen zusammen. Ich habe schon so manches über sie gehört, meine Damen. Gerüchte, die fließen wie ein Strom schwarzen Gifts durch die Schattenwelt. Man hat mir erzählt, dass sie beide ein hübsches Sümmchen für menschliche Leichname bezahlen und sich nicht viel darum scheren, wie diese Menschen ihr Leben verloren haben. So viel Wirbel wegen ein paar toter Irdischer, kicherte Mrs. Dark und gesellte sich zu ihrer Schwester. Wir haben nichts gegen dich, Schattenjäger. Es sei denn, du legst es auf einen Streit an. Du bist in unser Territorium eingedrungen und hast damit gegen den Bündnisvertrag verstoßen. Wir könnten dich beim Rat anzeigen. So sehr der Rat widerrechtliches Betreten auch missbilligt, so vertritt er sonderbarerweise eine noch viel schärfere Haltung gegenüber dem Enthaupten und Häuten von Personen. In dieser Hinsicht ist er wirklich ein wenig eigentümlich. Personen, fauchte Mrs. Dark. Du meinst wohl irdische. Die interessieren euch doch auch nicht mehr als uns. Dann schaute sie Tessa an. Hat er dir erzählt, wer er wirklich ist? Er ist kein menschliches Wesen. Das sagen ausgerechnet sie, erwiderte Tessa mit zitternder Stimme. Und hat sie dir erzählt, wer sie ist, wandte Mrs. Black sich an Will. Hat sie dir von ihrer Begabung berichtet? Davon, wozu sie fähig ist? Wenn ich eine Vermutung anstellen sollte, dann würde ich sagen, es hat gewiss etwas mit dem Magister zu tun, entgegnete Will. Mrs. Dark musterte ihn misstrauisch. Du weißt von dem Magister? Ihr Blick wanderte wieder zu Tessa. Ah, verstehe. Du weißt nur das, was sie dir erzählt hat. Der Magister, mein kleiner Engelsknabe, ist ein viel gefährlicherer Mann, als du dir jemals vorstellen kannst. Und er hat schon sehr lange … Der Rest ihrer Worte ging in einem kolossalen Getöse unter, als die gesamte Ostwand des Raums plötzlich in sich zusammenbrach. Mrs. Dark stieß einen spitzen Schrei aus und raffte mit knochigen Fingern ihre Röcke. Will packte Tessas Hand und zog sie an sich, um sie mit seinem Körper vor dem Hagel aus Steinen und Mörtel zu schützen, der auf sie herabprasselte. Als sich seine Arme um sie schlossen, konnte Tessa Mrs. Black kreischen hören und sie drehte den Kopf, um zu sehen, was passierte. Mrs. Dark stand wie eine Statue da und zeigte mit einem behandschuten, zitternden Finger auf das dunkle Loch in der Wand. Inzwischen hatte sich der Staub etwas gelegt und die schemenhaften Konturen zweier Männer wurden sichtbar, jeder mit einer Klinge bewaffnet, die genau wie Wills Waffe ein seltsames bläulich-weißes Licht ausstrahlten. Engel, dachte Tessa verwundert, sprach ihren Gedanken aber nicht aus. Mrs. Black kreischte erneut schrill auf und stürzte sich mit ausgestreckten Händen, aus denen blaue explodierende Funken flogen auf die beiden Gestalten. Tessa hörte, wie jemand einen Schrei ausstieß, einen sehr menschlichen Schrei. Gleichzeitig gab Will sie frei, wirbelte herum und schleuderte sein hellbrennendes Schwert in Mrs. Blacks Richtung. Die Klinge drehte sich kopfüber um die eigene Achse und bohrte sich tief in ihre Kehle. Ihr sauber abgetrennter Kopf fiel herab und rollte über den Boden. Sekundenbruchteile später stürmten die beiden Gefährten zu ihm, zwei Männer in eng sitzenden, dunklen Anzügen, die sich mit ihren flammenden Waffen so schnell bewegten, dass Tessa das Gefühl hatte, ihre Sicht würde verschwimmen. Dennoch konnte Tessa in ihnen einen etwas älteren, rothaarigen und einen muskulösen, braunhaarigen jungen Mann erkennen. Der Jüngere der beiden hielt inzwischen die strampelnde Mrs. Dark fest. Im nächsten Moment hallte ein ohrenbetäubender Schrei durch den Raum. Nein! Blaue Flammen schlugen aus Mrs. Darks Händen und Augen und der braunhaarige Mann, der sie festhielt, musste sie ruckartig freigeben. Mit schmerzverzerrten Gesicht fiel er zur Seite, während die dunkle Schwester auf Will und Tessa zustürmte. Ihre Augen funkelten wie schwarze Fackeln und sie zischte etwas in einer Sprache, die Tessa noch nie gehört hatte. Die Worte klangen wie das Knistern von Feuer. Dann hob Mrs. Dark eine Hand und schleuderte einen blauen Blitz in Tessas Richtung. Mit einem wütenden Schrei sprang Will vor Tessa, das glühende Schwert weit vor sich ausgestreckt. Der Blitz prallte von der Klinge ab und schlug krachend in eine der Steinmauern ein. Henry, rief Will, ohne sich umzudrehen, wenn du Miss Greybiter in einen sicheren Ort bringen könntest, und zwar bald. Henry legte Tessa gerade eine Hand auf die Schulter, als Mrs. Dark einen weiteren Lichtstrahl nach ihr schleuderte. Warum versucht sie mich zu töten, überlegte Tessa benommen. Warum mich und nicht Will? Und dann, als Henry sie zu sich heranzog, prallte ein noch stärkerer Blitz von Will's Schwert ab und zerteilte sich in ein Dutzend grellstrahlender Lichtzungen. Wie gebannt starrte Tessa auf die unwirkliche Schönheit dieser Lichterscheinung. Doch als sie Henrys Stimme hörte, der ihr zubrüllte, sie solle sich auf den Boden werfen, kam seine Warnung zu spät. Eine der lodernden Lichtscherben hatte sich bereits mit unglaublicher Kraft in ihre Schulter gebohrt. Tessa hatte das Gefühl, von einem rasenden Zug überrollt zu werden. Die Wucht riss sie von Henry fort, hob sie in die Höhe und ließ sie rückwärts gegen die Mauer prallen, wobei ihr Kopf mit brutaler Gewalt gegen die Steine schlug. Tessa konnte gerade noch Mrs. Darks hohes, keckerndes Gelächter hören. Dann verlor sie das Bewusstsein. In ihrem Traum war Tessa an ihr schmales Messingbett im dunklen Haus gefesselt. Die Schwestern beugten sich über sie, klapperten mit langen Stricknadeln und lachten mit hoher, schriller Stimme. Dann verwandelten sie vor Tessas Augen ihre Gestalt. Die Augen verschwanden in den Höhlen, die Haare fielen aus und über den Mündern erschienen schwarze Kreuzstiche, die die Lippen zusammennähten. Tessa schrie auf, doch sie schienen sie nicht zu hören. Danach verschwanden die Schwestern und Tante Harriet beugte sich über Tessa. Ihr Gesicht wirkte fiebrig rot, so wie während ihrer schrecklichen Krankheit, die sie schließlich das Leben gekostet hatte. Mit einem Ausdruck großer Trauer betrachtete sie Tessa. Ich habe es versucht. Ich habe wirklich versucht, dich zu lieben. Aber es ist nicht einfach, ein Kind zu lieben, das nichts Menschliches an sich hat. Nichts Menschliches? fragte eine unbekannte Frauenstimme. Aber wenn sie kein Mensch ist, eh noch, was ist sie dann? Im nächsten Moment schlich sich Ungeduld in die Stimme. Was soll das heißen, du weißt es nicht. Jeder ist doch irgendetwas. Dieses Mädchen kann doch nicht nichts sein. Tessa erwachte mit einem Schrei. Sie riss die Augen auf und musste feststellen, dass um sie herum tiefe Dunkelheit herrschte. In ihrer Panik nahm sie nur ein leises Stimmengewirr wahr, das aus den Schatten zu ihr drang. Fieberhaft strampelte sie sich frei, stieß Decken und Kissen von sich und setzte sich auf, wobei ihr Unterbewusstsein nur halb registrierte, dass die Decke dick und schwer war, ganz im Gegensatz zu der dünnen, mit Litze besetzten Bettdecke im dunklen Haus. Angestrengt blinzelte Tessa in die Dunkelheit. Sie befand sich in einem Bett, genau wie sie geträumt hatte. Und der große Raum mit den Steinmauern, in dem das Bett stand, war kaum beleuchtet. Sie konnte das Rasseln ihres eigenen Atems hören, als sie sich umdrehte, doch im nächsten Moment entfuhr ihrer Kehle ein Schrei. Ein Gesicht, wie aus ihrem Albtraum, schwebte in der Dunkelheit direkt vor ihr. Ein großes, weißes Mondgesicht, mit kahlgeschorenem Schädel, der wie Marmor glänzte. An der Stelle, wo sich die Augäpfel hätten befinden müssen, waren nur Höhlen zu erkennen. Allerdings erweckten sie nicht den Eindruck, als wären die Augen aus dem Schädel herausgerissen worden. Es hatte vielmehr den Anschein, als hätten sie sich gar nicht erst entwickelt. Die Lippen des Mondgesichts waren mit schwarzen Nähten verschlossen und die gesamte Haut schien mit schwarzen Zeichnungen übersät zu sein, vergleichbar denen auf Willsarmen und Brust. Im Gegensatz zu dessen Malen wirkten sie jedoch, als wären sie mit einer Klinge in die Gesichtszüge geritzt worden. Tessa schrie erneut auf und krabbelte hastig rückwärts, bis sie vom Bett rutschte. Als sie auf den kalten Steinboden auftraf und sich aufzurappeln versuchte, riss der Saum des Nachthemds, dass ihr jemand übergestreift haben musste, während sie bewusstlos war. Miss Gray! Jemand rief ihren Namen, doch in ihrer Panik registrierte sie lediglich, dass ihr die Stimme unbekannt war und dass sie nicht von der monströsen Gestalt stammte, die sie von der Bettstadt aus mit reglosen Narbengesicht musterte. Das Monster hatte sich noch keinen Millimeter bewegt, aber obwohl es nicht den Anschein erweckte, als wolle es ihr nachsetzen, wich Tessa weiter vorsichtig zurück und tastete suchend nach einer Tür. Das Zimmer war so dunkel, dass sie nur eine ovale Raumform ausmachen konnte, mit Wänden aus Stein. Die Zimmerdecke lag in tiefen Schatten und an der gegenüberliegenden Wand befanden sich hohe, schmale Fenster, deren Umrisse an gotische Kirchenfenster erinnerten. Durch die Spitzbogenscheiben fiel kaum Licht. Es schien, als wäre die Nacht bereits hereingebrochen. Theresa Gray! Endlich fand Tessa die Tür, griff dankbar nach dem Knauf, wirbelte herum und zog daran. Doch nichts geschah. Die Erkenntnis, dass sie wieder eingesperrt war, ließ einen Schluchzer in ihrer Kehle aufsteigen. Miss Gray! wiederholte die Stimme und plötzlich wurde der Raum in helles Licht getaucht, ein grelles, silbrig-weißes Licht, das Tessa sofort wieder erkannte. Miss Gray, bitte entschuldigen Sie. Es war nicht unsere Absicht, Ihnen Angst einzujagen. Die Stimme stammte von einer Frau, die Tessa zwar noch immer unbekannt war, dafür aber jung und besorgt klang. Miss Gray, bitte! Langsam drehte Tessa sich um, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Tür und schaute sich um. Der Raum, in dem sie sich befand, wurde von einem großen Himmelbett beherrscht, dessen Samtüberwurf nun zerknautscht war und halb auf dem Boden hing. Die Vorhänge des Betts waren zurückgezogen und auf dem ansonsten nackten Steinboden lag ein schmaler, eleganter Bettvorleger. Im Grunde wirkte der gesamte Raum ziemlich kahl. An den Wänden hingen weder Gemälde noch Fotografien und auch die dunklen Holzmöbel waren schlicht und elegant gehalten. Zwei Sessel und ein kleiner Tisch luden neben dem Bett zum Sitzen ein, und ein Paravent in der Ecke des Raums schirmte den dahinter befindlichen Badezuber und Waschtisch ab. Vor dem Bett ragte ein großer Mann in einer Art bodenlanger Mönchskutte auf, die aus einem groben pergamentfarbenen Stoff geschneidert war und an den Ärmeln und am Saum blutrote Runen aufwies. Der Mann hielt einen silbernen Stab in der Hand, dessen Kopf eine Engelsgestalt zierte und dessen Schaft über und über mit weiteren Runen dekoriert war. Da der Mann die Kapuze seiner Robe nach hinten geschlagen hatte, konnte Tessa sein weißes, von Narben übersätes Gesicht mit den blinden Augenhöhlen sehen. Neben ihm stand eine sehr kleine, fast kindlich wirkende Frau mit dichtem, braunem Haar, welches im Nacken zu einem Knoten zusammengefasst war und einem netten, klugen Gesichtchen, in dem dunkle, intelligente Augen funkelten. Sie war zwar keine erklärte Schönheit, aber auf ihrem Antlitz lag ein ruhiger, freundlicher Ausdruck, der das panische Gefühl in Tessas Magen ein wenig besänftigte, obwohl sie nicht genau sagen konnte, wieso. In der Hand der Frau leuchtete einer jener weißglühenden Steine, die Tessa bereits bei Will gesehen hatte. Helle Lichtstrahlen bahnten sich einen Weg zwischen ihren Fingern hindurch und beleuchteten den Raum. Miss Gray, ich bin Charlotte Branwell, Leiterin des Londoner Instituts der Schattenjäger und dies hier ist Bruder Enoch. Schattenjäger. Mit genau diesem Begriff hatten die dunklen Schwestern Will Herondale bezeichnet. Will. Ich war, Will war bei mir in diesem Keller. Will meinte. Abrupt hielt sie inne und zuckte innerlich zusammen. Sie hätte Will nicht bei seinem Vornamen nennen dürfen. Es implizierte eine Vertrautheit zwischen ihnen beiden, die es in Wahrheit nicht gab. Wo ist Mr. Herondale? Er ist hier, erklärte Mrs. Branwell ruhig. Hier im Institut. Hat er mich hierher gebracht? Ja, aber es besteht überhaupt kein Grund, sich hintergangen zu fühlen, Miss Gray. Sie hatten einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen und Will war um ihre Gesundheit besorgt. Bruder Enoch hier ist ein erfahrener Heiler. Er hat festgestellt, dass ihre Kopfverletzung glücklicherweise nur geringfügiger Natur ist und dass sie in erster Linie unter Schock stehen und von einer nervösen Unruhe ergriffen sind. Tatsächlich wäre es vermutlich das Beste, wenn sie sich wieder setzen würden. Wenn sie weiterhin mit bloßen Füßen an der Tür herumstehen, holen sie sich letztendlich nur eine Verkühlung. Sie meinen, weil ich sowieso nicht fliehen kann, ich kann nicht entkommen. Wenn sie darauf bestehen zu entkommen, wie sie es formulieren, werde ich sie selbstverständlich gehen lassen, sobald wir uns unterhalten haben. Die Neffel im Halten Schattenwäldler nicht gegen ihren Willen fäst. Das untersagt das Abkommen. Das Abkommen? Mrs. Branwell zögerte einen Augenblick, wandte sich dann am Bruder Enoch und flüsterte ihm mit leiser Stimme etwas zu. Zu Tessas großer Erleichterung zog sich der Mann daraufhin die Kapuze seiner pergamentfarbenen Robe über den Kopf, sodass sein Gesicht verborgen wurde. Doch dann trat er auf Tessa zu, die sich hastig entfernte. Der Mann öffnete die Tür und hielt einen kurzen Moment inne, und während dieses winzigen Augenblicks sprach er zu Tessa. Oder vielleicht war Sprechen nicht der richtige Ausdruck dafür. Tessa hörte seine Stimme in ihrem Kopf. Sie sind ein Eidolon, Theresa Grey, eine Gestaltwandlerin, aber keine von der Sorte, die ich kenne, denn sie tragen kein Dämonenmal. Gestaltwandler. Er wusste, was sie war. Sprachlos und mit rasendem Pulsschlag sah sie ihm nach, während er den Raum verließ und die Tür hinter sich zuzog. Tessas Knie fühlten sich an wie aus Gummi und sie ließ sich in einen der ausladenden Sessel neben dem Bett sinken. Was hat er gesagt? fragte Mrs. Branwell und nahm im Sessel gegenüber Platz. Ihr Kleid fiel sehr weit, sodass sich nicht sagen ließ, ob sie ein Korsett darunter trug, und ihre Handgelenke waren kaum dicker als die eines Kindes. Tessa schüttelte den Kopf und verschränkte die Hände im Schoß, damit Mrs. Branwell nicht bemerkte, wie sehr ihre Finger zitterten. Mrs. Branwell musterte sie aufmerksam. Im Übrigen, nennen Sie mich bitte Charlotte, Miss Gray. Alle im Institut nennen mich so. Wir Schattenjäger sind weniger förmlich als die meisten Menschen. Tessa nickte und spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Es fiel ihr schwer, Charlottes Alter einzuschätzen. Sie war so klein, dass sie einerseits sehr jung aussah, aber andererseits verströmte sie so viel Autorität, dass sie wiederum älter wirkte. Als Charlotte sich lächelnd im Sessel zurücklehnte, entdeckte Tessa überrascht, dass sie dunkle Tätowierungen besaß. Eine Frau mit Tätowierungen. Die Zeichnungen ähnelten den Abbildungen auf Willes Haut. Schwarze Tuschermale, die unter den eng anliegenden Ärmelenden des Kleides herausschauten, sowie eine augenähnliche Tätowierung auf dem linken Handrücken. Als nächstes lassen Sie mich Ihnen bitte erzählen, was ich bereits über Sie weiß. Sie sind Amerikanerin und Sie sind von New York nach London gekommen, um Ihrem Bruder zu folgen. Ihrem Bruder Nathaniel, der Ihnen einen Fahrschein für die Überfahrt auf einem Ozeandampfer geschickt hat. Tessa saß wie erstarrt. Woher wissen Sie das? Ich weiß weiterhin, dass Will sie im Haus der dunklen Schwestern gefunden hat. Ich weiß, dass sie Will gegenüber erklärt haben, ein sogenannter Magister wolle sie abholen. Ich weiß, dass sie nicht die geringste Ahnung haben, wer dieser Magister ist. Und ich weiß, dass sie während des Kampfes mit den dunklen Schwestern das Bewusstsein verloren haben und hierher gebracht wurden. Charlottes Worte wirkten auf Tessa wie ein Schlüssel zu einer verschlossenen Tür. Plötzlich erinnerte sie sich wieder an den Abend, an die Flucht durch den Korridor, an die Metalltüren und den dahinterliegenden, blutgetränkten Raum, an Will, der seine Klinge schwang, an Mrs. Black und ihren abgetrennten Kopf. Mrs. Black ist tot, bestätigte Charlotte, ganz ohne Zweifel. Sie lehnte sich mit den Schultern an die Rückenlehne des Sessels, die hinter ihr so hoch aufragte, dass sie wie ein Kind auf einem Stuhl für Erwachsene wirkte. Und Mrs. Dark hat sich in Luft aufgelöst. Wir haben das ganze Haus durchsucht und anschließend die umliegenden Straßen, aber sie blieb spurlos verschwunden. Das ganze Haus, wiederholte Tessa mit leicht brüchiger Stimme, und es war niemand dort? Niemand sonst? Auch kein Toter? Wir haben ihren Bruder nicht finden können, Miss Gray. Weder im Haus noch in den umliegenden Gebäuden. Sie, sie haben nach ihm gesucht? Wir haben ihn nicht finden können, sagte Charlotte erneut, aber dafür haben wir ihre Briefe entdeckt. Meine Briefe? Sie haben sie gelesen? Es blieb uns nichts anderes übrig, erwiderte Charlotte weiterhin freundlich. Ich bitte aufrichtig um Verzeihung, aber es kommt nicht oft vor, dass wir ein Schattenwesen ins Institut bringen oder irgendjemanden, der kein Schattenjäger ist. Denn dies birgt für uns ein großes Risiko. Wir mussten uns einfach vergewissern, dass sie keine Gefahr darstellen. Dessa wandte den Kopf ab. Nun gut, sagte sie schließlich, um den Kloß im Hals zu bekämpfen. Sie sind also zu dem Schluss gekommen, dass ich keine Gefahr darstelle. Möglicherweise nur für sich selbst. Eine Kraft wie die ihre, die Kraft zur Gestaltwandlung. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die dunklen Schwestern sie in ihre Gewalt bekommen wollten. Und andere werden folgen. Wie sie beispielsweise. Oder wollen sie mir weismachen, dass sie mich aus reiner Nächstenliebe in ihr Institut gebracht haben? Ein tief verletzter Ausdruck huschte über Charles' Gesicht. Zwar nur kurz, aber er wirkte aufrichtig. Und dies überzeugte Tessa mehr als jede mögliche Beteuerung der jungen Frau davon, dass sie sich in ihr vielleicht doch getäuscht hatte. Nicht aus Nächstenliebe. Es ist vielmehr meine Berufung. Unsere Berufung. Tessa schaute sie verständnislos an. Vielleicht wäre es besser, wenn ich ihnen einfach erklären würde, wer wir sind und was wir tun. Nephilim. Mit diesem Begriff haben die dunklen Schwestern Mr. Herondale bezeichnet. Dann zeigte sie auf die dunklen Male auf Charlottes Hand. Ist das der Grund, weshalb sie diese, ähm, diese Male tragen? Charlotte nickte. Ja, wir sind eine Gruppe von Leuten, ähm, eine Gruppe von Leuten mit besonderen Fähigkeiten, wenn sie so wollen. Wir sind stärker und schneller als die meisten Menschen. Wir sind in der Lage, uns unsichtbar zu machen, mithilfe einer besonderen Form der Magie namens Zauberglanz. Und wir wurden speziell dafür ausgebildet, Dämonen zu töten. Dämonen? Sie meinen, so wie der Teufel? Dämonen sind bösartige Kreaturen. Und sie überwinden gewaltige Entfernungen, um in unsere Welt zu gelangen und sie zu verschlingen. Wenn es uns nicht gäbe, würden sie die Erde in Schutt und Asche legen und sämtliche Bewohner vernichten. So wie es die Aufgabe der menschlichen Polizei ist, die Bürger dieser Stadt voreinander zu schützen, ist es unsere Aufgabe, sie vor Dämonen und anderen übernatürlichen Gefahren zu bewahren. Wenn ein Verbrechen begangen wurde, das die verborgene Welt betrifft, wenn gegen die Gesetze unserer Welt verstoßen wurde, müssen wir ermitteln. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. Wir müssen sogar dann Nachforschungen anstellen, wenn nur der Verdacht besteht, dass der Bündnisvertrag gebrochen wurde. Will hat ihnen ja bereits von dem jungen Mädchen erzählt, das er in dieser Gasse gefunden hat. Sie war zwar die einzige Tote, deren Leichnam tatsächlich gefunden wurde, doch es gehen düstere Gerüchte um, dass irdische Jungen und Mädchen aus den Straßen von Londons ärmeren Vierteln über Nacht spurlos verschwinden. Die Verwendung von Magie zum Töten von Menschen verstößt gegen das Gesetz und fällt daher in unseren Zuständigkeitsbereich. Aber das ist längst nicht alles, was zu unserem Aufgabenbereich gehört. Wir schützen außerdem den Bündnisvertrag und wahren das Abkommen, jene Gesetze, die den Frieden zwischen den Schattenweltlern sichern. Auch dieses Wort hatte Will verwendet, erinnerte sich Tessa. Schattenwelt? Ist das ein Ort? Ein Schattenweltler ist ein Lebewesen, eine Person, die teilweise übernatürlicher Herkunft ist. Vampire, Wehrwölfe, Feenwesen, Hexenmeister. Tessa startet Charlotte verständnislos an. Diese Kreaturen gibt es wirklich? Sie selbst sind ein Schattenwesen. Das hat Bruder Enoch bestätigt. Wir wissen nur noch nicht, zu welcher Sorte sie gehören. Denn eines müssen sie wissen, die Art von Magie, zu der sie in der Lage sind, ihre Fähigkeit, zählt nicht zu den Dingen, die normale Menschen vollbringen könnten. Und auch wir Schattenjäger sind dessen nicht mächtig. Will vermutete, dass sie sehr wahrscheinlich eine Hexe sind, eine Annahme, zu der auch ich tendiert hätte. Aber alle Hexenwesen besitzen besondere Körpermerkmale, die sie als eben diese Wesen kennzeichnen. Flügel, Hufe, Schwimmhäute und dergleichen mehr. Doch sie sind in ihrem äußeren durch und durch menschlich. Und aus ihren Briefen geht hervor, dass sie der Überzeugung sind, ihre beiden Eltern wären ebenfalls rein menschlicher Natur gewesen. Menschlich? Tessa Tisch zwischen Charlotte und Tessa abstellte. Danke, Sophie. Dies hier ist Miss Gray. Sie wird heute Abend unser Gast sein. Sophie richtete sich auf. Das Mädchen musste ein sehr hübsch gewesen sein, mit leuchtend haselnussbraunen Augen, glatter Haut, weichen Lippen und einer feinen Gesichtsform. Doch nun erstreckte sich von der Schläfe bis zum linken Mundwinkel eine wulstige, silbern-schimmernde Narbe, die das Gesicht zur Seite zog und die Züge des Mädchens zu einer grotesken Maske verzerrte. Tessa versuchte, ihr entsetzend zu kaschieren, aber als sie sah, wie sich Sophies Augen verdüsterten, wusste sie, dass ihr dies nicht gelungen war. Sophie, hast du das dunkelrote Kleid schon heraufgebracht, so wie ich es dir aufgetragen habe? Kannst du es bitte aufbürsten und für Miss Gray bereitlegen? Als das Dienstmädchen nickte und zum Kleiderschrank ging, wandte Charlotte sich wieder an Tessa. Ich habe mir erlaubt, eines von Jessamines alten Kleidern für sie umarbeiten zu lassen. Die Kleidung, die sie am Körper trugen, war vollkommen ruiniert. Verbindlichsten Dank, Miss Gray, Charlotte musterte Tessa ernst. Schattenjäger und Schattenwäldler sind keine Feinde. Unser Abkommen mag zwar unter einem schwierigen Stern stehen, aber es ist meine feste Überzeugung, dass Schattenwesen vertrauenswürdig sind und dass sie sogar den Schlüssel zu unserem letztendlichen Sieg über das Dämonenreich in der Hand halten. Gibt es irgendetwas, das ich tun könnte, um ihnen zu beweisen, dass wir sie nicht ausnutzen wollen? Ich, Tessa holte Tiefluft, als die dunklen Schwestern mir erstmals von meinen Fähigkeiten erzählten, dachte ich, sie wären vollkommen verrückt. Ich habe ihnen gesagt, dass es derartige Dinge nicht gibt, aber kurz darauf hatte ich das Gefühl, in einer Art Albtraum gefangen zu sein, in dem das alles tatsächlich existierte. Und dann erschien Mr. Herondale. Er kannte sich mit Magie aus und besaß diesen glühenden Stein und ich dachte, hier ist endlich mal jemand, der mir vielleicht helfen kann. Tessa schaute Charlotte an. Doch sie scheinen nicht zu wissen, warum ich so bin, wie ich bin oder was ich überhaupt bin. Und wenn nicht einmal sie es wissen, es kann sehr schwierig sein, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, ihre wahre Gestalt und Form zu erkennen. Nur die wenigsten Menschen sind dazu in der Lage. Die meisten könnten den Anblick nicht ertragen. Aber ich habe ihre Briefe gelesen und weiß, dass sie stark sind, Miss Gray. Sie haben etwas durchgestanden, das andere junge Frauen vermutlich das Leben gekostet hätte. Schattenweltlauter nicht. Ich hatte keine Wahl. Ich habe es für meinen Bruder getan. Die Schwestern hätten ihn sonst umgebracht. Charlotte beugte sich vor. Haben sie irgendeine Ahnung, wo ihr Bruder stecken könnte? Tessa schüttelte den Kopf. Die dunklen Schwestern haben mir gesagt, dass er in einem geheimen Ort gefangen gehalten würde und ich vermute, er ist noch immer dort. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich ihn finden soll. Dann wäre es am besten, sie bleiben hier im Institut, bis sie etwas genaueres über seinen Aufenthaltsort wissen. Und sie erwarten von mir keinerlei Gegengefallen? Sie werden mich nicht bitten, meine meine Fähigkeit zu nutzen? Sie werden nicht von mir verlangen, dass ich mich verwandle? Falls sie ihre wahre Kraft nicht zu nutzen wünschen, dann werden wir sie unter keinen Umständen dazu zwingen. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, wie sie uns unterstützen könnten. Ich bin mir sicher, dass sie so manches wissen, was sie nicht in ihren Briefen erwähnt haben. Und wir könnten ihnen im Gegenzug dabei helfen, ihren Bruder zu finden. Tessa hob ruckartig den Kopf. Das würden sie tun? Ich gebe ihnen mein Wort darauf. Charlotte erhob sich. Weder sie noch Tessa hatten den Tee angerührt, der auf dem Tablett zwischen ihnen stand. Sophie, wenn du Miss Grey bitte beim Ankleiden helfen und sie dann pünktlich zum Dinner ins Speisezimmer führen könntest? Dinner? Nach diesen Informationen über Nephilim, Feenwesen, Vampire und Dämonen erschien Tessa die Aussicht auf ein Abendessen schon fast erschreckend normal. Natürlich, es ist beinahe sieben Uhr. Will kennen sie ja bereits. Dann können sie sich auch mit allen anderen bekannt machen. Vielleicht erkennen sie ja dann, dass wir durchaus vertrauenswürdig sind. Mit einem kurzen Nicken verließ Charlotte das Zimmer. Als Tessa Charlotte kurze Zeit später in einem für sie viel zu engen roten Kleid und ungewohnt harten Schuhen durch die Gänge folgte, kam sie sich vor wie in einer Burg. Die Decken waren so hoch, dass sie in den Schatten verschwanden und an den Mauern hingen schwere Goubelins. Verschiedene wiederkehrende Motive schmückten die Wandteppiche, Sterne, Schwerter und dieselben schwarzen Muster, die sie auf Wills und Charlots Haut gesehen hatte. Außerdem tauchte ein Bild immer wieder auf, ein Engel, der aus einem See aufstieg, ein Schwert in der einen und einen Kelch in der anderen Hand. Dieses Gebäude war früher einmal eine Kirche, eine Kirche namens All Hollows the Less. Während des großen Brands im Jahr 1666 brannte sie bis auf die Grundmauer nieder. Wir übernahmen das Grundstück und errichteten das Institut auf den Ruinen des alten Gotteshauses. Für unsere Zwecke ist ein Standort auf geweihtem Boden sehr nützlich. Finden die Menschen es denn nicht merkwürdig, dass sie ihr Institut auf den Mauern einer alten Kirche gebaut haben? Sie wissen nichts davon. Irdische nehmen uns gar nicht wahr. Für sie sieht das Gelände nach wie vor wie ein leeres Grundstück aus. Darüber hinaus interessieren sich Irdische nicht sonderlich für Dinge, die sie nicht direkt betreffen. Sie drehte sich um und komplementierte Tessa durch eine Tür in einen großen, hell erleuchteten Speisesaal. Da wären wir. Tessa musste einen Moment blinzeln, um ihre Augen an das helle Licht zu gewöhnen. Dann sah sie sich um. Im Zentrum des riesigen Raums stand ein großer Tisch, der bis zu 20 Gästen Platz bot und in dessen Mitte eine flache Glasschale mit weißen Blüten thronte. Von der Decke hing ein gewaltiger Glaslüster, der den Saal mit einem gelblichen Schein erfüllte. Oberhalb eines Sideboards, auf dem sich teures Porzellan stapelte, erstreckte sich ein goldgerahmter Spiegel über die gesamte Breite der Wand. Alles wirkte sehr geschmackvoll und sehr normal. Der Raum hatte nichts Ungewöhnliches an sich, nichts, das auch nur einen vagen Hinweis auf die wahre Natur der Hausbewohner bot. Obwohl der gesamte Tisch mit weißen Damasttüchern drapiert war, hatten die Dienstboten lediglich das hintere Ende der Tafel für fünf Personen eingedeckt. Und nur zwei Personen hatten bereits Platz genommen. Will und ein blondes Mädchen, das etwa in Tessas Alter war und ein schimmerndes, tief ausgeschnittenes Kleid trug. Die beiden schienen einander geflissentlich zu ignorieren und als Charlotte und Tessa den Raum betraten, schaute Will sichtlich erleichtert auf. Will, warnte Charlotte sich an den jungen Mann, du erinnerst dich doch gewiss noch an Miss Grey. Meine Erinnerungen an Miss Grey sind in der Tat höchst lebendig. Statt der seltsamen schwarzen Kleidung vom Vortag trug Will nun eine herkömmliche Stoffhose und einen grauen Gehrock mit schwarzem Samtkragen. Das Graue ließ seine Augen noch blauer leuchten als zuvor. Und Jessamine, Jessie, nun schau doch mal her, Jessie, das ist Miss Theresa Grey. Miss Grey, das ist Miss Jessamine Lovelace. Sehr erfreut, ihre Bekanntschaft zu machen, murmelte Jessamine. Tessa starrte das Mädchen mit großen Augen an. Jessamine war fast unanständig hübsch, eine englische Schönheit, wie sie sonst nur in Tessas Büchern vorkam, mit weizenblonden Haaren, hellbraunen Augen und einem cremeweißen Tar. Sie trug ein leuchtend blaues Kleid und an fast jedem Finger einen Ring. Falls sie dieselben schwarzen Zeichnungen wie Will und Charlotte besaß, waren sie jedenfalls nicht zu sehen, überlegte Tessa. Will bedachte Jessamine mit einem Ausdruck unverholener Abscheu in den Augen und drehte sich dann wieder zu Charlotte um. Und wo ist dein geistig unbedarfter Gatte? Charlotte ließ sich auf ihren Stuhl sinken und bedeutete Tessa, ihr gegenüber auf dem Stuhl neben Will Platz zu nehmen. Henry ist in seiner Werkstatt, ich habe Thomas aufgetragen, ihn zu holen, er müsste jeden Moment hier sein. Und Jam? Charlotte schoss Will einen warnenden Blick zu, erklärte aber nur, Jam ist unpässlich, er fühlt sich nicht wohl. Tessa wollte gerade nachhaken, wer dieser Jam sei, als Sophie den Raum betrat, dicht gefolgt von einer molligen Frau mittleren Alters, aus deren Haarknoten sich ein paar graue Strähnen gelöst hatten. Die beiden begannen sofort mit dem Servieren der Speisen. Beim Anblick von dampfender Suppe, saftigem Schweinebraten, knusprigen Kartoffeln und frischen Brötchen mit cremgelber Butter, wurde Tessa plötzlich ganz schwindelig im Kopf. Sie hatte völlig vergessen, wie hungrig sie war. Herzhaft biss sie in ein Brötchen, beherrschte sich aber im nächsten Moment, da sie sah, wie Jessamine sie anstarrte. Wissen Sie, ich glaube, ich habe noch nie zuvor eine Hexe essen gesehen. Ich darf wohl annehmen, dass sie sich niemals einer Abmagerungskur zu unterziehen brauchen, oder? Schließlich können sie sich ja mithilfe der Magie schlank zaubern. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob sie überhaupt eine Hexe ist, Jessi, warf Will ein. Jessamine ignorierte ihn. Ist es schrecklich, durch und durch böse zu sein? Machen sie sich Sorgen, dass sie eines Tages in die Hölle kommen? Wie mag der Teufel wohl sein? Was denken sie? Tessa legte ihre Gabel zur Seite. Würden sie Will brach in schallendes Gelächter aus, während Jessamine die Augen zu schlitzen zusammenkniff. Es besteht kein Grund, unhöflich zu sein, hob sie an, brach dann aber ab, als Charlotte sich mit einem erstaunten Aufschrei kerzengerade aufsetzte. Henry! Ein Mann stand in der Bogentür des Speisesaals, eine vertraut wirkende große Gestalt mit einem wirren kupferroten Haarschopf und haselnussbraunen Augen. Er trug eine verschlissen wirkende Norfolk-Jacke aus Tweed über einer fürchterlichen, leuchtend gestreiften Weste und seine Hose war über und über mit Dreck bedeckt, der verdächtig nach Kohlenstaub aussah. Aber nicht dieser Anblick hatte Charlotte aufschreien lassen, sondern die Tatsache, dass sein linker Arm offensichtlich Feuer gefangen hatte. Kleine Flammen züngelten oberhalb seines Ellbogens und sandten dünne schwarze Rauchkringel in die Luft. Charlotte, meine Liebe, entschuldige bitte meine Verspätung, aber ich glaube, ich bin nicht mehr weit von der Vollendung des Sensors entfernt. Henry, unterbrach Will ihn, du brennst, aber das weißt du ja sicherlich, oder? Teufel auch, konnte Henry gerade noch hervorstoßen, bevor Will aufsprang, sich die Blumenvase auf dem Tisch schnappte und ihren Inhalt über Henry goss. Mit einem protestierenden Zischen erloschen die Flammen und ließen Henry triefend nass im Türrahmen zurück, einen Ärmel angesenkt und ein Dutzend feuchter weißer Blüten zu seinen Füßen. Doch Henry strahlte und tätschelte dem brandig schwarzen Stoff mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass die feuerhemmende Mischung, die ich letzte Woche entwickelt habe, tatsächlich funktioniert. Dieses Material muss bereits gut zehn Minuten in Flammen gestanden haben und ist dabei nicht einmal zur Hälfte durchgebrannt. Interessiert betrachtete er seinen Arm. Vielleicht sollte ich den anderen Ärmel auch anzünden, um zu überprüfen, wie lange Henry, fiel Charlotte ihm ins Wort, die sich offensichtlich von ihrem Schock erholt hatte, jetzt setz dich endlich und iss etwas und sag unserem Gast guten Abend. Henry tat, wie ihm geheißen, schaute kurz über den Tisch zu Tessa und blinzelte überrascht. Ich kenne sie. Charlotte schüttelte den Kopf und warf ihrem Mann einen verzweifelten Blick zu. Hast du Miss Gray bereits nach dem Pandemonium Club gefragt, wandte Will sich an Charlotte. Pandemonium Club. Ich kenne diesen Namen, er stand, glaube ich, auf dem Schlag von Mrs. Darks Kutsche. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine Organisation, erklärte Charlotte, eine ziemlich alte Organisation von irdischen, deren Mitglieder sich für die Kunst der Magie interessieren. Bei ihren Zusammenkünften versuchen sie Zaubersprüche anzuwenden und Dämonen und Geister heraufzubeschwören. Das ist längst nicht alles, was sie so treiben, widersprach Will. Zudem besitzen sie in der Schattenwelt wesentlich mehr Einfluss, als man annehmen sollte. Viele wohlhabende und bedeutende Personen der irdischen Gesellschaft zählen zu ihren Mitgliedern. Als ich Näheres über das Symbol auf dem Dolch in Erfahrung bringen wollte, den Cem und ich in jener Gasse gefunden hatten, führten mich meine Nachforschungen zum Pandemonium Club. Und die dortigen Mitglieder verwiesen mich an die dunklen Schwestern. Es ist ihr Symbol, die beiden Schlangen. Die Schwestern kontrollierten eine Reihe geheimer Spielhöllen, die regelmäßig von zu locken, diese beim Spielen magischer Spiele auszutricksen und ihnen ihr gesamtes Geld abzuknöpfen. Und wenn die irdischen dann hoch verschuldet waren, haben die dunklen Schwestern sich das Geld zurückgeholt, inklusive enorm hoher Zinsen. Will schaute zu Charlotte. Außerdem haben die Schwestern noch einige andere Etablissements geführt, und zwar solche höchst fragwürdiger Natur. Man hat mir berichtet, dass das Anwesen in dem Tessa gefangen gehalten wurde, ein Schattenwelt Freudenhaus war, das auf die Wünsche bestimmter irdischer mit etwas ungewöhnlichen Geschmack spezialisiert war. Will, ich bin mir nicht sicher, ob das setzte Charlotte zweifelnd an. Will schaute zu Tessa und musterte sie mit leicht hochgezogenen Augenbrauen. Habe ich ihr Zartgefühl verletzt, Miss Grey? Ich war davon ausgegangen, dass sie, nach allem, was sie gesehen haben, nicht mehr so leicht zu schockieren sind. Ich fühle mich nicht gekränkt, Mr. Herondale, doch ihren Worten zum Trotz spürte Tessa, wie ihre Wangen feuerrot anliefen. Ich, äh, ich wüsste nicht, warum das dunkle Haus ein, ein solcher Ort gewesen sein sollte, sagte sie schließlich mit möglichst fester Stimme. Keine Menschenseele ist dort je ein oder ausgegangen und bis auf das Dienstmädchen und den Kutscher habe ich während der ganzen Zeit niemanden dort gesehen. Gut möglich, denn zu dem Zeitpunkt, als ich dort eintraf, war das Haus schon menschenleer. Offensichtlich hatten die Schwestern beschlossen, den Betrieb eine Weile einzustellen, möglicherweise um sie dort vollkommen isoliert zu halten. Charlotte, glaubst du, Miss Grays Bruder besitzt dieselbe Fähigkeit wie sie? Ist das vielleicht der Grund, warum die dunklen Schwestern ihn überhaupt erst entführt haben? Dankbar für den Wechsel des Gesprächsthemas warf Tessa ein, mein Bruder hat nie auch nur irgendein Anzeichen für diese Fähigkeit gezeigt. Andererseits habe ich auch nichts davon gewusst, bis die dunklen Schwestern es mir gezeigt haben. Und was genau ist nun ihre Fähigkeit? fragte Jessamine fordernd. Charlotte wollte es uns nicht verraten. Jessamine, Charlotte warf ihr einen tadelnden Blick zu. Wenn ihr mich fragt, ich glaube nicht, dass sie überhaupt irgendetwas kann, fuhr Jessamine ungerührt fort. Ich denke vielmehr, dass sie schlichtweg eine kleine Schmarotzerin ist, die weiß, dass wir sie wegen des Abkommens gut behandeln müssen. Tessa presste die Lippen aufeinander. Inzwischen schauten alle sie an. Was wäre, wenn sie alle dasselbe dachten wie Jessamine? Will war derjenige, der sich als erster zu Wort meldete. Er beugte sich vor und musterte Tessas Gesicht eingehend. Sie können es natürlich als ihr Geheimnis wahren, sagte er sanft, aber Geheimnisse besitzen ihr eigenes Gewicht, das sich manchmal als schwere Last erweisen kann. Tessa hob den Kopf. Es ist kein Geheimnis, aber es wäre für mich viel leichter, es ihnen zu demonstrieren, als ihnen davon zu erzählen. Sie drehte sich zu Jessamine um. Ich benötige irgendetwas, was ihnen gehört, ein Ring oder ein Taschentuch. Widerstrebend zog Jessamine einen Ring mit einem roten Stein von ihrem kleinen Finger und reichte ihn Tessa quer über den Tisch. Ich will nur hoffen, dass sich der ganze Aufwand auch lohnt. Oh, das wird er, ganz bestimmt. Mit ernstem Gesicht legte Tessa den Ring in ihre linke Handfläche und schloss die Finger darum. Dann presste sie die Augen fest zusammen. Die wie immer. Erst geschah nichts, dann das Flackern eines Gedankens in den Tiefen ihres Geistes wie das Entzünden einer Kerze in einem dunklen Raum. Vorsichtig tastete sie sich darauf zu, so wie die dunklen Schwestern es sie gelehrt hatten. Tessa fiel es nicht leicht, Furcht und Scheu abzulegen, aber sie hatte sich schon oft genug verwandelt, um zu wissen, was sie erwartete. Das mühsame Herantasten an das Licht im Zentrum der Dunkelheit, das Gefühl von Wärme und schließlich das Aufflammen des Lichts, das sie umfing und in sein Zentrum zog. Und im nächsten Moment war sie mittendrin, in der Haut einer anderen Person, in der Gedankenwelt dieses Menschen, in Jessamines Gedankenwelt. Sie spürte Groll, bitteren Hass, Wut, eine schreckliche Sehnsucht. Tessa riss die Augen auf. Sie saß noch immer am Tisch, Jessamines Ring in der Hand. Ihre Haut prickelte wie von spitzen Nadeln gestochen, die übliche Begleiterscheinung ihrer Verwandlungen. Und sie konnte das seltsame Gewicht eines fremden Körpers spüren, eines Körpers, der nicht ihr eigener war, konnte fühlen, wie Jessamines Haare leicht über ihre Schultern streiften. Beim Erzengel, stieß Charlotte hervor. Tessa schaute in die Runde. Alle Anwesenden starrten sie an. Einen Augenblick herrschte Schweigen. Dann stieß Jessamines hervor. Du meine Güte, meine Nase ist ja riesig, warum hat mir das denn niemand gesagt? In dem Moment, in dem Tessa sich wieder in ihre eigene Gestalt verwandelte, stürmten die Schattenjäger mit einer Fülle von Fragen auf sie ein. Für eine Gruppe von versammelten Nephilim überraschend beeindruckt von ihrer Fähigkeit, was Tessas Verdacht nur bestätigte, ihre Begabung der Gestaltwandlung musste tatsächlich sehr außergewöhnlich sein. Selbst Charlotte, die bereits vor Tessas Demonstration von diesem Phänomen gehört hatte, wirkte völlig fasziniert. Das heißt also, dass sie einen Gegenstand aus dem Besitz der Person benötigen, in die sie sich verwandeln wollen? Sie können also nicht einfach jemanden anschauen und dann nein, ich muss etwas in die Hand nehmen, das der betreffenden Person gehört, denn sonst passiert gar nichts. Und sie behaupten, dass die dunklen Schwestern von dieser Begabung wussten? Sie wussten es, noch bevor sie selbst von ihrer Fähigkeit auch nur ahnten? hakte Charlotte nach. Ja, aus diesem Grund wollten sie mich überhaupt erst in ihre Gewalt bekommen. Henry schüttelte den Kopf. Aber woher haben sie davon gewusst? Ich weiß es nicht. Sie haben es mir nicht gesagt. Und ich weiß wirklich nicht mehr als das, was ich ihnen erzählt habe. Die Schwestern schienen haargenau zu wissen, wozu ich fähig bin und wie sie mich darin unterrichten mussten. Sie haben stundenlang mit mir geübt, wieder und wieder, Tag für Tag. Gequält schnappte Tessa nach Luft. An jenem letzten Tag haben sie mich getestet und von mir verlangt, mich in ein Mädchen zu verwandeln, das tot war. Das Mädchen besaß Erinnerungen an einen Überfall. Sie war mit einem Dolch attackiert worden und irgendetwas hatte sie bis in eine Gasse verfolgt. Das Mädchen hieß Emma Baylis. Sie hatte hellblondes Haar zu dünnen Zöpfen geflochten mit rosa Schleifen. Sie war noch ein Kind. Die Schwestern wollten wissen, was mit ihr geschehen ist. Aus diesem Grund musste ich mich in Emma verwandeln. Als ich ihnen erzählte, dass das Mädchen nicht mehr lebte, schienen sie sehr erleichtert. Die arme Kleine murmelte Charlotte. Dann können sie sich also auch in Tote verwandeln, nicht nur in lebende Person. Tessa nickte. Wenn ich ihre Gestalt annehme, sprechen ihre Stimmen zu mir. Und viele erinnern sich sehr genau an den Moment ihres Todes. Tessa schaute zu Will hinüber. Irgendwie hatte sie das Gefühl, ihn viel besser zu kennen, als es tatsächlich der Fall sein konnte. Doch das war Torheit, schimpfte sie mit sich. Sie haben mich gefunden, weil sie nach dem Mörder von Emma Baileys gesucht haben. Dabei war sie doch nur ein Mädchen, eine tote, wie haben sie sie genannt, eine tote irdische. Warum haben sie so viel Zeit und Mühe investiert, um herauszufinden, was mit ihr geschehen ist? Ein kurzer Moment trafen sich Wills und ihre Blicke und seine Augen schimmerten in einem tief dunklen Blau. Doch dann änderte sich der Ausdruck in ihnen. Nur eine winzige Veränderung, die Tessa jedoch nicht entging. Allerdings hätte sie nicht sagen können, was diese Veränderung zu bedeuten hatte. Ach, ich hätte mich nicht weiter um den Fall gekümmert, aber Charlotte hat darauf bestanden. Sie hatte den Eindruck, dass sich etwas Größeres hinter der Geschichte verbarg. Und nachdem Jem und ich uns erst einmal in den Pandemonium Klapp eingeschleust und die Gerüchte von weiteren Morden gehört hatten, wurde uns klar, dass es hier um mehr ging als nur um den Tod eines einzelnen Mädchens. Und wir können keinesfalls zulassen, dass die irdischen systematisch abgeschlachtet werden. Schließlich ist dies der Grund für unsere Existenz. Charlotte beugte sich weit über den Tisch zu Tessa. Die dunklen Schwestern haben nicht vielleicht erwähnt, zu welchem Zweck sie ihre Fähigkeit einsetzen wollten. Vom Magister habe ich ihnen ja bereits erzählt und die Schwestern meinten, sie würden mich für ihn vorbereiten. Damit er was mit ihnen macht, fragte Will, sie zum Abendessen verspeisen? Tessa schüttelte den Kopf. Um sich mit mir zu vermählen, behaupteten die Schwestern. Eine offizielle Eheschließung kann ein sehr machtvolles Instrument sein, sagte Charlotte. Den gesetzlichen Vorschriften entsprechend vollzogen, kann sie dem Ehegatten Zugang zu ihren Fähigkeiten gewähren, Tessa. Ihm sogar das Recht verleihen, über sie zu bestimmen. Nachdenklich trommelte sie mit den Fingern auf die Tischplatte. Und was den Magister anbelangt, ich habe diesen Begriff im Archiv nachgeschlagen. Häufig bezeichnet er den Leiter eines Hexenzirkels oder einer anderen Gruppe Worte von Leuten, als die sich die Mitglieder des Pandemonium Clubs gern betrachten. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe den starken Verdacht, dass zwischen dem Magister und dem Pandemonium Club irgendeine Verbindung besteht. Kennen wir irgendjemand aus dem Kreis der Mitglieder? fragte Henry neugierig. Von den irdischen niemanden, antwortete Will an Charlottes Stelle. Allerdings habe ich bei meinen Nachforschungen zu Emma Bayless ein Paar aus den Reihen der Schattenweltler wiedererkannt. Magnus Bain, Lady Belcour, Rania Fell, De Quincy. De Quincy? Ich hoffe, er hat nicht gegen irgendwelche Gesetze verstoßen. Du weißt doch, welche Mühe wir hatten, einen Vampiranführer zu finden, mit dem wir konform gehen, sorgte Charlotte sich. Will lächelte in seinen Tee hinein. Jedes Mal, wenn ich ihm begegnet bin, hat er sich wie ein wahrer Engel benommen. Charlotte warf ihm einen scharfen Blick zu und wandte sich dann wieder an Tessa. Die Schwestern haben den Pandemonium Club wirklich mit keinem Wort erwähnt? Oder irgendein höheres Ziel, das sie anstrebten? Tessa zermaterte sich das Hirn. Worüber hatten sich die dunklen Schwestern unterhalten, sobald sie annahmen, dass Tessa nicht zuhörte? Manchmal sprachen sie von bevorstehenden Zusammenkünften, an denen sie teilnehmen wollten, und sie sprachen davon, wie erfreut die anderen Mitglieder über die Fortschritte sein würden, die sie mit mir machten. Einmal ist auch ein Name gefallen. Tessa verzog das Gesicht im Versuch, sich den Moment wieder ins Gedächtnis zu rufen. Der Name eines anderen Club Mitglieds, ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber ich meine, er hätte irgendwie fremdländisch geklungen. Charlotte beugte sich erneut weit über den Tisch auf sie zu. Können sie nicht wenigstens versuchen, sich zu erinnern? Zuerst will ich wissen, was mit meinem Bruder ist, Charlotte blinzelte. Ihr Bruder? Sie haben gesagt, wenn ich ihnen Informationen über die dunklen Schwestern liefere, würden sie mir helfen, meinen Bruder zu finden. Und ich habe ihnen alles erzählt, was ich weiß, aber immer noch keine Ahnung, wo Nate ist. Oh, Charlotte lehnte sich zurück. Natürlich, gleich morgen werden wir unsere Nachforschung über seinen Verbleib einleiten. Wir beginnen bei seiner Arbeitsstätte und werden mit seinem Arbeitgeber sprechen, um herauszufinden, ob dieser irgendwelche Informationen besitzt. Sie müssen wissen, dass wir über weitreichende Kontakte verfügen, Miss Gray. Die Schattenwelt ist eine ebensolche Gerüchteküche wie die Welt der Irdischen. Letztendlich werden wir jemanden aufspüren, der etwas über ihren Bruder weiß. Als das Dinner kurz darauf beendet war, erhob Tessa sich vom Tisch und entschuldigte sich innerlich sehr erleichtert. Charlottes Angebot, sie zu ihrem Zimmer zu begleiten, lehnte sie dankend ab. Sie wollte allein sein, um ihre Gedanken zu ordnen. Tief in Gedanken versunken ging Tessa durch den nur von Fackeln erleuchteten Flur und wäre fast gegen eine Wand gestoßen. Erst kurz davor hielt sie erschrocken inne und schaute sich stirnrunzelnd um. Sie lief nun schon viel länger durch dieses Haus, als sie beim Hinweg mit Charlotte benötigt hatte, aber ihr Zimmer hatte sie noch immer nicht gefunden. Genau genommen war sie sich nicht einmal sicher, ob sie den richtigen Flur gefunden hatte. Einige Flure waren hell erleuchtet, andere wirkten eher düster, je nach Intensität der Fackeln an den Wänden. Manchmal flackerten die Fackeln kurz auf und erloschen dann zu einem schwachen Glimmen, sobald sie an ihnen vorbeigegangen war. Als reagierten sie auf einen bestimmten Anreiz, den Tessa aber nicht erkennen konnte. Und nun befand sie sich in einem Korridor, der ihr besonders dämmerig erschien. Vorsichtig tastete sie sich bis zum Ende des Ganges, wo er sich in zwei weitere identische Flure aufgabelte. Verirrt? erkundigte sich plötzlich eine Stimme hinter ihr. Will. Tessa drehte sich um und sah, dass er direkt hinter ihr lässig an der Wand lehnte, einen Fuß achtlos über den anderen geschlagen. Sie sollten mir erlauben, sie ein wenig herum zu führen, Miss Gray. Natürlich können sie auch einfach weiter herum irren, wenn sie es wünschen. Allerdings muss ich sie warnen, dass es in diesem Institut mindestens drei oder vier Türen gibt, die sie auf keinen Fall öffnen sollten. Da wäre beispielsweise die Tür, die zu dem Verlies führt, in dem wir verhaftete Dämonen gefangen halten. Und die können wirklich sehr unangenehm werden. Dann wäre da noch die Waffenkammer. Einige der dortigen Waffen sind verdammt scharf und besitzen einen ganz eigenen Willen. Nicht zu vergessen die Türen, hinter denen sich nichts als Luft befindet. Sie dienen zur Verwirrung von Eindringlingen. Aber wenn man sich in den oberen Geschossen einer ehemaligen Kirche bewegt, möchte man nun wirklich nicht versehentlich Wendale. Dennoch mag ich es nicht orientierungslos umherzuirren. Daher dürfen sie mir das Institut zeigen, wenn sie versprechen, keine Tricks zu versuchen. Will gab ihr sein Wort darauf und zu Tessas Überraschung hielt er sich auch daran. Er führte sie durch eine Reihe identisch wirkender Flure und hielt ihr dabei einen kurzen Vortrag über die Anzahl der Räume im Institut mehr als man zählen konnte und die Anzahl der Schattenjäger die hier untergebracht werden konnten hunderte stellte ihr in der Küche Agatha vor die grauhaarige Frau war wie Tessa vermutet hatte tatsächlich die Köchin ebenso lernte Tessa Thomas kennen den jungen Mann der Will gemeinsam mit Henry im Haus der dunklen Schwestern zur Hilfe geeilt war er war ein Bediensteter der von klein auf im Institut lebte vor einer gewaltigen Eichentür mit schweren Messingscharnieren blieb Will schließlich stehen da wären wir sagte er und drückte die Klinke worauf die Tür weit aufschwang der dahinter liegende Raum war sogar noch größer als der Ball den Will Tessa kurz zuvor gezeigt hatte lange rechteckige Eichentische erstreckten sich über die gesamte Länge bis zum anderen Ende wo das Bildnis eines Engels die Wand schmückte auf jedem der Tische spendete eine Glaslampe flackerndes weißes Licht entlang der hohen Wände verlief eine Galerie mit einem Holzgeländer die über zwei Wendeltreppen links und rechts des Eingangs zu erreichen war sowohl auf als auch unterhalb der Galerie standen endlose Reihen von Bücherregalen die von Säulen eingefasste geschützte Alkhofen auf beiden Seiten des Saals bildeten die darin aufbewahrten Bücher waren hinter durchbrochenen Metallgittern verborgen zwischen den Bücherregalen luden abgewetzte Steinbänke zum Sitzen ein hinter denen hohe Erkerfenster mit Buntglasscheiben aufragten in der Raummitte ruhte ein wuchtiger Wälzer auf einem Pult dessen aufgeschlagene Seiten Tessa neugierig machten sie nahm an dass es sich wohl um ein Wörterbuch handelte musste aber feststellen dass die Seiten mit einer unleserlichen illuminierten Schrift versehen waren und Radierungen unbekannter Landkarten enthielten Dies ist die große Bibliothek Ich hatte ihnen versprochen ihnen ein paar Bücher zu besorgen nicht wahr Gibt es hier irgendein Buch das sie gern lesen würden Miss Gray Glauben sie in dieser Bibliothek lässt sich die weite weite Welt finden oder Betty und ihre Schwestern Nein ihr werden sie nur jede Menge Ratgeber finden wie man jemand anderem den Kopf abschlägt falls sie so etwas einmal benötigen sollten also wesentlich nützlichere Lektüre Will sprang federnd eine der Leitern hinauf und zog ein Buch aus einem Regal Hier fangen sie Ohne sich umzudrehen ließ er das Buch fallen und Tessa musste einen Satz machen um es noch rechtzeitig aufzufangen bevor es auf dem Boden auftraf Der große fast quadratische Wälzer besaß einen Einband aus dunkelblauem Sand in den ein Emblem eingeschnitten war Ein geschwungenes Symbol das an die Zeichnungen auf Wills Haut erinnerte Der Schattenjäger Kodex prangte in schweren silberfarbigen Lettern auf der Vorderseite Tessa warf Will einen finsteren Blick zu und marschierte quer durch den Saal zu einem der Erker Fenster Dort ließ sie sich auf die Steinbank sinken schlug den Kodex auf und begann zu lesen Die erste Seite des Neffelim Buchs zeigte dasselbe Bild das sie bereits auf zahlreichen Wandteppichen in den Fluren gesehen hatte Ein Engel der aus einem See aufstieg ein Schwert in der einen und einen Kelch in der anderen Hand Darunter stand der Erzengel Ratsiel und die Engels Insignien So hat alles angefangen Eine Beschwörungsformel hier ein wenig Engelsblut dort und schon erhält man eine Rezeptur für unzerstörbare menschliche Krieger Natürlich werden sie uns niemals verstehen lernen indem sie einfach nur ein Buch über uns lesen aber es ist zumindest ein Anfang Von menschlich kann ja wohl kaum die Rede sein Eher wie Rache Engel sagte Tessa leise während sie die Seiten umblätterte Dort waren Dutzende Abbildungen von Engeln zu sehen die aus dem Himmel herab fielen und dabei Federn versprühten wie die Funken einer Sternschnuppe Es folgten weitere Illustrationen des Erzengels Ratsiel Er hielt ein aufgeschlagenes Buch in der Hand auf dessen Seiten Runen wie Flammen brannten Mehrere Männer knieten vor ihm Männer auf deren Haut tief schwarze Male zu erkennen waren Auf den nächsten Seiten fanden sich Abbildungen von Schattenjägern mit flammenden Schwertern in der Hand wie himmlische Engels Krieger Tessa warf Will einen Blick zu Dann sind sie also tatsächlich der Nachfahre eines Engels ein Halbengel Ich nenne Ich nenne mich lieber Dämonentöter Es kommt der Wahrheit wesentlich näher Als Dämonentöter führt man kein langes Leben In der Regel sterben wir jung und unser Leichnam wird anschließend verbrannt Asche zu Asche im wahrsten Sinne des Wortes Und danach verschwinden wir in den Schatten der Geschichte ohne auch nur eine Spur auf den Seiten eines irdischen Buch zu hinterlassen das der Welt von Auf seinem Gesicht lag wieder dieser Ausdruck den sie ebenso seltsam wie äußerst faszinierend fand Ein Ausdruck der Belustigung der jedoch nicht tiefer zu gehen und nur auf seinen Zügen zu ruhen schien Er wirkte immer als hielt er alles in der Welt für unendlich amüsant und unendlich tragisch zugleich und sie fragte sich was ihn so geformt haben mochte Machen sie sich niemals Sorgen Sorgen dass das was da draußen ist vielleicht hereinkommen könnte sie meinen Dämonen und andere Unannehmlichkeiten fragte Will obwohl Tessa sich nicht sicher war ob sie das gemeint hatte oder eher die Übel der Welt im Allgemeinen Will legte eine Hand auf die Mauer Der Mörtel mit dem dieses Mauerwerk errichtet wurde ist mit Schattenjäger Blut vermischt Jeder einzelne Balken ist aus Ebereschenholz geschlagen Jeder verwendete Nagel aus Silber Eisen oder Elektrum geschmiedet Das gesamte Gelände wurde auf heiligem Grund errichtet und ist von Schutzschilden umgeben Und die Eingangstür kann nur von jemandem geöffnet werden der Schattenjäger Blut besitzt Dieses Institut ist eine Festung Nein ich mache mir keine Sorgen Aber warum leben sie in dieser Festung Sie sind ganz eindeutig nicht mit Charlotte und Henry verwandt Die beiden sind auch nicht alt genug ihre Adoptiveltern sein zu können Und offensichtlich müssen nicht alle Schattenjäger Kinder hier wohnen Denn sonst wären hier ja viel mehr anwesend als nur sie und Jessamyn Und Jem Ja Aber sie verstehen doch sicher was ich meine Warum leben sie nicht bei ihrer Familie Keiner von uns hat noch eine Familie Jessamyns Eltern starben bei einem Feuer Jems Eltern Nun ja Jem ist von sehr weit her gekommen nachdem seine Eltern von einem Dämon getötet wurden Es obliegt den gesetzlichen Pflichten des Rates sich um elternlose Schattenjäger Kinder zu kümmern zumindest bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Dann sind sie sich also gegenseitig eine Familie Wenn sie das unbedingt in solch einem romantischen Licht sehen wollen Aber vermutlich könnte man tatsächlich behaupten dass wir eine Familie sind allesamt Brüder und Schwestern unter dem Dach des Instituts Dasselbe gilt übrigens für sie Miss Gray wenn auch nur vorübergehend In diesem Fall setzte Tessa an und spürte wie ihr das Blut in die Wangen schoss In diesem Fall würde ich es vorziehen wenn sie mich mit meinem Vornamen ansprechen würden Will betrachtete sie mit einem prüfenden Blick und lächelte dann wobei seine blauen Augen aufleuchteten Dann müssen sie mir ebenfalls diese Ehre erweisen Tessa Tessa hatte nie viel über ihren Namen nachgedacht aber als Will ihn nun aussprach schien es ihr als würde sie ihn zum ersten Mal hören das harte Tee das sanfte Streicheln des Doppelten S die Art und Weise wie er ihren Namen in einem ausgehauchten Laut enden ließ Will wo haben sie hast du gelernt so zu kämpfen diese magischen Symbole zu zeichnen und all die anderen Dinge Will lächelte bis vor kurzem hatten wir einen Haus Lehrer der für unsere schulische Ausbildung und unser Training verantwortlich war aber er ist nach Idris zurückgekehrt und Charlotte sucht Halten wir Unterricht von Charlotte die die Fächer Geschichte und antike Sprachen übernommen hat Will verstummte und betrachtete sie mit einem seltsamen unverwandten Blick Seine Augen leuchteten im selben Dunkelblau wie der Samteinband des Buchs in ihrer Hand Dann wanderte sein Blick weiter über ihr Gesicht hinunter zur Kehle und bis zur Taille ehe er zu ihrem Gesicht zurückkehrte und auf ihren Lippen verweilte Tessas Herz schlug so wild als wäre sie eine Treppe hinauf gestürmt irgendetwas in ihrer Brust schmerzte als hätte sie großen Hunger oder Durst da war irgendetwas das sie sich sehnlich wünschte das sie wollte und wovon sie doch nicht genau wusste was es war Es ist schon spät sagte Will abrupt und wandte den Blick ab Dann Tessa wanderte eine halbe Ewigkeit von einem dämmerigen Flur zum nächsten bis sie zufällig einen Riss in einem der endlosen Wandteppiche wiedererkannte wenige Minuten später nachdem sie mehrere Türen überprüft hatte schloss sie dankbar ihre eigene Zimmertür hinter sich und schob den Riegel vor Sobald sie ihr Nachthemd angezogen hatte und unter die Bettdecke geschlüpft war schlug sie den Schattenjäger Kodex auf und begann mit der Lektüre aus dem Kodex lernte Tessa dass alle Schattenjäger von einem Erzengel namens Raziel abstammten der dem ersten der Nephilim einen Band mit dem Titel das graue Buch überreicht hatte das graue Buch war in der Sprache des Himmels geschrieben denselben schwarzen Runenmalen die Charlotte und Will auf der Haut trugen diese Zeichnungen wurden mit Hilfe einer sogenannten Stele in die Haut aller ausgebildeten Schattenjäger geritzt Tessa erinnerte sich an das seltsame griffelähnliche Objekt das Will im dunklen Haus zum öffnen einer Tür benutzt hatte die Male boten den Nephilim alle möglichen Formen von Schutz schnelle Heilung Stärke und Schnelligkeit Nachtsicht und sogar die Möglichkeit sich mit Hilfe einer Rune namens Zauberglanz vor irdischen unsichtbar zu machen die nächsten Seiten beschäftigten sich mit den anderen Gaben die Raziel den ersten Schattenjägern überreicht hatte mächtige magische Objekte namens Engels Insignien und ein eigenes Heimatland ein winziges Fleckchen Erde herausgeschnitten aus dem damaligen Heiligen Römischen Reich und von Schutzschilden umgeben sodass kein irdischer es betreten konnte diese Heimat der Nephilim hieß Idris im flackernden Schein der Lampe Lastessa Seite um Seite Schattenwäldler so erfuhr sie waren übernatürliche Wesen genau wie Feen und Elben Wehrwölfe Vampire und Hexenwesen bei den Vampiren und Wehrwölfen handelte es sich um Menschen die sich mit einer Dämonenkrankheit angesteckt hatten Feenwesen stammten dagegen zur Hälfte von Dämonen und zur Hälfte von Engeln ab und zeichneten sich deshalb durch große Schönheit und einen bösartigen Charakter aus und Hexen waren direkte Nachfahren eines Menschen und eines Dämons Irgendwann fielen Tessa die Lieder zu und sie versank sofort in einen tiefen Traum In ihrem Traum tanzte sie durch wirbelnde Rauchfahnen in einem langen von Spiegeln gesäumten Korridor und jeder Spiegel den sie passierte zeigte ein anderes Bild von ihr Sehnsuchtsvolle schwermütige Musik drang an ihr Ohr Musik die aus großer Ferne zu kommen schien und sie gleichzeitig von allen Seiten umhüllte Vor ihr ging ein Mann sehr jung schlank und bartlos Doch obwohl sie das Gefühl hatte ihn zu kennen konnte sie ihn nicht identifizieren denn sein Gesicht war nicht zu sehen Er hätte ihr Bruder sein können oder Will oder jemand völlig anderes Sie folgte ihm rief ihm etwas hinterher doch er bewegte sich so schnell durch den Korridor als würde der Rauch ihn mit sich tragen Die Musik schwoll immer stärker an lauter und lauter Tessa erwachte ruckartig Ihr Atem ging stoßweise und das Buch rutschte ihr vom Schoß während sie sich aufsetzte Der Traum war verschwunden aber die Musik blieb sehnsuchtsvoll und lieblich Neugierig lief Tessa zur Tür und spähte hinaus in den Flur Hier klang die Musik noch lauter und Tessa erkannte dass sie aus einem Zimmer auf der gegenüberliegenden Seite des Korridors kam An einem Haken an der Tür hing ein Morgenmantel den Tessa nun nahm und überstreifte Dann trat sie aus ihrem Zimmer durchquerte den Flur wie in Trance und legte vorsichtig eine Hand auf die Tür die unter ihrer Berührung weit aufschwang Der dahinterliegende Raum war nur vom Mondschein beleuchtet Die Vorhänge waren zurückgezogen und silbriges Licht fiel wie ein glitzernder Nadelregen durch das hohe Fenster Im rechteckigen Lichtfleck vor dem Fensterbrett stand ein Junge Er drückte eine Geige gegen die Schulter Seine Wange ruhte auf dem Instrument und der Bogen strich über die Seiten und entlockte ihnen Töne So zart und vollendet wie Tessa sie noch nie gehört hatte Der Junge hatte die Augen geschlossen Will? fragte er ohne die Lieder zu öffnen oder sein Spiel zu unterbrechen Will? Bist du das? Tessa schwieg Sie brachte es nicht übers Herz die liebliche Musik zu stören Doch im selben Moment nahm der Junge den Bogen von der Geige und öffnete stirnrunzelnd die Augen Will? setzte er an doch als er Tessa sah musterte er sie erstaunt Sie sind nicht Will Tessa hatte sich nicht geirrt Er war tatsächlich jung wahrscheinlich im selben Alter wie Will und sein schmächtiger Körperbau unterstrich den Eindruck der Jugendlichkeit zusätzlich Zugleich war er groß und sehr schlank und unter dem Rand seines Hemds konnte Tessa die geschwungenen Konturen der schwarzen Runenmale erkennen die sie auch bei Will und Charlotte gesehen hatte Bitte entschuldigen Sie viermals ich es war nicht meine Absicht hier einfach so einzudringen aber mein Zimmer liegt auf der anderen Seite des Flurs und ist schon in Ordnung der junge Mann nahm die Geige von der Schulter Sie sind Miss Gray stimmt's das Gestaltwandler Mädchen Will hat mir schon von ihnen erzählt mein Name ist James Carstairs aber bitte nennen Sie mich Gem Oh sie sind Gem Sie waren nicht beim Abendessen Charlotte meinte sie seien krank geht es ihnen besser Gem zuckte die Achsel ich war nur müde das ist schon alles Nun ja das kann ich mir gut vorstellen dass sie nach den vielen Aufgaben die sie alle zu erledigen haben ziemlich müde sein müssen nach der Lektüre des Kodex brannte Tessa förmlich darauf ihm weitere Fragen über die Nephilim zu stellen Will meinte sie wären aus einem fernen Land nach London gekommen haben sie vorher in Idris gelebt erstaunt hob Gem die Augenbrauen sie wissen von Idris oder waren sie vielleicht in einem anderen Institut die gibt es in jeder größeren Stadt nicht wahr und warum sind sie nach London gekommen verwirrt hob Gem eine Hand und unterbrach Tessa sie scheinen ziemlich viele Fragen zu haben Gem ließ sich auf der Koffertruhe am Fuß des Betts nieder und betrachtete Tessa mit ruhigem Interesse dann legen sie mal los fragen sie mich was immer sie wollen ich kann ohnehin nicht schlafen und mir ist jede Form von Ablenkung willkommen Will hat mir erzählt dass sie von sehr weit her kommen wo haben sie denn vorher gelebt in Shanghai meine Mutter war Chinesin mein Vater Engländer sie haben sich in London kennengelernt und sind nach Shanghai gezogen als ihm die Leitung des dortigen Instituts angeboten wurde Tessa war verwirrt wenn Jems Mutter Chinesin gewesen war dann war er ein Halb Chinese oder nicht die meisten chinesischen Einwanderer die sie aus New York kannte hatten in Wäschereien gearbeitet oder handgerollte Zigarren an Straßenständen verkauft aber keiner von ihnen hatte Jem mit seinem seltsamen silberweißen Haar und den hellen Augen auch nur im entferntesten ähnlich gesehen bitte entschuldigen sie meine Frage aber ihre Eltern sind tot nicht wahr hat Will ihnen das erzählt das braucht er gar nicht wir Waisenkinder lernen schnell einander zu erkennen wenn ich mir die Frage erlauben darf waren sie sehr jung als es geschah ich war drei als sie bei einem kutschenunfall starben aber ich kann mich kaum noch an sie erinnern meine Tante hat mich groß gezogen und mein Bruder Nathaniel aber meine Tante zu Tessas eigener Überraschung spürte sie plötzlich einen Kloß im Hals meine Tante ist vor kurzem gestorben ein Fieber hat sie unerwartet hinweggerafft es tut mir leid das zu hören das war eine schlimme Zeit für mich auch wenn mein Bruder bereits in England war als Tante Harriet krank wurde und schließlich starb habe ich ihm wieder und wieder geschrieben doch meine Briefe kamen ungeöffnet zurück ich war vollkommen verzweifelt und dann traf eines Tages der Fahrschein für die Überfahrt nach Southampton ein dem Brief lag eine kurze Nachricht von Nate bei in der er mir mitteilte dass er mich in Southampton am Kai abholen würde weil ich bei ihm in London leben solle nun da unsere Tante gestorben sei allerdings bin ich inzwischen nicht mehr davon überzeugt dass diese Nachricht tatsächlich von ihm verfasst wurde Tessa verstummte Tränen stiegen ihr Harriet pflegte immer zu sagen er sein Träumer er war mit dem Kopf ständig woanders und er interessierte sich nicht dafür wie die Welt tatsächlich war sondern nur dafür wie sie in ferner Zukunft sein würde eines Tages wenn er alles hatte was er sich wünschte wenn wir alles hatten was wir uns wünschten er hat regelmäßig gespielt meiner Ansicht nach konnte er sich nicht vorstellen zu verlieren das passte einfach nicht in seine Träume Träume können manchmal gefährlich sein nein nein ich habe mich nicht richtig ausgedrückt Tessa schüttelte den Kopf er war ein wunderbarer Bruder er warum können sie nicht schlafen ein zögerlicher Ausdruck huschte über James Gesicht ehe er antwortete ich träume schlecht ich habe auch geträumt ich habe von ihrer Musik geträumt es war wunderschön das schönste das ich seit meiner Ankunft in dieser grässlichen Stadt erlebt habe London ist nicht grässlich sie müssen die Stadt einfach nur besser kennenlernen ich schlage vor dass sie mich irgendwann einmal auf einem meiner Streifzüge durch London begleiten ich kann ihnen die Orte zeigen die wirklich wunderschön sind Orte die ich liebe singst du das hohe Lied auf unsere schöne Stadt Tessa wirbelte herum und sah Will lässig im Türrahmen lehnen das Licht aus dem Korridor umhüllte seine feucht schimmernden Haare mit einem goldenen Schein der Saum seines langen dunklen Mantels und seine schwarzen Stiefel waren schlammbespritzt als wäre er gerade von einer Jagd zurückgekehrt und seine Wangen glühten wie üblich trug er keine Kopfbedeckung Will löste sich vom Türrahmen und schlenderte in den Raum dann ließ er sich auf das Bett fallen und knöpfte seinen Mantel auf der mit einer eleganten seidengefütterten Pelerin versehen war wo bist du gewesen hier und dort und sonst wo grinst Will im Gegensatz zu seiner üblichen Eleganz wirkten seine Bewegungen seltsam Hölzern außerdem waren seine Wangen gerötet und seine Augen besaßen ein seltsames Funkeln Blau wie eine Strand Haubitze was Jem grinste Wo bist du eingekehrt im Blue Dragon oder im Mermaid In der Devil Tavern wenn du es genau wissen willst Will seufzte und lehnte sich gegen einen der Bettpfosten Freut mich zu hören dass alles beim Alten ist Einen Moment lang war ich in Sorge du wolltest dich vergewissern ob es mir besser geht Du scheinst auch ohne mich als die Bekanntschaft unserer geheimnisvollen Gestalt Wandlerin gemacht Will schaute in Tessas Richtung Zähltest du deinen Gepflogenheiten mitten in der Nacht in den Schlaf gemächern fremder Gentleman aufzutauchen Wenn ich das gewusst hätte hätte ich mich stärker dafür eingesetzt dass Charlotte dich hier bleiben lässt Ich wüsste nicht was dich das angeht Zumal du mich einfach hast stehen lassen und dich den Weg zu meinem Zimmer selbst suchen musste und stattdessen hast du einen Weg in Jems Zimmer gefunden Meine Geige war der Grund sie hat mich üben gehört grässliches Gejaule nicht wahr ich fand die Musik schön und das war sie ja auch pflichtete Jem Tessa bei Vorwurfsvoll zeigte Will mit dem Finger auf die beiden Ihr verschwört euch gegen mich Wird es von nun an immer so sein ich als das fünfte Rad am Wagen gütiger Gott ich werde mich mit Jessamyn anfreunden müssen Jessamyn kann dich nicht leiden bemerkte Jem dann eben Henry Henry wird dich im Brand stecken wie wär's mit Thomas Thomas setzte Jem an krümmte sich aber plötzlich zusammen er wurde von einem derart heftigen Hustenanfall geschüttelt dass er von der Koffertruhe rutschte und auf die Knie sank Tessa war so erschrocken dass sie sich nicht vom Fleck rühren konnte stattdessen sah sie mit an wie Will blitzschnell vom Bett aufsprang sich neben Jem kniete und ihm eine Hand auf die Schulter legte sein Alkoholrausch schien wie weggeblasen James wo ist es Jem hielt abwehrend eine Hand hoch sein rasselnder stoßweise Atem ließ seinen ganzen Körper erbeben ich brauche es nicht es geht mir gut ein erneuter hustenanfall erfasste ihn und ein feiner hellroter sprühregen verteilte sich auf dem Boden vor ihm blut Tessa sah wie sich Wills Griff um die Schulter seines Freundes verstärkte bis die Knöchelweiß hervorstachen wo ist es wo hast du es hingelegt schwach deutete Jem auf das Bett auf auf der Ablage in dem Kästchen dem Silbernen dann hole ich es dir schnell nie zuvor hatte Tessa Will mit einer derart sanften Stimme reden hören rühr dich nicht von der Stelle als ob ich irgendwo hingehen könnte Will richtete sich auf drehte sich um und sah Tessa an einen Moment lang wirkte er aufrichtig überrascht als hätte er ihre Anwesenheit völlig vergessen Will flüsterte sie gibt es irgendetwas komm mit er nahm sie am Arm und führte sie mit sanftem Druck zur offenen Tür dann schob er sie in den Flur und versperrte mit seinem Körper aber er hat Blut gespuckt vielleicht sollte ich Charlotte holen nein Will warf einen Blick über die Schulter und schaute dann wieder zu Tessa langsam beugte er sich vor seine Hand noch immer auf ihrer Schulter Tessa spürte wie sich seine Finger in ihre Muskulatur pressten sie waren so nah dass sie den Geruch der Nacht auf seine Haut riechen konnte eine Mischung aus Metall Rauch sagen was es war Jem hat ein Arzneimittel das ich ihm geben werde sagte Will mit gesenkter Stimme Charlotte braucht davon nichts zu erfahren aber wenn er doch krank ist bitte Tessa ein flehentliches drängen sprach aus Wills blauen Augen es wäre besser wenn du es für dich behalten würdest aus irgendeinem Grund konnte Tessa ihm die Bitte nicht abschlagen ich also gut danke Will gab ihre Schulter frei hob die Hand und berührte ihre Wange so leicht dass Tessa sich nicht sicher war ob sie sich die Berührung nur eingebildet hatte zu verblüfft für eine Reaktion sah sie stumm mit an wie Will die Tür schloss es dauerte sehr lange bis Tessa in dieser Nacht wieder Schlaf finden konnte als Tessa am nächsten Morgen das Speisezimmer betrat waren die anderen schon fast mit dem Frühstück fertig wir haben gerade von ihnen gesprochen sagte Jessamine als Tessa sich setzte sie schob eine silberne servierplatte quer bei den Tisch etwas toast Tessa schaute nervös in die runde worum ging es denn dabei natürlich darum was wir mit ihnen anstellen sollen Schatten Weltler können nicht auf ewig im Institut wohnen erwiderte Will ich schlage ja vor wir verkaufen sie an die Zigeuner in Hampstead Heath dem Vernehmen nach erwerben diese nicht nur Pferde sondern auch überzählige Frauen Will hör auf Charlotte schaute von ihrem Frühstück auf das ist einfach lächerlich Will ließ sich gegen die Stuhllehne sinken du hast recht die Zigeuner würden sie niemals kaufen zu durr jetzt reicht's Miss Gray kann hier wohnen bleiben und sei es auch nur deshalb weil wir uns noch mitten in den Ermittlungen befinden die ihre Hilfe erfordern ich habe dem Rat bereits eine Nachricht zukommen lassen und ihn darüber informiert dass sie bei uns bleibt bis die Angelegenheit mit dem Pandemonium Club geklärt und ihr Bruder aufgespürt ist habe ich recht Henry vollkommen dieses Pandemonium Dingsbums hat höchste Priorität ganz ohne Zweifel Will ich möchte dass du heute das Haus der dunklen Schwestern noch einmal aufsuchst eine abschließende Durchsuchung kann nicht schaden und ich möchte dass du Cem mitnimmst bei diesen Worten änderte sich Wills belustigte Miene schlagartig geht es ihm dafür denn gut genug oh ja es geht ihm gut genug erklang eine Stimme von der anderen Seite des Raums neben dem Sideboard stand Cem mit verschränkten Armen er war unbemerkt eingetreten und wirkte deutlich weniger blass als am Abend zuvor genau genommen wartet er nur darauf dass du dich fertig machst du solltest zuerst etwas frühstücken sorgte Charlotte sich und schob die Servierplatte mit Speck in seine Richtung als Cem sich setzte und Tessa über den Tisch hinweg anlächelte fügte Charlotte hinzu oh Cem das ist Miss Grey sie ist wir haben uns bereits kennengelernt erwiderte Cem ruhig und Tessa spürte wie ihr die Röte ins Gesicht schoss Charlotte blickte verwirrt von Tessa zu Cem ach wirklich wann denn ich bin Miss Grey gestern Abend auf dem Gang begegnet und habe mich ihr selbst vorgestellt ich glaube ich habe ihr einen tüchtigen Schrecken eingejagt seine silberhellen Augen trafen sich mit Tessas und funkelten vor Vergnügen Charlotte zuckte die Achseln nun gut ich möchte dass du Will begleitest in der Zwischenzeit könnten sie Miss Grey bitte nennen sie mich Tessa es also schön Tessa Henry und ich werden Mr Axel Mordmain dem Arbeitgeber ihres Bruders einen Besuch abstatten mal sehen ob er oder einer seiner Angestellten irgendwelche Informationen über seinen Verbleib hat in der Zwischenzeit könntest du Jessie zusammen mit Tessa einen Blick in die Zeitung werfen und alles notieren das uns bei unseren Ermittlungen helfen könnte oder zumindest ein Nachhaken wert ist eine Dame liest keine Zeitung vielleicht die Gesellschaft Spalten oder die Theater Nachrichten aber nicht diesen Schund aber du bist keine Dame Jessamine du bist vor allem eine Schattenjägerin Jessamine schob ruckartig ihren Stuhl zurück ihre Wangen hatten eine beunruhigende Röte angenommen ich habe zwar nicht erwartet dass es dir auffallen würde aber es liegt wohl auf der Hand dass Tessa nichts außer diesem schrecklichen alten Fummel zu tragen hat der noch nicht einmal passt nicht einmal mir passt er mehr und sie ist größer als ich ich denke du solltest mich die arme Tessa in die Stadt begleiten und ihr neue Kleidung kaufen lassen denn sonst wird ihr Kleid beim ersten tiefen Atemzug aus allen Nähten platzen und wie ein Blatt von ihr abfallen äh ich nein wirklich das ist nicht nötig doch das ist es beharrte Jessamine Charlotte du bist doch diejenige die darauf bestanden hat dass wir in Not geratene Schattenwäldler aufnehmen und durchfüttern und ich bin mir sicher das beinhaltet auch sie zu kleiden der Tag in Jessamines Begleitung begann so schrecklich wie Tessa befürchtet hatte so überfüllt ihr New York oft erschienen sein mochte der dortige Verkehr war nichts im Vergleich zu dem tosenden Chaos das zur Mittagszeit auf dem Strand herrschte Kutsche auf Kutsche rollte durch die enge Straße und dazwischen drängten sich schwerfällige Handkarren hoch mit Obst und Gemüse beladen Frauen unterschiedlichen Alters in Umhängetücher gehüllt und mit flachen Blumenkörben in den Händen stürzten sich selbstmörderisch in den Verkehr im Versuch die Insassen der hochherrschaftlichen Pferdegespanne für ihre Best-End erreichten zerrte Jessamyn Tessa von einem Modesalon zum nächsten wo sie Entwurf für Entwurf betrachtete Am Ende waren vier neue Kleider für sie in Auftrag gegeben die ein paar Tage später geliefert werden sollten Eine rosafarbene Robe ein gelbes Kleid ein blau-weiß gestreiftes Ensemble mit Elfenbeinknöpfen und eines aus goldener und schwarzer Seide Dazu kamen noch zwei elegante Jacken von denen eine perlenbestickte Tüllmanschetten besaß Ich vermute dass sie in der letzten Aufmachung sogar ganz passabel aussehen werden sagte Jessamyn als sie wieder in die Kutsche stiegen Es ist doch erstaunlich was Mode alles bewirken kann Tessa zählte schweigend bis zehn ehe sie antwortete Ich bin ihnen wirklich zu großem Dank verpflichtet Jessamyn Sollen wir nun ins Institut zurückkehren Bei dieser Frage huschte ein finsterer Schatten über Jessamyns Gesicht Sie hasst das Institut aus ganzem Herzen dachte Tessa Du hast Miss Grey nichts von den Zahnrädern erzählt stellte Henry fest Charlotte seufzte Nein ich habe es nicht erwähnt das arme Mädchen erschien mir auch so bereits überfordert genug Ich konnte ihr doch unmöglich sagen dass die mechanischen Teile die ihr im Keller des dunklen Hauses gefunden habt ausgerechnet von der Firma gefertigt worden sind bei der ihr Bruder angestellt war Sie sorgt sich schon genug um ihn vermutlich hätten wir es ihr sagen sollen aber hielt es für das Beste zunächst einmal mit Mr. Mortmain zu sprechen und weitere Informationen einzuholen Natürlich hast du recht möglicherweise weiß er überhaupt nichts und zwischen ihm und den Funden im Keller besteht nicht der geringste Zusammenhang aber das wäre ein ziemlich merkwürdiger Zufall Henry und ich bin Zufällen gegenüber äußerst misstrauisch damit widmete sie sich wieder den Notizen die sie über Axel Mortmain angelegt hatte er war der einzige Sohn von Dr. Hollingworth Mortmain der es im Laufe der Jahre von einer bescheidenen Anstellung als Schiffsarzt bei der Handelsmarine zu einem wohlhabenden Privatier gebracht hatte und Gewürze Zucker Seide und Tee importierte und vermutlich auch Opium nach dem Tod von Dr. Mortmain hatte sein Sohn Axel mit knapp 20 Jahren das riesige Vermögen geerbt und dieses in den Bau einer Flotte von Schiffen investiert die schneller und wendiger waren als alle anderen damaligen Wasserfahrzeuge Innerhalb eines einzigen Jahrzehnts hatte der junge Mortmain die Reichtümer seines Vaters vervierfacht Charlotte las weiter und erfuhr dass er einige Jahre zuvor von Shanghai nach London zurückgekehrt war seine Handelsflotte veräußert und den Erlös zum Erwerb eines großen Unternehmens genutzt hatte welches mechanische Teile für die Herstellung von Zeitmessern produzierte im nächsten Moment hielt die Kutsche vor einer Zeile weißer Reihenhäuser deren hohe Fenster auf einen kleinen Platz hinausging Henry lehnte sich aus der Kutsche und las die Nummer die auf einer Messingplakette am Torpfosten stand Das hier müsste es sein Das Ehepaar Branwell stieg die Stufen hinauf und betätigte die Türklocke Kurz darauf öffnete ihnen ein mürrischer Lakai in dunkelblauer Livree Guten Tag darf ich fragen in welche Angelegenheit sie gekommen sind Mein Name ist Mrs. Gray und das hier ist mein Mann Mr. Henry Gray Wir sind auf der Suche nach einem unserer Verwandten einem jungen Mann namens Nathaniel Gray haben wir nichts mehr von ihm gehört Nate ist oder war einer von Mr. Mortmans Angestellten Für den Bruchteil einer Sekunde schien in den Augen des Lakai etwas aufzuflackern Ein Ausdruck von Unruhe Aber vielleicht hatte sie sich das auch nur eingebildet Ich werde Mr. Mortman über ihren Besuch informieren Bitte warten Sie im Vestibül Obwohl der Lakai es versäumte Charlotte einen Stuhl anzubieten ein Mangel an Höflichkeit den sie auf die von den Runen erzeugte Verwirrung zurückführte nahm er Henrys Mantel und Hut und Charlottes Umhang entgegen ehe er die beiden allein in der Eingangshalle zurückließ Doch bevor Charlotte sich umsehen konnte tauchte der Lakai wieder auf Wenn Sie mir bitte folgen wollen Henry und Charlotte kamen der Aufforderung nach und schlossen sich dem Diener an der sie zum Ende eines Korridors führte dort eine schwere glänzend polierte Eichentür öffnete und sie zum Eintreten einlud Im nächsten Moment fanden sie sich in einem großen Arbeitszimmer wieder mit breiten Fenstern die auf dem Platz vor dem Haus hinaus gingen Die dunkelgrünen Vorhänge waren zurückgezogen um Licht herein zu lassen und durch die Scheiben konnte Charlotte ihre geliehene Kutsche sehen die am Straßenrand wartete In der Mitte des Raumes stand ein großer Mahagoni Schreibtisch auf dem sorgfältig geordnete Papierstapel lagen jeweils mit einem massiven Getriebe aus Kupfer beschwert Hinter dem Schreibtisch saß ein kleiner drahtiger Mann mittleren Alters mit hellgrauen Augen und gebührend ergrauten Koteletten der sich nun mit einem freundlichen Ausdruck im Gesicht erhob Guten Tag Walker hat mir zu verstehen gegeben dass sie auf der Suche nach Mr. Nathaniel Gray sind ist das richtig ja bestätigte Henry zu Charlots Überraschung Henry übernahm nur selten wenn überhaupt die Führung in einem Gespräch mit Fremden und sie fragte sich ob das möglicherweise mit der kompliziert wirkenden Entwurfszeichnung auf dem Schreibtisch zusammenhing Henry warf derart sehnsüchtige Blicke darauf dass man meinen konnte es handelte sich um sein Lieblingsgericht wir sind hier in England seine nächsten Anverwandten und wir wissen es wirklich zu schätzen dass sie sich die Zeit für uns nehmen Mr. Mordmain ergänzte Charlotte hastig natürlich ist uns bewusst dass Nate nur einer ihrer vielen Angestellten war einer von Dutzenden von Hunderten es ist wohl richtig dass ich nicht das Schicksal eines jeden meiner Angestellten verfolgen kann doch an Mr. Gray erinnere ich mich zufälligerweise recht gut eines muss ich allerdings hinzufügen ich kann mich nicht entsinnen dass er jemals erwähnt hätte Schattenjäger zu seiner Verwandtschaft zu zählen ehrlich gesagt entspricht diese Lokalität so gar nicht meiner Vorstellung von einem Freudenhaus wandte jem sich an will die beiden jungen standen vor dem Eingang des dunklen hauses es wirkte schäbiger und trüber als will es in erinnerung hatte so als hätte jemand es mit einer zusätzlichen Lage staub und schmutz versehen was genau hattest du dir denn vorgestellt james liebes dienerinnen die dir vom balkon aus zuwinken nackte statuen in der toreinfahrt ich vermute dass ich ein weniger trist wirkendes etablissement erwartet habe auch will hatte bei seinem ersten besuch des dunklen hauses etwas ähnliches gedacht außen wie innen vermittelte das gesamte gebäude den überwältigenden eindruck dass es nie als richtiges zuhause gedient hatte die verriegelten fenster wirkten schmutzig und die zugezogenen vorhänge schmuddelig und fadenscheinig will krempelte die ärmel hoch wahrscheinlich werden wir die tür eintreten müssen oder auch nicht jem griff nach dem türknauf und drehte ihn die tür schwang auf und dahinter kam gähnende dunkelheit zum vorschein also das nenne ich schlichtweg faulheit kommentierte will zog einen jagdolch aus dem gürtel und trat vorsichtig ein dicht gefolgt von jem der einen spazierstock mit einem jade knauf fest in der hand hielt die tür fiel hinter ihnen ins schloss und sperrte sie in der zwielichtigen dunkelheit ein jem hob die hand worauf sein elbenlicht strahlend aufleuchtete und eine gruppe schwarzer käfer in die flucht schlug gemeinsam durchkämpften die beiden schattenjäger sämtliche bereiche im keller und erdgeschoss fanden aber nichts außer unrat und staub schließlich stiegen sie die treppe hinauf und stießen auf einen langen gang mit zahlreichen türen der will bekannt vorkam er war an jenem abend durch diesen flur gestürmt mit tessa im schlepptau sofort betrat er das erste zimmer auf der rechten seite in dem er tessa gefunden hatte es war leer vier dunkle dellen im boden deuteten die stelle an an der einst das Bett gestanden hatte in den übrigen räumen sah es auch nicht anders aus will versuchte gerade das fenster in einem der zimmer zu öffnen als er jem hörte der ihm aus dem letzten raum auf der linken seite des ganges etwas zurief hastig lief will zu seinem freund und fand ihn in einem großen quadratischen zimmer das elbenlicht in der hoch erhobenen hand und er war nicht allein ein einziges möbelstück stand in der raummette ein polstersessel und in dem sessel saß eine frau sie war jung vermutlich kaum älter als jessamine und trug ein schäbiges cartoon kleid ihre mattbraunen haare waren im nacken zu einem knoten gesteckt ihre hände rau und gerötet und ihre augen weit aufgerissen ach herrje murmelte will ist sie ja sie ist tot bist du ganz sicher will konnte den blick einfach nicht vom gesicht der jungen frau abwenden sie war bleich aber nicht leichenblass und die im schoß gefalteten hände wirkten fast lebendig und nicht wie von toten starre erfasst vorsichtig trat will an das mädchen heran und legte ihr eine hand auf den arm der sich unter seinen fingern kalt und steif anfühlte im selben moment bewegte sie sich zuckte unter seiner berührung zusammen und stieß ein tiefes unmenschliches stöhnen aus hastig richtete jem sich auf was in aller welt die frau hob den kopf und starrte weiterhin mit leerem blick gerade aus doch ihre lippen bewegten sich mit einem knirschenden geräusch plötzlich schrie sie laut hütet euch hütet euch nephilim so wie ihr andere richtet so euch nicht vor dem schützen das weder gott noch der teufel schuf ein her das weder dem himmel noch der hölle entwuchs hütet euch vor der menschlichen hand hütet euch bei den letzten worten wurde ihre stimme immer schriller und sie zuckte im sessel hin und her wie eine marionette die von unsichtbaren fäden dirigiert wurde hütet euch hütet euch hütet euch hütet euch hütet euch gütiger gott murmelte jem hütet euch kreischte die frau ein letztes mal stürzte dann aus dem sessel und blieb reglos auf dem boden liegen alle gliedmaßen von sich gestreckt mit offenem mund starrte will auf die lieblose gestalt ist sie ja bestätigte jem ich denke dieses mal ist sie ziemlich tot doch will schüttelte den kopf tot nein da bin ich anderer ansicht jem wieso was meinst du denn dann statt einer antwort kniete will sich neben die frau legte ihr zwei finger auf die wange und drehte ihren kopf behutsam bis er ihr gesicht sehen konnte ihr mund war weit aufgerissen das rechte auge starrte an die decke aber das linke auge baumelte etwa auf höhe ihres wangen knochens es war mit einem spiralförmigen kupferdraht in der augenhöhle befestigt und hatte sich aus der halterung gelöst sie lebt nicht mehr ist aber auch nicht tot ich glaube sie ist so etwas wie wie eine von henrys technischen spielereien vorsichtig berührte er ihr gesicht wer kann ihr so etwas angetan haben wie zu erwarten erholte charlotte sich als erste von ihrer überraschung mr mordmein ich weiß wirklich nicht was sie meinen natürlich wissen sie das schattenjäger nephilim so nennen sie sich doch oder nicht die sprösslinge von menschen und engeln seltsam wenn man bedenkt dass die nephilim in der bibel scheußliche monster waren finden sie nicht auch fangen sie die seelen der von ihnen getöteten dämonen wirklich in einem riesigen kristall ein wie faszinierend meinen sie etwa die pyxis fragte henry verblüfft das ist kein kristall sondern eine art holz behältnis und es handelt sich auch nicht um seelen im eigentlichen sinne dämonen besitzen nämlich keine seele sondern eine form der energie halt im mund henry bitte mrs branville machen sie sich doch deswegen keine sorgen jägerinstitut das sich auf einem gelände befindet auf dem früher einmal die kirche all hollows the less stand charlotte knifft die augen zusammen und woher haben sie ihre informationen begierig beugte mordmensch vor verschränkte die hände und stützte das kinn darauf ich bin ein eifriger student der okkulten wissenschaften seit meiner zeit in indien wo ich als junger mann zum ersten mal damit in berührung kam hat mich das reich der schatten fasziniert und einem mann in meiner position mit genügend finanziellen mitteln und mehr als genügend zeit stehen viele türen offen ihr wissen ist keineswegs so geheim wie sie vielleicht denken natürlich ist diese sorte von information in den händen von leichtsinnigen und hitzköpfen gefährlich aber ich darf mich wohl eines wachen und verantwortungsvollen verstandes rüben ich strebe lediglich eine erweiterung meines wissens an mehr aber auch nicht er warf einen blick in die runde ich muss schon sagen noch nie zuvor hatte ich die ehre mich mit den neffelim zu unterhalten es gibt so vieles dass sie mich lehren könnten da sie ja offensichtlich so gut über die neffelim informiert sind Mr. Mordmain darf ich ihnen wohl die Frage stellen ob sie über unseren auftrag bescheid wissen ein selbstgefälliger ausdruck breitete sich auf mordmains gesicht aus ihr auftrag besteht darin dämonen zu töten und menschen zu schützen ja bestätigte charlotte einen großteil unserer zeit verbringen wir damit menschen vor ihren eigenen törichten taten zu schützen und wie ich sehe bilden auch sie diesbezüglich keine Ausnahme sie glauben das okkulte wissen dass sie sich angeeignet haben mache sie besonders gescheit aber ich habe schon mehr als genug tote irdische gesehen mr mortmain ich weiß gar nicht mehr wie oft wir schon zu den traurigen überresten eines menschen gerufen wurden der sich in der kunst der magie für sehr bewandert gehalten hatte als junges mädchen war ich einmal bei einem einsatz als magier bezeichneten und ihre zeit damit verbrachten sich in alberne roben zu kleiden irgendwelche sprechgesänge zu psalmodieren und pentagramme auf dem boden zu malen und eines tages war er zu dem schluss gekommen seine fähigkeiten reichten aus um einen dämon herauf zu beschwören er beschwor den dämon marax herauf und dieser hatte nichts besseres zu tun als den advokaten niederzumetzeln ihn und seine gesamte familie die meisten fanden wir im kutschhaus ohne kopf und an den füßen aufgehängt nur der jüngste sohn steckte auf einem spieß und röstete in der küche über dem offenen herd es ist uns nicht gelungen marax aufzuspüren mordmann war bleich geworden bewahrte aber haltung natürlich gibt es immer menschen die ihre fähigkeiten überschätzen aber ich aber sie wären niemals so töricht nur mit dem unterschied dass sie sich so verhalten und zwar genau in diesem augenblick sie sehen henry und mich und sie fürchten sich kein bisschen vor uns im gegenteil sie sind amüsiert ein märchen das wirklichkeit geworden ist im nächsten moment schlug charlotte mit der flachen hand so hart auf mordmanns tischplatte dass dieser erschrocken zusammen zuckte aber sie vergessen dabei eines hinter uns steht die geballte macht des rates unser auftrag ist der schutz von menschen menschen wie nathaniel gray mr gray ist spurlos verschwunden und hinter seinem verschwinden steckt irgendeine okkulte geschichte und nun treffen wir hier auf seinen ehemaligen arbeitgeber der bis über beide ohren in okkulte machenschaften verstrickt ist da drängt sich doch der eindruck auf dass diese beiden tatsachen in gewisser weise zusammenhängen finden sie nicht auch ich äh mr mr gray ist verschwunden in der tat seine schwester forscht nach seinem verbleib und hat sich hilfesuchend an uns gewarnt und glauben sie mir der rat ist denjenigen die sich ihm bei der erfüllung seines auftrags in den weg stellen nicht gerade wohlgesinnt mord main fuhr sich mit natürlich werde ich alle ihre fragen beantworten ausgezeichnet ich habe seinen vater gekannt nathaniel grays vater er war bei mir angestellt vor etwa 20 jahren als ich noch ausschließlich im redereigeschäft tätig war richard gray hat hier in london für mich gearbeitet er war mein büro vorsteher ein freundlicher und kluger man ich habe es sehr bedauert als er kündigte um mit seiner familie nach amerika auszuwandern und als nathaniel mir schrieb und erklärte wer er sei habe ich ihm sofort eine stelle angeboten mr mortmain das ist hier nicht von belang oh doch doch das ist sehr wohl sie müssen wissen dass meine kenntnisse des okkulten mir auch in geschäftlichen angelegenheiten immer nützlich gewesen sind vor ein paar jahren ging beispielsweise ein renommiertes bankhaus in der lombard street bankrott und riss dutzende großer unternehmen mit sich in den ruinen doch meine bekanntschaft mit einem hexenmeister half mir dabei diese katastrophe für mich abzuwenden ich war in der lage meine geldmittel rechtzeitig abzuziehen bevor die bank zusammenbrach und somit mein geschäft zu retten allerdings weckte dies auch richards misstrauen er muss wohl nachforschung angestellt haben denn irgendwann konfrontierte er mich mit seinem wissen über den pandemonium club dann sind sie ein mitglied murmelte charlotte natürlich ich bot richard an dem club ebenfalls beizutreten nahm ihn sogar ein oder zweimal zu einer zusammenkunft mit doch er war nicht daran interessiert kurz darauf brachte er seine familie nach amerika mordmann spritzte die hände der pandemonium club ist keine verbrecherische organisation im laufe der jahre wurden großartige fortschritte erzielt viele fantastische errungenschaften erlangt ich habe beispielsweise erlebt wie ein hexenmeister einen silberring erschuf der sein träger sofort an einen anderen ort brachte sobald er ihn drehte oder eine art portal das den nutzer an jeden gewünschten ort der welt transportierte ich habe gesehen wie sich männer vom totenbett erhoben ich bin über die magie und ihre möglichkeiten durchaus im bilder mr mordmann mich beschäftigt nur eine frage die beiden hexen die mr gray offensichtlich entführt haben stehen auf irgendeine weise mit dem pandemonium club in verbindung bisher hieß es immer es handele sich um einen klub für irdische warum sollten nun schatten weltler zu seinen mitgliedern zählen mordmann runzelte die stirn es gibt verschiedene formen der mitgliedschaft im pandemonium club mrs branwell ein irdischer wie ich kann durchaus mitglied werden doch der vorstand besteht ausschließlich aus schatten weltlern hexenwesen werwölfe und vampire lassen sie mich raten sie haben nathaniel gray in den club eingeführt genau wie sie seinen vater damals mitgenommen haben nathaniel war kaum ein paar tage in meinem londoner büro tätig als er mich auch schon damit konfrontierte offenbar hatte er durch seinen vater von dem club gehört und verlangte nun mehr darüber zu erfahren ich konnte ihm seinen brennenden wunsch nicht abschlagen und nahm ihn zu einer der zusammenkünfte mit in der annahme dass die angelegenheit damit erledigt sei doch das war nicht der fall erneut schüttelte mord man den kopf nathaniel fühlte sich im club so wohl wie ein fisch im wasser wenige wochen nach jenem ersten treffen zog er aus seiner pension aus und sandte mir ein schreiben in dem er seine stelle kündigte und mir mitteilte dass er in zukunft für ein anderes club mitglied arbeiten werde für jemanden der offenbar bereit war ihm einen solch hohen lohn zu zahlen dass er seiner spielleidenschaft nachgehen konnte ich brauche wohl nicht extra zu betonen dass er keine nachsender adresse hinterließ und damit hatte sich die angelegenheit für sie erledigt sie haben nicht einmal versucht ihn aufzuspüren herauszufinden wohin er gegangen war wer sein neuer arbeitgeber war wie es ihm beliebt es bestand nicht der geringste grund zur annahme dass und seitdem haben sie ihn nicht mehr gesehen nein ich sagte er bereits sie sagten er habe sich im pandemonium club wie ein fisch im wasser gefühlt und dennoch haben sie ihn seit seiner kündigung nicht ein einziges mal mehr dort getroffen ein Ausdruck von Panik flackerte in Mord mains Augen auf ich bin seitdem selbst nicht mehr im club gewesen die geschäfte ließen mir dazu keine zeit mr mord main sie können mich nicht zum narren halten ich weiß dass sie mir irgendetwas verheimlichen damit nahm charlotte eines der zahnräder die will aus dem dunklen haus mit gebracht hatte aus ihrem ridikül und legte es auf den schreibtisch dies hier sieht ganz so aus als stammt es aus einer ihrer fabriken geistesabwesend warf mord main einen kurzen blick auf das kleine metall objekt auf seinem schreibtisch ja ja das ist eines meiner zahnräder was soll damit sein zwei hexen die sich als die dunklen schwestern bezeichnen übrigens beide mitglieder im pandemonium club haben mehrere menschen umgebracht junge mädchen kaum den kinderschuhen entwachsen und bei unseren ermittlungen haben wir mit mord habe ich nichts zu tun rief mord main ich habe nie ich dachte was haben sie gedacht mord main nahm das zahnrad und hielt es in der zitternden hand sie können sich nicht vorstellen vor ein paar monaten ist ein vorstandsmitglied ein schattenwäldler eine sehr alte und mächtige persönlichkeit an mich herangetreten und hat mich gebeten ihm maschinenteile zu einem günstigen preis zu verkaufen zahnräder getriebe und dergleichen ich habe ihn nicht gefragt wozu er diese benötigte warum sollte ich auch an seiner anfrage erschien mir nichts ungewöhnlich war war dies zufälligerweise derselbe man in dessen dienste nathaniel sich nach dem ausscheiden aus ihrem unternehmen begeben hat mordman ließ das zahnrad fallen es rollte über sein schreibtisch kam allerdings nicht sehr weit da er mit der flachen hand darauf schlug und es abbremste obwohl er schwieg konnte charlotte an der aufflackernden furcht in seinen augen erkennen dass sie mit ihrer vermutung richtig lag ein gefühl des triumphes erfasste sie sein name nennen sie mir seinen namen mordman starrte auf seinen schreibtisch wenn ich ihnen seinen namen gebe setze ich damit mein leben aufs spiel und was ist mit nathaniel grays leben mordman wich ihren blick aus und schüttelte den kopf sie haben keine ahnung wie mächtig dieser man ist wie gefährlich entschlossen richtete charlotte sich auf henry bring mir den zitierer henry wandte sich von der wand ab und blinzelte verwirrt aber meine liebe bring mir das gerät mit einem verwunderten ausdruck auf dem gesicht gesellte henry sich zu seiner frau und zog ein gerät aus der tasche ein dunkles rechteckiges metall objekt mit einer reihe seltsamer skalen und welscheiben auf der oberfläche und fuchtelte damit vor mord maines nase herum das hier ist ein zitierer ich brauche ihn nur zu betätigen und binnen drei minuten wird ihr haus umstellt sein nephilim werden sie an händen und füßen aus diesem raum schleifen und sie den unerträglichsten folterungen unterziehen bis sie gezwungen sind zu sprechen möchten sie wissen was passiert wenn man einem dämonenblut in die Augen träufelt mord maine warf ihr einen entsetzten blick zu schwieg aber weiterhin bitte stellen sie mich nicht auf die probe mr mord maine das gerät in charlots hand war schweiß feucht aber ihre stimme klang vollkommen beherrscht es würde mir gar nicht gefallen mit ansehen zu müssen wie sie eines qualvollen todes sterben gütiger gott so reden sie doch man platzte henry hervor mord maine stützte das gesicht in die hände de quincy seinen vornamen kenne ich nicht ich weiß nur dass er de quincy heißt charlotte ließ langsam die luft aus ihren lungen entweichen de quincy das kann nicht sein dann kennen sie ihn nun ja davon war auszugehen de quincy ist der anführer eines mächtigen londoner vampir clans ein sehr ein ein flussreicher schattenwäldler und ein verbündeter des rats ich kann mir nicht vorstellen dass er er ist das oberhaupt des pandemonium clubs warf mord main ein er wirkte erschöpft und grau im gesicht alle anderen haben sich ihm gegenüber zu verantworten das oberhaupt des clubs trägt er auch einen titel der magister rasch ließ charlotte das metallgerät in ihren ärmel gleiten wobei ihre hand kaum merklich zitterte vielen dank mr mord main sie waren uns sehr behilflich mord main warf ihr einen kurzen blick zu eine mischung aus erschöpfung und groll der quincey wird herausfinden dass ich ihnen seinen namen verraten habe und er wird mich dafür töten lassen der rat wird dafür sorgen dass dies nicht geschieht er wird nie erfahren dass sie mit uns geredet haben der sondern auch um sich zu vergewissern dass sie sich vom pandemonium club und ähnlichen organisationen in zukunft fernhalten in ihrem eigenen interesse hoffe ich dass sie unser heutiges treffen als eine warnung betrachten wenige momente später standen charlotte und henry wieder auf dem platz vor dem haus und ließen sich die frische brise um die nase wehen londons luft mochte zwar von staub von jener mischung aus angst und verzweiflung die wie ein dichter dunst in mord meins arbeitszimmer gehangen hatte vorsichtig zog charlotte das rechteckige metall objekt aus ihrem ärmel und reichte es ihrem mann der es mit ernster miene entgegen nahm ich sollte dich wohl fragen worum es sich bei diesem gerät tatsächlich handelt henry das ist etwas an dem ich schon eine ganze weile tüftle henry betrachtete den gegenstand liebevoll ein apparat zum aufspüren von dämonen energie ich werde ihn sensor nennen noch arbeitet er nicht hundertprozentig aber wenn es mir erst einmal gelingt ich bin mir sicher dass dies eine hervorragende erfindung sein wird erklärte charlotte zuversichtlich henry bedachte sie mit einem mindestens so liebevollen blick wie das gerät was nicht häufig vorkam welch ein genialer geistesblitz charlotte vorzugeben du könntest die schattenjäger gemeinschaft im nu herbeizitieren nur um diesem man angst einzujagen aber woher wusstest du dass ich ein gerät bei mir tragen würde das du für diese zwecke verwenden konntest nun ja du trägst doch immer irgendeine tüftelei mit dir herum mein lieber erklärte charlotte henry zog eine verlegene mine du bist danke henry draußen war es dunkel geworden und sophies laterne warf seltsame schatten an die wände während sie tessa treppe für treppe nach unten führte das dienstmädchen hatte tessa unmittelbar nach ihrer rückkehr ins institut noch in der eingangshalle darüber in kenntnis gesetzt dass charlotte und henry sie zu sprechen wünschten viele der dunklen stufen wirkten in der mitte leicht abgeflacht dort wo generationen von schattenjäger füßen den stein abgetreten hatten sophie spähte hinunter in die dunkelheit da unten müssen sie vorsichtig sein miss die stufen am fuß der treppe können furchtbar feucht und rutschig werden tessa drückte sich näher an die stein mauer die sich unter ihrer hand kalt anfühlte rasch hatten sie den fuß der treppe erreicht und blieben vor einer schweren eichentür mit einem vergitterten fenster stehen hinter dem tessa nur schatten erkennen konnte sophie griff nach dem massiven eisenriegel und drückte ihn kräftig hinunter sofort schwang die tür auf und gab den blick auf einen riesigen hell erleuchteten raum frei mit großen augen trat tessa ein dies war eindeutig die krypta der kirche die hier ursprünglich gestanden hatte massive pfeiler trugen eine gewölbedecke deren rippen sich in der dunkelheit verloren und der boden war mit großen verwitterten grabplatten gepflastert elbenlichtsteine sandten ihre strahlen aus hohen messing halterungen an den pfeilern in der raum mitte stand eine reihe wuchtiger holztische deren oberflächen mit allen erdenklichen mechanischen teilen übersät waren getriebe und zahnräder aus matt schimmerndem messing und eisen und lange stücke kupferdraht daneben standen mehrere glaskolben gefüllt mit unterschiedlich gefärbten flüssigkeiten aus denen weißer rauch oder unangenehme dämpfe aufstiegen ein metallischer scharfer geruch hing in der luft wie kurz vor dem ausbruch eines gewitters auf einem der holztische stapelten sich waffen deren klingen und ein halbfertiger anzug aus einem augenscheinlich robusten material bestückt mit dünnen metallplatten hing über einem drahtgestell daneben stand ein großer steinerner tisch dessen oberfläche fast vollständig unter einem unordentlichen haufen dicker wolldecken versteckt war hinter diesem tisch entdeckte tessa henry und charlotte henry zeigte seiner frau gerade irgendetwas das er in der hand hielt unterbrach sich aber als er sie kommen sah miss gray dann hat sophie ihnen also den weg hier herunter gezeigt sehr aufmerksam von ihr äh ja sie setzte tessa an und schaute kurz über ihre schulter doch sophie war verschwunden sie musste an der tür geräuschlos kehrt gemacht und den rückweg angetreten haben ja sophie hat mich hergeführt beendete sie ihren satz sie sagte sie wünschten mich zu sprechen in der tat wir könnten ihre hilfe gebrauchen würden sie bitte für einen moment hier herüber kommen er bedeutete ihr sich zu ihm und charlotte zu gesellen als tessa auf den tisch zutrat sah sie dass charlott gesicht weiß und angespannt wirkte und ein schatten über ihren braunen augen lag sie blickte tessa an biss sich auf die lippe und schaute dann auf hatte sie sich das vielleicht nur eingebildet nein da war definitiv eine bewegung gewesen ein kaum merkliches zucken und jetzt erkannte sie auch dass es sich nicht um einen haufen decken handelte sondern um ein großes weich fallendes tuch das irgendetwas bedeckte etwas von der größe und form eines menschlichen körpers abrupt blieb sie stehen dann nahm Henry eine ecke des tuchs und zog es mit schwung weg sodass der blick auf das freigegeben wurde was unter der decke lag tessa spürte wie er plötzlich schwindelig wurde miranda das tote mädchen lag auf dem steintisch die arme weit ausgebreitet und die matt braunen haare lose über die schultern verteilt ihre augen die tessa so beunruhigt hatten waren verschwunden stattdessen starrten ihr leere schwarze höhlen entgegen mirandas abgetragenes kleid war in der mitte aufgeschnitten sodass darunter ihre brust zum vorschein kam trotz der tatsache dass man den brustkorb in der mitte aufgeschlitzt und die haut wie die schale einer orange nach außen geklappt hatte war nirgends menschliches gewebe oder blut zu sehen unter dem grotesken einschnitt schimmerte glänzendes metall langsam trat anderen tischseite stand dort wo man eigentlich blut zerfetztes gewebe und schreckliche verstümmelungen hätte sehen müssen waren nur zwei weiße zurückgeklappte hautlappen zu erkennen und darunter ein korpus aus metall kunstvoll zusammengesetzte kupferplatten bildeten den brustkorb und gingen in eine gelenkartige biegsame taille aus kupfer und messing über nur in der mitte von mirandas brustkorb fehlte eine quadratische etwa handgroße kupferplatte und gab den blick auf eine tiefe aushöhlung frei tessa charlots stimme klang leise aber eindringlich will und jam haben dies hier im dunklen haus gefunden das haus war vollkommen leer bis auf diese gestalt man hatte sie zurückgelassen allein tessa die noch immer mit einer mischung aus faszination und entsetzen auf den tisch starrte nickte das ist miranda das dienstmädchen der dunklen schwestern wissen sie irgendetwas über sie wer sie sein könnte irgendetwas über ihre vergangenheit nein nein ich dachte ich meine sie hat ohnehin kaum mit mir gesprochen und wenn dann hat sie dinge wiederholt die die schwestern kurz vorher gesagt hatten henry schob einen finger zwischen mirandas lippen und zog ihren unter kiefer nach unten sie besitzt zwar eine primitive metall zunge aber ihr mund war weder zum sprechen ausgelegt noch zum verzehr von nahrung sie hat keine speiseröhre und vermutlich auch keinen magen ihre mundhöhle endet hinter den zähnen in einer metall platte er drehte den kopf des mädchens hin und her und inspizierte den kiefer mit zusammengekniffenen augen aber was genau ist sie eine art schattenwesen oder ein dämon nein henry gab mirandas kinn frei genau genommen ist sie überhaupt kein lebewesen sondern ein automat eine aus mechanischen teilen zusammengesetzte apparatur die wie ein mensch aussieht und sich auch so bewegt ein wahrhaft biomechanischer automat der sich von selbst bewegt und steuert eingehüllt in menschliches gewebe henrys augen funkelten ein wahres wunderwerk henry dieses gewebe das du so bewunderst dieses gewebe stammt irgendwoher henry fuhr sich mit dem handrücken über die stirn und das feuer in seinen augen erlosch ja von den leichnamen im keller des dunklen hauses die brüder der stille haben sie untersucht den meisten dieser leichen fehlen organe herz leber und so weiter bei einigen sind auch knochen und knorpel und sogar die haare verschwunden wir müssen wohl davon ausgehen dass die dunklen schwestern die leichname ausgeschlachtet haben um um mit den körperteilen ihre mechanischen kreaturen zu konstruieren kreaturen wie miranda und wie der kutscher ergänzte tessa ich glaube der war ebenfalls so ein automat aber warum sollte jemand so etwas tun das ist noch nicht alles warft charlotte ein die mechanischen teile die wir im keller der dunklen schwestern gefunden haben wurden von der firma mortmane and company gefertigt die firma für die ihr bruder gearbeitet hat mortmane sie haben ihn doch aufgesucht richtig was hat er ihnen über nate erzählen können einen sekunden bruchteil lang zögerte charlotte und warf henry einen blick zu wo ist mein bruder was weiß mortmane über seinen verbleib charlotte seufzte mortmane ist tief in okkulte machenschaften verstrickt und mitglied im pandemonium club der offenbar von schattenweltlern geführt wird aber was hat das mit meinem bruder zu tun ihr bruder hat von diesem club erfahren und war völlig fasziniert davon und zwar so sehr dass er seine stelle bei mortmane gekündigt und einen posten bei einem vampir namens de quincy angenommen hat de quincy ist ein sehr einflussreicher schattenweltler und de facto das oberhaupt des pandemonium clubs charlotte klang bitter und ist mit dieser position ein titel verbunden plötzlich verspürte tessa erneut einen heftigen schwindel anfall der magister anstelle einer antwort schaute charlotte zu henry der mit beiden händen im geöffneten brustkorb der kreatur steckte und langsam etwas hervorholte ein menschliches herz rot und fleischig aber hart und glänzend als wäre es lackiert kupfer und silber drähte wandten sich um die oberfläche des organs das alle paar sekunden einen matten schlag tat da ist etwas was ich ihnen zeigen möchte wenn sie mal schauen wollen vorsichtig drehte er das herz in seinen schlanken fingern bis auf der anderen seite des organs eine kleine metallplatte sichtbar wurde eine plakette mit einer gravur ein großes q und darin ein kleines d de quinceys zeichen konstatierte charlotte die inzwischen sehr blass um die nase geworden war de quincey war immer ein verbündeter des rats das habe ich zumindest bisher angenommen er war dabei als das abkommen unterzeichnet wurde dieser vampir ist sehr mächtig und kontrolliert sämtliche nachtkinder im westlichen teil londons mordmann meinte dass de quincey maschinenteile von ihm erworben habe und diese plakette scheint seine aussage zu bestätigen es hat den anschein als wären sie nicht die einzige gewesen die im haus der dunklen schwestern für die zwecke des magisters vorbereitet wurde diese clockwerk kreaturen hat man dort ebenfalls zusammengesetzt wenn dieser vampir der magister ist dann ist er derjenige der den dunklen schwestern den auftrag erteilt hat mich zu entführen und er ist auch derjenige der nate gezwungen hat diesen brief an mich zu verfassen also muss er wissen wo sich mein bruder befindet ein mattes lächeln huscht über charlots gesicht wir werden ihn finden tessa irgendwie passt all dies die dunklen schwestern ihr bruder ihre eigene fähigkeit und de quinceys beteiligung an der ganzen geschichte wie ein teile ich kann nur hoffen dass wir sie bald finden henry warf einen traurigen blick auf den körper auf dem tisch was könnte ein vampir mit einem haufen halb mechanischer wesen wollen für mich ergibt das alles keinerlei sinn noch nicht sagte charlotte und hob entschlossen das kleine kinn aber es wird nicht mehr lange dauern statt sich gemeinsam mit ihr zum Abendessen in den salon zu begeben bat charlotte tessa bereits kurz darauf ihr zu folgen da ist jemand der sie gern sprechen möchte tessa mich ja lady belcour erwartet sie bereits ich habe sie über unseren verdacht bezüglich der quincy informiert und sie wünschte sofort mit ihnen zu sprechen wer ist lady belcour ist sie eine schattenjägerin sie ist eine vampirin eine vampir informantin um genau zu sein sie versorgt mich mit informationen und hält uns auf dem laufenden darüber was in der gemeinschaft der nachtkinder gerade vorgeht sie brauchen nicht mit ihr zu sprechen wenn sie es nicht möchten tessa ich kann sie auch wieder fortschicken nein vielleicht weiß sie etwas über nate das risiko sie möglicherweise mit wichtigen informationen vorzuschicken kann ich einfach nicht eingehen ich werde mit ihr reden tessa und charlotte hatten gerade die hälfte des wegs zurückgelegt als will und jem sich zu ihnen gesellten offenbar hatte charlotte sie über die besucherin in kenntnis gesetzt du hast doch nicht ernsthaft geglaubt dass wir dich allein zu lady bell cour gehen lassen oder fragte will hob die hand und ließ den elbenstein zwischen seinen fingern aufleuchten sodass der korridor taghell wurde inzwischen hatten sie einen langen flur erreicht der steil nach unten führte und an dessen nackten wänden keine fackeln leuchteten dieser gang hier führt zu unserem Sanktuarium erklärte Charlotte es ist der einzige Raum im gesamten Institut der nicht auf geweihtem Boden steht hier treffen wir uns mit denjenigen die keinen geweihten Boden betreten können Personen auf denen beispielsweise ein Fluch lastet Vampire und der gleichen außerdem bringen wir hier gelegentlich Schattenweltler unter die in Gefahr schweben und von Dämonen oder anderen Bewohnern der verborgenen Welt bedroht werden aus diesem Grund ist die Tür zum Sanktuarium auch durch zusätzliche Schutzmaßnahmen gesichert ohne eine Stele oder den richtigen Schlüssel lässt sich der Raum kaum betreten sie standen jetzt am Ende des Gangs vor einer hohen Flügeltür aus massivem Eisen Charlotte drehte sich um und sah ihre drei Begleiter scharf an Lady Belcour hat uns freundlicherweise ihre Unterstützung angeboten Will wenn du nicht ein Mindestmaß an Höflichkeit warst Sanktuarium verweisen Jem ich vertraue darauf dass du dich wie üblich als reizend und charmant erweist und Tessa bitte haben sie keine Angst damit zog sie einen Eisenschlüssel aus der Tasche und schob ihn in das Tür Schloss der Kopf des Schlüssels war wie eine Engelsfigur mit ausgebreiteten Schwingen geformt und als Charlotte den Schlüssel drehte und die Tür aufdrückte leuchteten die schwingen der Figur kurz auf der fensterlose Raum dahinter wurde vom flackernden Schein zahlreicher Kerzen in schweren Messingleuchtern erhält und erinnerte Tessa an eine sorgfältig gehütete Schatzkammer seine hohe gewölbedecke ruhte auf gewaltigen Steinpfeilern mit geschwungenen Linien und Runen deren kunstvolle rund um den Säulenschaft verlaufende Muster das Auge des Betrachters verwirrten in der Mitte des Raumes erhob sich ein wuchtiger Steinbrunnen mit einem kreisrunden Sockel und einer Engelsfigur mit geschlossenen Schwingen Ströme von Tränen flossen aus den Augen des Engels und Neben dem Brunnen stand eine Gruppe von schweren mit schwarzem Samt bezogenen Polstersesseln Die schlanke Frau die in dem Sessel mit der höchsten Lehne saß wirkte vornehm und majestätisch Ein leicht in die Stirn gezogener Hut mit einer riesigen schwarzen Feder thronte auf ihrem Kopf und ihr elegantes Kleid aus blutrotem Samt ließ die schneeweiße Haut über dem eng geschnürten Oberteil noch blasser erscheinen Eine Kette aus Rubinen wand sich wie eine frische Wunde um ihre Kehle und verschwand im Nacken unter dichten silberblonden feingelockten Haaren und die Augen der Frau funkelten so grün wie die einer Katze Tessa hielt die Luft an Lösch dein Elbenlicht Will forderte Charlotte ihn leise auf ehe sie sich ihrem Gast zuwandte Zugütig von ihnen auf uns zu warten Baroness Darf ich Ihnen Miss Theresa Grey vorstellen Dies hier ist Mr. James Carstairs einer unserer jungen Schattenjäger und neben ihm steht doch Lady Belcours grüne Augen ruten bereits auf Will William Herondale was für eine Überraschung Sie hier anzutreffen Sie kennen einander William hat mir beim Pharao 20 Pfund abgenommen vor ein paar Wochen im Club Tatsächlich darüber werden wir uns später noch unterhalten William Lady Belcour dann sind Sie ebenfalls Mitglied im Pandemonium Club Lady Belcour verzog indigniert das Gesicht ganz gewiss nicht ich war an jenem Abend nur deshalb dort weil ein befreundeter Hexenmeister hoffte dort beim Aber zweifellos auch eine sehr lukrative Sie beugte sich vor und faltete ihre schlanken behandschuten Hände im Schoß Ihre Bewegungen übten auf Tessa eine seltsame Faszination aus Selbst in der kleinsten Geste lag eine animalische Eleganz Zunächst einmal müssen sie über die Quincy wissen dass er der gefährlichste Vampir in ganz London ist Er hat sich von ganz unten bis an die Spitze des mächtigsten Clans hochgearbeitet Jeder Vampir der Stadt ist seinen Launen unterworfen Sie presste ihre scharlachroten Lippen zu einer dünnen Linie zusammen Als nächstes müssen sie wissen dass der Quincy alt ist sehr alt selbst für einen Vampir Der Großteil seines Lebens fand vor der Unterzeichnung des Abkommens statt und er verabscheut es ebenso wie er es verabscheut sich Nephilim Aber wir dachten der Quincy sei ein Verbündeter Jedenfalls hat er immer mit dem Rat kooperiert Das ist nur vorgespielt Es liegt in seinem ureigenen Interesse mit ihnen zu kooperieren Also frisst er Kreide Aber er sähe nichts lieber als wenn sie alle im tiefsten Höllenschlunsch machten würden Charlotte war bleich geworden fasste sich aber wieder Und sie wissen nichts über seine Verbindung zu Schwestern bezeichnen Nichts über sein Interesse an Automaten mechanischen Geschöpfen Die dunklen Schwestern Lady Belcour erschauderte Diese hässlichen unerquicklichen Kreaturen Hexen soweit ich weiß Ich habe ihre Gesellschaft stets gemieden Sie sind dafür bekannt dass sie die Wünsche einiger Club Mitglieder bedienen welche einen etwas fragwürdigen Geschmack haben Dämonen Drogen Schattenwelt Huchen und der Gleichen Und was ist mit den Automaten Lady Belcour winkte gelangweilt ab Falls Sequency eine Vorliebe für Uhrwerkteile hegen sollte so ist mir darüber jedenfalls nichts bekannt Um ehrlich zu sein Charlotte als sie mich vorhin kontaktierten hatte ich zunächst nicht die Absicht ihnen überhaupt irgendwelche Informationen zu geben Es ist eine Sache mit dem Rat ein paar Schattenwelt Geheimnisse zu teilen aber etwas völlig anderes den mächtigsten Vampir Londons zu hintergehen Ich habe meine Meinung erst geändert als ich von ihrer Kleingestalt Wandlerin erfuhr Sie heftete ihre grünen Augen auf Tessa und lächelte Eine gewisse Familien Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen Tessa starrte sie an Ähnlichkeit mit wem Nun mit Nathaniel natürlich ihrem Bruder Tessa hatte das Gefühl als hätte man ihr plötzlich eiskaltes Wasser in den Kragen geschüttet Sie haben meinen Bruder gesehen Lady Belcour verzog die roten Lippen zu einem Lächeln Ich bin ihm ein paar Mal im Pandemonium Club begegnet Wahrscheinlich hat er dort sein gesamtes Hab und Gut verspielt Charlotte sagte mir dass die dunklen Schwestern ihn in ihre Gewalt gebracht haben Das überrascht mich nicht Die beiden lieben es irdische in die Schuldenfalle zu locken und das Geld dann auf äußerst abstoßende Weise einzufordern Aber lebt er noch Haben sie ihn noch lebend gesehen Ja Unsere letzte Begegnung liegt zwar schon ein paar Tage zurück Aber da war er jedenfalls noch ziemlich lebendig Um wieder zum eigentlichen Thema zurück zu Kehren Haben sie gewusst Charlotte dass de Quincy in seinem Toirin veranstaltet Charlotte nahm die Hände von der Rückenlehne Es ist mir gerüchteweise zu Ohren gekommen Bei diesen Abendgesellschaften werden Menschen gefoltert und getötet Nun Charlotte haben sie davon ebenfalls gewusst Selbst Will wirkte betroffen und Charlotte erwiderte bestürzt Aber es ist den Kindern der Nacht gesetzlich verboten Menschen zu töten Und die Quincy verachtet das Gesetz Er veranstaltet diese Soirin nicht nur aus purer Lust am töten sondern auch deshalb weil ihm dies die Gelegenheit bietet die Nephilim zu verspotten Charlottes Lippen wirkten blass und blutleer Wie lange geht das schon so Camille wenigstens ein Jahr vielleicht auch länger Und sie erzählen mir erst jetzt davon weil die Preisgabe von Geheimnissen des Lords von London mit dem Tode bestraft wird erwiderte Camille Belcourt und ihre grünen Augen verdüsterten sich Außerdem hätte ihnen dieses Wissen nichts genutzt selbst wenn ich ihnen davon erzählt hätte De Quincy ist einer ihrer Verbündeten sie haben keinerlei Handhabe einfach in sein Haus einzudringen als wäre er ein ganz gewöhnlicher Verbrecher wenn ich es richtig verstanden habe muss im Rahmen des neuen Abkommens ein Vampir auf frischer Tat ertappt werden wie er einem Menschen Schaden zufügt erst dann können die Neffel ihm einschreiten nicht wahr ja aber wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten eine dieser Abendgesellschaften zu besuchen Camille stieß ein kurzes Lachen aus die Quincy hätte dies niemals zugelassen aber sie hätten das gekonnt sie hätten Feder an Camilles Hut zitterte als sie ruckartig den Kopf hob und damit mein eigenes Leben aufs Spiel setzen in dem Moment meldete Jem sich zu Wort Lady Belcourt wenn Sie mir diese Frage verzeihen mögen aber was genau wünschen Sie von Tessa sofort schaute Camille zu Tessa und ihre grünen Augen funkelten wie Edelsteine Sie können sich als jede andere Person ausgeben ist das richtig eine perfekte Maskerade im Hinblick auf Erscheinungsbild Stimme und Umgangsform das habe ich zumindest gehört ja jedenfalls hieß es immer die Verwandlung sei mit dem Ausgangsobjekt identisch Camille musterte sie eingehend das müsste sie aber sein perfekt wenn sie sich für mich ausgeben wollen für sie protestierte Charlotte Lady Belcourt ich verstehe wirklich nicht aber ich verstehe es warf Will umgehend ein wenn Tessa sich als Lady Belcourt ausgeben würde könnte sie eine von die Quincys Abendgesellschaften besuchen sie könnte ihn dabei beobachten wie er das Gesetz bricht und dann könnte der Rat eingreifen ohne das Bündnis zu gefährden wie immer ganz der Stratege außerdem böte uns dies die ideale Gelegenheit die Quincys Haus zu durchsuchen meinte Jem wir könnten uns dort einmal gründlich umsehen ob wir irgendwelche Hinweise auf diese Automaten finden wenn er wirklich Menschen ermordet dann haben wir wohl allen Grund zur annahme dass dahinter mehr steckt als die pure Lust am töten wir müssten uns natürlich einen Weg überlegen wie wir den Rat von die Quincy's Villa aus verständigen können überlegte Will dessen blaue Augen bereits begeistert funkelten vielleicht könnte Henry ja irgendein Gerät entwickeln außerdem wäre es von unschätzbarem Wert wenn wir einen Grundriss von die Quincy's Anwesen hätten Will protestierte Tessa ich weiß nicht so recht selbstverständlich würdest du nicht allein dorthin gehen ich würde dich begleiten und ich würde natürlich dafür Sorge tragen dass dir nichts geschieht nein Will du und Tessa allein in einem Haus voller Vampire das kommt nicht in Frage verkündete Charlotte kategorisch wen würdest du denn sonst als ihren Begleiter mitschicken wenn nicht mich du weißt dass ich sie beschützen kann und du weißt dass ich der richtige für diese Aufgabe bin ich könnte mitgehen oder Henry widersprach Charlotte Camille die diesen Wortwechsel mit einer Mischung aus Langeweile und Belustigung verfolgt hatte mischte sich nun ein ich fürchte ich muss William recht geben die einzigen Personen die Zutritt zu diesen Soireen erhalten sind De Quinceys enge Freunde andere Vampire und die menschlichen Domestiken dieser Vampire De Quincey kennt Will bereits von seinen Besuchen im Club als einen irdischen der von allem Okkulten fasziniert ist es dürfte ihn nicht weiter verwundern wenn er feststellt dass Will sich in die Knechtschaft eines Vampirs begeben hat menschliche Domestiken Tessa hatte im Kudex darüber gelesen bei diesen Domestiken oder Finsterlingen handelt es sich um irdische die sich den Diensten eines Vampirs verschworen hatten für die Nacht Kinder stellten sie einen treuen Begleiter und leicht verfügbare Nahrung dar wofür die Domestiken im Gegenzug kleine Mengen Vampir Blut erhielten Blut das dafür sorgte dass sie an ihren Gebieter gebunden blieben und sich nach dem Tod ebenfalls in Vampire verwandelten Wann wird die nächste dieser Abend gesellschaften stattfinden Camille Samstag Nacht nervös fuhr Tessa sich mit der Zunge über die Lippen also gut ich mache es aber ich verlange dass wir Nate falls er anwesend sein sollte dort herausholen ich will die Zusicherung dass es nicht nur darum geht die Quincy auf frischer Tat zu retten sondern auch darum meinen Bruder zu retten sie werden natürlich üben und an ihren Bewegungen und ihrer Haltung arbeiten müssen wenn sie die Quincy davon überzeugen wollen sie sein ich selbst wenn sie sich verwandeln warum tun sie das Lady Belcourt dieser Plan der Quincy ans Messer zu liefern fragte Will misstrauisch ich hatte einst einen geliebten ein Gestaltwandler ein Lykantrop allerdings ist es den Nachtkindern untersagt die Kinder des Mondes zu lieben oder mit ihnen das Lager zu teilen wir waren vorsichtig doch die Quincy erfuhr davon er spürte uns auf und ermordete meinen geliebten auf eine ähnliche weise wie er irgendein armes wesen bei seiner nächsten soiree ermorden wird ich habe ihn geliebt und die Quincy hat ihn umgebracht und die anderen meines Schlages haben ihm dabei geholfen das werde ich ihnen nie verzeihen da niemand von uns bisher das Vergnügen hatte die Quincy Haus betreten zu dürfen halten sie es für denkbar uns vielleicht einen Grundriss des Anwesens zu besorgen oder eine kleine Skizze mit den örtlichen Gegebenheiten anzufertigen ich werde ihnen etwas viel besseres zur Verfügung stellen Magnus Bain der Hexenmeister Charlotte hob skeptisch die Augenbrauen in der Tat er kennt die Quincy's Villa mindestens so gut wie ich und wird regelmäßig zu seinen Abendgesellschaft geladen allerdings hat er ebenso wie ich die Soireen bei denen diese Morde begangen wurden bisher immer gemieden sehr nobel von ihm murmelte Will er wird sich bei de Quincy mit ihnen treffen und sie im Haus herum führen keiner der Gäste dürfte überrascht sein uns gemeinsam dort zu sehen denn sie müssen wissen Magnus Bain ist mein Liebhaber wie nett stammelte Charlotte nach kurzem zögern ja der Meinung bin ich auch und nun wird es Zeit aufzubrechen wenn jemand die Güte besäße mich hinaus zu begleiten es ist schon spät und ich habe mich noch an niemandem gütlich getan Charlotte warf Tessa einen besorgten Blick zu und wandte sich dann an die beiden jungen Schattenjäger Will Jem Wärt ihr so freundlich Tessa sah zu wie die Tür hielt die Vampirin noch einmal inne und warf einen Blick über die Schulter wobei ihre silberblonden Locken über die makellosen Wangen streiften sie war so atemberaubend schön dass es Tessa in Stich versetzte und sie ihre instinktive Abneigung vergaß wenn sie diese Aufgabe übernehmen kleine Gestalt Wandlerin und sie erfolgreich zu Ende bringen ganz gleich ob sie ihren Bruder finden oder nicht verspreche ich ihnen dass sie es nicht bereuen werden das Mädchen runzelte die Stirn und setzte zu einer Frage an doch Camille war bereits aus dem Raum gerauscht das Abkommen dessen Unterzeichnung inzwischen zehn Jahre zurück markierte einen historischen Moment für Nephilim und Schattenwäldler gleichermaßen beide Gruppen würden nicht länger danach trachten die jeweils andere zu vernichten stattdessen würden sie sich gegen einen gemeinsamen Feind verbünden die Dämonen 50 Männer und Frauen waren bei der Unterzeichnung in Idris zugegen gewesen zehn Nachtkinder zehn von Liliths Kindern auch Hexenmeister genannt zehn Angehörige des lichten Volkes zehn Kinder des Mondes und zehn Nachkömmlinge von Raziels Blut mit einem Ruck schreckte Tessa hoch als jemand leise an ihre Tür klopfte sie war eingedöst den Kopf gegen die Kissen gelehnt und den Finger auf den aufgeschlagenen Seiten des Schattenjäger Kodex Nachdem sie das Buch zugeklappt hatte blieb ihr gerade noch Zeit sich aufzusetzen und die Decke bis zum Hals zu ziehen als die Tür sich auch schon vorsichtig öffnete Ein schwacher Lichtstrahl fiel ins Zimmer und dahinter kam Charlots Gestalt in Sicht Tessa verspürte einen seltsamen Stich fast schon Enttäuschung aber wen sonst hätte sie auch erwarten dürfen Trotz der fortgeschrittenen Stunde war Charlotte so gekleidet als beabsichtigte sie noch auszugehen ihr Gesicht wirkte noch ernster als üblich und dunkle Schatten der Erschöpfung zeichneten sich unter ihren Augen ab sind sie noch wach Tessa nickte und hob das Buch in dem sie gelesen hatte ich studiere den Kodex Charlotte erwiderte nichts darauf durchquerte jedoch das Zimmer und ließ sich am Fußende von Tessas Bett nieder Tessa da gibt es etwas das ich ihnen nicht erzählt habe Tessas Herz schlug schneller worum geht es um Mordmain Charlotte zögerte einen Moment als ich ihnen berichtete dass Mordmain ihren Bruder in dem Pandemonium Club eingeführt hat entsprach das zwar der Wahrheit aber das war noch nicht alles ihr Bruder wusste bereits von der verborgenen Welt bevor Mordmain ihm davon berichtete anscheinend hatte er durch ihren Vater davon erfahren sprachlos starrte Tessa die Schattenjägerin an wie alt waren sie als ihre Eltern verstarben fragte Charlotte sie sind bei einem Unfall ums Leben gekommen erklärte Tessa leicht benommen ich war damals drei und Nate war sechs Charlotte runzelte die Stirn sehr jung dafür dass ihr Vater ihren Bruder ins Vertrauen gezogen hat nein ich hatte die normalste Kindheit die man sich nur vorstellen kann und meine Tante Harriet war die pragmatischste Frau der Welt sie hätte davon gewusst oder nicht sie war die jüngere Schwester meiner Mutter meine Eltern hatten sie von London aus nach Amerika mitgenommen sie hätte doch etwas davon wissen müssen viele Menschen haben Geheimnisse Tessa manchmal sogar vor denjenigen die sie lieben Charlotte strich mit den Fingerspitzen über den Einband des Kodex und zeichnete das eingeschnittene Emblem nach und sie müssen eingestehen dass das Ganze durchaus einen Sinn ergibt einen Sinn für mich ergibt das überhaupt keinen Sinn Tessa Charlotte seufzte wir wissen nicht wieso sie ihre besondere Fähigkeit besitzen aber falls eines ihrer Elternteile irgendwelche Verbindungen zur Welt der Magie unterhalten hat wäre es da nicht naheliegend dass ihre Fähigkeit etwas mit dieser Verbindung zu tun haben könnte wenn ihr Vater ein Mitglied des Pandemonium Clubs gewesen ist könnte das nicht der Grund dafür sein dass der Quincy überhaupt von ihnen wusste vermutlich schon aber aber als ich nach London kam war ich so fest davon überzeugt dass all das was mir widerfuhr nur ein Traum sein konnte ein schrecklicher Albtraum aber jetzt komme ich nicht umhin mich zu fragen ob vielleicht mein Leben in Amerika nur ein Traum war und dies hier nun der Wahrheit entspricht falls meine Eltern wirklich vom Pandemonium Club wussten falls sie tatsächlich ein Teil der verborgenen Welt gewesen sind dann gibt es für mich keinen Ort an den ich zurückkehren könnte welcher nicht davon betroffen ist Charlotte schaute Tessa ruhig an haben sie sich je gefragt warum Sophies Gesicht so verunstaltet ist die Frage traf Tessa vollkommen unvorbereitet und sie konnte nur stammelnd erwidern ich der Gedanke natürlich ist mir dieser Gedanke schon gekommen aber ich wollte nicht fragen und das war auch richtig so als ich Sophie das erste Mal sah kauerte sie schmutzig und schluchzend in einem Torbogen einen blutigen Lappen gegen die Wange gedrückt sie hatte mich gesehen als ich an ihr vorbeiging obwohl ich mich zu diesem Zeitpunkt in Zauberglanz gehüllt hatte und das war auch der Grund Sicht genau wie Thomas und Agatha ich habe ihr damals Geld angeboten doch sie lehnte ab es gelang mir schließlich sie zu überreden mich in einen nah gelegenen teesalon zu begleiten und dort erzählte sie mir ihre Geschichte sie war ein Stubenmädchen gewesen in einem vornehmen Haus in St. John's Wood natürlich werden Stubenmädchen vorrangig wegen ihres hübschen Äußeren ausgewählt und Sophie war eine Schönheit was sich für sie als Segen und Fluch zugleich entpuppte wie sie sich sicher vorstellen können zeigte der Sohn des Hauses schon bald Interesse an ihr und versuchte sie zu verführen Sophie wies ihn jedoch wiederholt zurück in einem Wutanfall griff er zum Messer schlitzte ihr die Wange auf und rief wenn er sie nicht haben könne würde er dafür sorgen dass auch kein anderer Mann sich jemals wieder für sie interessieren würde wie schrecklich wisperte Tessa Sophie wandte sich an ihre Dienstherrin die Mutter des jungen Mannes aber er behauptete sie habe versucht ihn zu verführen und er habe zum Messer greifen müssen um sie abzuwehren und seine Ehre zu verteidigen und natürlich hat man Sophie aus dem Haus geworfen als ich sie auf den Brüdern der Stille behandeln die zwar die Entzündung heilen konnten nicht aber die Narbe unwillkürlich hatte Tessa ihre Hand an die eigene Wange gehoben arme Sophie flüsterte sie voller Mitgefühl Charlotte neigte den Kopf leicht zur Seite und betrachtete Tessa aus leuchtend braunen Augen die Schattenjägerin besaß eine solch starke Ausstrahlung überlegte Tessa dass sie manchmal vergaß wie klein Charlotte tatsächlich war wie vogelzart und zierlich Sophie hat das zweite Gesicht sie sieht Dinge die andere nicht sehen können in ihrem alten Leben hat sie sich oft gefragt ob sie vielleicht verrückt sei heute weiß sie jedoch dass sie nicht verrückt sondern etwas ganz besonderes ist damals war sie nur ein einfaches Stubenmädchen das sehr wahrscheinlich seine Stelle in dem Moment verloren hätte in dem seine Schönheit verblasst unseres Haushalts ein besonders begabtes Mädchen das viel beizutragen hat Charlotte beugte sich vor sie schauen auf ihr altes Leben zurück Tessa und im Vergleich zu diesem hier erscheint es ihnen sicher doch wenn sie nicht nach London gekommen wären wohin hätten sie sich nach dem Tod ihrer Tante gewarnt was hätten sie getan sie besitzen eine Kraft von unschätzbarem Wert sie müssen niemanden um unabhängig sie sind frei und diese Freiheit ist ein Geschenk dies hier ist ihr wahres ich Tessa diese Kraft das sind sie dann geben sie also zu dass ich recht habe dies hier ist das richtige Leben und die Jahre davor waren nur ein Traum ganz recht und nun ist es Zeit aufzuwachen am nächsten Nachmittag fand Tessa sich in der Bibliothek ein um mit Wills und Jems Unterstützung an ihrer Haltung zu feilen bis sie der Lady Belle Kurs zum Verwechseln ähnlich wurde kaum jedoch hatten sie mit den Übungen begonnen als sich die Tür öffnete und Charlotte die Bibliothek betrat doch sie war nicht allein ihr folgten mindestens ein Dutzend Leute Fremde die Tessa noch nie Will und bedeutete Jem und Tessa sich hinter einem der hohen Bücherregale zu verbergen Von ihrem Versteck aus beobachteten sie gemeinsam wie sich der Raum mit Schattenjägern füllte Beim Anblick eines sehr jungen Schattenjägers mit einer etwas kantigen wenn auch nicht unattraktiven Ausstrahlung stieß Jem ein unangenehm überraschtes Schnauben aus Gabriel Lightwood was hat der hier zu suchen ich dachte er wäre im Internat in Idris Will hatte sich nicht von der Stelle bewegt und starrte dem braunhaarigen Jungen mit hochgezogenen Augenbrauen an wobei ein mattes Lächeln seine Lippen umspielte leg dich bitte nicht mit ihm an Will jedenfalls nicht hier mehr erwarte ich gar nicht von dir das ist ziemlich viel verlangt findest du nicht erwiderte Will ohne den Blick von der Schattenjäger Gruppe abzuwenden er beugte sich leicht vor und beobachtete wie Charlotte die Männer und Frauen zu einem großen Tisch im vorderen Bereich der Bibliothek dirigierte Frederick Ashdown und George Panhello wenn ihr bitte hier Platz nehmen wollt forderte sie zwei Schattenjäger auf und wandte sich an die nächsten Lillian Highsmith bitte hier drüben neben der Landkarte und und wo ist Henry fiel vorgeblich höflichem Interesse ins Wort als einer der Leiter dieses Instituts sollte er wirklich zugegen sein Charlotte zögerte nur einen Sekunden Bruch Teil er sie eine freundliche Miene aufsetzte er ist leider verhindert Benedikt Lightwood eine Zusammenkunft der Brigade ohne einen der Leiter des Instituts äußerst regelwidrig murrte Benedikt Lightwood und wandte ruckartig den Kopf ab hastig zog Will sich Der große Mann knifft die Augen zusammen und dröhnte durch den Raum und wer verbirgt sich da hinten komm heraus und zeig dein Gesicht Will warf Jem einen Blick zu der berät die Achseln zuckte hat wohl keinen Zweck sich hinter dem Bücherregal zu verstecken bis man uns hervor zerrt oder das meinst aber auch nur du zischte Tessa ich lege keinen Wert darauf dass Charlotte wütend auf mich ist falls wir uns hier nicht hätten aufhalten dürfen nur keine Aufregung du hast von dieser Versammlung ja nichts ahnen können und Charlotte ist sich dessen durchaus bewusst erwiderte Bill sie weiß immer ganz genau wem sie die Schuld geben muss allerdings würde ich mich an deiner Stelle zügig zurück verwandeln wenn du mich fragst wir brauchen unseren altehrwürdigen Honoratioren ja keinen allzu großen Schrecken einzujagen oh einen Moment lang hatte Tessa ganz vergessen dass sie ja noch in Camilles Haut steckte hastig ließ sie deren Gestalt von sich abgleiten und als sie zusammen mit Will und Jem hinter dem Bücherregal hervortrat war sie wieder sie selbst Will Charlotte seufzte als sie ihn sah ich habe dir doch gesagt dass die Brigade haben wie nachlässig von mir erklärte Will und warf dann dem jüngsten Schattenjäger einen spöttischen Blick zu hallo Gabriel der braunhaarige Junge reagierte mit einem verbissenen Starren seine leuchtend grünen Augen funkelten wütend und er presste die dünnen Lippen fest zusammen schließlich stieß er mühsam beherrscht hervor William und James seid ihr zwei nicht ein bisschen jung um euch während und was ist mit dir erwiderte James ich bin im Juni 18 geworden damit habe ich das recht an allen Aktivitäten der Brigade teilzunehmen dann hätten wir das ja geklärt warf eine weißhaarige Frau mit hoheitsvoller Ausstrahlung ironisch ein und das ist sie also Lottie das Hexenmädchen von dem du uns erzählt hast sie sieht ja nicht gerade aus wie eines von Liliths Kindern das gab Benedikt Lightwood zu bedenken und beugte sich interessiert vor na dann zeig uns mal was du kannst ich bin keine Hexe nun ja irgendetwas musst du ja sein mein liebes Kind entgegnete die ältere Frau wenn keine Hexe was dann das reicht Charlotte richtete sich auf Miss Gray hat ihre Glaubwürdigkeit bereits unter Beweis gestellt das muss fürs Erste genügen Will Jem wenn ihr bitte mit Tessa draußen im Flur warten würdet Wills Züge verdüsterten sich doch Jem schoss ihm einen warnenden Blick zu und er schwieg dagegen zog Gabriel Lightwood ein triumphierendes Gesicht ich werde euch hinaus begleiten verkündete er und sprang auf dann führte er die drei gewichtig aus der Bibliothek und folgte ihnen in den Korridor du zischte er in Wills Richtung wobei er die Stimme senkte damit die anderen Schattenjäger ihn durch die halb geöffnete Tür nicht hören konnten du bist eine Schande für alle Schattenjäger Will lehnte sich lässig gegen die Korridor wand und betrachtete Gabriel kühl ich wusste nicht dass der noch viel zu verschandeln war nachdem dein vater ich wäre dir sehr verbunden wenn du nicht von meiner Familie reden würdest fauchte Gabriel und zog die Bibliothekstür hinter sich ins Schloss wie bedauerlich dass die Aussicht auf deine Verbundenheit mich nicht besonders zu locken vermag bemerkte Will spöttisch Gabriel starrte ihn an mit wirren Haaren und wütend funkelnden Augen was er meint damit dass ihn dein dank nicht sonderlich interessiert erläuterte Jem bereitwillig Gabriels wangen liefen scharlachrot an halt dich da raus Carstairs das betrifft dich nicht Jem trat näher zu Will der vollkommen ruhig dastand und Gabriels wütendes funkeln mit einem derart eiskalten Blick konterte dass sich Tessa die Nackenhaare aufrichteten wenn es Will betrifft betrifft es mich auch Gabriel schüttelte den Kopf du bist ein anständiger Schattenjäger James und ein Gentleman du hast deine Behinderung aber daran gibt dir niemand die Schuld doch dieser er verzog verächtlich die Lippe und stieß mit dem Finger in Wills Richtung dieser Abschaum hier wird dich nur mit in den Dreck ziehen such dir besser einen anderen Parabatei niemand erwartet dass Will Herondale älter als 19 wird und niemand wird es bedauern wenn er sein erbärmliches Leben aushaucht das ging Tessa nun wirklich zu weit ohne auch nur eine Sekunde zu zögern platzte sie empört hervor wie können sie so etwas nur sagen Gabriel der mitten in seiner Tirade unterbrochen worden war starrte sie verblüfft an als hätte einer der Wand Teppiche plötzlich zu reden begonnen wie bitte sie haben mich genau verstanden Comwell dieses dieses Jüngelchen ist es ganz offensichtlich nicht wert auch nur eine Minute deiner Zeit an ihn zu verschwenden Will wirkte höchst amüsiert wie war wie war du du setzte Gabriel stammelnd an und musterte Tessa mit einem beunruhigten Blick du hast nicht die geringste Ahnung was er getan hat und es ist mir auch vollkommen egal ihr seid alle Nephilim oder etwa nicht das Tessa musterte Gabriel stirnrunzelnd ich denke sie schulden Will eine Entschuldigung eher würde ich mir die Gedärme herausreißen und vor meinen Augen zusammenknoten lassen als diesen Wurm um Verzeihung zu bitten du meine Güte sagte Jem sanft das kann nicht dein Ernst sein natürlich nicht der Teil mit Will als Wurm sondern die Aussage über deine Gedärme das klingt wahrlich grauenvoll oh doch das ist mein voller im selben Moment wurde die Tür der Bibliothek aufgerissen und Mr. Lightwood erschien auf der Schwelle Gabriel wandte er sich in eisigem Ton an seinen Sohn beabsichtigst du nun an der Versammlung teilzunehmen oder möchtest du lieber hier draußen im Flur bleiben und mit den anderen Kindern spielen keiner der Anwesenden wirkte über diesen Kommentar besonders begeistert vor allem Gabriel nicht der nun hörbar schluckte nickte und Will einen letzten giftigen Blick zuwarf ehe er seinem Vater folgte und die Bibliothekstür laut hinter sich zuknallte Nun das war ungefähr so übel wie ich es erwartet hatte bemerkte Jem nachdem die Tür ins Schloss gefallen war Ist dies eure erste Begegnung seit der letzten Weihnachtsfeier warnte er sich an Will Ja meinst du ich hätte ihm erzählen sollen wie sehr er mir gefehlt hat Nein seufzte Jem Ist er immer so fragte Tessa so grässlich da solltest du erst mal seinen älteren Bruder kennenlernen im Vergleich zu ihm ist Gabriel das reinste Lamm und er hasst Will noch mehr als Gabriel so fern das überhaupt möglich ist Will quittierte diese Worte mit einem breiten Grinsen dann machte er auf dem Absatz kehrt und stiefelte Jem zögerte einen Moment und setzte sich dann ebenfalls in Bewegung wobei er Tessa bedeutete ihnen zu folgen Warum hasst Gabriel Lightwood dich so sehr Will Was hast du ihm angetan Ihm eigentlich nicht Es geht eher darum was ich seiner Schwester angetan habe Tessa warf Jem einen fragenden Blick zu der jedoch nur achselzuckend erwiderte Wo unser Will ist da ist auch ein halbes Dutzend zorniger junger Damen die behaupten er habe ihre Tugend auf dem Gewissen Und stimmt das fragte Tessa während sie gleichzeitig versuchte mit den jungen Schritt zu halten Schließlich konnte sie in ihren schweren Röcken die sich bei jeder Bewegung um die Fuß knöchel bauschten nicht so schnell ausschreiten wie bisher Einen Tag zuvor war die Lieferung der neuen Gewänder aus der Bond Street eingetroffen und sie musste sich erst noch daran gewöhnen derart teure Kleidung zu tragen hast du sie kompromittiert meine ich du stellst viele Fragen Will bog scharf um eine Ecke und stieg eine schmale Stiege hinauf findest du nicht ja schon räumte Tessa ein während die Absätze ihrer Schuhe laut auf den Steinstufen klapperten als sie Will die Treppe hinauf folgte aber was bedeutet Parabatei und was hast du gemeint als du von Gabriels Vater und seiner Ehre gesprochen hast Parabatei heißt auf Griechisch eigentlich ein Kämpfer gepaart mit einem Wagenlenker erläuterte Cem aber wenn Nephilim diesen Begriff verwenden meinen wir damit zwei Krieger die gemeinsam kämpfen zwei Männer die schwören einander bedingungslos zu schützen und sich gegenseitig Rückendeckung zu geben inzwischen Treppenabsatz stehen geblieben ich glaube hier ist es murmelte er und rüttelte am Türknauf als nichts geschah zückte er seine Stele und zeichnete eine schwarze Rune auf das Holz sofort schwang die Tür nach innen wobei eine kleine Staubwolke aufstieg das müsste der Abstellraum sein Cem folgte ihm in die Kammer und auch Tessa ließ sich nicht zweimal bitten Sie befanden sich in einem kleinen quadratischen Raum nur erhellt von fahlem Licht das durch ein schmales Bogenfenster hoch oben in der gegenüberliegenden Mauer hereinfiel überall stapelten sich Kisten und Truhen und abgesehen von einem Haufen alter Waffen in einer der Ecken schwere Ungetüme aus rostigem Eisen mit breiten Klingen und langen Ketten an deren klobige mit eisernen Stacheln bewährte Metallkugeln befestigt waren wirkte der Raum wie jede herkömmliche Abstellkammer Will schob eine der Truhen zur Seite um eine rechteckige Fläche auf dem Holzboden freizuräumen während Will das schwere Möbelstück gegen die Wand schob warf Tessa Jem einen Seitenblick zu was hat Gabriel mit deine Behinderung gemeint fragte sie mit gesenkter Stimme damit Will sie nicht hören konnte Jems silberne Augen weiteten sich einen kurzen Moment ehe er erklärte meine schlechte Gesundheit das ist schon alles Tessa wusste sofort dass er log aber noch bevor sie etwas erwidern konnte richtete Will sich auf und verkündete so das hätten wir kommt her und setzt euch dann ließ er sich auf dem staubigen Boden nieder und zückte erneut seine Stile Jem folgte seinem Beispiel und auch Tessa schürzte die Röcke und ließ sich gegenüber den beiden Schattenjägern so auf den Holzdielen nieder dass sie eine Art Dreieck bildeten Will drückte die Stile wie einen Stift auf den schmutzigen Boden und begann zu zeichnen nach ein paar Sekunden stieß Jem plötzlich ein ungläubiges Schnauben aus offenbar hatte er gerade erkannt welches Runenmal sein Freund da anfertigte was um Himmels Willen leckte die Stähle wieder ein Tessa schaute auf die von ihm angefertigte Rune und stieß dann einen kurzen überraschten Schrei aus als die verzogenen Holzdielen zwischen ihnen zu schimmern begannen und schließlich gänzlich durchsichtig wurden sie beugte sich rasch vor und starrte durch den Boden wie durch eine Glasscheibe nach einem Moment begriff sie dass sie von oben in die Bibliothek und die Schattenjäger die daran Platz genommen hatten Charlotte zwischen Benedikt Lightwood und der eleganten weißhaarigen Frau selbst von oben war Charlotte leicht zu erkennen an ihrem ordentlichen Haarknoten und den schnellen Handbewegungen die jedes ihrer Worte zu begleiten schienen was sagen sie alle drei verstummten und in der darauf folgenden Stille drang Benedikt Lightwoods Stimme deutlich bis zu ihnen in die Abstellkammer dieser ganze Plan erscheint mir sehr riskant aber wir können de Quincy nicht einfach so weitermachen lassen er ist der Anführer der Londoner Vampir Clans sämtliche Nachtkinder schauen zu ihm auf wenn wir ihm unbekümmert gestatten gegen das Gesetz zu verstoßen welche Botschaft sendet das dann an die Schatten Welt dass die Nephilim nachlässig geworden sind und es mit dem Schutz nicht mehr so genau nehmen damit ich das richtig verstehe du bist also bereit Lady Belcour einfach so zu glauben dass der Quincy ein langjähriger Verbündeter des Rats in seinem eigenen Haus irdische ermordet ich weiß nicht warum dich das überrascht Benedikt konterte Charlotte mit einem scharfen Unterton in der Stimme möchtest du vielleicht vorschlagen dass wir Lady Belcours Bericht schlichtweg ignorieren ungeachtet der Tatsache dass sie uns in der Vergangenheit immer zuverlässige Informationen geliefert hat ungeachtet der Tatsache dass das Blut aller von den Quincey ermordeten Menschen von nun an auch an unseren Händen kleben wird falls sie wieder die Wahrheit sagt und ungeachtet der Tatsache dass wir gesetzlich verpflichtet sind jedem Bericht über einen Verstoß gegen den Bündnisvertrag unverzüglich nachzugehen fügte ein schlanker dunkelhaariger Mann am anderen Ende des Tischs hinzu das weißt du doch so gut wie jeder andere hier im Raum Benedikt du willst es dir einfach nur nicht eingestehen während Lightwoods Gesicht sich verfinsterte atmete Charlotte erleichtert auf vielen Dank George ich weiß deine Unterstützung zu schätzen ich würde es einfach nicht gern sehen wenn die Macht des Rats in diesem Fall missbraucht würde erwiderte Lightwood in samtigem Ton wenn beispielsweise eine Vampirin ein Groll gegen den Anführer ihres Clans hegen würde und ihn seiner Macht position enthoben sehen wollte Welch besseres Mittel gäbe es dann als den Rat dazu zu bringen die schmutzige Arbeit für sie zu erledigen So etwas würde Camille niemals tun Sie ist keine Närrin Sie weiß genau welche Strafe sie erwartet falls sie uns belügt Benedikt hat nicht ganz Unrecht warf die ältere Frau ein die Charlotte zuvor mit Lotti angesprochen hatte Es wäre wirklich besser wenn ein Schattenjäger gesehen hätte wie De Quincey gegen das Gesetz verstößt Aber genau darum geht es hier doch erwiderte Charlotte Diese Operation soll dazu dienen De Quincey beim Brechen des Gesetzes zu beobachten Tante Kalida Da wäre außerdem noch De Quinceys Zeichen das wir im Inneren des Clockwerk Mädchens vorgefunden haben Bei dieser ganzen Geschichte deuten einfach zu viele Indizien in seine Richtung um keine Ermittlungen einzuleiten Da kann ich dir nur zustimmen sagte Lillian Highsmith Ich mache mir Sorgen wegen dieser Clockwerk Kreaturen Das Basteln von Mädchen aus mechanischen Teilen ist eine Sache Aber was ist wenn De Quincey eine ganze Clockwerk Armee auf die Beine stellt Ein Automat ist weder seraphischen noch dämonischen Ursprungs und damit weder ein Kind Gottes noch des Teufels Da stellt sich für mich die Frage würden wir mit unseren Waffen ihm überhaupt beikommen Ich glaube ja dass du ein Problem siehst wo gar keines ist höhnte Benedikt Lightwood Automaten gibt es inzwischen seit mehreren Jahren und bisher hat kein einziger davon auch nur die geringste Gefahr für uns dargestellt Aber bisher wurde auch noch kein einziger mit Hilfe von Magie angefertigt erwiderte Charlotte Soweit du weißt schnaubte Lightwood ungeduldig Charlotte setzte sich kerzengerade auf nur Tessa und die beiden Jungen konnten von oben sehen dass ihre Hände fest verschränkt in ihrem Schoß ruten Deine Bedenken Benedikt scheinen sich darauf zu beziehen dass wir die Quincy zu Unrecht für ein Verbrechen bestrafen würden das er nicht begangen hat und auf diese Weise die Beziehungen zwischen den Nachtkindern und den Nephilim gefährden Habe ich nichts anderes als die Quincy zu beobachten wenn wir ihn nicht dabei ertappen wie er gegen das Gesetz verstößt werden wir auch keine Schritte gegen ihn einleiten und das Verhältnis wird nicht in Gefahr gebracht falls er jedoch das Gesetz in unserem Beisein bricht dann ist diese Beziehung ohnehin nur eine Farce wir können nicht zulassen dass der Bündnisvertrag missbraucht wird ich stimme mit Charlotte überein verkündete Gabriel Lightwood ich halte ihren Plan für durchaus vernünftig allerdings mit einer Ausnahme die Absicht das Gestaltwandler Mädchen zusammen mit Will Herondale zu Dick Quincy zu schicken Will Herondale ist nicht einmal alt genug um an dieser Versammlung teilzunehmen wie kann man ihm da eine derart verantwortungsvolle Aufgabe anvertrauen du schmieriger kleiner Schnösel knurrte Will stattdessen sollte ich dieses Mädchen begleiten fuhr Gabriel fort ich bin in der Lage auf sie aufzupassen statt nur meine eigene Haut zu verteidigen Tessa kennt Will protestierte Charlotte sie vertraut ihm so weit würde ich nun wieder nicht gehen murmelte Tessa außerdem ist Will derjenige der diesen Plan entwickelt hat er ist derjenige den De Quincy aus dem Pandemonium Club wiedererkennen wird und er ist derjenige der weiß wonach er suchen muss um ihn mit den Clockwerk Kreaturen und den ermordeten irdischen in Verbindung zu bringen also wenn Will und dieses Hexenmädchen an de Quincy's Abendgesellschaft teilnehmen und ihn dabei beobachten wie er gegen das Gesetz verstößt wie wollen sie dann uns andere verständigen wie soll das gehen fragte Lillian mit Hilfe von Henrys neuester Erfindung die er zur Stunde fertig stellt erklärte Charlotte in deren Stimme ein kaum wahrnehmbares Zittern mit Schwang mit seinem Phosphorisator dieses Gerät wird einen extrem grellen Elbenlicht Blitz ausstrahlen der sämtliche Fenster in de Quincy's Haus kurz taghell aufleuchten lässt das ist dann das Zeichen für uns dann lasst lasst uns endlich abstimmen alle die dafür sind gegen die Quincy vorzugehen heben die Hand zu Tessas Überraschung hoben alle die Hand es gab nicht eine Gegenstimme die Diskussion war so kontrovers geführt worden dass sie mit mindestens einer Ablehnung gerechnet hatte als Jem ihren verwunderten Blick auffing lächelte er so sind sie immer sie tragen gerne Machtspiele aus aber keiner von ihnen würde in solch einer wichtigen Angelegenheit dagegen stimmen das käme einem Zeichen von Feigheit gleich nun gut sagte Benedikt dann treffen wir uns also morgen Abend während die Kutsche über das holprige Kopfstein Pflaster des Strand rollte hob Will seine schwarz behandschuhte Hand und zog einen der Samtvorhänge vor dem Fenster zurück so dass ein dünner strahl gelblichen Gas Lichts in das dunkle Innere des Wagens fiel sieht ganz danach aus als würden wir heute Abend noch Regen bekommen Tessa folgte seinem Blick der Londoner Himmel vor dem Fenster war bewölkt und stahl grau Männer mit Hüten und langen dunklen Mänteln eilten über die Gehwege auf beiden Seiten der Straße und stemmten sich gegen den böigen Wind der eine Mischung aus Kohlenstaub Pferdemist und anderen Gerüchen mit sich führte welche ihr ein Brennen in den Augen verursachten Tessa sei heute Abend sehr vorsichtig sobald wir bei de Quincy eintreffen darfst du dich in keinem Fall ratsuchend an mich wenden denn vergiss nicht ich bin nur dein Domestik und du duldest mich lediglich in deiner Nähe weil du mein Blut willst du stellst dir Vampire möglicherweise als wilde Bestien vor aber die Nachtkinder Londons strafen dieses Bild Lügen sie sind so kultiviert wie grausam rasiermesserscharfe Stilette im Vergleich zu den stumpfen Klingen der Menschheit du wirst dir Mühe geben müssen um mit ihnen mitzuhalten diese Vampirgesellschaft legt äußersten Wert auf vollendete Umgangsformen ein unbedachter Verstoß gegen die komplizierte und undurchsichtige Etikette könnte deinen sofortigen Tod bedeuten Tessa knetete die verschränkten Hände in ihrem Schoß so nervös dass die Knöchel weiß hervortraten ihre Finger waren eiskalt sie konnte die Kälte von Camys Haut spüren selbst durch ihre Handschuhe hindurch Will du machst mir Angst langsam wandte Will den Blick vom Fenster ab und betrachtete sie auf eine Weise als dämmerte ihm allmählich eine Erkenntnis Tess sagte er und Tessa zuckte innerlich zusammen noch nie zuvor hatte jemand sie Tess genannt du weißt dass du das nicht zu tun brauchst wenn du nicht möchtest oder Tessa holte tief Luft und was dann würden wir dann die Kutsche wenden und nach Hause fahren Will beugte sich leicht vor und ergriff ihre Hände Camys Finger wirkten in seinen großen schwarzen Handschuhen so winzig dass es den Eindruck erweckte als würden sie darin verschwinden alle für einen einer für alle bei diesen Worten musste Tessa matt lächeln die drei musketiere er musterte sie ruhig aus seinen dunkelblauen Augen die einen ganz eigenen Farbton besaßen doch ehe Will Tessa eine Antwort geben konnte kam die Kutsche so abrupt zum stehen dass die Samtvorhänge hin und her schaukelten wir sind da rief Thomas vom Kutschbock Will holte tief Luft öffnete den Türschlag sprang hinunter auf den Gehweg und streckte Tessa die Hand entgegen um ihr aus dem Gefährt zu helfen Tessa ergriff seine Hand und bildete sich beim Verlassen der Kutsche fast ein das Pochen seines kräftigen Pulsschlags durch die Handschuhe hindurch zu spüren getrieben hatte oder irgendetwas anderes dann standen sie vor einem stattlichen weißen Gebäude mit einem weißen Säulenportikus das auf beiden Seiten von ähnlichen Bauwerken flankiert wurde eine breite Treppe führte zu einer wuchtigen schwarz lackierten Doppeltür deren schwere Flügel leicht geöffnet waren und einen schmalen strahl schimmernden Kerzenlicht auf die weißen Treppenstufen warfen Tessa drehte sich zu Will um irgendwo tief in ihrem Kopf hörte sie Camille lachen und wusste sofort ohne genau sagen zu können woher dass die Vampirdame sich über ihre stille Bewunderung für Will amüsierte da bist du ja endlich dachte Tessa erleichtert trotz ihrer Verärgerung über Lady Belcours spöttische Belustigung sie hatte sich schon Sorgen gemacht dass sie Camilles innere Stimme überhaupt nicht mehr zu fassen bekommen würde ein elegant livrierter Lakai erwartete sie am oberen Ende der Treppe eure Ladyschaft murmelte er und als er sich vor ihr verbeugte konnte Tessa die beiden Einstiche an seinem Hals erkennen direkt oberhalb des Kragens sie drehte den Kopf um sicher zu gehen dass Will sich dicht hinter ihr befand der Lakai geleitete sie durch einen langen Gang zu einem großen Saal mit weißem Marmorboden dort verbeugte er sich erneut und zog sich zurück während Will an ihre Seite trat und genau wie Tessa ein Moment lang sprachlos auf die Szenerie vor ihnen starrte der riesige Saal wurde nur von Kerzenschein erhellt über den gesamten Raum waren dutzende goldener Leuchter verteilt in denen dicke weiße Wachskerzen brannten und aus den Wänden ragten elegant gemeißelte Marmorhände mit jeweils einer scharlachroten Kerze deren rotes Wachs wie Rosenblütenblätter über den weißen Marmor tropfte zwischen den Kerzenleuchtern drängten sich hunderte von Vampiren mit Gesichtern so weiß wie Wolken und eleganten geschmeidigen fast fließenden Bewegungen die Männer mit Kniehosen und Halstüchern die Frauen mit Röcken so üppig und aufgebauscht wie Marie Antoinette Roben oder mit schweren Schleppen Spitzenmanschetten und zarten Rüschen fieberhaft schweifte Tessas Blick durch den Saal auf der Suche nach einer vertrauten Gestalt mit blonden Haaren doch Nathaniel war nirgends zu sehen wir müssen nach Magnus Bain Ausschau halten raunte Will er soll uns eigentlich sicher durch dieses durcheinander geleiten wenn ich ihn sehe werde ich ihn dir zeigen anstelle eine Antwort richtete Tessa sich hoheitsvoll auf und befahl Will mit einem gebieterischen Fingerschnippen an ihre Seite überrascht schaute der Schattenjäger auf und gehorchte schließlich ihrem Befehl wobei er seine Verärgerung nur mühsam verhehlen konnte aber es blieb ihm nichts anderes übrig als seine Rolle zu spielen nun lauf doch nicht einfach so herum William tadelte sie ihn mit einem bedeutungsvollen Blick ich will dich in dieser Menge nicht verlieren in einem Anflug ungeahnter Kühnheit klappste Tessa ihm mit der Spitze ihres feinen Fächers unter das Kinn es ist ja so mühsam sie abzurichten nicht wahr ein Mann tauchte vor Tessa aus der Menge auf und verneigte sich kurz vor ihr domestiken meine ich und wenn sie dann endlich vernünftig abgerichtet sind sterben sie urplötzlich an der einen übersteigt kaum die eines Schmetterlings er lächelte spöttisch wobei seine glänzenden Zähne zum Vorschein traten seine Gesichtshaut schimmerte im bläulichen weiß verdichtete Eisschollen sein schulterlanges fast weißes aalglattes Haar streifte gerade eben den Kragen seines eleganten dunklen Mantels und die darunter hervorschauende graue Seidenweste zeigte ein Muster aus miteinander verwobenen wirbelnden silberfarbenen Symbolen Welch eine Freude sie wieder zu sehen Lady Beg Kuh Das ist die Quincy hauchte Camys Stimme in ihrem Kopf und plötzlich tauchten Bilder vor ihrem inneren Auge auf Sie sah sich mit die Quincy tanzen ihre Hände auf seinen Schultern Dann stand sie unter dem weißen Himmel einer klaren Polarnacht bei einem schwarzen reißenden Strom und beobachtete wie er sich an einer blassen lang hingestreckten Gestalt gütlich tat die im Gras lag Einen Sekundenbruchteil später saß sie reglos an einer langen Tafel zwischen anderen Vampiren und die Quincy der am Kopf des Tisches gesessen hatte sprang auf schäumte vor Wut und schlug so heftig mit der Faust auf den Tisch dass dessen Marmorplatte feine Risse bekam Die Quincy schrie sie zornig an Dann war sie plötzlich Stuhl zusammengekauert und die Quincy kam herein kniete sich neben ihren Stuhl nahm ihre Hand und versuchte sie zu trösten obwohl er derjenige war der ihren Kummer erst verursacht hatte Vampire können weinen fragte Tessa sich und überlegte dann weiter Die beiden kennen sich seit sehr langer Zeit Alexey die Quincy und Camille Belcourt Einst waren sie Freunde und er glaubt dass ihre Freundschaft noch immer Bestand hat Alexey mit hoch erhobenem Kopf streckte sie die Hand aus und stand reglos da während er ihre Finger ergriff und seinen kalten Mund auf ihren Handschuh drückte Dequinzys Blick streifte von Tessa zu Will und er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und wie ich sehe hast du dir auch einen neuen Finsterling zugelegt dieser hier ist wahrlich recht annehmbar er streckte seine hagere blasse Hand aus und strich mit dem Zeigefinger über Wills Wange bis hinunter zum Kiefer solch ein apart und diese Augen vielen Dank erwiderte Tessa so als würde sie sich für ein Kompliment über ihren erlesenen Geschmack bei der Wahl der Tapeten bedanken nervös beobachtete sie wie Dequinzy noch näher an Will heranrückte der sehr bleich und angespannt wirkte Dequinzy ließ seinen Finger nun von Wills Kiefer zu seiner Kehle gleiten zu der Stelle am Ansatz des Schlüsselbeins wo das Blut unter der Haut pulsierte genau hier lächelte er und dieses Mal waren seine weißen Fangzähne deutlich zu sehen scharf und spitz wie Nadeln seine Lieder senkten sich träge und als er weiter sprach klang seine Stimme sinnlich und schwer es macht dir doch nichts aus Camille wenn ich nur einen kleinen Biss im nächsten Moment verwischte Tessas Sicht zu einer weißen Fläche vor der sich de Quincy abzeichnete die weiße Hemdbrust über und über mit scharlachrotem Blut bespritzt und dann sah sie einen Leichnam der kopfüber an einem Baum neben dem dunklen reißenden Strom hing bleiche Finger baumelten im tosenden schwarzen Wasser Tessas Hand zogte nach vorn schneller als sie sich jemals hätte vorstellen können und packte de Quincy Handgelenk nicht doch mein lieber ich würde ihn du weißt doch wie unersättlich du manchmal sein kannst de Quincy lachte leise für dich Camille werde ich Zurückhaltung üben dann zog er sein Handgelenk zurück und einen winzigen Moment glaubte Tessa hinter seinem flirtenden Gehabe einen Anflug von Wut in den Augen aufblitzen zu sehen der jedoch rasch verschwand ich danke dir Alexei hast du schon Gelegenheit gehabt eingehender über mein Angebot nachzudenken und dem Pandemonium Club beizutreten meine Liebe ich weiß die irdischen langweilen dich aber sie sind ein Quell nie versiegender Mittel wir im Vorstand des Clubs stehen kurz vor einer sehr aufregenden Entdeckung ich spreche von Macht die deine kühnsten Träume übertrifft Camille Tessa wartete doch Camilles innere Stimme schwieg warum sagt sie nicht dachte Tessa hektisch bekämpfte den Panikanfall aber und brachte ein Lächeln zustande meine Träume lieber Alexei meine Träume sind möglicherweise schon jetzt kühner als du dir vorstellen kannst Tessa spürte wie Will ihr einen überraschten Blick zuwarf doch im nächsten Moment hatte er sich wieder im Griff setzte erneut eine ausdruckslose Miene auf und schaute in eine andere Richtung De Quinceys Augen funkelten doch er lächelte nur ich bitte dich lediglich mein Angebot in Betracht zu ziehen Camille und nun muss ich mich wieder meinen anderen Gästen widmen ich darf doch davon ausgehen dich nachher bei der Zeremonie zu sehen selbstverständlich De Quincey verbeugte sich machte auf dem Absatz kehrt und verschwand in der Menge erleichtert holte Tessa tief Luft sie hatte gar nicht gemerkt dass sie die ganze Zeit den Atem angehalten hatte nicht raunte Will denk daran Vampire brauchen nicht zu atmen mein Gott Will er hätte dich fast gebissen Wills Augen verfinsterten sich vor verhaltenem Zorn vorher hätte ich ihn umgebracht und dann wärt ihr nun beide tot erschrocken wirbelte Tessa herum direkt hinter ihr stand ein hochgewachsener Mann der wie aus dem Nichts aufgetaucht war unter seinem eleganten Gehrock aus schwerem Brokat entdeckte Tessa Kniehosen und hohe Schuhe mit glänzenden Schnallen das blau-schwarze Haar des Mannes schimmerte wie gebräunten Gesichts Tessa an Gem erinnerte ihr Blick wanderte zu einem seiner Ohren indem er einen Silberring mit einem Diamant Anhänger von der Größe eines Fingers trug im Schein der Kerzen funkelte und strahlte der Edelstein hell und auch der Knauf seines silbernen Spazierstocks war mit Diamanten besetzt Der Mann schien am ganzen Körper zu glitzern als wäre seine Silhouette von einem Elben Licht kranz umgeben Tessa starrte ihn sprachlos an Das ist Magnus raunte Will erleichtert Magnus Bain Meine liebe Camille setzte der Hexenmeister an und beugte sich über Tessas behandschute Finger Wir haben einander viel zu lange nicht gesehen Bitte nach mir Dort drüben befindet sich ein Separé in dem wir uns ungestört unterhalten können Wie in Trance folgte Tessa dem Hexenmeister Will dicht an ihrer Seite Bei dem Separé handelte es sich um eine Bibliothek die offenbar nur selten genutzt wurde Auf den hohen Bücherregalen mit den dicken Wälzern lag Zentimeter hoch Staub und auch die zugezogenen Samtvorhänge vor den Fenstern wirkten schmutzig Als die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel versank der Raum wieder in tiefer Dunkelheit Doch bevor Tessa etwas sagen konnte schnippte Magnus mit den Fingern woraufhin in den offenen Kaminen an beiden Enden der Bibliothek blaue Flammen zwischen den Holzscheiten emporschossen und ein knisterndes Feuer entzündeten das einen betörenden Duft wie von Räucherstäbchen verströmte Oh stieß Tessa überrascht hervor Mit einem breiten Grinsen ließ Magnus sich auf dem großen Marmortisch in der Raummitte nieder legte sich auf die Seite und stützte den Kopf auf den Ellbogen Haben sie etwa noch nie einen Hexenmeister bei der Arbeit gesehen meine Liebe Will seufzte übertrieben Wenn du bitte Abstand davon nehmen würdest sie aufzuziehen Magnus Ich darf wohl davon ausgehen dass Camille dir erzählt hat wie wenig sie über die verborgene Welt weiß In der Tat das hat sie Aber es lässt sich nur schwer glauben wenn man bedenkt wozu sie fähig ist Ruhig heftete Magnus seinen Blick auf Tessa Ich habe ihr Gesicht gesehen als ich ihnen die Hand geküsst habe Sie wussten sofort wer ich bin Stimmt's Sie wissen alles was Camille weiß Ich habe noch nie zuvor von einem Gestaltwandler gehört der über ihre Fähigkeiten verfügt Amsting Jetzt da sie die Wahrheit kennen führt kein Weg mehr zurück Lass ihn Ruhe Magnus Ich muss diesen Raum durchsuchen Wenn du mir nicht helfen willst dann versuch wenigstens Tessa nicht zu quälen Damit marschierte Will zu dem großen Eichenschreibtisch in der Ecke der Bibliothek und begann die darauf liegenden Unterlagen und Dokumente zu durchstöbern Magnus drehte sich zu Tessa um und zwinkerte ihr zu Ich denke er ist eifersüchtig Tessa schüttelte den Kopf und schlenderte zum nächstgelegenen Bücherregal Auf dem mittleren Regalbord lag ein Buch aufgeschlagen so als sollte es präsentiert werden Die Seiten waren mit leuchtenden kunstvollen Abbildungen versehen und manche Bereiche der Illustration schimmerten als hätte man sie mit Blattgold auf das Pergament aufgetragen Das ist ja eine Bibel Das überrascht sie Ich dachte Vampire könnten keine geweihten Gegenstände berühren Es kommt auf den Vampir an Wie lange er schon auf Erden weilt und welcher Glaubensrichtung er anhängt Der Quincy sammelt sogar alte Bibeln Er meint es gäbe kaum ein anderes Buch dessen Seiten so von Blut durchtränkt sind Ehe Tessa weiter fragen konnte unterbrach Will das gefunden Vielleicht solltest du dir das einmal ansehen Magnus Er marschierte zum Schreibtisch und legte eine große Papierrolle darauf Was hältst du davon Tessa die sich zu Will gesellt hatte warf einen Blick auf den großen Papierbogen Darauf befand sich eine grobe Skizze eines menschlichen Skeletts das aus Kolben Zahnrädern und Metallplatten konstruiert zu sein schien Der Schädel besaß einen Klappkiefer leere und eine Mundöffnung die direkt hinter den Zähnen endete Und genau wie bei Miranda saß in der Brust ein Paneel Der gesamte linke Rand des Papierbogens war mit Notizen übersät Ein Entwurf für einen Automaten Magnus neigte den Kopf leicht zur Seite Für einen künstlichen Menschen Daran lässt sich nun nichts beunruhigendes finden Aber das hier Magnus langer Finger strich leicht über die Notizen am linken Rand des Papierbogens Das ist etwas was mich wahrlich beunruhigt Ist das ein Tauberspruch? Magnus nickte Eine Verquickungsformel Sie dient dazu ein unbelebtes Objekt mit Dämonen Energie zu erfüllen um ihm auf diese Weise eine Art Leben einzuhauchen Ich habe diese Sorte von Zauberformeln schon einmal angewendet gesehen Vor der Unterzeichnung des Abkommens pflegten viele Vampire zu ihrem eigenen Amüsement kleine dämonische Apparate zu konstruieren Spieldosen die nur bei Nachtmusik erzeugten mechanische Pferde die sich nur nach Sonnenuntergang reiten ließen und ähnliche Torheiten versonnen trommelte mit den Fingern auf den Knauf seines Spazierstocks eines der größten Probleme bei der Konstruktion optisch überzeugender Automaten stellt natürlich ihr äußeres dar menschliches Gewebe ist nun mal einzigartig sein Erscheinungsbild lässt sich mit keinem anderen Material erzielen aber was wäre wenn jemand es verwenden würde menschliches Gewebe meine ich fragte Tessa Magnus rieb sich das Kinn das Problem für äh potenzielle Menschen Konstrukteure liegt auf der Hand wenn man das Gewebe konserviert zerstört man damit auch dessen Erscheinungsbild also müsste man dafür Magie einsetzen und abermals Magie um die Dämonen Energie mit dem mechanisch konstruierten Korpus zu verquicken und wie würde das Ergebnis aussehen hackte Will mit angespannter Stimme nach mit Dämonen Energie belebte Automaten würden über einen eigenen Verstand und einen eigenen Willen verfügen allerdings ist jeder heraufbeschworene Geist an seinen Gebieter gebunden und ihm zu bedingungslosen Gehorsam verpflichtet ganz gleich wer die Verquickung vorgenommen hat eine Clockwerk Armee konstatierte Will mit einem bitterironischen Unterton in der Stimme ein Heer das weder dem Himmel noch der Hölle erwuchs so weit würde ich nun auch wieder nicht gehen Dämonen Energie ist nicht an jeder Straßenecke erhältlich dazu muss man schon einen Dämon heraufbeschwören und ihn binden und du weißt wie schwierig das ist will man eine ganze Armee erschaffen benötigt man dafür solche Mengen von Dämonen Energie dass dies einer nahezu unmöglichen Aufgabe gleichkäme die überdies noch extrem riskant wäre selbst für einen bösartigen Bastard wie die Quincy verstehe Will nickte rollte den Papierbogen wieder zusammen und schob ihn in die Innentasche seines Gerox verbindlichsten Dank für deine Hilfe Magnus wenn ich es richtig verstehe würdest du es nicht allzu sehr bedauern wenn de Quincy verschwinden und ein anderer Vampir seinen Platz einnehmen würde hast du ihn eigentlich schon mal dabei beobachtet wie er gegen das Gesetz verstoßen hat ein einziges Mal er hatte mich eingeladen hier in seinem Haus einer seiner Zeremonien beizuwohnen es stellte sich allerdings Magnus zog eine ungewöhnlich finstere Miene aber seht selbst er drehte sich um ging zu dem Bücherregal das Tessa wenige Minuten zuvor eingehender betrachtet hatte und winkte die beiden zu sich heran dann schnippte er erneut mit den Fingern woraufhin blaue Funken von seiner Hand sprühten die illustrierte Bibelausgabe zur Seite schwang und ein kleines Kokeloch bloß legte das Als Tessa sich überrascht vorbeugte und hindurch spähte sah sie dass dahinter ein eleganter Musik Salon lag mehrere Reihen mit Stühlen waren zum hinteren Bereich des Raums ausgerichtet wo der Boden leicht anstieg und eine Art improvisierte Bühne bildete die hintere Wand dieses kleinen Theatersaals der von zahlreichen Kerzen in schweren Ständern erhält wurde war von einem roten Satin Vorhang verdeckt vor dem nur ein einzelner Holzstuhl mit hoher Rückenlehne stand Handfesseln aus Stahl waren an den Armlehnen befestigt und glitzerten im Kerzenschein wie Insektenpanzer tiefrote Flecken ließen das Holz an manchen Stellen dunkler schimmern und als Tessa genauer hinsah bemerkte sie dass jemand die Stuhlbeine am Boden fest geschraubt hatte das ist der Raum in dem ihre kleinen Vorführungen stattfinden sie bringen ihr menschliches Opfer auf die Bühne und fesseln es an den Stuhl und dann sorgen sie ihr Opfer abwechselnd langsam aus während die Menge zuschaut und applaudiert und daran ergötzen sie sich fragte Will voller Abscheu am Schmerz der irdischen ihrer Angst nicht alle Kinder der Nacht sind so diese hier sind die schlimmsten und die Opfer woher nehmen sie sie hackte Will nach Bei den meisten handelt es sich um Kleinkriminelle oder Trunkenbolde Opiumsüchtige Huren die Vergessenen der Gesellschaft diejenigen die niemand vermisst fügte er hinzu und sah dann Will fest in die Augen würdest du mir freundlicherweise deinen Plan ausführlicher schildern wir greifen ein sobald wir sehen dass das Gesetz gebrochen wird in dem Moment in dem ein Vampir einem Menschen Schaden zufügen will gebe ich das Zeichen an die Brigade die dann sofort einschreiten wird wirklich und wie kommen sie in das Gebäude hinein darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen deine Aufgabe besteht darin Tessa in diesem Moment sicher aus dem Haus zu schaffen Thomas Thomas wartet und wird euch umgehend zum Institut zurückbringen Will beugte sich erneut zum Kuckluch vor und spähte mit zusammengekniffenen Augen hindurch Es geht los Sofort drängten sich auch Magnus und Tessa näher an die Öffnung in der Bücherrückwand durch die sie beobachten konnten wie sich die Schiebetüren am Ende des Musiksalons öffneten dahinter kam der große von Kerzen erleuchtete Saal zum Vorschein aus dem nun die ersten Vampire in den Musikraum strömten und ihre Plätze vor der Bühne einnahm Es wird Zeit sagte Magnus leise und verschloss das Kuckloch Der Musiksalon war fast bis auf den letzten Platz gefüllt Tessa hatte sich bei Magnus untergehakt und sah zu wie Will sich einen Weg durch die Menge bahnte auf der Suche nach drei nebeneinander stehenden freien Stühlen Dabei hielt er zwar Sie starren ihn an raunte Tessa Magnus zu Will meine ich Selbstverständlich tun sie das bestätigte Magnus dessen Pupillen wie Katzenaugen das Licht reflektierten während er seinen Blick über den Raum schweifen ließ Sieh ihn dir doch einmal an Das Gesicht eines gefallenen Engels und die Augen wie der Nachthimmel der Hölle Er ist ausgesprochen attraktiv und das mögen Vampire Will hatte drei Sitzplätze gefunden und winkte sie mit seiner schwarz behandschuten Hand zu sich Mit einer eleganten Bewegung nahm Tessa zwischen Magnus und Will Platz wobei ihre Seidentaftröcke raschelten wie Blätter in einer kräftigen Brise Plötzlich ging ein Raunen durch den Salon und Tessa riss sich von Wills Anblick los und schaute zur Bühne Das Licht der Kerzenständer reichte nicht bis in die letzte Ecke des Raums Teile der Bühne blieben im Dunkeln verborgen Selbst Tessas Vampiraugen vermochten nicht zu unterscheiden was sich in der Dunkelheit bewegte bis De Quincy plötzlich aus dem Schatten auftauchte Gespannte Stille breitete sich aus Dann verzog De Quincy das Gesicht zu einem Irren Grinsen das seine Fangzähne zum Vorschein brachte und seine Züge veränderte Er wirkte nun wild und bösartig wie ein Wolf Guten Abend und willkommen meine Freunde setzte De Quincy an und lächelte Tessa direkt zu die vor lauter Nervosität nur zurückstarren konnte Ihr die ihr euch heute Abend zu mir gesellt habt seid stolze Söhne und Töchter der Nacht wir beugen uns nicht dem erdrückenden Jochnamts Gesetz wir verantworten uns nicht gegenüber den Nephilim und wir werden auch nicht auf unsere uralten Gebräuche verzichten nur weil sie es wünschen die Wirkung die De Quincy's Rede auf Will ausübte ließ sich unmöglich übersehen er saß reglos da sein Körper angespannt wie ein Bogen die Fäuste im Schoß geballt nur an seinem Hals pulsierten mehrere hervorgetretene Aderstränge Wir Wir haben einen Gefangenen Das Vergehen dessen er beschuldigt wird ist der Verrat an den Nachtkindern und womit wird solch ein Verbrechen bestraft? Mit dem Tod kreischt eine Frauenstimme Die Vampirdame saß weit nach vorn gebeugt auf ihrem Stuhl mit einem begierigen Ausdruck im Gesicht Sofort fielen die anderen Vampire in ihre Forderung ein Tod Tod Im nächsten Moment erschienen weitere Gestalten aus dem Schatten der Bühne Zwei Vampire hatten eine strampelnde menschliche Gestalt unter den Armen gepackt deren Gesicht unter einer schwarzen Haube verborgen lag Tessa konnte lediglich erkennen dass der Mann schlank war vermutlich recht jung und sehr schmutzig Seine nackten Füße hinterließen blutige Streifen auf dem Holzboden als die beiden Vampire ihn nach vorn zum Bühnenrand schleiften und auf den Stuhl zwangen Ein leiser Laut der Bestürzung entschlüpfte Tessaskele und sie spürte dass Wills Anspannung noch zunahm Der Gefangene strampelte schwach vor sich hin wie ein aufgespießtes Insekt am Ende einer Nadel während die Vampire seine Hände und Fußgelenke an den Stuhl fesselten Dann traten sie einen Schritt zurück und machten De Quincy Platz der Sardonisch grinste Seine Fangzähne schimmerten wie spitze Elfenbeinnadeln als er sich der Menge zuwandte Tessa konnte die Unruhe der Vampire förmlich spüren aber noch stärker fühlte sie ihren Hunger Die Kinder der Nacht ähnelten nicht länger einem kultivierten Publikum menschlicher Theaterbesucher Sie und hockten angespannt auf ihren Stuhlkanten mit weit aufgerissenen glitzernden Augen und heißhungrig geöffneten Mündern Wann kannst du die Brigade benachrichtigen raunte Tessa Will zu Sobald er Blut saugt Wir müssen erst mit eigenen Augen sehen dass er das Gesetz bricht Will Tessa ergriff nach ihrer Hand und drückte sie eindringlich Bleib ruhig Widerstrebend wandte Tessa sich wieder der Bühne zu wo de Quincy sich nun dem gefesselten Gefangenen näherte Theatralisch blieb er neben dem Stuhl stehen streckte die Hand aus und strich mit bleichen dünnen Fingern leicht über die Schulter des Mannes so leicht als streifte eine Spinnwebe darüber trotz 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 zuck der Gefangene zurück und wand sich verzweifelt als die Vampirhand langsam von seiner Schulter zu seinem Hals wanderte dort legte de Quincy zwei weiße Finger auf die Stelle unter der die Halsschlagader pulsierte wie ein Arzt der den Herz Schlag seines Patienten überprüfen wollte das Clan Oberhaupt trug einen silbernen Ring der an der Seite zu einer scharfen Spitze gefeilt war de Quincy ballte seine Hand zur Faust und einen Sekundenbruchteil später blitzte ein silberner Lichtstrahl auf und der Gefangene stieß einen gellenden Schrei aus eine dünne rote Linie erschien an der Kehle des Mannes wie ein Stück roter Draht dann quollen dicke Bluttropfen hervor rannen hinunter und sammelten sich in der Vertiefung am Schlüsselbein Ansatz der Gefangene zuckte und strampelte als der Quincy mit vor Gier verzerrten Gesicht zwei Finger in die rote Flüssigkeit tauchte und seine roten Fingerspitzen zum Mund führte die Menge raste und stöhnte kaum fähig auf den Plätzen zu bleiben Will Will bitte statt eine Antwort schaute Will über ihren Kopf hinweg zu Bane Magnus bring sie raus kommen sie Magnus legte eine Hand unter Tessas Ellbogen um ihr aufzuhelfen widerstrebend gestattete sie dem Hexenmeister sie von ihrem Stuhl hoch zu ziehen und in Richtung Tür zu schieben nervös schaute sie sich um obwohl irgendjemand ihren vorzeitigen Aufbruch bemerkte doch sämtliche Augen waren auf die Quincy und den Gefangenen gerichtet viele der Vampire hatten sich nicht länger auf den Sitzen halten können und stießen unmenschliche hungrige Laute aus Will saß dagegen noch immer beinahe reglos inmitten der tosenden Menge langsam schob er seine linke Hand in die Westentasche und zog sie mit einem kupferfarbenen Gegenstand zwischen den Fingern wieder hervor der Phosphorisator hinter Tessa schob Magnus die Tür auf schnell doch Tessa zögerte und schaute zur Bühne zurück wo Dick Quincy nun hinter dem Gefangenen stand sein breit grinsender Mund war blut verschmiert theatralisch griff er nach vorn und packte die Spitze der schwarzen Haube die der Gefangene noch immer über dem Kopf trug Will erhob sich nun ebenfalls den Phosphorisator in der hochgestreckten Hand Magnus fluchte leise und zog Tessa am Arm die sich halb umdrehte als wollte sie ihm folgen doch im nächsten Moment erstarrte sie mitten in der Bewegung als De Quincy dem Gefangenen die schwarze Haube vom Kopf riss das Gesicht das darunter zum Vorschein kam war geschunden und mit blauen Flecken übersät ein Auge war schwarz angelaufen und zugeschwollen und die blonden Haare klebten blutverkrustet und schweißgetränkt an seinem Schädel Nathaniel Tessa stieß einen gellenden Schrei aus Will Will jetzt tu es jetzt ein empörtes Keuchen ging durch den Salon und dutzende weiße Gesichter drehten sich ruckartig zu Tessa um Ihr Schrei hatte die Vampirgemeinschaft aus dem Blutrausch gerissen De Quincy stand reglos auf der Bühne Will dessen Finger auf dem Knopf des Phosphorisators lag zögerte und sein Blick traf sich quer durch den Raum mit Tessas Der Blickkontakt dauerte nur einen Sekunden Bruchteil aber De Quincy bemerkte ihn dennoch Schlagartig veränderte sich der Ausdruck auf seinem Gesicht als könnte er in ihren Augen lesen und er riss eine Hand hoch und zeigte direkt auf Will Der Junge haltet ihn auf Will riss sich von Tessas Anblick los Die ersten Vampire bewegten sich bereits auf ihn zu mit Verzorn und Hunger funkelnden Augen Doch Will schau dann ihnen vorbei zu De Quincy der mit Wut verzerrter Miene auf ihn hinab starrte Dagegen zeigte Wills Gesicht keinerlei Gefühlsregung als er dem Blick des Vampirs begegnete Keine Furcht kein Zögern keine Überraschung Ich bin kein Junge Ich bin ein Nephilim Und dann drückte er auf den Knopf Tessa wappnete sich für einen blendenden Elbenlicht Blitz Stattdessen ertönte jedoch ein lautes Zischen als sämtliche Kerzenflammen plötzlich grell aufflackerten und bis zur Decke empor schlugen Funken flogen durch die Luft bedeckten den Boden mit glimmender Glut entzündeten die Vorhänge und steckten die Roben der Frauen in Brand Im Nu war der Raum mit schwarzem Qualm und gellenden Schreien erfüllt Will war nicht mehr zu sehen Tessa versuchte nach vorn zu stürmen doch Magnus packte sie am Handgelenk und riss sie zurück Miss Gray nicht Sie sind jetzt eine schaute rasch zur Bühne De Quincy hatte sich in das Gedränge gestürzt und Nathaniel hing zusammengesackt und offensichtlich bewusstlos auf dem Stuhl nur noch festgehalten von seinen Hand- und Fußschellen Da oben auf dem Podium das ist mein Bruder mein Bruder sprachlos starrte Magnus sie an Tessa nutzte seine Verwirrung riss sich los und stürzte auf die Bühne zu Im Raum herrschte das reinste Chaos Vampire rannten und stoben in alle Richtungen und viele flohen panikartig zum Ausgang Im nächsten Moment erfüllte ein ohrenbetäubendes Klirren den Raum Die Terrassentüren flogen auf und eine Woge von Schattenjägern in dunkler Kampfmontur strömte in den Musiksalon Sie stießen eine Gruppe kreischender zerlummter Vampire die in den Garten geflohen war in den Raum Ganz vorne taumelte die Quincy mit bleichen von Blut und Asche verschmiertem Gesicht und gebleckten Zähnen Tessa entdeckte Henry unter den Nephilim dicht gefolgt von Charlotte und Gem In der Menge erkannte Tessa auch Gabriel Lightwood seinen Vater Benedikt und die schlanke schwarzhaarige Schattenjägerin Lillian Bereits nach kurzer Zeit hatten die Nephilim die Vampire die in der Raummitte zusammengetrieben und von allen Seiten umzingelt De Quincy überragte die restlichen Nachtkinder um Längen Sein bleiches Gesicht war wutverzerrt Die übrigen Vampire drängten sich hinter ihn wie eine Horde Kinder hinter dem Rock Zipfel der Mutter und wirkten wild und jämmerlich zugleich Das Gesetz knurrte Quincy als Benedikt Lightwood sich ihm mit gezücktem Schwert näherte auf dessen leuchtender Klinge schwarze Runen schimmerten Das Gesetz beschützt uns Wir ergeben uns Das Gesetz Ihr habt das Gesetz gebrochen fauchte Benedikt Deshalb steht ihr nicht länger unter seinem Schutz und dieser Gesetzesbruch wird mit dem Tod bestraft Ein irdischer Ein einziger irdischer der ebenfalls gegen den Bündnisvertrag verstoßen hat Der Vertrag bezieht sich nicht auf irdische Man kann nicht von ihnen erwarten dass sie sich an die Gesetze einer Welt halten von der sie nichts wissen Er ist wertlos setzte die Quincy erneut an vollkommen wertlos wollen sie unser Bündnis wegen eines einzigen nichtswürdigen irdischen wirklich aufs Spiel setzen Es geht um mehr als nur einen irdischen fuhr Charlotte dazwischen und zückte aus ihrer Tasche die Papierrolle die Will in der Bibliothek gefunden hatte Tessa hatte in dem Gedränge gar nicht gesehen dass er sie Charlotte zugesteckt hatte Was ist beispielsweise mit diesen Zauberformeln Haben sie ernsthaft geglaubt wir würden nicht dahinter kommen Diese diese schwarze Magie ist im Rahmen des Bündnisses strengstens untersagt De Quincy's Gesicht verriet nur einen winzigen Moment seine Überraschung Wo haben sie das gefunden Charlottes Lippen waren zu einer dünnen harten Linie zusammen gepresst Das spielt keine Rolle Was auch immer sie zu wissen glauben Wir wissen genug Wir wissen dass sie uns hassen und verachten Wir wissen dass ihre Allianz mit uns nur eine Farce war Verstößt es jetzt etwa auch gegen das Gesetz wenn man Schattenjäger nicht mag Lassen sie diese Spielchen fauchte Benedikt Nach allem was wir für die Nachtkinder getan haben und nachdem wir das Abkommen ratifiziert haben Warum 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 jetzt diese Verbrechen Wir haben versucht euch zu unseres Gleichen zu machen euch gleich zu behandeln De Quincy verzog verächtlich das Gesicht Gleich Ihr könnt euch ja noch nicht einmal lange genug von eurem Glauben an eure angeborene Überlegenheit verabschieden um auch nur darüber nachzudenken was dieses Wort bedeutet Wo sind unsere Sitze in der Kongregation Wo ist unsere Botschaft in Idris Aber das das ist lächerlich erwiderte Charlotte die jedoch bleich geworden war Benedikt warf Charlotte einen ungeduldigen Blick zu Lächerlich und irrelevant All das entschuldigt nicht ihr Verhalten De Quincy Während sie mit uns am Verhandlungstisch saßen und vorgaben sich für einen langfristigen Frieden einzusetzen haben sie hinter unserem Rücken das Gesetz gebrochen und unsere Macht verhöhnt Ergeben sie sich und erzählen sie uns alles was wir wissen wollen dann lassen wir ihren Clan vielleicht am Leben Mit diesen Worten schleuderte Benedikt sein Schwert in De Quincy's Richtung Es wirbelte durch die Luft und bohrte sich in die Brust eines rothaarigen Vampirs der sich schützend vor sein Kleinoberhaupt geworfen hatte Der Mann explodierte in einer Fontäne aus Blut während die übrigen Nachtkinder entsetzt aufkreischten De Quincy stieß einen Schrei aus und stürzte sich brüllend auf Benedikt und auch die anderen Vampire schienen aus ihrer Erstarrung zu erwachen und gingen zum Angriff über Innerhalb von Sekunden war der Raum ein einziges Getümmel aus Schreien und Kämpfen Das plötzliche Chaos rüttelte Tessa wach Sie raffte ihre Röcke und rannte zur Bühne wo sie sich neben Nathaniels Stuhl auf die Knie fallen ließ Sein Kopf hing bewusstlos zur Seite und seine Augen waren fest geschlossen Weiteres Blut war aus der Wunder am Hals gesickert und über sein Hemd geflossen Vorsichtig zupfte Tessa ihn am Ärmel Nate wisperte sie Nate ich bin's Ihr Bruder stöhnte brachte aber keine Antwort hervor Tessa biss sich auf die Lippe und machte sich daran die Handschellen zu lösen die seine Handgelenke an den Stuhl fesselten doch sie bestanden aus massivem Eisen und waren mit mehreren Schrauben im Holz verankert und ganz offensichtlich so konzipiert dass sie selbst Vampirkräften widerstehen konnten Tessa zerrte daran bis ihre Finger bluteten doch die Schellen gaben nicht nach wenn sie doch nur eine von Will's Klingen gehabt hätte überlegte sie fieberhaft rasch schaute sie sich im Musiksalon um der Raum war noch immer von schwarzem Qualm erfüllt zwischen den dunklen Rauchschwaden blitzten immer wieder Waffen auf hellrotes Vampirblut spritzte von den Klingen funkelnd wie Rubine obwohl die Kinder der Nacht bösartig und blitzschnell zuschlugen waren die Schattenjäger fast ebenso schnell und zudem hervorragend im Umgang mit Waffen ausgebildet ein Vampir Graffschwerter zum Opfer ihr Blut rann in Strömen über dem Boden und sickerte in die Perser Teppiche bis deren Ränder sich vollkommen vollgesogen hatten als sich der Rauch in einem Bereich etwas lichtete sah Tessa einen Wirbel aus rasend schnellen wilden Bewegungen Will der von einem grimmigen Vampir mit einer Silberpistole verfolgt wurde der Vampir legte auf Will an zielte und feuerte doch Will schlug einen Haken schlitterte über den blutigen Boden rollte sich ab und sprang auf einen der Polsterstühle dann wich er einem weiteren Schuss geschickt aus sprang erneut und tänzelte zu Tessas Überraschung leichtfüßig über die Rückenlehnen einer Reihe von Stühlen beim letzten Stuhl angekommen sprang er auf den Boden und wirbelte zu dem Vampir herum der sich nun ein paar Meter von ihm entfernt befand plötzlich blitzte ein kurzer Dolch in seine Hand auf und flog einen Sekunden Bruchteil später quer durch den Salon der Pistolenschütze versuchte noch sich zu ducken war aber nicht schnell genug der Dolch bohrte sich in seine Schulter woraufhin der Vampir vor Schmerz aufbrüllte in dem Moment in dem er nach dem Heft greifen wollte um den Dolch herauszuziehen tauchte wie aus dem Nichts ein schlanker dunkler Schatten hinter ihm auf grelle Silberblitze durchzuckten die Rauchschwaden dann explodierte der Vampir in einer Wolke aus Blut und Asche als sich das Chaos etwas lichtete erkannte Tessa Gem eine lange Klinge in der Hand er versetzte der Silberpistole die nun verloren zwischen den Überresten des Vampirs lag einen kräftigen Tritt so dass sie über den Boden schlitterte und erst von Wills Fuß gestoppt wurde Will nickte Gem grinsend zu schnappte sich die Pistole und steckte sie unter seinen Gürtel Will rief Tessa in seine Richtung obwohl sie sich nicht sicher war ob er sie über dem Kampflärm überhaupt hören konnte Will Plötzlich packte sie jemand im Rücken ihres Kleides stemmte sie hoch und riss sie nach hinten Tessa hatte das Gefühl sich in den Krallen eines riesigen Raubvogels zu befinden sie schrie auf und spürte dann wie sie nach vorn geschleudert wurde über den Boden rutschte und mit voller Wucht in einen Stapel Stühle krachte der mit ohrenbetäubendem Getöse zusammenbrach vor Schmerz stöhnte Tessa laut auf und hob mühsam den Kopf über ihr stand Quincy seine schwarzen blutunterlaufenden Augen glitzerten vor rasender Wut sein weißes Haar hing ihm in matten Strähnen ins Gesicht und sein einst weißes Hemd war über der Brust aufgeschlitzt und klebte vor Blut du Miststück du verlogenes hinterhältiges Miststück du hast diesen Jungen hierher gebracht Camille diesen Neffel ihm panisch krabbelte Tessa rückwärts bis der Haufen zusammengebrochener Stühle sie aufhielt ich habe dich wieder in unseren Clan aufgenommen selbst nach deinem kleinen widerwärtigen Intermezzo mit diesem Lykanthropen ich habe deinen lächerlichen Hexenmeister toleriert und das ist nun der Dank dafür so dankst du mir er streckt dir seine Hände entgegen die mit schwarzem Staub beschmiert waren siehst du das hier das ist die Asche unserer toten Clan Mitglieder die du verraten hast und für wen für die Nephilim plötzlich perlte irgendetwas in Tessas Kehle Camis helles Gelächter widerwärtiges Intermezzo ich habe ihn geliebt so wie du mich nie geliebt hast so wie du nie auch nur irgendjemanden geliebt hast und dann hast du ihn getötet nur um den Clan zu zeigen dass du es kannst ich will dass du am eigenen Leib erfährst wie es ist alles zu verlieren was einem etwas bedeutet und dass du weißt dass ich diejenige bin die dir dies antut der Quincy starrte sie mit offenem Mund an er war wie vom Donner gerührt offenbar hatte es bisher niemand gewagt so mit ihm zu sprechen jedenfalls kein anderer Vampir vielleicht vielleicht habe ich dich ja unterschätzt vielleicht wirst du mich ja tatsächlich vernichten aber dann reiße ich mit ausgestrickten Händen stürzte er sich auf sie im selben Moment bekam Tessa ein Stuhlbein aus dem Trümmerhaufen hinter ihrem Rücken zu fassen ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken schwang sie den Stuhl nach oben und ließ ihn krachend auf De Quincy's Rücken niedergehen De Quincy schriech vor Schmerz auf und fletschte die Zähne und dann sprang er der Ersatz riss Tessa von den Füßen De Quincy landete auf ihr fegte ihr den Stuhl aus der Hand und schnappte mit gebleckten Fangzähnen nach ihrer Kehle verzweifelt schlug Tessa ihm mit einer krallen bewährten Hand ins Gesicht Sein Blut das auf sie herabtropfte schien wie Säure auf ihrer Haut zu brennen Sie schrie und schlug noch heftiger nach ihm aus doch er lachte nur Seine Pupillen waren gänzlich in seiner schwarzen Iris verschwunden und er wirkte vollkommen unmenschlich wie ein riesiges räuberisches Reptil Brutal packte er ihre Handgelenke und presste sie neben ihrem Körper auf den harten Boden Camille sei ganz ruhig kleine Camille gleich ist alles vorbei und dann warf er den Kopf in den Nacken wie eine attackierende Kobra von Todesangst erfüllt strampelte Tessa wild hin und her um ihre eingeklemmten Beine zu befreien um ihn zu treten so fest zu treten wie sie nur konnte plötzlich schrie die Quincy auf eine Hand hatte ihn an eine Hand die über und über mit verschlungenen schwarzen Malen bedeckt war Wills Hand De Quincy kam kreischend auf die Beine und presste die Hände an seinen Schädel während Tessa sich aufrappelte und keuchend zusah wie Will den brüllenden Vampir verächtlich von sich fortschleuderte De Quincy taumelte richtete sich auf und spuckte Will vor die Füße Will zückte die Teufels bist du du und deines gleichen ihr verdient es nicht einmal in dieser Welt zu leben zusammen mit uns anderen und als wir euch aus Mitleid am Leben ließen habt ihr uns dieses Geschenk direkt ins Gesicht geschleudert als ob wir euer Mitleid bräuchten als ob wir jemals weniger wert sein könnten als ihr ihr Neffelim ihr denkt ihr wert wir denken was Will spannte den Hahn der Pistole das klicken war selbst über das Kampf getümmelt zu hören sprich es ruhig aus was soll ich aussprechen Gott du wolltest mir doch gerade erzählen dass wir Neffelim uns für Gott halten nicht wahr dummerweise kannst du diesen Begriff nicht einmal sagen so sehr du dich mit deiner kleinen Bibelsammlung auch über das Wort Gottes lustig zu machen vermagst seinen Namen kannst du krümmte sich inzwischen um den Abzug der Waffe sodass die knöchelweiß hervortraten sag seinen Namen und ich lasse dich am Leben verächtlich fletschte der Vampir die Zähne du kannst mich damit nicht töten nicht mit diesem lächerlichen Menschenspielzeug wenn die Kugel mitten durchs Herz geht wirst du sterben und ich bin ein sehr guter Schütze De Quincy hob den Kopf und öffnete den Mund ein schwaches Röcheln drang über seine Lippen als er zu sprechen versuchte er keuchte wirkte und fasste sich mit der Hand an die Kehle Will begann zu lachen und der Vampir sprang mit vor Wut und Schmerz verzerrten Gesicht warf er sich brüllend auf Will ein heftiges Handgemenge entbrannte dann löste sich ein Schuss und Blut spritzte in alle Richtungen Will schlug auf dem Boden auf wobei die Pistole seine Hand entglitt und über das Parkett rutschte hastig stürmte Tessa los schnappte sich die Pistole drehte sich um und sah dass De Quincy Will von hinten gepackt hatte ihm den Unterarm gegen die Kehle drückte mit zittriger Hand hob Tessa die Pistole aber sie hatte noch nie zuvor eine Pistole oder andere Waffe benutzt und wie sollte sie den Vampir erschießen ohne dabei Will zu verletzen Will war nah daran zu ersticken De Quincy knurrte etwas und verstärkte den Griff um seinen Hals in dem Moment riss Will den Kopf nach unten und schlug dem Vampir die Zähne in den Unterarm De Quincy schrie auf und zog reflexartig den Arm weg während Will sich zu Seite war die untere Hälfte seines Gesichts blutverschmiert und auch seine Zähne schimmerten rot als er sich aufrichtete und sich breit grinsend an De Quincy wandte Na wie hat dir das gefallen Vampir De Quincy der angeschlagen auf den Knien kauerte starrte von Will zu der hässlichen roten Bisswunde auf seinem Arm die sich bereits wieder schloss auch wenn noch immer Blut daraus hervorsickerte dafür wirst du sterben Nephilim Will spreizte die Arme kniend und mit einem dämonischen Grinsen um den Mundwinkel aus dem ihm ein dünnes Rinsal Blut floss hatte er selbst kaum noch etwas menschenähnliches komm und hol mich De Quincy sammelte sich setzte zum Sprung an und Tessa betätigte den Abzug die Waffe bäumte sich in ihrer Hand auf und der Vampir fiel zur Seite Blut strömte aus seiner Schulter doch die Kugel hatte das Herz verfehlt brüllend rappelte De Quincy sich auf Tessa hob den Arm drückte erneut ab doch nichts passierte ein leises klicken verriet ihr dass die Trommel leer war De Quincy lachte höhnisch erhielt sich die verletzte Schulter obwohl der Blutstrom bereits zu einem Rinnsaal veräppte Camille mit dir werde ich mich später beschäftigen ich werde dafür sorgen dass du den Tag verfluchst an dem du wieder geboren wurdest Tessa spürte wie er ein eiskalter Schauer über den Rücken jagte dies war nicht nur ihre eigene Furcht sondern auch die von Camille De Quincy wirbelte mit unglaublicher Geschwindigkeit herum sprintete quer durch den Raum und warb sich durch eines der decken hohen Fenster es zerbarst in einer Explosion aus Glasscherben und riss ihn mit sich als würde sein Körper von einer Woge davongetragen einen Sekundenbruchteil später war der Vampir in der Dunkelheit verschwunden nachdem das Kleinoberhaupt verschwunden war dauerte es nicht lange bis sich das Chaos gelegt hatte überall bewegten sich Schattenjäger Vampir mehr entdecken nach kurzer Beratung wurde beschlossen dass Tessa und Nathaniel zusammen mit Henry und Charlotte in der großen Kutsche des Instituts mitfahren sollten während Will Jem und Thomas mit einem kleineren Einspänner folgen würden den Charlottes Tante ihnen zur Verfügung stellte die Lightwoods und der Rest der Brigade sollten noch eine Weile in Dequincys Haus bleiben es sorgfältig durchsuchen und dann sämtliche Spuren des Kampfes beseitigen Will hatte ebenfalls bleiben und sich an der Durchsuchung beteiligen wollen doch Charlotte war unnachgiebig gewesen er hatte Vampirblut geschluckt und musste schnellstmöglich zum Institut zurückkehren um die Behandlung einzuleiten kaum saßen sie in der Kutsche stellte Jem die Frage die ihm schon die ganze Zeit auf der Seele brannte was ist da drin vorgefallen wir haben im Garten Henrys verflixte Phosphorisator hat nicht funktioniert statt einen starken Lichtblitz auszustrahlen hat er die Vorhänge in Brand gesteckt Jem unterdrückte ein Lachen aufgebracht funkelte Will ihn an das ist nicht lustig ich wusste doch nicht ob ihr andere noch auftauchen würdet hast du ernsthaft geglaubt wir würden nicht nach dir suchen wenn das ganze Gebäude wie eine Fackel in Flammen aufgeht schließlich wäre es durchaus denkbar gewesen dass die Vampire dich auf einen Spieß gesteckt und über dem Feuer geröstet hätten und Tessa dieses dumme Ding hätte eigentlich längst mit Magnus aus dem Gebäude verschwunden sein sollen aber sie wollte nicht gehen ihr Bruder war mit Hand und Fuß Schellen an diesen Stuhl gefesselt ich bin mir nicht sicher ob ich an ihrer Stelle das Haus verlassen hätte ah verstehe du willst meine Ausführung nicht begreifen wenn sich deine Ausführungen darauf beschränken dass ein hübsches Mädchen im Raum war und dich abgelenkt hat dann denke ich dass ich deine Ausführung durchaus verstanden habe du hältst sie für hübsch ja und du denkst dasselbe als sie am Institut eintrafen wurden sie bereits von Sophie und Agatha erwartet die mit flackernden Laternen in der weit geöffneten Tür standen vor Müdigkeit wäre Tessa beim Aussteigen aus der Kutsche fast gestrauchelt und sie stellte überrascht und dankbar fest dass Sophie sofort herbeieilte und ihr die Stufen hinauf half Charlotte und Henry hatten Nathaniel unter den Armen gepackt und schleppten ihn die Treppe hoch hinter ihnen ratterte der Einspänner mit Will und Gem durch das Tor Charlotte und Henry brachten Nathaniel in ein unbenutztes Zimmer während Charlotte und Agatha ihren Bruder ins Bett steckten ließ Tessa sich in einen der Sessel sinken fast fiebernd vor Sorge und Erschöpfung Tessa hatte nicht damit gerechnet doch kaum lag Nathaniel in seinem Bett zogen Charlotte und Agatha sich zurück besorgt schaute sie auf Nathaniel hinunter er lag vollkommen reglos da sein gleiches Gesicht mit Bluterküssen übersät die verfilzten Haare gegen das Kopfkissen gedrückt Tessie Nathaniels schwache zittrige Stimme riss sie sofort aus ihren Gedanken Tessie bitte lass mich nicht allein ich glaube ich bin krank Nate Tessa griff nach seiner Hand du wirst wieder gesund es ist alles in Ordnung sie haben schon nach den Ärzten geschickt wer sind sie und wo sind ich kenne diesen Ort nicht wir sind im Londoner Institut der Schattenjäger hier bist du in Sicherheit Nathaniel blinzelte dunkle fast schwarze Ringe zeichneten sich unter seinen Augen ab und seine Lippen waren aufgeplatzt und blutverkrustet sein Blick sprang unruhig hin und her Schattenjäger der Magister der Magister hat gesagt sie seien das Gesetz er sagte man müsse sich vor ihnen in Acht nehmen aber in dieser Welt existieren keine Gesetze hier gibt es keine Strafe nur töten und getötet werden Tessie es tut mir so leid einfach alles der Magister meinst du damit die Quincy hakte Tessa nach aber im nächsten Moment gab Nate ein Röcheln von sich und starrte an ihr vorbei die Augen vor Angst weit aufgerissen Tessa ließ seine Hand los und drehte sich um um nachzusehen was ihn so erschreckt hatte Charlotte war fast geräuschlos zurückgekehrt an ihrer Seite Bruder Enoch Tessa du erinnerst dich bestimmt an Bruder Enoch er ist gekommen um Nathaniel zu helfen im selben Moment stieß Nate einen fast animalischen Schrei aus und griff entsetzt nach Tessas Handgelenk der Quincy hat mir von ihnen erzählt die Gregori die stillen Brüder es heißt sie können einen Mann allein durch ihre Gedanken töten bedächtig trat Charlotte einen Schritt vor wenn Bruder Enoch nun Mr. Grey untersuchen könnte nein Tessa befreite ihre Hand aus Nades Umklammerung und postierte sich zwischen ihrem Bruder und dem Mann in der pergamentfarbenen Robe rührt ihn ja nicht an Miss Grey Tessa benötigte einen Augenblick bis sie erkannte dass ihr Name nicht laut ausgesprochen worden war sondern wie der Fetzen eines halbvergessenen Liedes in ihrem Kopf wiederhalte auf dieselbe Weise hatte Bruder Enoch sich auch an ihrem ersten Tag im Institut an sie gewandt es ist wirklich interessant Miss Grey dass sie ein Schattenwesen sind ihr Bruder indes nicht wie konnte es dazu kommen abrupt hielt Tessa inne das das können sie nur durch einen Blick auf ihn erkennen Tess Nathaniel drückte sich aus den Kissen hoch sein blasses Gesicht zeigte fiebrige Flecken was tust du da sprichst du etwa mit dem Gregory er ist gefährlich es ist schon gut Nate wollen sie damit sagen dass an Nate nichts ungewöhnliches ist keine übernatürlichen Kräfte nein rein gar nichts erklärte der Bruder der Stille da sie ja so vieles wissen darf ich dann davon ausgehen dass sie auch wissen was ich bin bin ich eine Hexe das vermag ich nicht zu sagen sie haben durchaus etwas an sich das sie als eines von Liliths Kindern kennzeichnet dennoch tragen sie kein Dämonenmal das das mir auch schon aufgefallen pflichtete Charlotte ihm bei und Tessa erkannte dass die Schattenjägerin Bruder Enoch's Stimme ebenfalls hören konnte ich dachte dass sie vielleicht doch keine Hexe ist schließlich werden manche Menschen mit besonderen Fähigkeiten geboren zum Beispiel dem zweiten Gesicht oder sie trägt womöglich Feenblut in sich sie ist kein Mensch sie ist etwas anderes ich werde mich noch eingehend damit beschäftigen möglicherweise findet sich etwas in den Archiven das mir weiterhelfen wird obwohl er keine Augen besaß schien Bruder Enoch Tessas Gesicht genau zu studieren ich spüre dass sie eine ganz besondere Kraft haben eine Kraft die kein anderes Hexenwesen besitzt meine Fähigkeit Tessa verstummte abrupt als Nathaniel ein Geräusch hervorstieß und drehte sich er hatte sich aus den Decken befreit und versuchte aufzustehen sein Gesicht war schweiß überströmt und kreidebleich Tessa stürzte zu ihm und mit Charlets Hilfe gelang es ihr Nate mit sanftem Druck zurück ins Bett zu befördern sein Zustand schien sich dramatisch verschlechtert zu haben als Tessa seine Decke feststeckte griff er erneut nach ihrem Handgelenk schwarzen Tessa warf einen Blick auf ihren Bruder Er lag nun reglos in den Kissen, sein Gesicht völlig erschlafft Als sie sich zu Charlotte umdrehte, um zu protestieren begegnete die Schattenjägerin ihrem Blick jedoch mit einem leisen Kopfschütteln Der Ausdruck in ihren Augen war teilnahmsvoll, aber unnachgiebig Falls Nate irgendetwas zustoßen sollte, werde ich ihnen das nie verzeihen Niemals Nach dem dämmerigen Licht in Nates Krankenzimmer stach die Helligkeit der Elbenlichtleuchten im Flur Tessa regelrecht in den Augen Niedergeschlagen kämpfte sie gegen die Tränen an Sie hatte gerade die Hälfte der Strecke zu ihrem eigenen Zimmer zurückgelegt als sie wütendes Schimpfen hörte Im nächsten Moment tauchte Sophie im Flur auf in jeder Hand einen Metallkübel und verpasste der Tür hinter ihr einen solchen Tritt, dass sie mit einem Knall zuflog Das Dienstmädchen wirkte fuchsteufelswild Seine Gnaden sind heute wieder mal besonders guter Laune Habt mir einfach einen Eimer an den Kopf geworfen, jawohl Will? Geht es ihm gut? Ja, jedenfalls gut genug, um mit Eimern zu werfen Ich sollte wohl besser Mrs. Branwell holen Vielleicht kann sie ihn ja dazu bewegen, seine Medizin zu nehmen Ich kann es jedenfalls nicht Seine Medizin? Ja, er muss das hier trinken Sophie hielt Tessa einen der Kübel entgegen in dem irgendeine Flüssigkeit schwappte die für Tessa wie ganz normales Wasser aussah Er muss einfach Ich möchte lieber nicht darüber sprechen, was passiert, wenn er sich weiterhin weigert Plötzlich überkam Tessa ein verrückter Impuls Ich werde ihm die Medizin bringen Wo steckt er? Oben Auf dem Speicher Aber wenn ich sie wäre, Miss, würde ich das nicht tun Das ist mir egal Erwiderte Tessa und streckte die Hände nach dem Eimer aus Der Kübel war erstaunlich schwer und bis oben hin mit Wasser gefüllt Will Herondale muss lernen, seine Medizin wie ein Mann zu nehmen Fügte sie hinzu und öffnete die Tür zum Speicher Hinter der Tür führte eine schmale Stiege nach oben Obwohl Tessa den schweren Eimer mit gestreckten Armen vor sich hertrug Schwappte bei jeder Stufe kaltes Wasser auf das Meda ihres Kleides Und bereitete ihr eine Gänsehaut Als sie endlich das obere Ende der Treppe erreicht hatte, war sie nass und außer Atem Will lag in der Mitte des Raums Rücklings und barfuß auf dem Holzboden Eine ganze Reihe schwerer Metalleimer umgab ihn Und die Dielen um ihn herum glänzten feucht Kleine Rinnsale flossen über die Bretter und sammelten sich in den unebenen Vertiefungen des Bodens zu Pfützen Die teilweise rötlich schimmerten, als hätte sich das Wasser mit Blut vermischt Einen Arm halb über das Gesicht gelegt, wälzte sich der junge Schattenjäger ruhelos hin und her Als winde er sich vor Schmerz Als Tessa vorsichtig näher trat, stieß er etwas mit rauer Stimme hervor Etwas, das wie ein Name klang Cecily, glaubte Tessa zu verstehen Ja, es klang tatsächlich danach, als hätte er diesen Namen gemurmelt Will, mit wem redest du? Ach, schon zurück, Sophie? Ich hab dir doch gesagt, wenn du es wagst, noch einen dieser teuflischen Kübel anzuschleppen, dann Hier ist nicht Sophie Ich bin's, Tessa Ein Moment lang lag Will schweigend und reglos da Lediglich seine Brust hob und senkte sich mit jedem Atemzug Er trug nur eine schwarze Hose und ein weißes Hemd, das genauso triefend nass war wie der Holzboden um ihn herum Der Stoff klebte an seiner Haut und seine schwarzen Haare hingen in nassen Strähnen an ihm herab Dann hat man dich heraufgeschickt? Ja, antwortete Tessa, obwohl das nicht ganz der Wahrheit entsprach Will schlug die Augen auf und wandte ihr das Gesicht zu Selbst im Dämmerlicht des Speichers konnte Tessa die leuchtende Farbe seiner Pupillen sehen Na schön, dann lass das Wasser hier und geh Tessa warf einen Blick auf den Eimer Was ist hier eigentlich drin? Ich meine, was genau hab ich dir da gebracht? Das hat man dir nicht gesagt? Das ist Weihwasser, um das herauszuspülen, was ich in mir habe Nun startet Tessa ihn verwundert an Was meinst du? Erinnerst du dich, wie ich heute Abend Dick Quincy in den Arm gebissen habe? Nun ja, dabei habe ich auch ein paar Tropfen seines Bluts geschluckt Keine großen Mengen, aber dazu bedarf es auch nicht viel Wozu? Es bedarf nicht viel, mich in einen Vampir zu verwandeln Bei diesen Worten ließ Tessa beinahe den Kübel fallen Du verwandelst dich in einen Vampir? Will grinste breit und stützte sich auf seinen Ellbogen Kein Grund zur Panik Es dauert Tage, bevor dieser Prozess einsetzt Und selbst dann müsste ich erst einmal sterben Ehe die Verwandlung sich manifestieren könnte Allerdings bewirkte Quincy's Blut Dass ich mich unwiderstehlich zu Vampiren hingezogen fühle In der Hoffnung, dass sie mich zu einem der ihren machen Genau wie ihre Domestiken Und das Weihwasser? Neutralisiert die Wirkung des Bluts Das bedeutet, dass ich es konstant trinken muss Natürlich bereitet es mir Übelkeit Und sorgt dafür, dass ich das Vampirblut und alles andere in mir hervorwürge Bis nichts mehr davon übrig ist Gütiger Gott Bestürzt streckte Tessa ihm den Kübel entgegen Denn sollte ich es dir wohl besser schnellstmöglich geben Ja, das solltest du wohl Will setzte sich auf, nahm den Eimer entgegen Warf einen finsteren Blick auf den Inhalt Und hob den Kübel schließlich widerwillig an die Lippen Nachdem er mehrere Schlucke getrunken hatte Verzog er angewidert das Gesicht Goss sich das restliche Wasser kurzerhand über den Kopf Und schleuderte den leeren Eimer beiseite Das Wasser hatte den Kragen und die Front seines weißen Hemdes Nun völlig durchweicht Wodurch das Gewebe nun transparent wirkte Es klebte an seiner nackten Haut Und ließ die Konturen seines Körpers deutlich hervortreten Das Blut erzeugt einen Fieberanfall Der die Haut förmlich glühen lässt Es gelingt mir nicht, meine Temperatur zu senken Und deshalb hilft das Wasser auch auf diesem Weg Tessa starrte ihn stumm an Als er im dunklen Haus in ihr Zimmer eingedrungen war Hatte sie ihn für den attraktivsten jungen Mann gehalten Dem sie je begegnet war Doch nun schaute sie ihn an Sah ihn auf eine Weise Wie sie noch nie einen Mann betrachtet hatte Auf eine Weise Die ihr das Blut in die Wangen schießen ließ Und ihr die Kehle zuschnürte Und sie wünschte sich nichts sehnlicher Als ihn zu berühren Und dann wollte sie ihre Wange an seine legen Und spüren Wie seine Wimpern über ihre Haut streiften Will Will, ich möchte dich etwas fragen Er schaute zu ihr hoch Das Wasser ließ seine Wimpern zusammenkleben Sodass sie sternenförmige kleine Spitzen bildeten Ja Du verhältst dich oft so Als wäre dir alles egal Tessa hatte das Gefühl Als wäre sie einen steilen Berg hinaufgeklettert Und würde nun auf der anderen Seite bergab stürmen Gegen ihren Willen Und ohne Verschnaufpause Die Schwerkraft zog sie mit sich Und es gab kein Halten mehr Aber Ein jeder hat doch irgendetwas Das ihm nicht gleichgültig ist Das ihm etwas bedeutet, oder? Oder? Wiederholte Will leise Als sie nicht reagierte Stützte er sich mit den Händen Auf dem Boden hinter sich ab Tess Komm her und setz dich zu mir Tessa tat wie ihr geheißen Der Boden war feucht und kalt Aber sie ließ sich auf den unebenen Dielen nieder Und raffte ihre Röcke so um sich Dass nur noch ihre Schuhspitzen Unter dem Saum hervorschauten Dann sah sie Will an Sie saßen einander nun direkt gegenüber Im grauen Morgenlicht erschien sein Profil Kalt und hart Lediglich seine Lippen wirkten weicher Du lachst nie Du tust immer so Als wenn für dich alles ein Witz wäre Aber du lachst nie Nur manchmal, wenn du dich unbeobachtet fühlst Lächelst du vor dich hin Will schwieg einen Moment Und setzte dann fast widerstrebend an Du Du bringst mich zum Lachen Vom ersten Moment an Als du mich mit diesem Krug geschlagen hast Oder als du Gabriel Lightwood angefahren hast Und sogar als du die Quincy In seinen Schranken verwiesen hast Lass mich mal deine Hände sehen, Tessa Tessa hielt ihm ihre Hände entgegen Die Handflächen nach oben Dabei warf sie selbst kaum einen Blick darauf Sie konnte sich einfach nicht von seinem Gesicht losreißen Da klebte ja noch Blut Hier an den Handschuhen Tessa schaute nach unten Er hatte recht Sie trug noch immer Camis weiße Lederhandschuhe Die jedoch mit Blut und Asche beschmiert waren Und an den Fingerspitzen eingerissen Eine Folge ihrer vergeblichen Bemühungen Nades Handfesseln zu lösen Oh Sie versuchte ihre Hände zurückzuziehen Um die Handschuhe abzustreifen Doch Will gab nur ihre linke Hand frei Die rechte hielt er weiterhin leicht am Handgelenk fest Er hatte den Kopf gesenkt Sodass seine feuchten schwarzen Haare nach vorn fielen Und sein Gesicht verdeckten Behutsam strich er mit den Fingerspitzen über den Handschuh Der am Gelenk mit vier Perlmuttknöpfen verschlossen war Als er seine Finger darüber gleiten ließ Sprangen sie auf Und die Kuppe seines Daumens streifte über die nackte Haut An Tessas Handwurzel, unter der ihre blauen Adern schimmerten Die Berührung ließ Tessa heftig zusammenzucken Will Tessa Was willst du von mir? Dann streichelte er erneut die Innenseite ihres Handgelenks Was seltsame, elektrisierende, wundervolle Impulse durch ihre Haut und Nerven jagte Ich, ich möchte dich verstehen Er hob den Kopf und betrachtete sie durch seine langen Wimpern Ist das wirklich erforderlich? Fragte Will leise Und streifte mit einer raschen geschickten Bewegung den Handschuh von ihrer Hand Die kühle Luft des Speichers traf schlagartig auf die nackte Haut ihrer Finger Und ein Schauer jagte durch Tessas Körper Als stünde sie plötzlich vollkommen nackt in der Kälte Ist dir kalt? Will verschränkte seine Finger mit ihren Und presste ihre Hand an seine Wange Deren fiebrige Hitze Tessa bestürzt zusammenzucken ließ Tess, murmelte er Und seine Stimme klang vor Verlangen rau und sanft zugleich Und Tessa beugte sich zu ihm vor Schwankend wie ein Baum mit schneebeladenen Zweigen Ihr ganzer Körper schmerzte, sehnte sich Sie war sich Wills Körper auf eine Weise bewusst Wie sie noch nie zuvor etwas anderes oder jemand anderen wahrgenommen hatte Und als er sich langsam vorbeugte und sanft mit den Lippen über ihren Mund streifte Griff sie nach ihm und hielt sich an ihm fest Als würde sie sonst ertrinken Einen Moment lang pressten sich ihre Lippen heiß aufeinander Und Will schob seine freie Hand in ihre Haare Und als er schließlich die Arme um sie schlang Und sie abrupt fest an sich zog Gegen den Widerstand ihres Kleides, dessen Saum sich in den Dielenbrettern verfangen hatte Rang Tessa nach Atem Behutsam legte sie ihm die Hände um den Hals Der sich glühend heiß anfühlte Durch das dünne, feuchte Gewebe seines Hemdes konnte sie die Muskeln spüren Und dann, ohne jede Vorwarnung, stieß er Tessa so hart von sich Dass sie fast rückwärts umfiel und sich nur knapp auffangen konnte Die Hände auf den Boden hinter sich gestützt Verwirrt starrte sie ihn an Will hockte auf den Knien Seine Brust hob und senkte sich so heftig Als wäre er unglaublich schnell und weit gelaufen Er war kreidebleich Bis auf zwei fiebrige Flecken auf seinen Wangen Ich kann nicht Seine zu Fäusten geballten Hände lagen eng am Körper und bebten Tessa, ich denke, du solltest jetzt besser gehen Gehen? Tessas Gedanken überschlugen sich Sie hatte das Gefühl, als hätte sie an einem sicheren, warmen Ort verweilt Und würde nun in eine dunkle, eisige Ödnis verstoßen Ich, ich hätte nicht so kühn sein dürfen Es tut mir leid Ein gequälter Ausdruck zuckte über sein Gesicht Als würde er einen starken Schmerz empfinden Großer Gott Tessa Die Worte kamen nur mühsam über seine Lippen Bitte geh Du kannst jetzt nicht hierbleiben Es geht nicht Will, bitte Nein Schnell wandte er das Gesicht ab und heftete seinen Blick auf den Boden Morgen Morgen werde ich dir alles erklären Dir alles sagen, was du wissen willst Aber jetzt lass mich bitte allein, Tessa Ich bitte dich Begreifst du denn nicht? Ich flehe dich an, bitte Bitte geh Wie du wünschst Langsam richtete Tessa sich auf Ihr Kleid hing kalt und feucht und schwer an ihr herab Und ihre Schuhe rutschten fast auf den nassen Dielen aus Will rührte sich nicht Er kniete weiterhin auf den Boden Den Blick starr nach unten gerichtet Mit hoch erhobenem Kopf durchquerte Tessa den Speicher Und stieg die Treppe hinab Ohne sich noch einmal umzusehen Am nächsten Tag erwachte Tessa, als Sophie die Lampe an ihrem Nachttisch anzündete Stöhnend rollte sie sich auf die Seite und bedeckte ihre geblendeten Augen Nein, nicht noch einmal umdrehen, Miss Sie haben schon den ganzen Tag verschlafen Es ist bereits nach acht und Mrs. Branwell sagte, ich solle sie jetzt wecken Nach acht? Abends? Tessa schlug die Bettdecke zurück, setzte sich auf und musterte Sophie ängstlich Mein Bruder ist der Sophies Lächeln verblasste Sein Zustand hat sich nicht verschlimmert Aber ehrlich gesagt auch nicht verbessert Nur mit Mühe brachte Tessa den Tee und die Sandwiches hinunter, die Sophie ihr gebracht hatte Und kaum hatte Sophie ihr beim Ankleiden geholfen, führte ihr Weg sie auch schon zu Nate Leise klopfte sie an Als sie keine Antwort erhielt, drehte sie den Knauf und öffnete die Tür Die Vorhänge waren zurückgezogen und das schwache Licht der Abenddämmerung fiel in den Raum Tessa sah, dass ihr Bruder gegen einen Berg von Kissen lehnte und schlief Ein Arm lag quer über der Stirn und seine Wangen zeigten fiebrige Flecken Aber er war nicht allein Am Kopf des Betts saß Jessamine in einem Sessel Ein Buch aufgeschlagen auf dem Schoß Sie erwiderte Tessas überraschte Miene mit einem kühlen, beherrschten Blick Ich, setzte Tessa an, fing sich dann aber Was tust du hier? Ich dachte, ich könnte deinem Bruder ein Weilchen vorlesen Alle anderen haben fast den ganzen Tag geschlafen und er wurde sträflich vernachlässigt Nur Sophie hat ab und zu nach ihm gesehen Und mit ihr kann man nun wirklich keine anständige Unterhaltung führen Nate ist bewusstlos, Jessamine Er will gar keine Unterhaltung Da wäre ich mir nicht so sicher Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass Kranke alles hören können, was man sagt Selbst wenn sie ziemlich bewusstlos oder gar tot sind Er ist auch nicht tot Natürlich nicht Jessamine warf Nathaniel einen langen, sehnsüchtigen Blick zu Außerdem ist er viel zu hübsch zum Sterben Jessamine, er ist nicht einmal bei Bewusstsein Er wird sich erholen Und dann wird er wissen, dass ich diejenige bin, die ihn gesund gepflegt Männer verlieben sich immer in die Frau, die sie wieder gesund gepflegt hat Als sie Tessas entsetzten Blick bemerkte, zog sie eine finstere Miene Was ist los? Bin ich für deinen teuren Bruder etwa nicht gut genug? Übrigens wünscht Charlotte dich zu sprechen im Salon Sie hat mich gebeten, dir das mitzuteilen Und wegen Nathaniel brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen Ich überprüfe seine Temperatur alle Viertelstunde Und lege ihm außerdem kalte Kompressen auf die Stirn Tessa war sich nicht sicher, wie viel sie davon glauben sollte Aber da Jessamine keine Anstalten machte, den Platz an Nathaniels Seite zu räumen Und die ganze Angelegenheit kaum einen Streit wert schien Stieß sie ein empörtes Schnauben aus und marschierte aus dem Zimmer Die Tür zum Salon war nur angelehnt Und Tessa konnte schon beim Näherkommen erhobene Stimmen hören Sie zögerte einen Moment und wollte gerade anklopfen, als ihr Name fiel Abrupt hielt sie inne Das hier ist nicht irgendeines von Londons Hospitälern Tessas Bruder sollte nicht im Institut sein Wills Stimme klang laut und aufgebracht Er ist kein Schattenwäldler, sondern nur ein dummer, korrupter, irdischer Der sich auf eine Sache eingelassen hat, die ihm über den Kopf gewachsen ist Mordmann hat behauptet, Nathaniel hätte für die Quincy gearbeitet Gab eine andere ruhige, logische Stimme zu bedenken Jam Vielleicht weiß er ja etwas über de Quincy's Pläne, die Automaten, diese ganze Magistergeschichte Immerhin wollte de Quincy ihn töten Möglicherweise, weil Nathaniel etwas weiß, was er nicht wissen dürfte Es entstand eine lange Pause Dann sagte Bill In diesem Fall sollten wir die stillen Brüder noch einmal einschalten Sie können seinen Verstand durchforsten und sehen, ob sie irgendwas finden Dann brauchen wir nicht darauf zu warten, dass er wieder aufwacht Du weißt ganz genau, dass diese Untersuchungen bei irdischen mit großen Schwierigkeiten verbunden sind Bruder Enoch hat bereits gesagt, dass das Fieber bei Mr. Gray Halluzinationen hervorgerufen hat Es wird ihm nicht möglich sein, zu unterscheiden, welche Dinge im Gehirn des jungen Mannes der Wahrheit entsprechen Und was nur ein Fieberwahn ist Jedenfalls nicht ohne seinen Verstand ernsthaft und womöglich bleibend zu schädigen Will Ich weiß, du bist über den Verlauf der letzten Nacht verärgert De Quincy's Flucht wirft kein gutes Licht auf uns Es war mein Plan, den ich der Brigade aufgedrängt habe Und nun wird man mir die Schuld geben Tessa hatte genug gehört Wütend stieß sie die Tür auf und marschierte in den Salon Der Raum wurde nur vom warmen Schein des Feuers im offenen Kamin erhellt Durch die glänzenden Fensterscheiben fiel lediglich das schwache Restlicht der Abenddämmerung herein Charlotte saß hinter dem großen Schreibtisch mit Jem in einem Sessel an ihrer Seite Will lehnte am Kamin Sims Sein Gesicht war vor Verärgerung rot angelaufen Ein Moment lang trafen sich Tessas und sein Blick Aus dem größte Überraschung sprach Die Rötung seines Gesichts vertiefte sich Darf ich wohl annehmen, dass du uns belauscht hast? Und nun bist du hier, um mir ordentlich die Meinung zu sagen, stimmt's? Wenigstens habe ich noch eine Meinung, die ich dir sagen kann Was für Nathaniel nicht mehr lange gilt, wenn es nach dir ginge Charlotte, ich werde nicht zulassen, dass Bruder Enoch in Nades Verstand herumwühlt Charlotte nickte Sie wirkte erschöpft Ihre Gesichtshaut schimmerte fast grau Ihre Lieder waren schwer vor Müdigkeit Und Tessa fragte sich, ob sie überhaupt eine Minute geschlafen hatte Sei versichert Wir werden eine erneute Befragung erst dann in Erwägung ziehen Wenn dein Bruder wieder vollständig zu Kräften gekommen ist Und was passiert, wenn er wochenlang krank ist oder gar Monate? Hakte Will nach Möglicherweise haben wir nicht so viel Zeit Wieso nicht? Was ist so furchtbar dringend, dass du dafür das Leben meines Bruders aufs Spiel setzen musst? Wills Augen erinnerten an schmale blaue Glasscherben Das Einzige, was dich interessiert hat, war die Suche nach deinem Bruder Und jetzt hast du ihn gefunden Schön für dich Aber das ist nie unser Ziel gewesen Dessen bist du dir doch hoffentlich bewusst, oder? Was Will zu sagen versucht, mischte Jem sich hasstig ein, ist folgendes Der Quincy hat gesagt, dein Bruder sei jemand, dem er vertraut habe Und nun ist der Quincy verschwunden und wir haben keine Ahnung, wo er sich versteckt halten könnte Aus den Unterlagen, die wir in seinem Büro gefunden haben, geht hervor, dass er in naher Zukunft mit einem Krieg zwischen Schattenwäldlern und Schattenjägern rechnete Ein Krieg, in dem seine Clockwerk-Kreaturen zweifellos eine überaus wichtige Rolle spielen Nun verstehst du sicher, warum wir unbedingt wissen wollen, wo er steckt Und was dein Bruder vielleicht sonst noch alles weiß Vielleicht wollt ihr ja all diese Dinge wissen Aber das ist nicht mein Krieg Ich bin keine Schattenjägerin In der Tat, glaub ja nicht, dass wir uns dessen nicht bewusst wären Halt den Mund, Will Wies Charlotte ihn in einem Ton zurecht, der deutlich mehr schärfer als üblich enthielt Dann wandte sie sich erneut an Tessa mit einem flehentlichen Blick in den braunen Augen Wir vertrauen dir, Tessa Und du musst uns auch vertrauen Nein, nein, das kann ich nicht Ihr habt mich benutzt, genau wie die dunklen Schwestern Und bei der erstbesten Gelegenheit, als nämlich Lady Bell Q auftauchte und ihr mich gebrauchen konntet Habt ihr mich dazu aufgefordert, meine Fähigkeit einzusetzen Ganz gleich, wie gefährlich dieses Unterfangen auch sein mochte Ihr tut so, als hätte ich eine besondere Verantwortung gegenüber eurer Welt, euren Gesetzen und eurem Abkommen Aber es ist nicht mein Fehler, wenn ihr schlechte Arbeit leistet Ihr redet die ganze Zeit über nichts anderes als über Schattenwäldler Und dass ihr sie nicht hasst Aber das sind nur Lippenbekenntnisse Nichts als schöne Worte, die ihr nicht wirklich meint Und was die Irdischen betrifft Habt ihr je darüber nachgedacht, dass ihr sie vielleicht besser beschützen könntet Wenn sie euch nicht derart zuwider wären? Tessa Doch Tessa tastete bereits nach dem Türknauf und riss die Tür auf Erst in letzter Sekunde, schon auf der Schwelle Drehte sie sich noch einmal zu den anderen um, die sie stumm anschauten Haltet euch von meinem Bruder fern und wagt es nicht, mir zu folgen Wütend stieg Tessa die schmale Wendeltreppe hinunter, die durch die Geschosse des Instituts Führte, durchquerte das Mittelschiff der Kirche und trat schließlich auf die breiten Stufen des Kirchenportals hinaus Sie hockte sich auf die oberste Marmorstufe und schlang in der unerwartet kalten Brise zitternd die Arme um den Körper Der Mond tauchte immer wieder hinter jagenden Wolkenfetzen hervor und warf sein fahles Licht auf das gewaltige Eisentor Ich weiß, was du gerade denkst Die Stimme, die vom Kirchenportal zu Tessa drang, war so leise, dass man sie fast für das Rascheln der Blätter im Wind hätte halten können Tessa drehte sich um Cem stand im hohen Bogen des Portals Das glaube ich kaum Du denkst gerade, wenn man diese Abscheulichkeit hier als Sommer bezeichnet, wie muss dann erst der Winter sein? Aber du wärst überrascht, der Winter ist im Grunde nicht viel anders als der Sommer Cem löste sich von der Tür und setzte sich zu Tessa auf die Stufe Ich weiß, du hast gesagt, wir sollten dir nicht folgen, aber irgendwie hege ich die Hoffnung, dass du damit nur Will gemeint hast Stimmt Tessa wandte sich Cem zu und sah ihn an Ich hätte da drinnen nicht so herumbrüllen dürfen Nein, nein, du hast vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast Ich... ich habe nur manchmal das Gefühl, als könnte ich es nicht länger ertragen Einfach alles hier und ich wünschte, ich hätte nie erfahren, wer ich bin Ich wünschte, Nate wäre zu Hause geblieben und all das hier wäre nie passiert Manchmal ändert sich unser Leben so schnell, dass die Veränderung unser Herz und unseren Verstand weit hinter sich lässt Allerdings kann ich dir aus eigener Erfahrung versichern, dass man sich daran gewöhnt Man lernt, sein neues Leben zu führen Und irgendwann kann man sich gar nicht mehr vorstellen oder daran erinnern, wie es früher gewesen ist Das, was ich da drinnen gesagt habe, habe ich nicht ernst gemeint Ich halte die Nephilim nicht für so schrecklich Ich weiß, dass du es nicht ernst gemeint hast Denn sonst wärst du jetzt nicht hier, sondern an der Seite deines Bruders und würdest ihn vor unseren unheilvollen Absichten schützen Will hat das, was er gesagt hat, auch nicht wirklich gemeint Ah, Jem schaute mit einem nachdenklichen Blick in Richtung Eisenthor Du hast recht Aber ich bin überrascht, dass du es weißt Es hat mich Jahre gekostet, Will verstehen zu lernen Zu lernen, wann er etwas ernsthaft meint und wann nicht Dann bist du ihm also nie richtig böse? Jem lachte laut Das würde ich nur nicht gerade behaupten Manchmal möchte ich ihn am liebsten erwürgen Und wie um alles in der Welt hältst du dich davon ab? Ich gehe einfach zu meinem Lieblingsort in London Und dort stehe ich einfach nur da, schaue aufs Wasser Und denke daran, dass ich Will, wenn ich es wirklich wollte, jederzeit im Schlaf töten könnte Und schon geht es mir besser Tessa kicherte Und wo ist dieser Ort? Einen Moment lang zögerte Jem Dann sprang er federnd auf die Füße und streckte Tessa die Hand entgegen Komm, ich werde ihn dir zeigen Als Tessa durch das Eisenthor des Instituts trat Kam sie sich ein wenig vor wie Dornröschen Das zum ersten Mal das von einer hohen Hecke umgebene Schloss verlässt Das Institutsgelände lag in der Mitte eines Platzes Von dem aus Straßen in alle vier Himmelsrichtungen fortführten Und sich im engen Labyrinth der angrenzenden Häuser verloren Tessa erinnerte sich an das Chaos auf Londons Straßen bei Tag Und stellte erleichtert fest, wie viel ruhiger es hier am Abend zuging Die dicht gedrängte Menge hatte ein paar vereinzelten Gestalten Platz gemacht Die mit gesenktem Kopf über die Gehwege eilten Hin und wieder konnte sie den hohen Turm des Instituts zwischen den Gebäuden erkennen Und sie fragte sich, ob er wohl auch für andere Leute sichtbar war Sie fragte Cem danach Warte, ich möchte dir etwas zeigen Erwiderte er Bleib genau hier stehen Behutsam nahm er Tessa am Ellbogen und drehte sie ein wenig Sodass sie in Richtung der gegenüberliegenden Straßenseite schaute Dann deutete er hinüber Was siehst du dort? Tessa sperrte über die Straße Sie befanden sich in der Nähe der Kreuzung von Fleet Street und Chancery Lane Und sie konnte nichts Ungewöhnliches erkennen Die Front eines Bankgebäudes Was soll da sonst noch zu sehen sein? So, und nun lass deine Gedanken ein wenig schweifen Sieh einfach ein Stückchen weiter Dann schau aus den Augenwinkeln zur Bank zurück Und jetzt sie genau hin Direkt und sehr schnell Tessa tat, wie ihr geheißen Und starrte ungläubig über die Straße Die Bank war verschwunden Und an ihrer Stelle stand ein Fachwerkhaus Eine Schenke mit großen bleiverglasten Fenstern Durch die rautenförmigen Scheiben Und die weit geöffnete Eingangstür Fiel rötliches Licht auf den Gehweg Hinter den Fenstern Bewegten sich dunkle Schatten Durch den verqualmten Schankraum Allerdings nicht die vertrauten Gestalten von Frauen und Männern Sondern Schatten Die zu groß und dünn Zu seltsam geformt Oder zu vielarmig für Menschen waren Immer wieder übertönte lautes Gelächter Eine hohe, sehnsüchtige, schwermütige Musik Die beklemmend und betörend zugleich klang Über der Eingangstür hing ein Schild Auf dem ein Mann zu sehen war Der einem gehörnten Dämon mit einer Zange in die Nase kniff Und darunter stand The Devil Tavern Das ist das Gasthaus, in dem Will vor ein paar Tagen eingekehrt ist Überlegte Tessa Und schaute zu Jem, der seinen Blick fest auf die Schenke geheftet hatte Sein Atem ging ruhig und leicht Und in seinen silberhellen Augen Spiegelte sich das rote Licht Wie ein Sonnenuntergang über dem Meer Ist das dein Lieblingsort? Fragte Tessa leise Sofort verschwand der angespannte Ausdruck aus seinen Augen Grundgütiger nein! Protestierte er lachend Dann schaute er zum Mond hoch Und ein Schatten huschte über sein Gesicht Es ist spät geworden Wir sollten uns besser beeilen Sie liesten das Straßengewill hinter sich Und betraten kurz darauf die Blackfriars Bridge Das ist mein Lieblingsort in London Die Brücke überspannte die Thämse Mit mehreren niedrigen Granitbögen Und die Brüstung war dunkelrot gestrichen Und mit goldenen und scharlachroten Akzenten versehen Die im Mondlicht schimmerten Eigentlich wirkte sie ganz hübsch Wenn ich direkt daneben diese Eisenbahnbrücke verliefe Ein unansehnliches Gitterwerk aus Eisenverstrebungen Das sich hinüber zum anderen Flussufer erstreckte Ich weiß, was du gerade denkst Du sagst dir gerade Diese Eisenbahnbrücke Einfach scheußlich Aber das bedeutet auch Dass sich nur selten Spaziergänger hierher verirren Um die Aussicht zu bewundern Langsam schlenderten sie zur Mitte der Brücke Wo Tessa sich gegen die Brüstung lehnte Und über das Wasser schaute Die Thämse schimmerte schwarz im Mondlicht Und die Stadt erstreckte sich auf beiden Uferseiten Bis zum Horizont Ein riesiges Häusermeer Aus dem sich wie ein weißes Gespenst Die mächtige Kuppel der St. Paul's Cathedral erhob Über allem lag ein leichter Nebel Der mit seinem Schleier Die harten Konturen Londons etwas milderte Jem lehnte seitlich an der Brüstung Den Blick auf Tessa gerichtet Dennoch schien er mit seinen Gedanken weit entfernt Während er sinnend mit den Fingern Auf den Jadeknauf seines Spazierstocks trommelte Tessa nutzte seine geistige Abwesenheit Um ihn in Ruhe zu betrachten Und seine eigentümliche Schönheit Im Mondlicht still zu bewundern Jem schien nur aus Silber und Asche zu bestehen Völlig anders als Will mit seinen kräftigen Farben Blau, Schwarz und Gold Schließlich fasste sie sich ein Herz Und stellte Jem eine Frage Die ihr schon lange auf der Seele brannte Letztens, als Will in dein Zimmer gekommen ist Da hat er gesagt, er hätte die ganze Nacht getrunken Doch später dann, als du, ähm, als du Da schien er schlagartig nüchtern zu werden Aber ich habe meinen Bruder oft genug betrunken erlebt Um genau zu wissen, dass ein Vollrausch Nicht von einer Sekunde auf die nächste verschwindet Außerdem hat Will überhaupt nicht nach Alkohol gerochen Und am nächsten Morgen auch keinen Kater gehabt Aber warum sollte er lügen Und behaupten, er wäre betrunken Wenn das gar nicht stimmt Jem seufzte Und genau das ist das ewige Rätsel namens Will Herondale Ich habe mir früher genau die gleichen Fragen gestellt Wie kann jemand so viel trinken Wie er von sich behauptet Und diesen Alkoholkonsum problemlos überleben Ganz zu schweigen davon In seinem Zustand noch so exzellent zu kämpfen Wie es bei ihm der Fall ist Also bin ich ihm eines Abends nachgegangen Er verließ das Haus unter dem Vorwand Er hätte ein Rendezvous mit irgendeiner Dame Und ich habe mich an seine Fersen geheftet Will ist die ganze Nacht durch London gestreift Er ist nicht ein einziges Mal stehen geblieben Und hat mit niemandem gesprochen Es war fast, als würde man einem Gespenst folgen Am nächsten Morgen hat er uns irgendeine Geschichte Von seinen angeblichen Abenteuern aufgetischt Aber ich habe ihn nicht zur Rede gestellt Wenn er mich zu belügen wünscht Wird er seine Gründe dafür haben Er belügt dich und dennoch vertraust du ihm? Ja, ich vertraue ihm Will schwindelt ständig Er erfindet andauernd irgendeine Geschichte Die ihn in einem besonders üblen Licht dastehen lässt Und hat er dir erzählt, was mit seinen Eltern passiert ist? Sei es nun eine Lüge oder die Wahrheit? Nein, nicht ausführlich Nur in Teilen Ich weiß, dass sein Vater die Nephilim verlassen hat Noch vor Wills Geburt Er hatte sich wohl in eine irdische verliebt Und als der Rat es ablehnte, sie ebenfalls zu Nephilim zu machen Verließ er die Schattenjägergemeinschaft Und zog mit ihr an einen entlegenen Ort in Wales Wo die beiden offensichtlich glaubten, dass man sie in Ruhe lassen würde Doch der Rat schäumte vor Wut Wills Mutter war eine irdische? Bedeutet das, dass er nur ein Halb-Nephilim ist? Das Blut der Nephilim ist dominant Aus diesem Grund wurden auch drei Regeln für diejenigen aufgestellt Die die Schattenjägergemeinschaft verlassen Erstens Man muss jeglichen Kontakt zu allen Schattenjägern abbrechen Selbst zu Freunden und engsten Verwandten Diese dürfen nie wieder mit dem Betreffenden ein Wort wechseln Und umgekehrt Zweitens Man kann den Rat nie wieder um Hilfe bitten Ganz gleich, in welcher Gefahr man auch schweben mag Und drittens Selbst wenn ein Nephilim die Schattenjägergemeinschaft verlässt Können sie immer noch Anspruch auf seine Kinder erheben Alle sechs Jahre sucht ein Abgesandter der Schattenjägergemeinschaft die Familie auf Bis zum 18. Geburtstag des Jungen oder Mädchens Und dann fragt er das Kind, ob es seine Familie verlassen und zu den Nephilim kommen möchte Und Will hat eingewilligt? Er hat sich trotzdem den Schattenjägern angeschlossen? Nein, er hat das Angebot abgelehnt Zweimal hat er sich geweigert Und dann, eines Tages Will muss etwas älter als zwölf gewesen sein Klopfte es an der Institutstür und Charlotte öffnete, um nachzusehen, wer die Schattenjäger zu sprechen wünschte Ich glaube, sie war damals gerade 18 geworden Und vor ihr stand Will Charlotte erzählte mir, dass er von Kopf bis Fuß mit Staub und Dreck bespritzt war Als hätte er mehrere Nächte im Straßengraben geschlafen Und er sagte Ich bin ein Schattenjäger Einer von euch Ihr müsst mich einlassen Ich kann sonst nirgendwo hin Aber ich verstehe das nicht Seine Eltern Sie sind doch tot, oder? Sonst hätten sie doch bestimmt nach ihm gesucht Das haben sie auch Ein paar Wochen nach Wills Ankunft sind seine Eltern ihm gefolgt Sie haben gegen die Institutstür gehämmert und ihn zu sprechen verlangt Daraufhin ist Charlotte in Wills Zimmer gegangen, um ihn zu fragen, ob er sie sehen wolle Doch er hatte sich unter seinem Bett verkrochen Sich mit beiden Händen die Ohren zugehalten Und ließ sich durch nichts dazu bewegen, hervorzukommen Er wollte sie auf keinen Fall sehen Ich glaube, dass Charlotte nach einer Weile aufgegeben hat Wieder nach unten gegangen ist und seine Eltern fortgeschickt hat Vielleicht sind sie aber auch freiwillig gegangen Ich bin mir nicht ganz sicher Will hatte sich entschieden, den Schattenjägern beizutreten Nachdem er einmal diese Entscheidung getroffen hatte Konnten sie keinerlei Ansprüche mehr auf ihn geltend machen Und du hast ihn nie gefragt, warum er nicht mit seinen Eltern reden wollte? Wenn er gewollt hätte, dass ich es erfahre, hätte er es mir erzählt Jams Blick streifte an Tessa vorbei Dann runzelte er die Stirn Ein wenig spät für einen Spaziergang oder nicht? Tessa folgte seinem Blick und entdeckte zwei schemenhafte Gestalten Ein Mann und eine Frau, die über die Brücke auf sie zukamen Der Mann trug einen typischen Filzhut der Arbeiterklasse Und einen dunklen Wollmantel Die Frau hatte sich bei ihm untergehakt und ihm das Gesicht zugewandt Vermutlich denken sie dasselbe von uns Überlegte Tessa und schaute zu Cem hoch Und was ist mit dir? Bist du auch zum Institut gekommen, weil du sonst nirgendwo hinkonntest? Warum bist du nicht in Shanghai geblieben? Meine Eltern haben das dortige Institut geleitet Aber sie wurden von einem Dämon getötet Er, es trug den Namen Jan-Luo Nach ihrem Tod hielten es alle für das Beste, dass ich das Land verließ Falls der Dämon oder seine Kohorten es auch auf mich abgesehen hatten Aber warum bist du hierher gekommen? Nach England? Mein Vater war Engländer Ich war der englischen Sprache mächtig Es schien das Vernünftigste Am anderen Ende der Brücke waren die beiden Spaziergänger inzwischen an die Brüstung getreten Der Mann zeigte auf irgendwelche Besonderheiten der Eisenbahnbrücke Während die Frau aufmerksam nickte Ich denke, wir sollten zum Institut zurückgehen Die anderen machen sich bestimmt schon Sorgen Cem bot Tessa seinen Arm an und wollte sich gerade in Bewegung setzen, als er abrupt innehielt Die beiden Spaziergänger befanden sich plötzlich direkt vor ihnen und versperrten ihnen den Weg Obwohl sie sich sehr rasch bewegt haben mussten, um das andere Ende der Brücke so schnell zu erreichen Standen sie vollkommen reglos da Jems Griff um Tessas Arm verstärkte sich Während er mit der anderen den Spazierstock, den er mit sich führte, fester umschloss Aber seine Stimme klang neutral, als er sich an das Paar warnte Guten Abend, können wir Ihnen irgendwie behilflich sein? Tessa schaute sich um, doch die Brücke lag vollkommen verlassen da Und auch am Ufer war niemand zu sehen London wirkte unter dem bleichen, verschwommenen Mond wie ausgestorben Verzeihung, aber ich wäre Ihnen wirklich sehr verbunden, wenn Sie mich und meine Begleiterin passieren ließen sagte Cem höflich und ging einen Schritt vor, Tessa hinter sich Sie standen nun so dicht vor dem schweigsamen Paar, dass Tessa im Schein des Monds der in diesem Moment hinter den Wolken hervorkam und die Brücke in silbernes Licht tauchte das Gesicht des Mannes sofort wiedererkannte Die wirren Haare, die breite, einst gebrochene Nase, das narbige Kinn und vor allem die hervortretenden Augen Die gleichen Augen wie die der Frau neben ihm, welche Tessa nun mit einem leeren Blick anstarrte der sie auf erschreckende Weise an Miranda erinnerte Aber du bist doch tot Will hat dich getötet Ich habe deinen Leichnam gesehen, dachte Tessa fassungslos und flüsterte Cem zu Das ist der Kutscher, er gehört zu den dunklen Schwestern Der Kutscher lachte leise Ich gehöre dem Magister Solange die dunklen Schwestern in seinen Diensten standen, habe ich ihnen gehört Doch nun diene ich ihm Cem hatte sich kerzengerade aufgerichtet und stand vollkommen reglos da Wer sind sie? Warum verfolgen sie uns? Der Magister hat uns befohlen, euch zu folgen Du bist ein Nephilim Und die Nephilim sind für die Zerstörung seines Hauses und für die Vernichtung seines Volkes verantwortlich Wir sind hier, um euch eine Kriegserklärung zu überreichen Und wir sind wegen des Mädchens hier Er heftete seinen starren Blick auf Tessa Sie ist das Eigentum des Magisters und er wird sie zurückbekommen Der Magister? Sagte Cem gedehnt und seine Augen glitzerten silbern im Mondlicht Meinst du damit der Quincy? Der Name, den ihr ihm gebt, spielt keine Rolle Er hat uns aufgetragen, eine Nachricht zu überbringen Und diese Nachricht lautet Krieg Jams Griff um den Knauf seines Spazierstocks verstärkte sich ein weiteres Mal Ihr dient de Quincy Seid aber selbst keine Vampire Was seid ihr dann? Die Frau neben dem Mann stieß ein seltsames Seufzen aus Wie der hohe Pfeifton einer Lokomotive Hütet euch, Nephilim So wie ihr andere richtet, so werdet auch ihr gerichtet werden Euer Engel kann euch nicht vor dem schützen, das weder Gott noch der Teufel schuf Tessa wollte sich gerade an Cem wenden, als dieser bereits reagierte Seine Hand mit dem schweren Spazierstock machte eine pfeilschnelle Bewegung Dann erfolgte ein Aufblitzen und eine rasiermesserscharfe schimmernde Klinge schoss aus dem unteren Ende des Stocks hervor Mit einer geschmeidigen Körperdrehung schwang Cem die Waffe nach vorn Und hieb sie dem Kutscher quer über die Brust, der daraufhin überrascht rückwärts taumelte Und ein hohes, sirrendes Pfeifen von sich gab Bestürzt hielt Tessa die Luft an In der Brust des Kutschers klaffte eine breite Wunde Doch unter dem aufgeschlitzten Hemd kam weder Haut noch Blut zum Vorschein Sondern nur glänzendes Metall, das durch Jems Klinge eine tiefe Kerbe erlitten hatte Cem zog seine Waffe zurück und stieß ein Schnauben aus Habe ich's doch gewusst Der Kutscher knurrte und zog ein langes Fleischermesser aus dem Mantel Während die Frau nun ebenfalls zum Leben erwachte Und mit ausgestreckten nackten Händen auf Tessa zu marschierte Ihre Bewegungen waren abgehackt, ruckartig, aber sehr, sehr schnell Viel schneller als Tessa erwartet hätte Sie steuerte unbeirrt auf Tessa zu Mit ausdrucksloser Miene und leicht geöffneten Mund Entsetzt wich Tessa zurück Bis sie mit dem Rücken gegen die Brüstung stieß Hilfesuchend schaute sie sich nach Cem um Der jedoch gerade vom Kutsche attackiert wurde Mit blitzschnellen Bewegungen ließ Cem seine Klinge auf den Mann herabsausen Doch dies schien den Angreifer, dessen Mantel und Hemd nun in Fetzen an ihm herabhingen Und den Metallkorpus deutlich erkennen ließen, nicht besonders zu behindern Inzwischen versuchte die Frau, Tessa zu packen Es gelang ihr jedoch, rasch zur Seite auszuweichen Woraufhin die Frau ungebremst nach vorne schoss Und mit voller Wucht gegen die Granitbrüstung prallte Doch offenbar war sie genauso schmerzunempfindlich wie der Kutscher Denn sie rappelte sich steif auf, drehte sich um und steuerte erneut auf Tessa zu Der Aufprall hatte allerdings ihren linken Arm beschädigt Er hing schlaff an ihrem Körper herab, während sie mit der rechten ausholte Und mit steif gespreizten Fingern Tessas Handgelenk zu fassen bekam Ihr Griff war so fest, dass Tessa vor Schmerz aufschrie, als sie die feinen Knochen in ihrem Gelenk knirschen spürte Wütend schlug sie auf die Hand ein, die sie festhielt Und grub ihre Finger tief in die schlüpfrige, weiche Haut der Frau Doch das Gewebe löste sich wie die Schale einer Frucht Und Tessas Fingernägel kratzten so heftig über das darunterliegende Metall Dass sie ein Schauer über den Rücken jagte Verzweifelt versuchte sie, ihr Gelenk aus der Umklammerung zu befreien Doch das führte nur dazu, dass die Frau sie auf sich zuzog Aus deren Kehle nun ein sirrendes, klickendes Geräusch aufstieg Panisch holte Tessa mit dem Fuß aus Im selben Moment ertönte das laute Klirren von Metall auf Metall Jams Klinge blitzte auf, sauste herab Und durchtrennte den Ellbogen der Frau mit einem klaren Schnitt Plötzlich befreit taumelte Tessa rückwärts Während die abgehackte Hand von ihrem Gelenk abfiel Und vor ihren Füßen auf dem Boden auftraf Gleichzeitig wirbelte die Frau zu Jem herum Und ruckelte sirrend und klickend auf ihn zu Jem holte aus und versetzte der Frau einen heftigen Schlag Mit dem Knauf seines Spazierstocks, wodurch sie einen Schritt zurückgeworfen wurde Dann trieb er sie mit weiteren Schlägen rückwärts Bis sie so hart gegen das Brückengeländer stieß Dass sie das Gleichgewicht verlor Ohne einen einzigen Ton von sich zu geben Stürzte sie über die Brüstung hinab in den Fluss Tessa wirbelte erneut herum Jem stand ein paar Schritte entfernt Sein Atem ging schwer Und Blut lief aus einer Schnittwunde an seiner Schläfe Aber ansonsten schien er unversehrt Er hielt seine Waffe locker in einer Hand Und starrte auf den dunklen, buckligen Korpus Der sich vor seinen Füßen wandt Erst bei näherem Hinsehen erkannte Tessa Dass es sich um den zuckenden Rumpf des Kutschers handelte Dessen Metallflächen zwischen den zerfetzten Kleidungsstücken hervorschimmerten Sein Kopf war sauber abgetrennt Und eine schwarze, ölige Flüssigkeit strömte pulsierend aus seinem Halsstumpf Und er goss sich über den Brückenbelag Jem zitterte Zögernd berührte Tessa ihn am Arm Alles in Ordnung? Das sollte ich dich fragen Jem schenkte ihr ein mattes Lächeln und schauderte dann leicht Diese mechanischen Dinger werden langsam wirklich lästig Diese Kreaturen Plötzlich verstummte er und schaute an Tessa vorbei Am südlichen Brückenende war mindestens ein halbes Dutzend weiterer Clockwerk-Kreaturen aufgetaucht Und marschierte nun mit staccatoartigen Schritten auf sie zu Trotz der ruckartigen Bewegungen kamen sie erschreckend schnell näher Und hatten einen Moment später bereits ein Drittel der Brückenlänge zurückgelegt Entschlossen drückte Jem auf einen Knopf an seinem Spazierstock Woraufhin die Klinge mit einem lauten Klick im Schaft verschwand Dann packte er Tessas Hand und stieß atemlos hervor Lauf! Und dann rannten sie los Wobei Tessa nur ein einziges Mal einen entsetzten Blick über die Schulter warf Die Kreaturen waren inzwischen bis zur Brückenmitte vorgedrungen Und stürmten mit zunehmender Geschwindigkeit auf sie zu Es handelte sich ausschließlich um männliche Gestalten Die alle dieselben Filzhüte und dunklen Wollmäntel wie der Kutscher trugen Ihre Gesichter glänzten im Mondlicht Endlich erreichten die beiden Flüchtenden den Treppenaufgang am Ende der Brücke Und während sie die Stufen hinabliefen, hielt Jem Tessas Hand umklammert Jems Brust hob und senkte sich schwer, als würde er nach Luft ringen Aber er konnte doch nicht derart außer Atem sein, oder? Sie liefen ein Stück über die Uferpromenade im Schein der Laternen, um deren gusseiserne Pfähle sich verspielte Delfine rankten Dann bog Jem abrupt ab und zog Tessa in einen schmalen Steg zwischen zwei Gebäuden Die leicht ansteigende Gasse führte vom Fluss fort und roch muffig und feucht Mittlerweile raste ihr Herz wie wild, doch ihr blieb keine Zeit zum Verschnaufen Sie konnte die Kreaturen bereits hinter sich hören Und ihre sirrenden, klickenden Geräusche kamen immer näher Sekunden später öffnete sich die Gasse zu einer breiten Straße Und vor ihnen ragte die imposante Silhouette des Instituts aus der Dunkelheit auf Die beiden stürmten durch den Eingang und Jem gab Tessas Hand frei, wirbelte herum und verriegelte das Tor von innen Genau in dem Moment, als die Schlösser zuschnappten, erreichten die Kreaturen das Tor Und krachten unter enormem Getöse gegen das Eisengitter Wie aufgezogene Spielzeugfiguren, die sich nicht mehr bremsen konnten Mit weit aufgerissenen Augen wich Tessa langsam in Richtung Institut zurück Die Klockwerk-Kreaturen pressten sich gegen das Tor Und ihre Hände griffen durch die Öffnungen im Gitter Panisch schaute Tessa sich um Jem stand neben ihr Er war kreidebleich und hielt sich die Seite Als Tessa nach seiner Hand greifen wollte, trat er einen Schritt zurück Tessa, bring dich in Sicherheit Du musst ins Institut, lauf! Bist du verletzt? Jim, bist du verletzt? Nein Ein rasselndes Geräusch, das vom Tor herüberschallte, ließ Tessa aufschauen Einer der Klockwerk-Männer hatte die Hände durch eine Öffnung im Gitterwerk geschoben Und zerrte an der Eisenkette, die das Tor verschloss Mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen sah sie Wie der Mann mit solcher Kraft an den Kettengliedern zog Dass sich die Haut von seinen Fingern löste Und die Metallhände darunter zum Vorschein kamen Unter seinem unerbittlichen Griff hatten die Kettenglieder bereits begonnen, sich zu verbiegen Und es war nur noch eine Frage von Minuten, bis die schwere Eisenkette nachgeben und brechen würde Tessa packte Jem am Arm Seine Haut fühlte sich selbst durch die Kleidung hindurch fiebrig heiß an Komm, komm schnell! Stöhnend ließ Jem sich von ihr zum Portal der Kirche ziehen Wobei er mehrfach strauchelte und sich schwer keuchend auf sie stützen musste Gemeinsam torkelten sie die Steintreppe hinauf Doch als sie die oberste Stufe erreichten, entglitt Jem Tessas Griff Mit schmerzverzerrten Gesicht krümmte er sich zusammen Und schlug mit den Knien auf dem Boden auf Während heftige Hustenanfälle seinen Körper peinigten Im nächsten Moment flog das Tor krachend auf Und die Clockwerk-Kreaturen ergossen sich in den Innenhof Angeführt von dem Mann, der die Kette zerrissen hatte Und dessen gehäutete Hände im Mondlicht gespenstisch glänzten Tessa erinnerte sich an Wills Worte Die Eingangstür kann nur von jemandem geöffnet werden, der Schattenjägerblut besitzt Jem, Jem, bitte, du musst die Tür öffnen Mühsam hob Jem den Kopf Seine Augen schimmerten durchgehend weiß, wie Murmeln Tessa konnte sehen, wie sich das Mondlicht darin spiegelte Jem! Er versuchte sich aufzurappeln Doch seine Knie gaben nach und er brach erneut zusammen Blut lief aus seinen Mundwinkeln Inzwischen hatten die Kreaturen den Fuß der Treppe erreicht Panisch warf Tessa sich gegen die Institutstür und hämmerte mit den Fäusten gegen das Eichenholz Sie konnte den hohlen Widerhall ihrer Schläge auf der anderen Seite hören Und war der Verzweiflung nahe Das Institut war so riesig und es blieb ihnen so wenig Zeit Schließlich gab sie auf, drehte sich von der Tür fort Und musste mit Entsetzen feststellen, dass der Anführer der Kreaturen Jem inzwischen erreicht hatte Er stand über ihn gebeugt Die glänzenden Metallhände tief in die Brust des Schattenjägers getaucht Tessa wollte Jem zur Hilfe kommen Doch die anderen Automaten versperrten ihr Blitz schnell den Weg Eine Truppe gesichtsloser Krieger, die den Eindruck erweckte Als hätte ihrem Schöpfer die Zeit gefehlt, sie vollends fertigzustellen Einer der Clockwerk-Männer streckte sirrend und klickend die Metallhände nach Tessa aus Sie wirbelte herum, um zu fliehen Aber unerbittliche Metallhände packten sie an den Schultern und rissen sie zurück Unter Aufbietung all ihrer Kräfte schlug Tessa wild um sich Als die Tür des Instituts weit aufflog Irgendetwas flog zischend an ihrem Kopf vorbei und streifte sie an der Wange Dann ertönte das knirschende Geräusch von Metall auf Metall Einen Sekundenbruchteil später erschlaffte der Griff des Clockwerk-Mannes um ihren Hals Und Tessa fiel keuchend und hustend auf die Knie Als sie aufschaute, sah sie, dass Charlotte über ihr stand Mit bleichem, grimmigem Gesicht und einer scharfen Metallscheibe in der Hand Eine weitere, identische Scheibe steckte tief in der Brust des Mannes, der sie verfolgt hatte Und der nun zuckend und zappelnd wie ein defektes Spielzeug kreisförmig über den Boden robbte Blaue Funken stoben aus der tiefen Kerbe in seinem Hals Die restlichen Clockwerk-Kreaturen wirbelten und torkelten umher, als die Schattenjäger sich auf sie stürzten Henry schleuderte seine leuchtende Seraph-Klinge in einem hohen Bogen durch die Luft Und schlitzte einem der Automaten die Brust auf, woraufhin dieser pfeifend und zuckend in der Dunkelheit verschwand Neben Henry schwang Will eine Waffe, die an eine Art Sense erinnerte Und ließ sie wieder und wieder mit ungeheurer Wucht auf eine andere Kreatur herabsausen Bis diese zerhackt vor ihm lag und nur noch blaue Funken in alle Richtungen schossen Charlotte sprang die Stufen hinunter und schleuderte gleichzeitig ihre zweite Metallscheibe Die einem der Metallmonster mit einem grässlichen Geräusch den Schädel spaltete Der Mann brach auf der Stelle zusammen und schickte einen Sprühregen aus schwarzem Öl und blauen Funken in den Himmel Plötzlich schienen sich die beiden letzten Kreaturen eines Besseren zu besinnen Sie machten auf dem Absatz kehrt und sprangen durch den Innenhof in Richtung Tor, dicht gefolgt von Henry und Charlotte Will hingegen ließ seine Waffe fallen, wirbelte herum und stürmte zur Steintreppe Was ist passiert? Bist du verletzt? Wo ist Jem? Ich bin unverletzt, aber Jem, er ist zusammengebrochen, da drüben Schlagartig verlor Wills Gesicht jeden Ausdruck Er stürmte die Stufen hinauf und ließ sich an Jems Seite auf die Knie fallen Wobei er ihn mit leiser Stimme irgendetwas fragte Als er keine Antwort erhielt, hob er den Kopf und brüllte laut nach Thomas Damit dieser ihm half, Jem ins Gebäude zu tragen Gemeinsam hoben sie Jem auf die Füße, legten sich jeweils einen Arm um die Schultern Und schleppten ihn hastig ins Innere der Kirche, ohne sich noch einmal nach Tessa umzusehen Die nächsten Minuten glitten wie im Nebel an Tessa vorbei Mit Sophies Hilfe schaffte sie es ins Innere des Instituts Kurze Zeit später kehrten Charlotte und Henry zurück Und erfüllten den Raum mit typischem Kampfgeruch Einer Mischung aus Metall, Öl und Blut Mit finsterer Miene legte Charlotte ihre Waffen auf den Tisch Dann rief sie nach Will, der jedoch nicht reagierte Dafür erschien Thomas eilig in der Salontür und erklärte ihr, dass Will bei Jem sei Und dass es Jem bald wieder besser gehen würde Die Kreaturen haben ihn verwundet und er hat einiges am Blut verloren Berichtete Thomas, fuhr sich mit der Hand durch die wirren braunen Haare Und warf dabei Sophie einen Blick zu Aber Will hat ihn mit einer Heilruhne versehen Danke Thomas, vielleicht könntest du nachsehen, ob er sonst irgendetwas benötigt Thomas nickte und marschierte zur Tür Charlotte ließ sich gegenüber von Tessa auf ein Sofa sinken und fragte besorgt Tessa, kannst du uns erzählen, was passiert ist? In den folgenden Minuten schilderte Tessa den Vorfall in allen Einzelheiten Angefangen von der Brücke und dem Kutscher über die Verfolgungsjagd Bis hin zu den Worten der Kreaturen und ihrem Vordringen durch das Institutstor Charlotte hörte mit angespannten, bleichen Gesicht zu Selbst Henry schaute grimmig und Sophie saß still auf einem Sessel und lauschte Tessas Bericht mit der ernsten Aufmerksamkeit eines Schulmädchens Als Tessa geendet hatte, überlegte Charlotte einen Moment und wandte sich dann an Henry Ich frage mich, warum er so lange gewartet hat Warum hatte Tessa nicht zu holen versucht, als sie mit Jessie in der Stadt war? Im Gegensatz zu Dämonen können diese Clockwerk-Kreaturen sich auch tagsüber im Freien bewegen Sie können schon, allerdings nicht, ohne dabei die breite Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen Erklärte Henry Noch unterscheiden sie sich viel zu sehr von gewöhnlichen Bürgern Er nahm ein glänzendes Zahnrad aus der Westentasche und hielt es hoch Ich habe mir die Überreste der Automaten draußen im Innenhof einmal genauer angesehen Diejenigen, die de Quincy hinter Tessa hergeschickt hat, lassen sich mit dem Modell unten in meinem Labor nicht vergleichen Sie sind ausgeklügelter, aus härterem Metall gefertigt und mit besseren Gelenkverbindungen ausgestattet Irgendjemand hat an den Entwürfen gearbeitet, die Will bei de Quincy gefunden hat Sie wurden überarbeitet und verbessert Denn die Kreaturen sind nun noch schneller und noch gefährlicher Da war doch eine Zauberformel, warf Tessa rasch ein Auf der Entwurfszeichnung, Magnus hat sie entziffert Die Verquickungsformel Dazu gedacht, die Energie eines Dämons mit einem Automaten zu verknüpfen Bestätigte Charlotte und schaute fragend zu Henry Hat de Quincy damit bereits Erfolg gehabt? Beendete Henry ihren Satz und schüttelte den Kopf Nein, diese Kreaturen sind so konstruiert, dass sie einem bestimmten Muster folgen Wie Spieluhren Aber sie sind nicht mit Leben erfüllt Sie verfügen weder über Intelligenz noch über einen eigenen Willen An ihnen ist absolut nichts Dämonisches Erleichtert atmete Charlotte auf Wir müssen de Quincy finden, bevor er sein Ziel erreicht Die Clockwerk-Männer sind bereits im jetzigen Zustand schwer zu töten Weiß der Himmel, wie viele dieser Kreaturen er inzwischen erschaffen hat Und um wie vieles schwieriger es werden könnte, ihrer Herr zu werden, wenn sie erst einmal über die Gerissenheit von Dämonen verfügen Genau, bestätigte Henry De Quincy muss gefunden und aufgehalten werden Und in der Zwischenzeit solltest du, Tessa, im Institut bleiben Nicht, weil wir dich hier als Gefangene einsperren wollen Sondern weil es zu deiner eigenen Sicherheit wäre, wenn du das Gebäude nicht verlässt Aber wie lange, setzte Tessa an und verstummte, als sie sah, wie sich Sophies Gesichtsausdruck veränderte Das Mädchen starrte mit weit aufgerissenen Augen über Tessas Schulter hinweg zur Tür Als Tessa ihrem Blick folgte, entdeckte sie Will Der junge Schattenjäger stand in der Tür zum Salon Ein breiter Streifen Blut zog sich wie Farbe quer über sein weißes Hemd Mit reglosem, fast maskenhaften Gesicht fixierte er Tessa Und als sich ihre Blicke quer durch den Raum trafen, spürte sie, wie ihr Herz einen Satz machte Er will dich sprechen Eisig schweigend führte Will Tessa durch die Korridore Endlich erreichten sie die Tür von Jams Zimmer, die Will aufdrückte und für Tessa aufhielt Der Raum wurde nur vom fahlen Mondschein und einem Elbenlicht in einem Kerzenständer auf Jams Nachttisch erhält Jem lag halb zugedeckt in dem riesigen Himmelbett Er war so weiß wie sein Nachthemd Und die Lider seiner geschlossenen Augen schimmerten bläulich Als Jem das Quietschen der Tür hörte, drehte er das Gesicht in ihre Richtung, hielt die Augen aber geschlossen Will? Ich habe sie hergebracht, genau wie du es wolltest Ruckartig öffnete Jem die Lider und Tessa stellte erleichtert fest, dass die Farbe wieder in seine Augen zurückgekehrt war Dennoch wirkten sie in seinem bleichen Gesicht wie tiefe, dunkle Höhlen Tessa, es tut mir so leid Jem, es gibt nichts, was dir leidtun oder wofür du dich schämen müsstest Ich sollte mich eigentlich bei dir entschuldigen Diese Clockwerk-Kreaturen hatten es auf mich abgesehen, nicht auf dich Wenn ich nicht gewesen wäre, hättest du niemals derartig verwundet werden können Verwundet? Ich war nicht verwundet Mühsam setzte Jem sich auf, wobei die Muskeln und Sehnen an seinem Hals deutlich hervortraten Und schob sich ein Kissen in den Rücken Du weißt doch, dass ich den Großteil meines Lebens in Shanghai gelebt habe, zusammen mit meinen Eltern Und dass ich im dortigen Institut aufgewachsen bin, oder? Ja, das hast du mir erzählt auf der Brücke Und du hast mir auch erzählt, dass ein Dämon deine Eltern getötet hat Yan Luo Der Dämon hegte einen starken Groll gegen meine Mutter Sie war für den Tod einer ganzen Reihe seiner Nachkommen verantwortlich Ihre Brutstätte befand sich in einer kleinen Stadt namens Lijiang Wo sie sich von den Kindern des Ortes ernährten Meine Mutter räucherte das Nest aus und floh, bevor der Dämon sie fand Yan Luo wartete viele Jahre auf den Augenblick der Rache Dämonenfürsten sind unsterblich, aber er verlor sein Ziel keinen Moment aus den Augen Als ich gerade elf geworden war, entdeckte Yan Luo eine Schwachstelle im Schutzschild, der das Institut umgab Und grub einen Tunnel in das Gebäude Er tötete sämtliche Wachen, nahm meine Familie als Geiseln und fesselte uns an die Stühle im großen Saal des Hauses Und dann machte er sich ins Werk Yan Luo folterte mich vor den Augen meiner Eltern Wieder und wieder injizierte er mir ein brennendes Dämonengift, das meine Adern versenkte und mir fast den Verstand raubte Zwei ganze Tage lang wechselte ich zwischen Bewusstsein, Halluzinationen und Albträumen Ich sah die Welt in Strömen von Blut ertrinken und ich hörte die Schreie der Sterbenden und Toten seit Anbeginn aller Tage Ich sah London in Flammen aufgehen und große Metallkreaturen auf- und abschreiten wie riesige Spinnen Ein Moment lang stockte sein Atem Er war nun sehr bleich und das Nachthemd klebte schweißfeucht an seiner Brust Doch erwischte Tessas besorgte Bemühungen einfach beiseite Alle paar Stunden kehrte ich gerade lange genug in die Wirklichkeit zurück, um die Schreie meiner Eltern zu hören Sie schrien meinen Namen Als ich am zweiten Tag das Bewusstsein wiedererlangte, hörte ich nur noch meine Mutter Mein Vater war für immer zum Schweigen gebracht worden Die Stimme meiner Mutter klang heiser und brüchig, aber sie rief noch immer meinen Namen Nicht meinen britischen Namen, sondern den, den sie mir bei meiner Geburt gegeben hatte Jian Manchmal kann ich sie sogar noch heute rufen hören Meinen Namen rufen hören Seine Hände umklammerten das Kissen an seiner Brust so fest, dass das Gewebe an manchen Stellen zu reißen drohte Als die Schanghaier Brigade sich schließlich über die völlige Stille im Institut wunderte Und sich gewaltsam Zutritt verschaffte, um uns zu retten Waren meine Eltern bereits tot Ich kann mich an diese Zeit überhaupt nicht erinnern Aber man hat mir erzählt, dass ich unablässig geschrien und halluziniert hätte Daraufhin hat man mich zu den Brüdern der Stille gebracht, die meinen Körper nach bestem Vermögen heilten Allerdings gab es da etwas, das sie nicht kurieren konnten Ich war von der Substanz, mit der der Dämon mich vergiftet hatte, abhängig geworden Mein Organismus braucht das Gift Auf vergleichbare Weise, wie der Körper eines Opiumabhängigen seine Droge braucht Die stillen Brüder versuchten, mich einer Entziehungskur zu unterziehen Doch damit waren schreckliche Schmerzen verbunden Und obwohl sie in der Lage waren, den Schmerz mithilfe von Zaubersprüchen zu dämpfen Schädigte der Entzug des Giftes meinem Körper so sehr, dass ich schließlich an der Schwelle zum Tod schwebte Nach wochenlangen Versuchen und Experimenten kamen die stillen Brüder zu dem Schluss Dass sich die Situation wohl nicht ändern ließe Ich konnte ohne diese Substanz nicht mehr leben Das Gift an sich bedeutet ein langes Dahinsiechen Doch ein völliger Entzug hätte meinen sofortigen Tod herbeigeführt Dort drüben auf dem Nachttisch steht ein Kästchen Kannst du mir das bitte reichen? Wir beziehen die Substanz von einem befreundeten Hexenmeister in Leimhaus Ich muss jeden Tag etwas davon einnehmen Das ist der Grund, weshalb ich so... so gespenstisch aussehe Das Gift entzieht meinen Augen und Haaren und sogar meine Haut jegliche Farbe Vor einem Kampf nehme ich eine größere Menge als üblich ein Eine geringere Dosierung hingegen schwächt mich Und als wir vorhin zu unserem Abendspaziergang aufgebrochen sind Hatte ich noch gar nichts von der Substanz zu mir genommen Aus diesem Grund bin ich zusammengebrochen Nicht wegen der Clockwerk-Kreaturen, sondern wegen des Gifts Ohne dieses Mittel ist mir das Ganze Der Kampf, die anschließende Flucht Einfach zu viel geworden Mein Körper musste an seine eigenen Reserven gehen Und deshalb bin ich kollabiert Du hast gesagt Das Gift bedeute ein langes Dahinsiechen Heißt das, dass diese Substanz dich letztendlich umbringt? Jem nickte und eine silberhelle Haarsträhne fiel ihm in die Stirn Seine Bestätigung versetzte Tessa einen Stich ins Herz Und vor einem Kampf nimmst du eine höhere Dosierung? Warum hörst du dann nicht einfach auf und beteiligst dich nicht länger an den Kämpfen? Das Leben dreht sich um mehr als nur um den Tod Ich bin ein Schattenjäger Das ist nicht bloß irgendeine Tätigkeit Sondern macht mich zu dem, was ich bin Ohne das kann ich nicht leben Ich habe viele Jahre lang nach einem Heilmittel gesucht Doch irgendwann beschlossen, die Suche aufzugeben Ich bin ich selbst Und nicht diese Substanz oder die Sucht, die mich in ihren Klauen hält Ich glaube, dass ich Besseres zu bieten habe Und dass mein Leben Besseres zu bieten hat Ganz gleich, wie und wann es eines Tages enden mag Nun ja, ich möchte aber nicht, dass du stirbst Jams dünne Hände umklammerten nicht länger das Kissen Sondern lagen entspannt und ruhig auf dem gestreiften Gewebe Tessa sah, dass seine Fingerknöchel ein klein wenig zu dick für die schlanken Finger waren Und dass auf seinem rechten Daumen eine breite weiße Narbe prangte Wie gern hätte sie ihre eigene Hand über seine gelegt Sie festgehalten, um ihm Trost zu spenden Wie rührend drang eine Stimme von der Tür zu ihnen Will Sie hatte ihn vollkommen vergessen Tessa erhob sich von ihrem Stuhl Musst du wirklich schon fort? Ich hatte gehofft, du könntest hierbleiben und mein barmherziger Engel sein Aber wenn du gehen musst, kann man wohl nichts machen Ich werde hierbleiben Ich kann mich barmherzig und engelhaft um dich kümmern Außerdem Will schaute zu Tessa Wäre es nicht anständig, Tessa noch länger von ihrem Bruder fernzuhalten? Sie hat den ganzen Tag kaum Gelegenheit gehabt, nach ihm zu sehen Das ist wahr Jem öffnete kurz die Augen, die vor Müdigkeit dunkel silbern wirkten Ich muss dich um Verzeihung bitten, Tessa Dein Bruder hätte ich fast vergessen Tessa schwieg betreten Jem war nicht der Einzige, der ihren Bruder fast vergessen hätte Ist schon in Ordnung, wollte sie erwidern Doch Jems Lieder waren wieder zugefallen Und sie nahm an, dass er möglicherweise bereits schlief Während sie ihn betrachtete, beugte Will sich vor Und zog seinem Freund die Bettdecke bis über die Brust Schweigend machte Tessa auf dem Absatz kehrt Und verließ leise das Zimmer Die Tür zu Nades Zimmer stand einen Spalt offen Leise drückte Tessa sie weiter auf und spähte hinein Ihr Bruder lag unter einem Berg von Decken Das Licht der flackernden Kerze auf seinem Nachttisch fiel auf seine hellen Haare Die über das Kopfkissen gebreitet waren Er hatte die Augen geschlossen und seine Brust hob und senkte sich regelmäßig Im Sessel neben seinem Bett saß Jessamine Auch sie war offenbar eingeschlafen Irgendjemand hatte eine schwere Wolldecke über sie geworfen Die sie bis zur Brust hochgezogen hatte und im Schlaf mit beiden Händen umklammert hielt Vorsichtig schlich Tessa aus dem Zimmer und zog die Tür hinter sich ins Schloss In der darauf folgenden Nacht schlief Tessa sehr unruhig und erwachte immer wieder aus einem Albtraum In dem die Clockwerk-Kreaturen sie verfolgten Und mit langen, dürren Metallhänden nach ihr griffen, um ihr die Haut vom Körper zu reißen Plötzlich rüttelte eine Hand heftig an Tessas Schulter und riss sie aus dem Schlaf Dann drang eine Stimme an ihr Ohr Miss, rief Sophie angespannt Miss Grey, Sie müssen aufwachen, es geht um Ihren Bruder Ruckartig setzte Tessa sich auf, wobei mehrere Kissen aus dem Bett purzelten Das fahle Licht der Nachmittagssonne erhellte den Raum und fiel auf Sophies besorgte Miene Nate ist aufgewacht? Geht es ihm gut? Ja, ich meine, nein Das heißt, ich weiß es nicht, Miss Antwortete Sophie mit stockender Stimme Er ist verschwunden Tessa fand Nate im Salon Er saß in einem der ausladenden Sessel vor dem Kamin Offenbar hatte er die blutbefleckten Kleidungsstücke gefunden, die er bei die Quincy getragen hatte und sie wieder übergestreift Seine Füße waren nackt Er hatte die Ellbogen auf die Knie gestützt, sein Gesicht in die Hände gelegt und wirkte zutiefst unglücklich Nate? Sofort schaute er auf, sprang aus dem Sessel und ein Ausdruck unglaublicher Freude breitete sich auf seinem Gesicht aus Tessie Vor Erleichterung stieß Tessa einen kleinen Schrei aus Dann eilte sie quer durch den Raum, schlang die Arme um ihren Bruder und drückte ihn an sich Nate, du solltest im Bett liegen und dich ausruhen, was um Himmels Willen tust du hier? Ich hab versucht, dich zu finden Schließlich wusste ich doch, dass du hier irgendwo sein musstest Ich hab dich gesehen, bevor mich dieser alte Mistkerl mit den fehlenden Augen in die Finger bekommen hat Also bin ich davon ausgegangen, dass sie dich ebenfalls gefangen halten und wollte deshalb versuchen, uns beide hier rauszubringen Gefangen halten? Nein, Nate, da täuscht du dich Wir sind hier in Sicherheit Nathaniel musterte sie mit zusammengekniffenen Augen Dies ist doch das Institut, oder etwa nicht? Man hat mich vor diesem Ort gewarnt De Quincey sagte, es würde von Geistesgestörten geführt, von Monstern, die sich selbst als Nephilim bezeichnen Er sagte, sie würden die Seelen menschlicher Verdammter in irgendeinem Behältnis einsperren und diese würden vor Qual schreien Was? Meinst du die Pyxis? Sie dient nur zur sicheren Aufbewahrung von Dämonenenergie Das Gefäß ist vollkommen harmlos Wenn du mir nicht glaubst, kann ich es dir später zeigen, in der Waffenkammer Nate zog weiterhin eine finstere Miene De Quincey sagte, wenn die Nephilim mich in die Finger bekämen, würden sie mich in der Luft zerfetzen, Stück für Stück, weil ich gegen ihre Gesetze verstoßen habe Ein eisiger Schauer jagte Tessa über den Rücken Sie trat einen Schritt zurück und sah, dass eines der Salonfenster weit offen stand und die Vorhänge in der kalten Brise flatterten Dann hatte sie also nicht nur vor Anspannung gefröstelt Hast du das Fenster geöffnet? Hier drin ist es so furchtbar kalt, Nate Nein, es stand bereits offen, als ich hereinkam Kopfschüttelnd durchquerte Tessa den Raum und schloss das Fenster Du wirst dir noch den Tod holen Kümmere dich nicht um meinen Tod Was ist mit diesen Schattenjägern? Willst du mir ernsthaft sagen, dass sie dich nicht hier eingesperrt haben? Ja, genau so ist es, bestätigte Tessa und wandte sich vom Fenster ab Sie halten mich nicht gefangen Die Schattenjäger mögen etwas seltsam sein, aber sie waren auch sehr freundlich zu mir Ich wollte hierbleiben Neds blaue Augen trübten sich Es ist alles meine Schuld Nur deswegen bist du jetzt hier Der Quincy hat mich gefoltert Er hat mich gezwungen, diese Briefe zu schreiben und dir den Fahrschein für das Dampfschiff zu schicken Er hat mir versichert, er würde dir kein Haar krümmen, wenn er dich erst einmal bei sich hätte Aber dann hat er jede meiner Bitten, dich endlich zu treffen, abgelehnt Und ich dachte, ich dachte, du hast allen Grund, mich von ganzem Herzen zu hassen Ich könnte dich niemals hassen Du bist mein Bruder, wir sind eine Familie Meinst du, dass wir nach Hause zurückkehren können, wenn das alles vorbei ist? Dass wir all das hier vergessen und ein ganz normales Leben führen können? Ein ganz normales Leben führen Aber wir sind nicht normal Ich bin nicht normal Dann stimmt es also Der Quincy sagte, du würdest die Fähigkeit besitzen, deine Gestalt zu ändern, Tessie Dich in jede andere Person verwandeln können Hast du ihm denn geglaubt? Es entspricht zwar der Wahrheit oder beinahe, um genau zu sein Aber ich habe es anfangs selbst kaum glauben können Das Ganze ist so merkwürdig Ich habe schon viel merkwürdigere Dinge gesehen Oh Gott, eigentlich hätte ich derjenige sein sollen Tessa runzelte die Stirn Was meinst du damit? Doch bevor ihr Bruder antworten konnte, schwang die Tür auf Miss Grey? Fragte Thomas mit einem entschuldigenden Ausdruck in den Augen Miss Grey, der junge Mr. Herondale ist... Der junge Mr. Herondale ist schon da Verkündete Will und schlängelte sich geschickt an Thomas vorbei Trotz der massiven Gestalt des Dienstboten Grau-blaue Schatten lagen unter seinen Augen und er wirkte erschöpft Unser Wandervogel ist ins Nest zurückgekehrt Lustlos musterte Nate den jungen Schattenjäger Und wer sind sie? Rasch stellte Tessa die beiden einander vor Doch keiner der jungen Männer schien über diese Begegnung besonders erfreut zu sein Dann sind sie also ein Schattenjäger Der Quincy hat mir erzählt, dass die Nephilim wahre Monster sein War das bevor oder nachdem er versucht hat, seinen Hunger an ihnen zu stillen? Hastig erhob Tessa sich von ihrem Sofa Will, könnte ich dich vielleicht einen Moment draußen im Flur sprechen? Falls sie mit Widerstand gerechnet hatte, wurde sie enttäuscht Nach einem letzten feindseligen Blick in Nades Richtung nickte Will, folgte ihr schweigend in den Korridor und zog die Salontür hinter sich ins Schloss Die Elbenlichter im fensterlosen Flur erzeugten klar umrissene helle Lichtkegel Will und Tessa standen im Schatten zwischen zwei Lichtinseln und musterten einander misstrauisch wie zwei angriffslustige Katzen Will brach als erster das unbehagliche Schweigen Nun denn, du hast mich dort, wo du mich haben wolltest Allein in einem dunklen Korridor Du willst, dass ich mich entschuldige, stimmt's? Du willst hören, dass es mir leidtut, dass ich dich geküsst habe Was? Nein, nein Dann willst du also auch nicht, dass es mir leidtut Es kümmert mich nicht, ob es dir leidtut oder nicht Das ist nicht der Grund, warum ich mit dir reden wollte Ich möchte dich vielmehr bitten, meinem Bruder gegenüber freundlich zu bleiben Wenn er irgendetwas vor uns verbirgt Jeder verbirgt irgendetwas Schließlich ist es doch nicht so, als ob du allen alles erzählst, oder? Ja? Worauf willst du hinaus? Was ist mit deinen Eltern, Will? Warum hast du dich geweigert, mit ihnen zu sprechen? Warum gibt es für dich außer dem Institut keinen anderen Ort auf der Welt, wohin du dich wenden kannst? Und warum hast du mich auf dem Speicher fortgeschickt? Doch Tessa stellte keine dieser Fragen, sondern erwiderte nur Was ist mit Jem? Warum hast du mir nicht erzählt, wie krank er wirklich ist? Jem? Wills Überraschung wirkte echt Er wollte nicht, dass ich darüber spreche Denn er betrachtet die Angelegenheit als seine Privatsache, was sie ja auch ist An dem, was ihm widerfahren ist, hatte er nicht die geringste Schuld Und dennoch lastet seine Krankheit schwer auf seinen Schultern Und er schämt sich dafür Woher sollte ich wissen, wie du reagieren würdest? Schließlich kenne ich dich nicht besonders gut, Tessa, oder? Jedenfalls nicht mehr, als du mich kennst Du willst doch gar nicht, dass irgendjemand dich besser kennenlernt Und ich kann dir versichern, ich werde es auch nicht länger versuchen Aber tu nicht so, als ob Jem genauso wäre wie du Vielleicht möchte er ja sogar, dass andere Menschen erfahren, wer er wirklich ist Bilde dir nur nicht ein, du würdest Jem besser kennen als ich Wenn dir so viel an ihm liegt Warum unternimmst du dann nicht etwas, um ihm zu helfen? Plötzlich räusperte sich jemand hinter Will und Tessa Was ist denn hier los? Jem Will zuckte schuldbewusst zusammen Ehe er sich seinem Freund zuwandte Der die beiden mit ruhigem Interesse betrachtete Jem war vollständig bekleidet Er zeugte aber den Eindruck, als wäre er gerade aus einem Fiebertraum erwacht Seine Haare standen in alle Richtungen Und seine Wangen leuchteten rot Was tust du hier? Wieso bist du nicht im Bett? Charlotte sagte, wir würden uns alle im Salon treffen, um mit Tessas Bruder zu reden Jems Gesichtsausdruck ließ keinerlei Rückschlüsse darauf zu, wie viel er von Tessas und Wills Diskussion mitbekommen hatte Immerhin geht es mir gut genug, um anderen zuzuhören Ah gut, da seid ihr ja alle Charlotte kam durch den Korridor geeilt, dicht gefolgt von Henry, Jessamine und Sophie Nate saß wieder in seinem Sessel, eine Wolldecke über den Knien, während Jessamine sich neben ihm auf einem herbeigerückten Stuhl niederließ und vor Stolz strahlte Henry und Charlotte setzten sich auf das Sofa gegenüber von Nate und Will lehnte sich wie üblich an die Wand, wobei er einen gleichermaßen gereizten wie belustigten Eindruck machte Während Jem sich zu Will gesellte, konzentrierte Tessa ihre Aufmerksamkeit auf ihren Bruder Rasch durchquerte sie den Raum und ließ sich auf dem Polsterhocker zu seinen Füßen nieder Und dann wurde es so still im Salon, dass man eine Nadel hätte fallen hören können, bis schließlich Charlotte das Wort ergriff Mr. Gray? Wir haben mit Mr. Mortmain gesprochen Er sagte, sie hatten bei ihrer Ankunft in London bereits Kenntnis von seinen Verwicklungen in okulte Machenschaften Woher wussten sie, dass er dem Pandemonium-Club angehört? Nate zögerte Ich habe durch Tante Harriots Snackkästchen davon erfahren Tessa blinzelte verwundert Woher? Du erinnerst dich doch bestimmt, dass Tante Harriet Mutters alte Schmuckschatulle auf dem Nachttisch an ihrem Bett hütete, oder? Sie hat immer behauptet, sie würde darin ihre Nähutensilien aufbewahren, aber ich... Damals war ich hoch verschuldet Aber ich wollte nicht, dass du oder Tante Harriet davon erfahrt Nach langem Grübeln erinnerte ich mich an ein Goldarmband, das Mutter früher immer getragen hatte Irgendwie hatte ich es mir in den Kopf gesetzt, dass das Armband noch in der Schmuckschatulle sein musste Ich wusste, wenn ich das Armband versetzte, konnte ich mit dem dafür erhaltenen Geld all meine Schulden bezahlen Also bin ich eines Tages, als ihr beide nicht im Haus wart, in Tante Harriots Schlafzimmer gegangen habe mir das Kästchen gegriffen und es durchsucht Natürlich lag das Armband nicht mehr darin Aber ich stieß auf ein Geheimfach im Boden der Schatulle, in dem sich nichts von besonderem Wert befand Nur ein Bündel alter Dokumente Seiten aus Mutters Tagebuch Sie waren aus ihrem ursprünglichen Einband herausgerissen worden Zwar fehlten einige Blätter Doch der Rest reichte, um mir die Zusammenhänge einer sehr seltsamen Begebenheit zusammenzureimen Die Geschichte begann, als unsere Eltern noch in London lebten Vater hatte eine Stelle in Mortmans Verwaltungsbüro unten in den Docks angenommen Damals war ich gerade erst auf die Welt gekommen Das Ganze ging so lange gut, bis Vater immer häufiger zutiefst besorgt abends nach Hause zurückkehrte Er berichtete von seltsamen Vorgängen an seinem Arbeitsplatz von Maschinenteilen mit merkwürdigen Funktionsstörungen von Geräuschen zu später Abendstunde und von einem Wachmann, der eines Nachts spurlos verschwand Außerdem ging das Gerücht um, dass Mortman in okkulte Machenschaften verstrickt sei Zunächst ignorierte Vater das Gerede Doch schließlich erzählte er Mortman davon, der daraufhin alles eingestand Er bezeichnete die Organisation, der er angehörte, als den Pandemonium Club und lud Vater ein, ihn zu einer der Zusammenkünfte zu begleiten und Mutter ebenfalls mitzubringen Mutter mitzubringen? Aber das kann Vater doch nicht ernsthaft gut geheißen haben Vermutlich nicht Andererseits muss Vater mit einer jungen Frau und einem kleinen Kind einiges daran gelegen gewesen sein, seinen Arbeitgeber nicht zu brüskieren Deshalb willigte er schließlich ein Mortman sorgte dafür, dass eine Kutsche unsere Eltern zu seinem Stadthaus brachte Danach fehlten ein paar Seiten aus Mutters Tagebuch Und auch auf den darauf folgenden Blättern finden sich keine Informationen darüber was in jener Nacht geschah Ich konnte Mutters Notizen nur entnehmen dass dies zwar der erste, aber nicht der letzte Besuch gewesen war Im Laufe der nächsten Monate nahmen sie noch mehrmals an den Zusammenkünften des Pandemonium Clubs teil Offenbar hat Mutter diese Treffen gehasst Trotzdem besuchten sie den Club noch eine ganze Weile Bis sich die Lage schlagartig änderte und sie London bei Nacht und Nebel verließen Der Fund von Mutters Tagebuchnotizen kam mir vor als wäre ich auf eine Goldmine gestoßen Von Mortman hatte ich bereits gehört und ich wusste, dass er zwar sehr exzentrisch, aber eben auch steinreich war Also schrieb ich ihm und erklärte ihm in meinem Brief dass ich Nathaniel Gray sei der Sohn von Richard und Elizabeth Gray und dass beide Eltern tot seien und ich im Nachlass meiner Mutter mehrere Dokumente gefunden hätte die seine okkulten Aktivitäten beweisen würden Zusätzlich gab ich ihm zu verstehen dass ich es kaum erwarten könne, ihn kennenzulernen und mit ihm über eine mögliche Anstellung zu sprechen Und falls er sich für eine Begegnung nicht gleichermaßen erwärmen wolle würden mir sofort mehrere Zeitungen einfallen die sich für das Tagebuch meiner Mutter bestimmt brennend interessieren würden Als ich diesen Brief an Mortman schickte nahm ich an, er würde mir vermutlich Geld senden um mein Schweigen zu erkaufen Stattdessen erhielt ich kurze Zeit später einen Erste-Klasse-Fahrschein für die Überfahrt nach London und ein offizielles Angebot für eine Stelle die ich bei meiner Ankunft sofort antreten konnte In London führte Mortman mich in den Pandemonium Club ein An jenem Abend fand die Zusammenkunft in de Quincy's Stadtvilla statt Doch in dem Moment in dem sich die Haustür öffnete wusste ich sofort, dass ich der Narr gewesen war Hier traf sich keine Gruppe von Amateuren die sich ein wenig mit Spiritismus beschäftigte Dies war die verborgene Welt die Mutter in ihrem Tagebuch nur andeutungsweise erwähnt hatte Dies war real Mortman stellte mich die Quincy vor wobei er es vermied, meinen Namen zu nennen Mortman, Sie verschweigen mir schon wieder etwas näselte die Quincy darauf hin Dieser junge Mann ist bedeutend mehr als nur ein neuer Mitarbeiter Dies ist Nathaniel Gray der Sohn von Elizabeth und Richard Gray Mortman schaute ihn verblüfft an und stammelte irgendetwas woraufhin de Quincy leise lachte Mir kommt so manches zu Ohren, Axel erwiderte er und wandte sich dann an mich Ich habe ihren Vater gekannt Er war mir sehr ans Herz gewachsen Vielleicht hätten sie ja Lust, mich auf eine kleine Partie Karten zu begleiten Mortman, der einen Schritt hinter de Quincy stand schüttelte hastig den Kopf, doch ich hatte bereits beim Betreten des Hauses den Kartensaal entdeckt und es zog mich zu den Spieltischen wie die Motte zum Licht Also verbrachte ich die darauf folgenden Stunden beim Pharao In jener Nacht habe ich viel Geld gewonnen und reichlich getrunken Irgendwann nahm Mortman seinen Hut und ging, doch das kümmerte mich nicht Ich verließ die Villa erst bei Anbruch der Morgendämmerung in unbändiger Ausgelassenheit und mit de Quincy's Einladung jederzeit in den Club zurückzukehren, wann immer es mich danach gelüstete Natürlich war ich ein Narr Selbstverständlich hatte ich nur deshalb gewonnen, weil man es mir gestattet hatte Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass ich bereits am nächsten Abend zurückkehrte ohne Mortman und von da an Nacht für Nacht Zunächst gewann ich regelmäßig und beständig Nur dadurch und ganz gewiss nicht aufgrund meiner Anstellung bei Mortman war ich in der Lage, Tante Harriet und dir Geld nach Hause zu schicken, Tessie Abgesehen davon, dass ich nur noch unregelmäßig im Büro aufkreuzte konnte ich mich auch kaum auf meine Arbeit konzentrieren Nicht einmal auf die einfachsten Aufgaben Und dann eines Abends endete meine Glückssträhne Ich verlor Und je mehr ich verlor, desto verzweifelter versuchte ich, das verlorene Geld zurückzugewinnen De Quincy schlug vor, ich solle auf Pump spielen, also lieh ich mir Geld Von da an ging ich überhaupt nicht mehr ins Büro Ich verschlief die Tage und spielte jede Nacht hindurch Und ich verlor alles, was ich besaß Als ich deinen Brief mit der Nachricht von Tante Harriets Tod erhielt, Tessa, dachte ich Dies sei eine Strafe Gottes, eine Ahndung meines Verhaltens Am liebsten wäre ich sofort zum Fahrkartenschalter gelaufen Und hätte noch für denselben Tag einen Fahrschein für die Rückfahrt nach New York gekauft Doch ich besaß keinen roten Heller mehr Verzweifelt kehrte ich in den Club zurück Ich muss ausgesehen haben wie ein Mann, der den absoluten Tiefpunkt erreicht hat Denn genau in diesem Moment unterbreitete De Quincy mir ein Angebot Er zog mich in ein Hinterzimmer und eröffnete mir, dass ich dem Club inzwischen so viel Geld schuldete Dass ich es unmöglich zu Lebzeiten zurückzahlen konnte Dann fragte er, was ich denn zu geben bereit wäre, um meine Schulden zu begleichen Alles, erwiderte ich Und dann sagte er, auch ihre Schwester Tessa spürte, wie sich die Herrchen auf ihren Armen aufrichteten Und sich sämtliche Blicke auf sie hefteten Was, was hat er über mich gesagt? Ich war vollkommen überrumpelt Ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals mit ihm über dich gesprochen zu haben Aber ich war im Club oft schwer betrunken gewesen Und wir hatten immer offen miteinander geredet Die Teetasse in seiner zitternden Hand klapperte so heftig auf ihrer Untertasse Dass er sie auf den Tisch stellen musste Natürlich habe ich ihn gefragt, was er denn mit meiner Schwester anfangen wolle Darauf erwiderte er, er habe Grund zu der Annahme Dass eines der Kinder meiner Mutter besondere Besondere Fähigkeiten besitze Zunächst habe er gedacht, dass ich vielleicht derjenige sei Doch nachdem er nun ausreichend Gelegenheit gehabt habe, mich zu beobachten Könne er mit Sicherheit feststellen Das einzig Ungewöhnliche an mir Sei meine unglaubliche Torheit Aber ihre Schwester Ihre Schwester ist etwas ganz Besonderes Fügte er hinzu Sie besitzt all jene Fähigkeiten Über die sie nicht verfügen Und ich hege keineswegs die Absicht Ihr irgendein Leid zuzufügen Dafür ist sie viel zu wertvoll Ich drängte und bettelte um weitere Informationen Doch der Quincy blieb hart Entweder lieferte ich dich ihm aus Oder ich müsste sterben Sagte er Und dann teilte er mir im Einzelnen mit Was genau ich zu tun hatte Tessa atmete langsam aus Der Quincy befahl dir, diesen Brief an mich zu schreiben Mir den Fahrschein für die Main zu senden Er veranlasste dich, mich nach England zu holen Nades Augen flehten um Verständnis Er schwor, er würde dir kein Haar krümmen Und er versicherte mir, er wolle dir lediglich beibringen, deine besonderen Fähigkeiten zu nutzen Und du würdest mit Ruhm und Reichtum überschüttet werden Reichtum jenseits aller Vorstellungskraft Es ist gut, Nate Es hätte nichts genutzt, der Quincy's Forderungen abzulehnen Nein Nachdem ich eingewilligt hatte, dich nach England zu holen, hat er mich in seiner Stadtvilla gefangen gehalten Dann zwang er mich, ein Kündigungsschreiben an Mortmain zu senden Der Quincy hatte nicht vor, mich auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, bis er dich endlich in die Finger bekommen würde Ich diente als seine Rückversicherung Wissen Sie etwas über diese merkwürdigen Automaten? Fragte Charlotte drängend Irgendetwas, das uns weiterhelfen könnte Hatte Quincy in ihrer Gegenwart je darüber gesprochen? Nate ließ sich gegen die Sessellehne sinken Ja, schon Es ging um irgendeine Zauberformel, die die Automaten mit Dämonenenergie aufladen sollte Die dunklen Schwestern sollten für ihn untersuchen, auf welchem Weg eine Verquickung vorgenommen werden konnte Und das ist ihnen auch gelungen Zwar erst vor ein paar Wochen, aber sie haben einen Weg gefunden Tatsächlich? Fragte Charlotte bestürzt Aber warum hat der Quincy diese Formel noch nicht angewendet? Worauf wartet er denn? Der Quincy sagte, dass die Verquickungsformel nur bei Vollmond durchgeführt werden könne Er hat Dutzende dieser Kreaturen in seinem Versteck gehortet Und ich weiß, dass er vorhat, noch viel mehr dieser Clockwerk-Monster zu erschaffen Hunderte, wenn nicht gar Tausende Vermutlich wird er sie dann mit Leben erfüllen lassen und Bei Vollmond? Charlotte warf einen Blick aus dem Fenster und biss sich auf die Lippe Das wird schon sehr bald sein, ich glaube, morgen Abend Haben Sie irgendeine Idee, wo die Quincy sich im Moment verborgen halten könnte Nun, da seine Villa niedergebrannt ist Fragte Will mit rauer Stimme Nate musterte ihn erschöpft Er hat in Chelsea einen Schlupfwinkel Wahrscheinlich versteckt er sich dort zusammen mit seinen Anhängern Sein Clan umfasst bestimmt noch hundert weitere Vampire, die an jenem Abend nicht in seiner Villa weilten Ich weiß genau, wo dieser Ort ist Ich könnte ihn auf einem Stadtplan zeigen Er verstummte abrupt, als Cem sich mit weit aufgerissenen Augen ruckartig aufrichtete Vollmond ist nicht erst morgen Der Mond rundet sich bereits heute Eilig hatte Charlotte die Brigade alarmiert und war mit Henry aufgebrochen Will und Cem mussten im Institut bleiben Sie waren zu jung für einen derartigen Einsatz Und Charlotte hatte es nicht gewagt, sich deswegen mit Benedikt Lightwood anzulegen Jessamine und Nate hatten sich zum Kartenspiel in den Salon begeben, um sich ein wenig abzulenken Und Will und Cem zogen es vor, sich in ihrer Nähe aufzuhalten So saßen sie alle am Kamin zusammen, als plötzlich das Dröhnen eines großen Gongs durch die Flure des Instituts halte Überrascht hob Nate die Augenbrauen Ich dachte, dies wäre keine richtige Kirche Und hier gäbe es keine Glocken Das war auch kein Kirchengeläut, erwiderte Will und erhob sich unverzüglich Das ist der Klang der Türglocke Es bedeutet, dass jemand vor dem Tor steht und eine Unterredung mit den Schattenjägern wünscht Will und Cem wandten sich zum Gehen Tessa lehnte sich gegen die Fensterscheibe und schaute hinunter in den Innenhof, wo nun eine Kutsche vorgefahren war Will und Cem standen auf den Treppenstufen in Begleitung eines elegant gekleideten Mannes, eines irdischen Auf Tessa wirkte der Mann wie ein irdischer, obwohl sich das aufgrund der Entfernung nur schwer sagen ließ Während sie zusah, hob der Mann beide Arme und machte eine ausladende Geste, worauf Will Cem anschaute und dieser nickte Nachdenklich sah Tessa an dem Mann vorbei, bis ihr Blick an seiner Kutsche haften blieb und sie erstarrte Statt eines Wappens prangte der Name eines Unternehmens auf dem Schlag Mortmain and Company Mortmain Der Mann, für den ihr Vater gearbeitet hatte Der Mann, den Nathaniel erpresst hatte und der ihren Bruder in die verborgene Welt eingeführt hatte Was hatte er hier zu suchen? Leise rutschte sie von der Fensterbank und ging ruhig zur Tür Nate, der mit Jessamine angeregt ins Gespräch vertieft war, schien ihr Gehen kaum zu bemerken Mit erstaunlicher Mühelosigkeit fand Tessa den Weg zu der massiven Wendeltreppe, die sich im Zentrum des Instituts vom obersten Stock bis zum Erdgeschoss erstreckte Fast geräuschlos schob sie sich hinaus auf die Stufen der Eingangstreppe und blieb oberhalb von Will und Cem stehen Am Fuß der Steintreppe stand der Mann, den sie vom Fenster aus betrachtet hatte Er war nicht annähernd so groß, wie er von oben aus gesehen hatte Klein und drahtig, mit einem wettergegerbten, freundlichen Gesicht unter dem hohen Hut Der Mann verstummte mitten im Satz, den er gerade begonnen hatte, und schaute an Will vorbei zu Tessa Wer ist das denn? Eine weitere Schattenjägerin? Will und Cem drehten sich gleichzeitig um Cem schien erfreut, Tessa zu sehen, während Will sarkastisch reagierte Konntest wohl wieder nicht umhin, deine Nase in fremde Angelegenheiten zu stecken, Tessa Mr. Mordmain, dies ist Miss Gray, Nathaniel Grays Schwester Mordmain wirkte betroffen Du meine Güte, das hätte ich eigentlich erkennen müssen Sie sind ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, Miss Gray Sie können Nate nicht sprechen, Mr. Mordmain Mein Bruder befindet sich nicht in bester Verfassung Er muss sich in Ruhe von den Torturen erholen können, statt daran erinnert zu werden Die Falten um Mordmains Mundwinkel vertieften sich Ich bin nicht gekommen, um ihrem Bruder zu sprechen Es ist mir bewusst, dass ich ihm gegenüber meine Pflicht vernachlässigt habe Ich möchte versuchen, meine Unterlassungen wieder gut zu machen Vor einiger Zeit gab der Quincy bei mir eine Reihe mechanischer Kleinteile in Auftrag Zahnräder, Nocken, Getriebe und dergleichen Ich habe nicht nachgehakt, wofür er sie benötigt Derartige Fragen stellt man dem Magister nicht Erst als die Nephilim mich aufsuchten, dämmerte mir Dass diese mechanischen Teile möglicherweise einem sinistren Zweck dienen könnten Also zog ich Erkundigungen ein und ein Informant innerhalb des Clubs erzählte mir Dass der Quincy eine Armee zu schaffen beabsichtigte Eine Armee aus mechanischen Monstern, die die Schattenjäger vernichten sollten Das kann ich einfach nicht gut heißen Das klingt ja alles sehr schön, erwiderte Will mit einem Hauch von Ungeduld in der Stimme Aber bisher haben sie uns noch nichts erzählt, was wir nicht bereits wussten Habt ihr denn auch gewusst, dass der Quincy zwei Hexen namens Die dunklen Schwestern beauftragt hat, eine Verquickungsformel zu entwickeln Mit deren Hilfe diese Kreaturen mit Dämonenergie belebt werden sollen Ja, davon wissen wir Obwohl ich der Überzeugung bin, dass nur noch eine der dunklen Schwestern existiert Die andere hat Will getötet Aber ihre Schwester hat sie mithilfe eines Beschwörungszaubers wieder zum Leben erweckt Genau in diesem Moment hocken die beiden Schwestern in einem Herrenhaus in Highgate Und arbeiten an der Verquickungsformel Und sie werden noch heute Nacht versuchen, die Formel anzuwenden Will betrachtete Mordmain aus dunkelblauen, nachdenklichen Augen Vielen Dank für diese Informationen, aber der Quincy wird schon bald keine Bedrohung mehr für uns darstellen Weder er noch seine mechanischen Monster Erstaunt weiteten sich Mordmains Pupillen Geht der Rat denn gegen den Magister vor? Vielleicht gar heute Nacht? Du meine Güte, spöttelte Will Sie kennen ja wirklich alle Begriffe Sehr beunruhigend aus dem Munde eines Irdischen Sie meinen, sie wollen es mir nicht verraten? Nein, natürlich nicht Aber sie sollten wissen, dass der Quincy Hunderte dieser Clockwerk-Kreaturen zur Verfügung stehen Eine ganze Armee In dem Moment, in dem die dunklen Schwestern die Formel sprechen Wird sich diese Armee erheben und der Quincy anschließen Wenn die Brigade ihn besiegen will, täte sie gut daran sicherzustellen, dass diese Armee nicht zum Einsatz kommt Ansonsten wird es nahezu unmöglich sein, der Quincy und seine Truppen zu schlagen Wissen Sie etwas Genaueres über den Aufenthaltsort der dunklen Schwestern Abgesehen von der Tatsache, dass sich das Gebäude in Highgate befindet, fragte Jem Mordmain nickte Gewiss weiß ich das, erwiderte er Und rasselte einen Straßennamen und eine Hausnummer herunter Nun, wir werden all diese Informationen in unsere Überlegungen einfließen lassen, sagte Will Unseren verbindlichsten Dank In der Tat Gute Nacht, Mr. Mordmain Tessa, Will und Jem schauten zu, wie Mordmain in seine Kutsche kletterte Dann schallte lautes Hufgeklapper durch den Innenhof, während das Pferdegespann einen Bogen beschrieb und schließlich durch das Institutstor fuhr Was werdet ihr jetzt tun, fragte Tessa in dem Moment, als die Kutsche außer Sicht war Ich meine, wegen der dunklen Schwestern Der Sache nachgehen natürlich, verkündete Will mit glühenden Wangen und vor Begeisterung funkelnden Augen Dein Bruder hat gesagt, dass de Quincy Dutzende dieser Kreaturen zur Verfügung stehen Und Mordmain spricht sogar von Hunderten Falls Mordmain mit seiner Behauptung richtig liegt, müssen wir uns die dunklen Schwestern vorknöpfen, ehe sie ihre Verquickungsformel anwenden können Denn sonst könnte die Brigade sich unversehens in einem Gemetzel wiederfinden Aber wäre es nicht besser, ihr würdet Henry und Charlotte und die anderen warnen? Und wie? Will gelang es, dieser kurzen Gegenfrage einen schneidenden Ton zu verleihen Vermutlich könnten wir Thomas losschicken, um die Brigade zu warnen Aber wir haben keine Garantie, dass er es rechtzeitig bis dorthin schafft Und wenn es den dunklen Schwestern gelingt, die Armee zum Leben zu erwecken Würde er schlichtweg mit den anderen getötet werden? Nein, wir müssen uns die dunklen Schwestern allein vorknöpfen Eine der beiden habe ich ja schon mal getötet Also sollten Gem und ich in der Lage sein, es mit beiden aufzunehmen Der dunkle Nachthimmel lag bereits über der ganzen Stadt, als Will und Gem das Institut verließen Tessa sah ihnen noch eine Weile nach Dann stieg sie schweren Herzens die Stufen zum Eingang hinauf Sophie und Agatha erwarteten sie in der Eingangshalle Als Agatha sich daran machte, die großen, schweren Portaltüren zu schließen trat Tessa einen Schritt beiseite Die Köchin hatte die beiden Flügel gerade schwer schnaufend ins Schloss gedrückt Als sich der Knauf der linken Tür langsam zu drehen begann Sophie runzelte die Stirn So schnell können sie doch nicht wieder zurück sein, oder? Verwirrt starrte Agatha auf den sich drehenden Knauf, die Hände noch gegen das Holz der Tür gedrückt und trat hastig einen Schritt zurück, als der linke Türflügel weit aufgestoßen wurde Auf der Schwelle stand eine Gestalt, nur vom Schein der Fackeln im Innenhof beleuchtet Einen Augenblick lang konnte Tessa lediglich erkennen, dass es sich um eine große, männliche Gestalt in einer zerrissenen Jacke handelte Dann brachte Agatha, die den Kopf in den Nacken gelegt hatte, um dem Fremden ins Gesicht zu schauen, mit stockender Stimme hervor Oh mein Gott! Einen Sekundenbruchteil später machte die Gestalt eine Handbewegung Metall blitzte auf und Agatha stieß einen gellenden Schrei aus und taumelte Einen Moment lang sah Tessa die gesamte Szenerie wie erstarrt vor sich, als handelte es sich um ein Gemälde Die offene Tür und der Clockwerkautomat Der Mann mit den gehäuteten Metallhänden und der abgewetzten grauen Jacke Noch immer Jams Blut an den Fingern Schwarz-rot getrocknete Krusten auf der grauen zerfetzten Haut Unter der dicke Kupferstränge schimmerten Seine blutbefleckte Hand umklammerte Agathas Handgelenk In der anderen hielt er ein langes, dünnes Messer Tessa machte einen Schritt nach vorn, doch sie kam zu spät Die Kreatur schwang die Klinge mit schwindelerregender Schnelligkeit und rammte sie der Köchin tief in die Brust Agatha rang nach Luft und griff mit beiden Händen nach dem Heft der Waffe Reglos schaute der zerlumpte, furchteinflößende Clockwerkmann zu Wie sie die Klinge verzweifelt zu entfernen versuchte Dann riss er das Messer mit einer raschen, ruckartigen Bewegung zurück Woraufhin Agatha auf die Knie fiel und zusammenbrach Doch der Automat wartete nicht ab, bis sie vollends zu Boden gegangen war Er wirbelte herum und marschierte durch die Portaltür hinaus in die Dunkelheit Schlagartig erwachte Sophie aus ihrer Schockstarre Sie schrie Agathas Namen und eilte zu ihr Gleichzeitig stürmte Tessa zur Eingangstür Der Clockwerkmann starkste die Stufen hinunter zum verlassenen Innenhof Entsetzt starrte Tessa ihm nach Wozu um alles in der Welt war die Kreatur hierher gekommen und warum verschwand sie jetzt wieder? Doch dies war nicht der richtige Zeitpunkt für lange Überlegungen Resolut griff Tessa nach dem Seil der Türglocke und zog kräftig daran Als das dröhnende Läuten durch das Gebäude halte Stemmte sie sich gegen die Portaltür, bis diese ins Schloss fiel Dann schob sie den Riegel vor und stürzte zu Sophie, um ihr zu helfen Mit vereinten Kräften gelang es ihnen Agatha auf die andere Seite der Eingangshalle zu schleppen Wo sie sie auf den Boden legten und sich neben sie knieten Sophie riss mehrere Stoffstreifen von ihrer weißen Schürze Presste sie auf Agathas Wunde und stieß mit panikerfüllter Stimme hervor Ich verstehe das nicht, Miss Eigentlich dürfte niemand in der Lage sein, dieses Portal zu berühren Niemand ohne Schattenjägerblut dürfte die Tür öffnen können Aber der Mann hatte Schattenjägerblut gehabt Jams Blut klebte wie rote Farbe an seinen Metallhänden Tessa wollte sich gerade aufrichten Doch es war bereits zu spät Der Riegel, der die beiden Flügel der Portaltür verschlossen hatte Zerbarst mit lautem Krachen in zwei Teile, die polternd zu Boden fielen Entsetzt schaute Sophie hoch und schrie erneut auf Doch sie wich nicht von Agathas Seite, als die beiden Flügel weit aufflogen Und ein rechteckiges Fenster in die dunkle Nacht öffneten Der Innenhof lag nicht länger verlassen da Auf dem Pflaster wimmelte es von Clockwerkmännern Die mit ungelenkten Bewegungen und starren, ausdruckslosen Minen die Stufen hinaufströmten Tessa rappelte sich auf und warf sich gegen die weit geöffnete Tür Im Versuch, sie zu schließen Die schweren Flügel ließen sich nur quälend langsam bewegen Mit dem Mut der Verzweiflung stemmte Tessa sich ein weiteres Mal gegen die Tür Und wich entsetzt zurück, als diese ihr im nächsten Moment aus den Händen Und ruckartig aus den Angeln gerissen wurde Wie ein aus der Erde gerupftes Grasbüschel Der Automat schleuderte die schwere Holztür beiseite Und stampfte auf Tessa zu Die taumelte und das Gleichgewicht verlor Die wuchtigen Metallfüße des Clockwerkmannes dröhnten dumpf auf dem Steinboden Gefolgt von weiterem Klirren und Rasseln Als mindestens ein Dutzend seiner mechanischen Brüder über die Türschwelle drängte Und sie marschierten mit ausgestreckten Metallarmen auf Tessa zu Der Mond war bereits aufgegangen, als Will und Jem Highgate erreichten Das georgianische Herrenhaus, dessen Adresse Mordmain Will und Jem gegeben hatte Lag in einer weitläufigen Parklandschaft, die von einer hohen Ziegelmauer umgeben war Von der Straße aus konnte man lediglich die Spitze des dunklen Mansardendachs erkennen Ein schwarzes Gittertor in der Gartenmauer verhinderte das unbefugte Betreten des Anwesens Doch Jems Entriegelungsruhne machte kurzen Prozess mit dem Schloss Die beiden Schattenjäger stellten die Kutsche in der Nähe des Tors ab Und schlichen die gewundene Auffahrt hinauf, die zum Haupteingang des Herrenhauses führte Der Weg war von Unkraut überwuchert Geräuschlos stiegen sie die Stufen hinauf und untersuchten die Tür, die sich im Gegensatz zu Wills Erwartung als nicht verschlossen entpuppte und mit einem vornehmlichen Quietschen aufschwang Vorsichtig schoben sich die beiden Schattenjäger ins Haus, wobei das Licht ihrer Seraphklingen ihnen den Weg wies Wachsam schauten Will und Jem sich in der imposanten Eingangshalle um Die hohen Bogenfenster hinter ihnen mussten einst prachtvoll gewesen sein Doch nun wechselten sich intakte Scheiben mit Zerborstenen ab Und durch die spinnwebartigen Risse im Glas waren die verwilderten und überwucherten Gartenanlagen zu erkennen Der Marmorboden unter ihren Füßen knirschte bei jedem Schritt Und in den zahlreichen Spalten und Rissen wuchsen Unkraut und Gras, genau wie in der Auffahrt Unmittelbar vor Will und Jem führte eine breite, geschwungene Treppe nach oben In die Schatten des ersten Geschosses Irgendetwas an Mordmeins Angaben kann nicht stimmen, flüsterte Jem Es scheint, als wäre seit Jahrzehnten niemand mehr hier gewesen Doch kaum hatte er seinen Satz beendet, ertönte auch schon ein Klang Ein Klang, der dafür sorgte, dass sich Wills Nackenhaare aufrichteten Und die Runenmale auf seinen Schultern schmerzhaft brannten Eine Art Gesang schwebte durch die kalte Nachtluft Aber kein liebliches Lied, sondern die Schwingungen einer Stimme Die derart hohe Töne erreichte, wie kein menschliches Organ sie zu produzieren vermochte Über den Köpfen der beiden jungen Männer begannen die Glasanhänger des Kristallleuchters Wie vibrierende Weingläser zu klirren und zirren Irgendetwas erschien am oberen Treppenabsatz Zunächst sah Will nur ein flüchtiges Muster aus dunklen und helleren Flächen Ein Schatten, der sich gleitend bewegte Als die Erscheinung die Stufen hinunterschwebte, schwoll der Gesang an Und Wills Nackenhaare prickelten noch heftiger Schweißperlen bildeten sich an seinen Schläfen und liefen ihm den Rücken hinunter Trotz der eisigen Luft Die schemenhafte Gestalt legte fast die Hälfte der Stufen zurück, ehe er sie erkannte Mrs. Dark Ihr hochgewachsener, hagerer Körper steckte in eine Art Nonnentracht Ein formloses, dunkles Gewand, das von ihrem Hals bis zu ihren Füßen herabfiel In einer ihrer Klauen baumelte eine nicht entzündete Laterne Sie war allein Oder auch nicht, wie Will in dem Moment erfasste, als sie auf dem mittleren Treppenabsatz stehen blieb Denn bei dem Ding, das sie in der Hand hielt, handelte es sich keineswegs um eine Laterne Sondern um den abgetrennten Kopf ihrer Schwester Mrs. Blacks Schädel baumelte an einem grauen Haarzopf, den Mrs. Dark umklammerte Als sei er ein Objekt von unschätzbarem Wert Die weit aufgerissenen Augen schimmerten durchgehend weiß wie hartgekochte Eier Auch der Mund stand weit offen Und ein dünnes Rinnsal getrockneten schwarzen Blutes War bis zu ihrem Kinn hinabgelaufen Im nächsten Moment unterbrach Mrs. Dark ihren Gesang Und kicherte wie ein Schulmädchen Böse, böse Jungs Einfach so in mein Haus einzubrechen Ihr ungezogenen kleinen Schattenjäger Hieß es nicht, die andere Schwester sei ebenfalls am Leben? Murmelte Jem seinem Freund leise zu Vielleicht hat diese hier ja ihre Schwester wiederbelebt Und ihr dann erneut den Kopf abgeschlagen Das erscheint mir zwar wie viel Arbeit für wenig Brot, aber Mörder! Fauchte Mrs. Dark und fixierte Will Es reicht dir wohl nicht, dass du meine Schwester schon einmal umgebracht hast, wie? Nein, du musst zurückkehren und mich daran hindern, ihr ein zweites Leben zu schenken Weißt du eigentlich? Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie es ist, ganz allein zu sein? Besser als sie sich jemals vorstellen können, konterte Will knapp und sah, wie Jem ihm einen verwunderten Seitenblick zuwarf Mrs. Dark stand schwankend auf dem Treppenabsatz Du gehörst zu den Sterblichen Du bist nur einen winzigen Moment allein, einen einzigen kosmischen Atemzug lang Aber ich bin für alle Ewigkeit allein, stieß sie hervor und drückte den abgetrennten Kopf fest an sich Was spielt es für euch schon für eine Rolle? Sicherlich gibt es in London dunklere Verbrechen, die die Aufmerksamkeit der Schattenjäger dringender erfordern, als meine jämmerlichen Versuche, meine Schwester wieder zurückzuholen Rasch schaute Will zu Jem, der jedoch nur die Achseln zuckte Offensichtlich war er genauso verwirrt wie Will Es stimmt zwar, dass Totenbeschwörung gegen das Gesetz verstößt, sagte Jem Aber das gilt auch für die Verquickung von Dämonenenergie Und dieser Tatbestand erfordert unsere Aufmerksamkeit, und zwar ziemlich dringend, würde ich meinen Mrs. Dark starrte ihn entgeistert an Verquickung von Dämonenenergie? Leugnen hat keinen Zweck Wir kennen ihre Pläne bis ins Detail, erwiderte Will Wir wissen von den Automaten, von der Verquickungsformel, vom Auftrag des Magisters Den die restliche Brigade genau in diesem Moment in seinem Versteck aufspürt Sobald sich die Nacht dem Ende entgegenneigt, wird er für immer von der Erdoberfläche verschwunden sein Und dann gibt es niemanden mehr, an den sie sich wenden können Und keinen Ort, wo sie noch Zuflucht finden Bei diesen Worten erbleichte Mrs. Dark Der Magister? Ihr habt den Magister gefunden? Aber wie? Ganz recht Der Quincy ist uns einmal entwischt Aber diesmal wird das nicht geschehen Wir wissen, wo er steckt und... Doch Wills Worte wurden übertönt Von kreischendem Gelächter Mrs. Dark hielt sich am Treppengeländer fest, krümmte sich vor Lachen und konnte gar nicht mehr aufhören zu wieren Verwirrt starrten Will und Jem sie an, bis die Hexe sich endlich wieder fing und langsam aufrichtete Dunkelgraue Lachtränen liefen ihr über die Wangen Die Quincy, der Magister, dieser tuntige, herausgeputzte Vampir, oh welch ein Witz, ihr Narren, ihr dummen, kleinen Narren Entgeistert krabbelte Tessa rückwärts Sophie kniete noch immer bei Agatha, die Hände auf die Brust der alten Frau gepresst Blut sickerte durch den dünnen Stoffverband unter ihren Fingern Agathas Gesicht war inzwischen weiß wie eine Wand und sie röchelte und gurgelte erbärmlich Als sie die Clockwerkautomaten erblickte, riss sie entsetzt die Augen auf und versuchte, Sophie von sich vorzuschieben Doch das noch immer schluchzende Dienstmädchen klammerte sich hartnäckig an die Köchin und weigerte sich loszulassen Sophie! brüllte eine Stimme von der Wendeltreppe, begleitet von dröhnenden Schritten auf den Steinstufen Eine Sekunde später stürmte Thomas durch die Eingangshalle, in der Hand ein massives Schwert Hinter ihm lief Jessamine, ein Schwert, fest im Griff und dicht gefolgt von Nathaniel, der zu Tode verängstigt wirkte Was um Himmels Willen, stieß Thomas hervor, verstummte dann aber und schaute von Sophie, Tessa und Agatha zur Tür und wieder zurück Die Automaten hatten inzwischen innegehalten und sich direkt hinter der Türschwelle in einer Reihe aufgestellt So reglos wie Marionetten, deren Fäden nicht länger bewegt wurden Ihre ausdruckslosen Gesichter blickten stur geradeaus Miss Lovelace, raunte Thomas Jessamine zu Miss Lovelace, bitte bringen Sie Sophie und Miss Grey in das Sanktuarium Nein, verkündete in dem Moment eine schleppende Stimme hinter Tessa Das sehe ich anders, oder sagen wir mal so Von mir aus können Sie das Dienstmädchen nehmen und fortbringen, wohin auch immer Aber Miss Grey bleibt hier und das gleiche gilt für ihren Bruder Die Stimme klang vertraut, erschreckend vertraut Langsam drehte Tessa sich um Mordmain Er lächelte, allerdings kein umgängliches, freundliches Lächeln, sondern eines, aus dem Häme und Schadenfreude sprach Nathaniel Gray Hervorragende Arbeit Ich muss gestehen, dass mein Vertrauen in dich auf eine harte, eine sehr harte Probe gestellt wurde Doch du hast deine vergangenen Fehltritte auf vortreffliche Weise wieder gut gemacht Ich bin stolz auf dich Es war stets mein innigster Wunsch, nur ihnen zu dienen, Magister Mrs. Stark lachte noch immer Was wollen Sie damit sagen? Fragte Jem verwirrt und mit lauter Stimme, um sich über ihr schallendes Gelächter hinweg verständlich zu machen Wie meinen Sie das? Trotz ihres zerlumpten Erscheinungsbildes wirkte Mrs. Stark fast schon königlich in ihrem Triumphgefühl Der Quincy ist nicht der Magister Er ist nur ein lächerlicher Blutsauger, keinen Deut besser als all die anderen Dass sie euch so leicht in die Irre abführen lassen, beweist nur, dass ihr nicht einmal ahnt, wer der Magister tatsächlich ist Oder was euch bevorsteht Ihr seid so gut wie tot, meine kleinen Schattenjäger Ihre letzte Bemerkung war zu viel für Wills hitziges Temperament Mit einem wütenden Knurren stürmte er die Treppe hinauf Die Seraph-Klinge in der ausgestreckten Hand Jem versuchte noch, ihn aufzuhalten Doch es war bereits zu spät Mrs. Stark fletschte die Zähne wie eine zischende Kobra Schwang den Arm hoch über den Kopf Und schleuderte Will das abgetrennte Haupt ihrer Schwester entgegen Der Schattenjäger stieß einen angeegelten Schrei aus und wich zur Seite Was die Hexe sofort ausnutzte Sie flog die Treppe hinunter an Will vorbei Und durch den westlichen Torbogen der Eingangshalle Wo sie in den dahinterliegenden Schatten verschwand Magister? Wiederholte Tessa verständnislos Aber das kann nicht sein Die Quincy ist der Magister Auch die Kreaturen auf der Brücke haben gesagt, dass sie ihm dienen Und Nate hat Bestürzt starrte Tessa ihren Bruder an Nate? Es war ein Fehler, den Namen ihres Bruders laut auszusprechen Sofort heftete Mordmain seinen Blick auf Tessa und grinste breit Er greift die Die Gestaltwandlerin Befahl er den Clockwerk-Kreaturen Lass sie nicht entkommen Nate! Schrie Tessa auf Doch ihr Bruder schaute sich nicht einmal nach ihr um Als die Automaten, plötzlich zum Leben erweckt, sirrend und klickend auf sie zumarschierten und sie packten Einer der Clockwerk-Männer legte seine Metallarme wie einen Schraubstock um ihren Brustkorb und schnürte ihr die Luft ab Mordmain musterte Tessa spöttisch Gehen Sie mit Ihrem Bruder nicht zu hart ins Gericht, Miss Grey Er ist wirklich schlauer, als ich gedacht hatte Immerhin war es seine Idee, die jungen Herren Carstairs und Herondale mit einer weit hergeholten Geschichte aus dem Haus zu locken Der Arm der Clockwerk-Kreatur presste sich immer enger um Tessas Brustkorb, sodass ihr die Luft wegblieb Am Rande der Ohnmacht schlug Tessa mit rasch schwindenden Kräften nach den Metallarmen und spürte nur vage ein Flattern an ihrer Kehle Ein Flattern wie von einem Kolibri oder Schmetterling, der unter dem Kragen ihres Kleides gefangen saß Die Kette um ihren Hals vibrierte und zuckte Irgendwie gelang es Tessa nach unten zu schauen Mit verschwommenem Blick erkannte sie zu ihrer Verwunderung, dass der kleine Metallengel unter ihrem Kragen hervorgekommen war Pfeilschnell stieg er auf und hob dabei die Kette über ihren Kopf Seine Augen schienen zu glühen Und zum ersten Mal hatte er die Metallschwingen weit ausgebreitet Deren Ränder mit irgendeiner schimmernden Substanz versehen waren und rasiermesserscharf glitzerten Während Tessa erstaunt zusah, begab sich der Engel wie eine Hornisse in den Sturzflug Und attackierte den Kopf des Klockwerkmannes mit seinen scharfkantigen Schwingen, die durch die Kupfer- und Metallschichten der Kreaturschnitten und einen Sprühregen aus roten Funken erzeugten Der Automat lockerte seinen Griff und, während er unkoordiniert umhertorkelte und wild mit den Metallarmen um sich schlug, wandte Tessa sich aus seiner Umklammerung Mordmain, der eine Spur zu spät begriff, was da vor sich ging, schrie den anderen Automaten einen Befehl zu, woraufhin diese sich in Bewegung setzten und auf Tessa zustürzten Verzweifelt schaute Tessa sich um, konnte den winzigen Engel jedoch nirgends mehr sehen Er schien sich in Luft aufgelöst zu haben Tessa, aus dem Weg! Eine kleine kalte Hand packte sie am Handgelenk Jessamine riss sie zur Seite, während Thomas, der Sophie freigegeben hatte, nach vorn stürzte Resolut schob Jessamine Tessa rückwärts in Richtung Treppe und rückte dann mit wirbelnder Waffe vor Aus ihrem Gesicht sprach eiserne Entschlossenheit Thomas ging als erster zum Angriff über Er schwang sein Schwert und schlitzte einer Kreatur, die mit ausgestreckten Metallgreifern auf ihn zukam, mit einem gewaltigen Schlag den Brustkorb auf Lautsirrend taumelte der Automat rückwärts, rote Funken sprühten wie Blut aus seinem Rumpf Der Anblick entlockte Jessamine ein harsches Lachen und sie schlug um sich Die scharfe Klinge durchtrennte die Beine von gleich zwei Clockwerk-Männern, die daraufhin nach vorn stürzten und wie Fische an Land hilflos über dem Boden zappelten Mordmain zog eine verärgerte Miene Ach, Herrgott nochmal! Du! Ungeduldig schnippte er mit den Fingern und zeigte auf einen Automaten, an dessen rechtem Handgelenk eine Art Metallröhre angeschweißt zu sein schien Erledige die Schattenjägerin! Mit einer eckigen Bewegung riss die Kreatur den Arm hoch und eine grellrote Flamme schoss aus der Röhre Der Kugelblitz traf Jessamine voll in die Brust und schleuderte sie rückwärts Sie ging zu Boden und blieb zuckend und mit weit geöffneten, glasigen Augen liegen Nun marschierten die Kreaturen auf Tessa zu Sofort schob Thomas sich vor sie Seine schweißfeuchten Haare klebten ihm im Gesicht und quer über seine Hemdbrust verlief ein langer, blutiger Riss Majestätisch schwang er das Schwert mit großen, weit ausholenden Bewegungen Sicher war es nur eine Frage von Minuten, bis er die Kreaturen vollends in der Luft zerfetzt hatte Doch die Klockwerk-Männer erwiesen sich als überraschend geschickt Immer wieder wichen sie seinen Hieben aus und strebten unbeirrt und mit starrem Blick in Tessas Richtung Thomas wirbelte zu Tessa herum und brüllte panisch Miss Grey, schnell! Bringen Sie Sophie fort! Sophie! Das Sanktuarium! Lauf! Nein! Brüllte Mordmain und wandte sich an den Klockwerkmann, der Jessamine attackiert hatte Als dieser den Arm hob, packte Tessa das Dienstmädchen am Handgelenk und zog sie in Richtung Treppe Im nächsten Moment schlug ein roter Kugelblitz krachend in der Wand neben ihnen ein Tessa schrie auf, verlangsamte ihre Schritte aber nicht und zerrte Sophie die Wendeltreppe hinauf Verfolgt vom Geruch des Schießpulvers und dem Gestank des Todes Will und Jem stürmten durch den Torbogen, der die Eingangshalle vom angrenzenden Raum trennte Und blieben abrupt stehen Obwohl sie keine weiteren Ausgänge entdecken konnten, war Mrs. Dark nirgends zu sehen In der Saalmitte hing ein gewaltiger Kristalllüster, von dessen Armen lange graue Spinnweben herabbaumelten Welche sich in der aufgewirbelten Luft wie antike Spitzengardinen bauschten Wahrscheinlich hatte der Leuchter einst über einem großen Esstisch gehangen Doch nun schaukelte er leise über dem nackten Marmorboden, der mit verschiedenen Symbolen zur Geisterbeschwörung versehen war Ein fünfzackiger Stern in einem Kreis, der sich in einem Quadrat befand Im Inneren des Pentagramms stand eine abstoßende Steinstatue Das Abbild irgendeines hässlichen Dämons mit verwachsenen Gliedmaßen, klauenbewährten Händen und Hörnern auf der Stirn Um die Statue herum zeugten diverse Utensilien von der Anwendung schwarzer Magie Knochen, Federn, Feldstreifen und Schlangenhäute waren über den Raum verstreut Und daneben erkannte man brodelnde Blutlachen, die wie dunkler Champagner schäumten In einer Ecke lagen mehrere leere Käfige Und auf einem niedrigen Beistelltisch stapelten sich blutbeschmierte Messer Und steinerne Gefäße mit dubiosen dunklen Flüssigkeiten Jem, das sind keine Vorbereitungen für eine Verquickungsformel Das hier dient alles der Geisterbeschwörung Tief in Wills Inneren regte sich ein schrecklicher dunkler Verdacht Doch es war bereits zu spät Will, hinter dir! Die Statue in der Mitte des Pentagramms bewegte sich Die zuvor gekrümmte Gestalt stand nun aufrecht und ihre Augen glühten schwefelgelb Doch erst als sie ihre drei Münder zu einem Grinsen verzog Erkannte Will, dass es sich keineswegs um eine Marmorstatue handelte Sondern um eine Kreatur mit harter, grauer, steinähnlicher Haut Ein Dämon Will duckte sich und schleuderte instinktiv sein Seraph-Schwert Obwohl er nicht erwartete, mit dieser Geste viel ausrichten zu können Und er sollte Recht behalten Als die Klinge auf das Pentagramm zuflog, prallte sie plötzlich gegen eine unsichtbare Mauer Und fiel krachend zu Boden Der Dämon im Pentagramm lachte meckernd Du versuchst mich hier drin zu attackieren? Fragte er höhnisch mit hoher dünner Stimme Du könntest die himmlischen Heerscharen gegen mich einsetzen und würdest doch nichts erreichen Keine Engelsmacht vermag, diesen Kreis zu durchdringen Mrs. Stark Stieß Will zwischen den Zähnen hervor Ach, dann erkennst du mich jetzt also doch Andererseits wurde auch noch nie behauptet, ihr Nephilim wird besonders clever Die Dämonin fletschte die grünlichen Reißzähne Dies hier ist meine wahre Gestalt Ich bin eine reinrassige Dämonin Eine Eidolon Oder Gestaltwandlerin Genau wie eure heißgeliebte Tessa Aber im Gegensatz zu ihr kann ich nicht zu der Person werden, deren äußere Hülle ich annehme Und deshalb wollte der Magister mich auch nicht Also hat er uns beauftragt, sie auszubilden Seinen kostbaren Kleinliebling Mich und meine Schwester Denn wir wissen alles über die Kunst der Gestaltwandlung Es ist uns gelungen, das Mädchen selbst gegen ihren Willen darin zu unterrichten Aber sie war uns für diesen Dienst keineswegs dankbar Sie hat es nie begriffen Die Ehre, die ihr zuteil wurde Der Ruhm, den sie erlangen sollte Die gelben Augen der Dämonin brannten vor Empörung Als sie floh, richtete sich der Zorn des Magisters gegen mich Ich hatte ihn enttäuscht Und er setzte ein Kopfgeld auf mich aus Dies schien Jem aufrichtig zu bestürzen Sie meinen, die Quincy wollte wirklich ihren Tod? Wie oft muss ich euch noch sagen, dass die Quincy nicht der Magister ist? Der Magister ist... Abrupp brach die Dämonin ab und kreischte dann Ha, du versuchst nur mich reinzulegen, kleiner Schattenjäger Aber das wird dir nicht gelingen Gleichgültig zuckte Jem die Achseln Sie können nicht ewig in diesem Pentagramm bleiben Irgendwann wird der Rest der Brigade hier eintreffen und sie aushungern Und dann gehören sie uns Mrs. Dark zischte Mag sein, dass er mich verstoßen hat Aber ich fürchte den Magister noch immer tausendmal mehr als euch und eure Brigade Wenn sie uns schon nicht verraten wollen, wer der Magister ist, setzte Will mit scharfer Stimme an Dann können sie uns vielleicht stattdessen eine einfache Frage beantworten Ist Axel Mortmain der Magister? Bei diesen Worten stieß Mrs. Dark ein gequältes Heulen aus, schlug die knochigen Hände vor den Mund und sank mit weit wunden Augen zu Boden Der Magister, er wird glauben, ich hätte es euch verraten Jetzt wird er mir niemals vergeben Mortmain? Wiederholte Jem Aber er ist doch derjenige, der uns gewarnt hat Ah, er schwieg kurz Ich verstehe Mortmain hat uns belogen, was die dunklen Schwestern und die Verquickungsformel betrifft Genau genommen war er sogar derjenige, der Charlotte überhaupt erst den Floh ins Ohr gesetzt hat De Quincy sei der Magister Wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir den Vampir niemals verdächtigt Aber wozu der ganze Aufwand? De Quincy ist eine widerliche Bestie Heulte Mrs. Dark, die noch immer inmitten des Pentagramms kauerte Offenbar war sie zu dem Schluss gekommen, dass weiteres Leugnen keinen Zweck hatte Der Vampir hat Mortmain bei jeder Gelegenheit zuwidergehandelt und wollte sich sogar selbst zum Magister machen Eine derartige Gehorsamsverweigerung muss bestraft werden Aber Mortmain ist nicht der Einzige, der mit dem Finger auf de Quincy gezeigt hat Fügte Jem mit ernster Stimme hinzu Da wäre noch Nathaniel Gray, Tessas Bruder Und wenn zwei Leute dieselbe Lüge verbreiten Dann arbeiten sie in der Regel zusammen Beendete Will den Satz Mrs. Dark brach in ein hohes heulendes Gelächter aus Nate Gray Das kleine menschliche Schoßhündchen des Magisters Gray hat seine eigene Schwester an Mortmain verkauft Und da behauptet ihr, wir Dämonen wären bösartig und die Menschen müssten vor uns beschützt werden Ihre Stimme überschlug sich fast vor höhnischem Gelächter Wie lautet Mortmains Plan? Was erwartet die Brigade, wenn sie am Carlton Square eintrifft? Ein Blutbad? Antworte mir Oder ich werde dafür sorgen, dass der Rat dich vor deiner Hinrichtung foltern wird Das schwöre ich dir beim Erzengel Mrs. Darks gelbe Augen blitzten Worauf hat der Magister es abgesehen? Was ist das Einzige, das ihn je interessiert hat? Zischte sie Er verachtet die Neffelem Aber was ist es, was er wirklich will? Tessa, antwortete Jem prompt Aber sie befindet sich in Sicherheit Nicht einmal Mortmains formaledeite Clockwerk-Armee kann ins Institut hineingelangen Das kann nur jemand mit Schattenjägerblut Selbst wenn wir beide hier und Mein Blut Einen Moment lang stand Will vollkommen reglos da und starrte seinen Freund stumm an Dann wirbelte er herum und rannte zum Ausgang des Speisesaals, dicht gefolgt von Jem Doch als sie die Tür erreichten, flog diese wie von Geisterhand bewegt vor ihrer Nase krachend ins Schloss Abrupt kam Will zum Stehen und drehte sich zu Jem um, der genauso verblüfft schaute wie er selbst Im Inneren ihres Pentagramms brach Mrs. Dark in johlendes Gelächter aus Neffelem, törichte kleine Neffelem, wo ist euer Erzengel jetzt, da ihr ihn braucht? Im nächsten Moment schossen gewaltige Feuersäulen an den Wänden empor, sprangen auf die Vorhänge vor den Fenstern über und züngelten über den Boden Die Flammen brannten in einem seltsamen blaugrünen Licht und sofort breitete sich ein dichter, beißender Qualm im Raum aus Dämonengestank Hastig zückte Will eine zweite Seraphklinge und brüllte »Anneil!« Das Schwert leuchtete sofort grell auf, doch Mrs. Dark lachte nur »Wenn der Magister eure verkohlten Leichen sieht, wird er mir vergeben, dann wird er mich wieder willkommen heißen« Ihr meckerndes Gelächter steigerte sich zu einem hohen, grässlichen Heulen, während sich der Saal mit dunklem, undurchdringlichem Rauch füllte Gem hielt sich einen Arm vor den Mund und rief Will mit erstickter Stimme zu »Töte sie! Töte sie, und das Feuer wird sofort erlöschen!« Beide Hände fest um den Griff seines Schwerts geklammert, erwiderte Will knurrend »Glaubst du ernsthaft, das hätte ich nicht längst getan, wenn ich könnte? Sie befindet sich im Inneren des Pentagramms« »Ich weiß«, Gem warf ihm einen bedeutungsvollen Blick zu »Will, schneid sie durch!« Da Will und Gem sich blind verstanden, begriff Will sofort, was sein Freund meinte Er wirbelte zu dem Pentagramm herum, hob das strahlende Seraph-Schwert, zielte und schleuderte die Waffe Allerdings nicht gegen die Dämonen, sondern in Richtung der dicken Metallkette, die den schweren Kristalllüster trug Die Klinge durchtrennte die Kette so mühelos wie ein Messer einen Papierbogen Dann ertönte ein reißendes Geräusch, und der Dämonin blieb gerade noch Zeit, einen einzigen schrillen Schrei auszustoßen, bevor der wuchtige Kronleuchter herabstürzte Ein berstender Komet aus knirschendem Metall und klirrendem Glas Schützend riss Will die Arme vor die Augen, als der Boden unter seinen Füßen wie bei einem Erdstoß biebte Einen Sekundenbruchteil später ging ein Hagel aus Marmorbrocken, Kristallscherben und Metallstücken auf ihn herab Als sich das Chaos nach einer Weile legte, öffnete er vorsichtig die Augen Der Kronleuchter lag zersplittert und vollkommen verbogen vor ihm, wie ein gewaltiges Schiffswrack auf dem Meeresboden Gem hatte Recht gehabt, die Flammen waren erloschen Er selbst stand vor dem Trümmerhaufen und betrachtete Wills Werk Staub hatte seine ohnehin hellen Haare noch weißer getönt und seine Wangen waren mit Asche beschmiert Gute Arbeit, William Doch Will reagierte nicht, dafür war jetzt keine Zeit Er stieß die Tür, die sich nun mühelos öffnen ließ, weit auf und stürmte aus dem Saal Tessa und Sophie liefen die endlosen Stufen der Institutstreppe hinauf, bis Sophie keuchend rief Hier entlang, durch diese Tür Sofort warf Tessa sich dagegen und fiel förmlich in den dahinterliegenden Flur Sophie entzog sich ihrem Griff und wirbelte herum, um die Tür zu schließen und den Riegel vorzuschieben Nach Luft schnappend lehnte sie sich einen Moment gegen das Holz Tränen liefen ihr über die Wangen Miss Jessamyn, wisperte sie Glauben Sie, dass sie... Ich weiß es nicht Aber du hast gehört, was Thomas gesagt hat Wir müssen es zum Sanktuarium schaffen, Sophie Dort werden wir in Sicherheit sein Du musst mir zeigen, wo dieser Raum liegt Ich finde mich hier allein nicht zurecht Sophie nickte langsam und richtete sich auf Schweigend führte sie Tessa durch ein Labyrinth gewundener Gänge Bis sie schließlich den dunklen Korridor betraten, den Tessa von ihrem ersten Treffen mit Camille wiedererkannte Sophie nahm ein Elbenlicht aus der Wandhalterung und lief voran Endlich erreichten sie die massive Eisentür, auf deren Oberfläche die beiden mit dem Rücken aneinander grenzenden Zehs prangten Plötzlich hielt Sophie inne und schlug bestürzt eine Hand vor den Mund Der Schlüssel! Ich hab den verdammten Schlüssel vergessen! Tessa spürte, wie eine Woge frustrierter Wut in ihr aufwallte Aber es gelang ihr, den Anfall zu unterdrücken Sophie hatte gerade miterleben müssen, wie eine gute Freundin in ihren Armen gestorben war Man konnte es ihr wohl kaum verübeln, dass sie den Schlüssel vergessen hatte Weißt du, wo Charlotte ihn aufbewahrt? Fragte Tessa drängend Sophie nickte Ich lauf schnell los und hol ihn Warten Sie hier, Miss Damit machte sie auf dem Absatz kehrt und eilte davon Tessa schaute ihr nach, bis ihre weiße Haube und die hellschimmernden Ärmelaufschläge in den Schatten verblassten und sie allein in der Dunkelheit zurückblieb Der Flur wurde nur von einem schmalen Lichtstreifen erhellt, der unter der Tür des Sanktuariums hindurchfiel Tessa presste sich mit dem Rücken gegen die Wand, als könnte sie darin verschwinden Vor ihrem inneren Auge sah sie wieder und wieder, wie das Blut aus Agathas Brustkorb schoss und Sophies Hände hellrot verfärbte Und sie hatte noch immer das spröde Gelächter ihres Bruders in den Ohren, als der rote Kugelblitz Jessamine traf Da war's wieder Harsch und spröde wie knirschendes Glas halte es durch die Dunkelheit Sicher bildete sie sich das nur ein Langsam drehte Tessa sich um, in Richtung des Gelächters Und dort, wo wenige Minuten zuvor nur ein leerer Gang gewesen war, stand nun jemand Jemand mit hellen Haaren und einem breiten Grinsen im Gesicht Jemand mit einem dünnen, langen Messer in der rechten Hand Nate Meine kleine Tessie Das war wirklich beeindruckend Ich hätte nicht gedacht, dass du oder das Dienstmädchen so schnell laufen könnt Er wirbelte das Messer zwischen seinen Fingern Zu deinem Pech hat mich mein Gebeter jedoch mit gewissen Kräften ausgestattet Ich kann mich inzwischen schneller bewegen, als du denken kannst Er lächelte süffisant Wahrscheinlich bedeutend schneller, wenn man berücksichtigt, wie lange du gebraucht hast, um die Zusammenhänge zu begreifen Nate, es ist noch nicht zu spät, du kannst noch aufhören Womit aufhören? Ich soll damit aufhören, unermessliche Kräfte und immenses Wissen zu gewinnen? Oder damit der Lieblingsjünger des mächtigsten Mannes von ganz London zu sein? Ich wäre ein rechter Narr, wenn ich mit all dem aufhören würde, kleines Schwesterlein Lieblingsjünger? Wo war Mortmain denn, als de Quincy kurz davor stand, dir sämtliches Blut aus den Adern zu saugen? Ich hatte ihn enttäuscht Du hattest ihn enttäuscht Du bist aus dem Haus der dunklen Schwestern geflohen, obwohl du wusstest, was das für mich bedeutete Deine schwesterliche Zuneigung lässt etwas zu wünschen übrig, Tessie Ich habe mich um deinetwillen von den dunklen Schwestern foltern lassen, Nate Ich habe alles für dich getan Und du, du hast mich glauben lassen, de Quincy sei der Magister All die Dinge, die du behauptet hast, alles, was de Quincy angeblich getan hat, das war in Wahrheit Mortmains Werk, stimmt's? Er war derjenige, der mich nach England holen ließ Er war derjenige, der die dunklen Schwestern beauftragt hat Dieser ganze Unsinn über de Quincy diente nur dazu, die Brigade vom Institut fortzulocken Nate grinste Wie hat Tante Harriet immer so schön gesagt? Zu spät gescheit ist oft bereut Und was wird die Brigade vorfinden, wenn sie bei der Adresse eintrifft, die du als de Quincy's Versteck angegeben hast? Nichts? Nichts? Ein leeres Haus? Eine niedergebrannte Ruine? Langsam wich Tessa zurück, bis sie mit dem Rücken gegen die kalte Oberfläche der Eisentür stieß Nate folgte ihr, und seine Augen glitzerten wie die Klinge in seiner Hand Aber nein, dieser Teil der Geschichte ist wahr Es wäre doch nicht sinnvoll, wenn die Brigade zu schnell erkennen würde, dass man sie zum Narren gehalten hat, oder? Sie soll ruhig ein Weilchen beschäftigt sein, und das Ausräuchern von de Quincy's Nest dürfte sie in der Tat ein paar Stunden kosten Er zuckte die Achseln Übrigens bist du diejenige, die mich erst darauf gebracht hat, dem Vampir an allem die Schuld in die Schuhe zu schieben Nach den Ereignissen neulich Abend war er sowieso ein toter Mann Die Nephilim hatten ihn damit im Visier, was ihn für Mordman nutzlos machte Und die Tatsache, dass wir ihm nun die Brigade auf den Hals geschickt haben, um ihn zu beseitigen Und Will und Jem fortgelockt haben, damit sie meinem Gebieter diese lästige Mrs. Dark vom Hals schaffen Nun ja, das ist wie drei Fliegen mit einer Klappe schlagen, oder? Ein ziemlich genialer Schachzug von mir, wenn ich das mal so sagen darf Findest du nicht auch? Tessa hätte ihm am liebsten ins Gesicht gespuckt Doch sie wusste, dass sie ihn dazu bringen musste, weiterzureden, um selbst Zeit zu gewinnen Zeit für einen Plan, wie sie sich aus dieser misslichen Lage befreien konnte Uns hast du auf jeden Fall gründlich hereingelegt, erklärte sie und hasste sich selbst dafür Wie viel von dieser Geschichte ist denn wahr? Und wie viel hast du erfunden? Ach, große Teile davon entsprechen tatsächlich der Wahrheit, wenn du es unbedingt wissen willst Die besten Lügen sind die, die auf der Wahrheit basieren Zumindest in Teilen Prahlte Nathaniel selbstgefällig Ich bin mit der festen Absicht nach London gekommen Mordmane mit meinem Wissen über seine okkulten Machenschaften zu erpressen Aber dann stellte sich heraus, dass sie ihn das überhaupt nicht kümmerte Allerdings wollte er mich unbedingt kennenlernen, um sich Gewissheit zu verschaffen Denn er war sich nicht sicher, ob ich das erst- oder zweitgeborene Kind unserer Eltern war Er dachte, ich wäre möglicherweise du Als er dann erkannte, dass ich nicht das Kind war, nach dem er suchte, freute er sich wie ein Schneekönig Er wünscht sich nämlich ein Mädchen, musst du wissen Aber wozu? Was will er von mir? Erneut zuckte Nate die Achseln Ich weiß es nicht Und es ist mir auch egal Mordmane versprach mir, wenn ich dich herbeischaffen und ihm übergeben würde Und du dich als das erweisen würdest, was er sich von dir erhoffte Dann würde er mich zu seinem Jünger machen Doch nach deiner Flucht lieferte er mich zur Strafe an die Quincy aus Und als du mich hierher brachtest, mitten in die Hochburg der Nephilim, war das für mich wie eine zweite Chance Endlich konnte ich meinen Teil der Vereinbarung erfüllen Du hast ihn kontaktiert? Tessa spürte, wie ihr übel wurde Plötzlich musste sie an das geöffnete Fenster im Salon denken, an Nades gerötetes Gesicht und seine Behauptung, dass es bereits offen gewesen wäre Irgendetwas sagte ihr, dass er Mordmane eine Nachricht geschickt hatte Du hast ihm mitgeteilt, dass die Nephilim dich aufgenommen haben Und dass du bereit wärst, uns zu hintergehen Aber du hättest hierbleiben können Und wärst in Sicherheit gewesen In Sicherheit, aber machtlos Hier im Institut bin ich nur ein ganz gewöhnlicher Mensch Schwach und nichtswürdig Aber als Mordmans Jünger werde ich direkt an seiner Seite stehen Wenn er das britische Weltreich regiert Du bist ja verrückt Die ganze Geschichte ist vollkommen lächerlich Ich kann dir versichern, dass sie alles andere als lächerlich ist Genau heute, in einem Jahr, wird Mordmane es sich im Buckingham Palace bequem machen Das Empire wird sich seiner Herrschaft beugen Aber du wirst nicht an seiner Seite sein Ich habe gesehen, mit welchem Blick er dich bedacht hat Du bist kein Jünger, sondern nur ein Werkzeug, das er benutzt Und wenn er bekommen hat, was er will Dann wird er dich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel Nades Hand schloss sich fester um den Griff des Messers Das stimmt nicht Doch, es stimmt Tante Harriet hat dich immer gewarnt Dass du viel zu vertrauensselig bist Deshalb bist du auch so ein miserabler Spieler, Nate Du lügst und betrügst andere nach Strich und Faden Kannst aber nicht erkennen, wenn man dich täuscht Tante Harriet meinte Tante Harriet Nate lachte leise Ihr Tod kam ja so überraschend Ist es dir eigentlich nicht merkwürdig erschienen Dass ich dir eine Schachtel Pralinen geschickt habe Eine Süßigkeit, von der ich doch genau wusste Dass du sie nicht anrühren würdest Während das liebe Tantchen sich mit Freuden darauf gestürzt haben dürfte Bei seinen Worten verspürte Tessa einen plötzlichen Übelkeitsanfall Einen heftigen Stich Als hätte Nathaniel ihr das Messer in den Magen gerammt und genüsslich darin umgedreht Nate Das würdest du doch nicht ernsthaft tun Tante Harriet hat dich geliebt Du hast keine Ahnung, was ich alles tun würde, Tessie Nicht die geringste Die Worte sprudelten wie im Fieberwahn aus ihm heraus Du hältst mich für einen tumben Narren Deinen törichten Bruder, der vor der Welt beschützt werden muss Den man so leicht übertölpeln und ausnutzen kann Ich habe gehört, wie ihr euch über mich unterhalten habt Du und Tante Harriet Und ich weiß, dass keiner von euch beiden geglaubt hat Dass ich es jemals zu etwas bringen würde Dass ich etwas leisten würde, worauf ihr stolz sein könntet Aber jetzt habe ich es geschafft Jetzt habe ich es geschafft Also los, komm endlich Es besteht überhaupt kein Grund, so ein Theater zu machen Der Magister wird dir schon nichts tun In diesem Augenblick tauchte hinter Nate eine Gestalt auf Ein helles, schimmerndes Objekt schwebte einen Moment hoch über Nates Kopf Und ging dann krachend auf seinen Schädel nieder Nate torkelte vorwärts und brach bewusstlos zusammen Als er auf dem Boden auftraf, entglitt die Klinge seiner schlaffen Hand Und dann lag er reglos da Blut sickerte zwischen seinen hellblonden Haaren hervor Tessa schaute auf Im Halbdunkel des Flurs konnte sie Jessamine erkennen Die mit einem wutentbrannten Ausdruck in den Augen über Nate gebeugt stand Die Überreste einer zerbrochenen Lampe in der linken Hand Sprachlos starrte Tessa die junge Schattenjägerin an Jessamine? Jessamine schaute auf Der Kragen ihres Kleides war zerrissen Ihre Locken hatten sich vollständig aus den Haarnadeln gelöst Und auf ihrer rechten Wange schimmerte ein bläulicher Bluterguss Achtlos ließ sie den Lampenfuß fallen, der Nates Kopf nur knapp verfehlte Und erwiderte in gleichgültigem Ton Mir geht's gut Falls du vielleicht deswegen solche Stilaugen machen solltest Schließlich waren sie ja nicht hinter mir her Miss Grey, Miss Lovelace Rief Sophie in dem Moment atemlos durch den Flur In einer Hand hielt sie den schlanken Schlüssel zum Sanktuarium Als sie die beiden anderen Mädchen erreichte, blieb sie abrupt stehen Und starrte mit offenem Mund auf Nate Ist alles in Ordnung mit ihm? Wen interessiert es schon, ob mit ihm alles in Ordnung ist? Schnaubte Jessamine, bückte sich Und hob das Messer auf, das Nates Hand entglitten war Dann richtete sie sich auf Drehte sich zu Sophie und hob das Kinn Jetzt steh doch nicht tatenlos herum, Sophie Lass uns endlich ins Sanktuarium Bevor Gott weiß noch was uns nachsetzt Und uns alle erneut zu töten versucht Als die Türen des Sanktuariums sich hinter ihnen schlossen Schaute Tessa sich besorgt um Der Raum war dunkler als bei ihrem letzten Besuch Denn dieses Mal brannten keine Kerzen in den großen Messingleuchtern Und nur die flackernden Elbenlichter an den Wänden spendeten etwas Licht Dagegen ergoss die Engelsstatue Noch immer ihren endlosen Tränenstrom in das steinerne Becken Aus dem eine eisige Kälte aufstieg Die Tessa schaudern ließ Sophie steckte den Eisenschlüssel wieder in ihre Schürzentasche Und zog eine sorgenvolle Miene Da wären wir also Schrecklich kalt ist es hier Ach, halb so schlimm Wir werden gewiss nicht lange hierbleiben müssen Erwiderte Jessamine Sie hielt noch immer Nates Messer in der Hand Dessen Klinge im Elbenlicht glitzerte Irgendjemand wird schon zurückkehren, um uns zu retten Will oder Charlotte Und dann als erstes feststellen Dass es im Institut vor Clockwerkmonstern nur so wimmelt Von Mordmann ganz zu schweigen Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Rettung wirklich so leicht vonstatten gehen wird Wie du es darstellst Tessa musterte sie scharf Was ist passiert, Jessamine? Wir haben gesehen, wie du verletzt wurdest Und ihr habt herzlich wenig dagegen unternommen Ich war bewusstlos Und als ich wieder zu mir kam, sah ich, dass ihr alle das Weite gesucht hattet Bis auf Thomas Auch Mordmann war verschwunden Nur seine Clockwerk-Kreaturen nicht Eines dieser Monster steuerte schon wieder auf mich zu Und ich suchte verzweifelt nach meinem Sonnenschirm Doch er war völlig zertrampelt Und zu nichts mehr zu gebrauchen Dann sah ich, dass Thomas von diesen Kreaturen umzingelt war Und ich wollte ihm zur Hilfe eilen Aber er rief mir zu Ich solle fliehen Also bin ich geflohen Sophies Augen blitzten aufgebracht Du hast ihn dort zurückgelassen? Vollkommen allein? Mit einer wütenden Geste Knallte Jessamine das Messer auf den Beckenrand Das jedoch herunterrutschte Und klirrend am Fuß des Springbrunnens liegen blieb Ich bin eine Dame, Sophie Und es wird allgemein erwartet Dass ein Mann sich für die Sicherheit einer Dame aufopfert So ein Blödsinn Sophies Hände waren zu kleinen festen Fäusten geballt Sie sind eine Schattenjägerin Und Thomas ist nur ein irdischer Sie hätten ihm helfen können Aber das wollten sie nicht Weil sie nämlich viel zu egoistisch sind Und, und abscheulich Jessamine starrte Sophie mit offenem Mund an Wie kannst du es wagen in diesem Ton? Setzte sie an Unterbrach sich aber Als plötzlich ein dumpfes Donnern durch das Sanktuarium halte Das Dröhnen des Türklopfers Der Klopfer wurde ein zweites Mal betätigt Und dann rief eine vertraute Stimme von der anderen Seite der Tür Tessa! Sophie! Ich bin's, Will! Gott sei Dank! Stieß Jessamine hervor Mindestens so erleichtert über die Tatsache Die hitzige Diskussion mit Sophie nicht länger fortführen zu müssen Wie über ihre bevorstehende Rettung Hastig lief sie zur Tür Will! Hier ist Jessamine! Ich bin auch hier drin! Und ist mit euch dreien alles in Ordnung? Will klang auf eine Weise besorgt, die Tessa die Kehle zuschnürte Was ist passiert? Wir sind von Highgate hierher zurückgerast Und dann habe ich gesehen, dass die Türen des Instituts offen standen Wie um alles in der Welt ist Mordman denn hier reingekommen? Er hat die Schutzschilde irgendwie umgangen Erwiderte Jessamine bitter und streckte die Hand nach der Türklinker aus Keine Ahnung, wie er das gemacht hat Ach, das spielt jetzt keine Rolle mehr Er ist tot Und die Clockwerk-Kreaturen sind alle vernichtet Will's Ton klang beruhigend Aber warum fühlte sie sich alles andere als beruhigt? Überlegte Tessa Sofort drehte sie sich zu Sophie um Die wie gebannt auf die Tür starrte Eine scharfe, senkrechte Falte auf der Stirn Das Mädchen bewegte die Lippen, als würde sie irgendetwas wispern In dem Moment erinnerte Tessa sich Dass Charlotte ihr erzählt hatte Sophie besäße das zweite Gesicht Und das mulmige Gefühl in ihrem Magen schwoll Schlagartig zu heller Panik an Jessamine Jessamine Rühr die Tür nicht an Doch es war bereits zu spät Die beiden Türflügel schwangen weit auf Und auf der Schwelle stand Mordmane Flankiert von seinen Clockwerk-Monstern Jessamine rang erschrocken nach Atem Und wich ruckartig zurück Als Mordmane das Sanktuarium betrat Sophie schrie auf Und duckte sich hinter einen der Pfeiler Tessa war zu schockiert Um auch nur einen Finger zu rühren Die vier Automaten, die Mordmane flankierten Starrten reglos geradeaus Ihre glänzenden Gesichter wirkten wie Metallmasken Hinter Mordmane drängte Nate in den Raum Er trug einen behelfsmäßigen Blutbefleckten Verband um den Kopf Offensichtlich aus einem Stück Gewebe seines Hemds Jems-Hemd Gefertigt Sein hasserfüllter Blick fiel auf Jessamine Du dummes Miststück Knurrte er und marschierte auf die Schattenjägerin zu Nathaniel Mordmans Stimme knallte wie eine Peitsche durch die kalte Luft Und Nate erstarrte Jetzt ist nicht der Augenblick, um deine kleinlichen Rache-Gelüste zu befriedigen Zur Waffenkammer, sofort Widerstrebend wandte Nate sich von Jessamine ab Und als sein Blick Tessa streifte Verwandelte sich der wütende Ausdruck auf seinem Gesicht in ein höhnisches Grinsen Dann machte er auf dem Absatz kehrt und stolzierte aus dem Raum Gleichzeitig lösten sich zwei der Clockwerk-Kreaturen von Mordmans Seite und folgten ihm Als die Tür sich hinter ihnen schloss, breitete sich ein erfreutes Lächeln auf Mordmans Zügen aus Ihr zwei da Sagte er Und schaute von Jessamine zu Sophie Verschwindet Nein Die dünne, aber störrische Stimme, die durch den Raum halte, stammte von Sophie Obwohl auch Jessamine zu Tessas Überraschung keine Anstalten machte, das Sanktuarium zu verlassen Mordmane zuckte die Achseln Wie ihr wollt Erwiderte er gleichgültig und wandte sich an die Clockwerk-Kreaturen Tötet sie beide Sofort setzten sich die Automaten in Bewegung Und stürmten mit der bizarren Schnelligkeit davonhuschender Ratten auf die Mädchen zu Jessamine wirbelte herum, um zu fliehen Doch sie kam nur wenige Schritte weit, als eine der Kreaturen sie auch schon packte und hoch in die Luft hob Sophie huschte zwischen den Steinpfeilern hin und her wie ein Eichhörnchen im Wald Doch es nutzte alles nichts Der zweite Automat holte sie nur ein und warf sich mit solcher Wucht auf sie, dass das Mädchen laut aufschrie Jessamine war inzwischen vollkommen verstummt Der Clockwerk-Mann hatte ihr seine Metallhand auf den Mund gepresst und hielt sie von hinten umklammert, wobei sich seine Finger brutal in ihre Hüfte gruben Hilflos zappelten ihre Füße in der Luft, wie die letzten Zuckungen eines verurteilten Verbrechers am Galgen Aufhören! Bitte sagen Sie ihnen, Sie sollen aufhören! Stieß Tessa in dem Moment krächzend hervor, ihre Stimme klang selbst in ihren eigenen Ohren fremd Sie können das Ganze sofort beenden, Miss Grey Versprechen Sie mir, dass Sie nicht zu fliehen versuchen Dann werde ich die beiden Mädchen gehen lassen Jessamine, deren dunkle Augen oberhalb der Hand auf ihrem Mund gerade noch zu sehen waren Warf ihr einen flehentlichen Blick zu, während Sophie mittlerweile schlaff im eisernen Griff der anderen Clockwerk-Kreatur hing Ich werde hierbleiben, darauf gebe ich ihnen mein Wort, aber bitte lassen Sie sie frei Ein Augenblick herrschte Stille Doch dann wandte Mordmain sich an seine mechanischen Monster Ihr habt gehört, was sie gesagt hat Also bringt die Mädchen aus dem Raum Tragt sie nach unten in die Halle, aber tut ihnen nichts Und dann überzog ein Lächeln sein Gesicht Ein dünnes, verschlagenes Lächeln Lasst Miss Grey mit mir allein Nachdem sich die Tür hinter den Clockwerk-Kreaturen geschlossen hatte Breitete sich eine unbehagliche Stille im Sanktuarium aus Die nur vom Plätschern des Springbrunnens hinter Tessas Rücken durchbrochen wurde Mordmain stand reglos da und musterte sie schweigend Auch jetzt bot er noch immer keinen furchteinflößenden Anblick, überlegte Tessa Ein kleiner, ganz gewöhnlicher Mann mit dunklen, an den Schläfen erkrauten Haaren Und eigentümlich hellen Augen Miss Grey Ich hatte so gehofft, unsere erste alleinige Zusammenkunft hätte unter anderen Umständen stattfinden Und für uns beide ein bedeutend angenehmeres Erlebnis sein können Tessas Augen brannten Was sind sie? Ein Hexenmeister? Mordmain quittierte ihre Frage mit einem schnellen, kalten Lächeln Bloß ein kleines Menschlein, Miss Grey Aber sie haben Magie angewandt Sie haben mit Wills Stimme gesprochen Ein jeder kann lernen, die Stimmen anderer zu imitieren Dazu bedarf es nur etwas Übung Es war nichts weiter als eine kleine List Ein simpler Taschenspielertrick Damit rechnet niemand und schon gar nicht die Nephilim Sie glauben, dass wir Menschen nichtsnutzer sind Und für nichts zu gebrauchen Nein, wisperte Tessa Das glauben sie keineswegs Mordmains Mundwinkel zuckten Wie rasch sie sie in ihr kleines Herz geschlossen haben Ihre natürlichen Feinde Aber das werden wir ihnen schnell wieder abgewöhnen Er machte einen Schritt auf Tessa zu Worauf diese zurückwich Ich werde ihnen nichts tun Ich will ihnen bloß etwas zeigen Dann griff er in seinen Mantel Und zog eine elegante, goldene Taschenuhr An einer dicken Goldkette hervor Miss Grey Bitte nehmen Sie diese Uhr Misstrauisch starrte Tessa ihn an Nein, ich will sie nicht Erneut machte er einen Schritt auf sie zu Und Tessa wich so weit zurück Bis ihre Röcke die niedrige Brüstung des Steinbrunnens berührten Nehmen Sie die Uhr, Miss Grey Tessa schüttelte den Kopf Nehmen Sie sie Oder ich werde meine Clockwerkdiener herbeizitieren Und Ihnen befehlen Ihren beiden Freundinnen So lange den Hals zuzudrücken Bis sie tot sind Ich brauche bloß zu dieser Tür zu gehen Und sie zu rufen Es liegt ganz bei Ihnen Tessa spürte einen bitteren Geschmack in ihrem Mund Angewidert starrte sie Auf die entgegengestreckte Taschenuhr Die an ihrer goldenen Kette hin und her baumelte Die Uhr war eindeutig nicht aufgezogen Die Zeiger hatten schon lange aufgehört, sich zu drehen Und die Zeit schien um Mitternacht stehen geblieben zu sein Auf der Rückseite des Uhrgehäuses waren die Initialen JTS In einer eleganten Schrift eingraviert Warum? Wisperte Tessa Weil ich will, dass sie sich verwandeln Ruckartig hob Tessa den Kopf und starrte ihn ungläubig an Was? Diese Uhr hat einst jemanden gehört Jemandem, den ich sehr gern noch einmal sprechen möchte Seine Stimme klang gleichmütig Doch darunter lag ein seltsamer Unterton Eine brennende Gier Die Tessa mehr Angst einjagte Als jeder Wutausbruch es vermocht hätte Ich weiß, dass die dunklen Schwestern Sie in der Kunst der Verwandlung unterrichtet haben Und ich weiß, dass sie ihre Fähigkeiten kennen Sie sind die Einzige auf der ganzen Welt, die das vollbringen kann Ich weiß das deshalb Weil ich sie erschaffen habe Sie haben mich erschaffen? Entgeistert starrte Tessa ihn an Sie wollen damit doch nicht etwas sagen Sie können unmöglich mein Vater sein Ihr Vater? Lachte Mordmann kurz auf Ich bin ein Mensch Kein Schattenwesen In meinen Adern fließt kein Dämonenblut Und ich verkehre auch nicht mit Dämonen Uns beide verbinden keinerlei Blutsbande, Miss Grey Und dennoch würden sie nicht existieren Wenn ich nicht gewesen wäre Das verstehe ich nicht Das brauchen sie auch nicht Sie brauchen nichts weiter zu tun Als das, was ich ihnen sage Und ich sage ihnen nun Dass sie sich verwandeln sollen Und zwar sofort Tessa hatte das Gefühl Wieder vor den dunklen Schwestern zu stehen Verängstigt und hellwach Mit rasendem Puls Wieder wurde ihr befohlen Einen Teil tief in ihrem Inneren aufzusuchen Der ihr schreckliche Angst einjagte Ein weiteres Mal sollte sie sich in jener Dunkelheit verlieren Diesem schwarzen Nichts Zwischen ihrem Selbst und dem einer anderen Person Aber vielleicht würde es ihr dieses Mal leicht fallen Sie musste nur die Hand ausstrecken Die Uhr entgegennehmen Und in die Haut eines anderen schlüpfen So wie sie es schon mehrfach getan hatte Gegen ihren eigenen Willen Und ohne eine andere Wahl zu haben Langsam schaute sie zu Boden Fort von Mordmains bohrendem Blick Und sah hinter sich am Fuß des Springbrunnens Plötzlich etwas glitzern Eine Wasserpfütze Dachte sie im ersten Moment Doch dann erkannte sie Dass es sich um etwas völlig anderes handelte Und reagierte ohne nachzudenken Fast instinktiv Nein Mordman knifft die Augen zu Schlitzen zusammen Wie bitte? Ich habe gesagt, nein Ich werde mich nicht verwandeln Nicht, solange sie mir nicht verraten Was sie damit gemeint haben Sie hätten mich erschaffen Warum bin ich so, wie ich bin? Wieso benötigen sie meine Fähigkeit so dringend? Was soll ich für sie übernehmen? Sie führen etwas anderes im Schilde Als nur die Errichtung einer Armee von Monstern Mordman stopfte die Uhr wieder in seine Tasche Sein Gesicht war vor Wut verzerrt Ihre Freunde werden für ihr Verhalten büßen Und zwar vor ihren Augen Er machte auf dem Absatz kehrt Und marschierte zur Tür Hastig bückte Tessa sich Und griff nach dem glitzernden Gegenstand Der hinter ihr lag Das Messer Das Jessamine auf den Brunnenrand gelegt hatte Das zu Boden gefallen war Und dessen Klinge im Schein des Elbenlichts Gefährlich funkelte Halt! Mr. Mordman Bleiben Sie stehen! Mordman drehte sich um Und sah das Messer in ihrer Hand Ein Ausdruck müder Belustigung Breitete sich auf seinem Gesicht aus Also wirklich, Miss Grey Glauben Sie ernsthaft, Sie könnten mich damit verletzen? Nein Nein, ich glaube nicht, dass ich Sie damit verletzen kann Dann drehte sie das Messer in ihrer Hand So dass die Klinge auf ihre eigene Brust zeigte Aber wenn Sie noch einen Schritt in Richtung dieser Tür machen Dann verspreche ich Ihnen Werde ich mir dieses Messer ins Herz rahmen Als Will und Jem im Institut eintrafen Bot sich ihnen ein beunruhigender Anblick Die Türen standen weit offen Und es war beängstigend still Sofort eilte Will die Stufen hinauf Und verschwand in der Eingangshalle Jems Gelenke hatten zu Schmerzen begonnen Was ihm Sorge bereitete Die nachlassende Wirkung des Dämonenpulvers Kündigte sich normalerweise durch Gelenkbrennen an Ein dumpfer Schmerz, der sich langsam ausbreitete Bis sein ganzer Körper in Flammen zu stehen schien Aber er konnte sich diese Qualen jetzt nicht erlauben Entschlossen machte er sich daran, Will zu folgen Und erstarrte Jemand kam die Stufen hinunter Allerdings mehr als nur eine Person Eine ganze Gruppe Sie mussten Will übersehen haben Ein paar der Silhouetten schienen seltsam missgestaltet Jem! Rief eine hohe, verzweifelte Stimme Eine vertraute Stimme Jessamine Wie elektrisiert stürmte Jem die untersten Stufen hinauf Und hielt plötzlich abrupt inne Vor ihm stand Nathaniel Gray Mit zerrissener, blutbespritzter Kleidung Er trug einen behelfsmäßigen Kopfverband Der an der rechten Schläfe dunkelrot schimmerte Und zog eine finstere Miene Zwei Clockwerk-Kreaturen flankierten ihn wie gehorsame Diener Dahinter folgten zwei weitere Automaten Von denen einer Jessamine festhielt Die sich verzweifelt wehrte Während der andere Automat eine schlaffe, halbbewusstlose Gestalt hinter sich herschleifte Sophie Jem! Nate ist ein Lügner! Er hat die ganze Zeit mit Mordmain zusammengearbeitet! Mordmain ist der Magister, nicht die Quincy! Sofort wirbelte Nathaniel herum Bring sie zum Schweigen! Schnauzte er den Clockwerkmann hinter sich an Dessen Metallarme sich daraufhin so fest um Jessamines Brustkorb spannten Dass die Schattenjägerin erst hustete und dann verstummte Während vor Schmerz sämtliche Farbe aus ihrem Gesicht wich Dennoch zeigte sie mit den Augen auf den Automaten rechts von Nathaniel Jem folgte ihrem Blick und sah Dass die Kreatur ein wohlbekanntes goldenes Gefäß in den Händen hielt Die Pyxis Als Nate den Ausdruck auf Jems Gesicht bemerkte Begann er breit zu grinsen Niemand außer einem Schattenjäger kann sie berühren Das heißt kein lebendes Wesen Aber ein Automat ist auch kein Lebewesen Ist das etwa der Grund für diesen ganzen Aufstand? Die Pyxis? Wozu könnte sie für euch von Nutzen sein? Mein Gebieter wünscht Dämonenenergie Und die soll er bekommen Und er wird niemals vergessen, dass ich derjenige war, der sie ihm besorgt hat Jem schüttelte den Kopf Und wie wird er dich dann dafür entlohnen? Was hat er dir dafür gegeben, deine Schwester zu verraten? 30 Silberlinge? Wutentbrannt verzog Nate das Gesicht Und einen Moment lang glaubte Jem Durch die oberflächlich attraktive Maske hindurch Auf das schauen zu können, was sich darunter verbarg Etwas so bösartiges und abstoßendes Dass Jem sich am liebsten umgedreht und übergeben hätte Dieses Ding ist nicht meine Schwester Es fällt schwer zu glauben, dass du und Tessa überhaupt irgendetwas gemeinsam habt Und sei es auch nur ein einziger Tropfen Blut Tessa steht meilenweit über dir Nathaniel knifft die Augen zu schlitzen zusammen Sie interessiert mich nicht Sie gehört dem Magister Ich weiß ja nicht, was Mordmein dir in Aussicht gestellt hat Aber ich kann dir eines versprechen Wenn du Jessamine oder Sophie auch nur ein Haar krümmst Oder die Pöxes vom Gelände des Instituts entfernst Wird der Rat dich jagen Und dich finden Und dich töten Langsam schüttelte Nathaniel den Kopf Du begreifst es nicht Keiner der Nephilim versteht es Das Beste, was ihr mir zu bieten habt Ist die Zusage, mich am Leben zu lassen Aber der Magister kann mir versprechen, dass ich unsterblich sein werde Und dann wandte er sich an den Clockwerkmann zu seiner Linken Und befahl in eiskaltem Ton Töte ihn Sofort sprang der Automat auf Jem zu Er war deutlich schneller, als die Clockwerkmänner Den Jem auf der Black Fries Bridge gegenübergestanden hatte Es blieb ihm kaum Zeit, seine Waffe zu erheben Als sich die Kreatur auch schon auf ihn stürzte Doch im nächsten Moment quietschte sie wie ein stark bremsender Zug Da Jem ihr die Klinge tief in die Brust rammte Und zickzackförmig hin und her bewegte Bis das Metall knirschend aufriss Laut kreischend wirbelte die Kreatur herum Während aus ihrem Rumpf ein Feuerrad aus roten Funken sprühte Nate, der von einigen glühenden Teilchen getroffen wurde Schrie auf und schlug hektisch nach den Flammen Die ihm Löcher in die Kleidung brannten Sofort nutzte Jem die Gelegenheit Sprang zwei Stufen hinauf Und zog Nate die flache Seite seiner Klinge Mit solcher Wucht über den Rücken Dass er in die Knie ging Schmerzverzerrt drehte Nate sich zu seiner Clockwerkleibwache herum Doch die Kreatur taumelte funken sprühend die Stufen hinunter Offenbar hatte Jem einen der Zentralmechanismen getroffen Und außer Kraft gesetzt Währenddessen stand der Automat mit der Pyxis in den Händen stumm da Und rührte sich nicht von der Stelle Nate zählte eindeutig nicht zu seinen Prioritäten Lass sie los und tötet den Schattenjäger Tötet ihn, habt ihr mich verstanden? Brüllte Nate den Clockwerk Männern zu Die Sophie und Jessamine noch immer festhielten Und nun ruckartig fallen ließen Jessamine und Sophie stürzten zu Boden Keuchend und hustend Aber eindeutig noch am Leben Allerdings wehrte Jems Erleichterung Darüber nicht lange Da die beiden Automaten nun mit unglaublicher Geschwindigkeit Auf ihn zustürmten Wütend schlug er nach einer der Kreaturen Doch diese wich mit einem Sprung zurück Und brachte sich außer Reichweite Während die andere Kreatur eine Hand hob Genau genommen keine Hand Sondern einen rechteckigen Metallblock Dessen Kanten mit spitzenscharfen Sägezähnen besetzt waren Plötzlich ertönte ein lauter Schrei hinter Jem Und im nächsten Moment stürmte Henry an ihm vorbei Einen schweren Säbel in der Hand Mit einem gewaltigen Hieb ließ er die Klinge Auf den erhobenen Arm der Kreatur niederkrachen Und durchtrennte das Metall Der Arm flog in hohem Bogen die Stufen hinunter Rutschte zischend und funkensprühend Über das Kopfsteinpflaster Und ging dann in Flammen auf Jem! Haltete Charlots Stimme warnend durch den Innenhof Hastig wirbelte Jem herum Und sah, wie der andere Automat Von hinten die Arme nach ihm ausstreckte Mit einem Ruck rammte er dem Klockwerkmann Die Klinge in die Kehle Und durchtrennte die darin befindlichen Kupferröhren Während Charlotte ihm mit einer Peitsche Die Beine wegfegte Der Automat stieß ein hohes Pfeifen aus Und brach krachend zusammen Sofort schwang Charlotte ihre Peitsche Ein weiteres Mal Und vollendete ihr Werk mit grimmiger Miene In der Zwischenzeit drehte Jem sich zu Henry um Dessen rote Haare ihm Schweißgetränkt an der Stirn klebten Langsam ließ er den Säbel sinken Der Automat vor seinen Füßen bestand nur noch aus einem Haufen ölverschmierten Metall Teile seines Klockwerkmechanismus lagen über den Innenhof verstreut Und brannten leise vor sich hin Wie ein mit Sternschnuppen übersätes Feld Jessamine und Sophie klammerten sich aneinander Wobei die Schattenjägerin das andere Mädchen stützte An deren Hals dunkle Blutergüsse schimmerten Über die Stufen hinweg trafen sich Jessamines und Jems Blick Und Jem hatte das Gefühl, dass dies womöglich das erste Mal war, dass sie über seine Anwesenheit aufrichtig erfreut schien Er ist fort, sagte Jessamine nun Nathaniel ist verschwunden Mit dieser Kreatur Und der Pyxis Ich verstehe das alles nicht, stammelte Charlotte mit bestürzter Miene Tessas Bruder Hat uns belogen Alles, was er uns erzählt hat, war eine Lüge Erklärte Jessamine Die Geschichte mit De Quinceys Geheimversteck diente nur dazu, euch aus dem Institut vorzulocken Oh mein Gott Dann hat De Quincey also doch die Wahrheit gesagt Als wir bei seinem Haus in Chelsea eintrafen, fanden wir nur eine Handvoll Vampire dort vor Höchstens sechs oder sieben Und ganz bestimmt nicht die Hundertschaften, vor denen Nathaniel uns gewarnt hatte Und auch von den Clockwerk-Kreaturen war nirgends etwas zu sehen Benedikt hat De Quincey getötet Aber erst nachdem der Vampir uns ausgelacht hat, weil wir ihn als den Magister bezeichneten Er meinte, wir hätten uns von Mordmain zum Narren halten lassen Mordmain Und ich dachte, er wäre nur ein, ein ganz gewöhnlicher, irdischer Henry ließ sich auf die oberste Treppenstufe sinken und legte den Säbel klirrend neben sich Das ist eine Katastrophe Will Murmelte Charlotte benommen und wie in Trance Und Tessa Wo sind die beiden? Tessa ist im Sanktuarium, zusammen mit Mordmain Und Will Will muss bereits bei ihnen sein Erklärte Jem Aus Mordmains Gesicht war jede Farbe gewichen Was tun sie da? herrschte er Tessa an und marschierte auf sie zu Tessa platzierte die Messerspitze auf ihrer Brust und drückte zu Der scharfe, plötzliche Schmerz nahm ihr einen Moment lang die Luft Und Blut breitete sich auf ihrem Mieder aus Keinen Schritt näher Mordmain hielt tatsächlich inne, musterte sie aber mit Wut verzerrten Gesicht Was verleitet sie zu der Annahme, dass es mich interessieren würde, ob sie leben oder sterben, Miss Grey? Sie haben es selbst gesagt Sie waren derjenige, der mich erschaffen hat Sie wollten, dass es mich gibt, aus welchem Grund auch immer Und sie schätzten mein Wohlergehen hinreichend genug, um den dunklen Schwestern zu untersagen, mir bleibenden Schaden zuzufügen Aus irgendeinem Grund bin ich für sie wichtig Oh, natürlich nicht ich selbst, sondern meine Fähigkeit Das ist das Einzige, was sie interessiert Tessa spürte, wie ihr Blut warm und feucht an ihrem Körper hinablief Doch der Schmerz war nichts im Vergleich zu der Genugtuung, die sie empfand, als sie den Ausdruck der Furcht auf Mordmains Gesicht sah Was wollen Sie von mir? Los, verraten Sie es mir Sagen Sie mir, warum Sie mich erschaffen haben Sagen Sie mir, wer meine wahren Eltern sind War meine Mutter wirklich meine leibliche Mutter? Und mein Vater tatsächlich mein Vater? Mordmain musterte sie mit einem verzerrten Lächeln Sie stellen die falschen Fragen, Miss Grey Warum bin ich so, wie ich bin? Und wieso ist Nate nur ein Mensch? Warum besitzt er nicht dieselben Eigenschaften wie ich? Nathaniel ist nur ihr Halbbruder Er ist nichts weiter als ein ganz gewöhnlicher Mensch Und noch dazu kein sonderlich beeindruckendes Exemplar der menschlichen Rasse An ihrer Stelle würde ich es nicht bedauern, dass sie ihm nicht stärker ähneln Meine Mutter kann keine Dämonin gewesen sein Und auch kein anderes übernatürliches Wesen Denn Tante Harriet war ihre Schwester Und sie war nur ein Mensch Dann muss es also mein Vater gewesen sein War mein Vater ein Dämon? Mordmain grinste Ein plötzliches, hässliches Grinsen Legen sie das Messer weg und ich beantworte ihnen alle Fragen Vielleicht können wir das Ding ja sogar heraufbeschwören, dass sie gezeugt hat, wenn sie so erpicht darauf sind, ihn kennenzulernen Oder sollte ich besser es sagen? Dann bin ich also eine Hexe Ist es das, was sie sagen wollen? Mordmains helle Augen maßen sie spöttisch Wenn sie darauf bestehen Ja, vermutlich ist dieses Wort die beste Beschreibung für das, was sie sind Ich glaube ihnen nicht Meine Mutter hätte niemals Nicht mit einem Dämon Sie hatte ja keine Ahnung Keine Ahnung, dass sie ihrem Mann untreu war Deshalb drehte sich der Magen um Natürlich erzählte Mordmain ihr nichts, was sie nicht selbst auch schon in Erwägung gezogen hatte Trotzdem war es etwas völlig anderes, ihre Befürchtung nun bestätigt zu hören Wenn der Mann, den ich für meinen Vater gehalten habe, nicht mein Vater war Und mein richtiger Vater ein Dämon Warum trage ich dann kein Mal, so wie jedes andere Lilith-Kind eines trägt? Mordmains Augen funkelten vor Bosheit In der Tat, warum nicht? Vermutlich, weil ihre Mutter nicht wusste, was sie war Genauso wenig, wie sie es bis vor kurzem wussten Was soll das heißen? Meine Mutter war ein Mensch Mordmain schüttelte den Kopf Miss Grey, Sie stellen immer noch die falschen Fragen Sie müssen endlich begreifen, dass es umfangreicher Vorbereitungen bedurfte Damit sie eines Tages auf die Welt kommen konnten Und diese Planungen begannen bereits lange vor meiner Zeit Ich habe sie nur fortgeführt In dem Wissen, dass ich die Schöpfung von etwas Einzigartigem beaufsichtige Von etwas Einzigartigem, das nur mir gehören würde Hinaus, sagte Tessa Mordmain starrte sie aus seinen hellen Augen an Was haben sie gerade gesagt? Hinaus! Verlassen Sie das Institut Und nehmen Sie Ihre Monster mit Oder ich werde mir dieses Messer ins Herz stoßen Mordmain zögerte Seine Hände ballten und öffneten sich unentschlossen Langsam schüttelte er den Kopf Ich glaube nicht, dass Sie das wirklich tun werden Sie mögen zwar eine Hexe sein Aber andererseits sind Sie immer noch ein junges Ding Ein zartes, weibliches Wesen Er machte einen Schritt auf sie zu Gewalt liegt doch gar nicht in ihrer Natur Tessa umklammerte das Heft des Messers Sie spürte nun jede Einzelheit Die harte, glatte Oberfläche des Griffes Die schmerzende Klingenspitze auf ihrer Haut Das rasende Pochen ihres eigenen Herzens Blitzschnell kehrte sie Mordmain den Rücken zu Und schaute zum Brunnen Das silbernplätschernde Wasser Das hoch über ihr herab sprudelte War das Letzte, was ihre Augen sahen Dann rammte sie sich das Messer tief in die Brust Vollkommen außer Atem Keuchte Will durch den dunklen Korridor Der zum Sanktuarium führte Nachdem er in der Eingangshalle Den leblosen Körper von Agatha Und wenige Schritte weiter Auch den von Thomas aufgefunden hatte Hatte er im Treppenhaus gegen zwei dieser Clockwerk-Kreaturen kämpfen müssen Und schon befürchtet Auch sein letztes Stündlein habe geschlagen Doch dann zeigte der erste Automat Nach mehreren mächtigen Jeben mit Thomas Schwert Plötzlich Funktionsstörungen Und stieß den anderen Clockwerkmann aus dem Fenster Ehe er selbst zusammenbrach Und in einem Wirbel aus splitterndem Metall Und sprühenden Funken die Stufen hinabstürzte Das zerklüftete Metall der Kreatur Hatte tiefe Schnittwunden an Wills Händen und Armen hinterlassen Noch im Lauf zückte er seine Stele Stürmte mit unverminderter Geschwindigkeit Auf die Tür des Sanktuariums zu Und ließ die Spitze der Stele Über die Holzoberfläche sausen Es war die schnellste Entriegelungsruhne Die er je geschaffen hatte Fast lautlos glitt der Türriegel zurück Will nahm sich für einen Sekundenbruchteil Zeit Die Stele gegen eines seiner Seraph-Schwerter Zu tauschen Jera-Mehl Wisperte er Als die Klinge in einem weißen Blitz aufleuchtete Trat er die Türen zum Sanktuarium auf Und er starrte vor Entsetzen Tessa lag zusammengekrümmt am Brunnen Dessen Wasser sich blutig verfärbt hatte Das Oberteil ihres blau-weiß gestreiften Kleides Schimmerte in leuchtendem Scharlachrot Und unter ihrem Körper breitete sich eine gewaltige Blutlache aus Neben ihrer erschlafften rechten Hand lag ein blutiges Messer Mit blutverschmierten Griff Und ihre Augen waren geschlossen Mordman kniete an Tessas Seite Eine Hand auf ihrer Schulter Als er Will hereinstürmen hörte Hob er ruckartig den Kopf Dann rappelte er sich auf Und wich von Tessas leblosen Körper zurück Seine Hände leuchteten rot Und auch Hemd und Mantel hatten große Mengen Blut abbekommen Ich Sie haben sie getötet Sagte Will Selbst in seinen eigenen Ohren Klang seine Stimme merkwürdig und weit entfernt Vor seinem inneren Auge Sah er sich wieder in der Bibliothek seines Elternhauses Seine Hände auf dem Kästchen Seine neugierigen Finger am Schnappverschluss Er hörte das Kreischen Das die Bibliothek im nächsten Moment erfüllt hatte Sah die Straße nach London Silbern glänzend im Mondlicht Und er erinnerte sich wieder an die Worte Die ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen waren Während er sich mit jedem Schritt Weiter und weiter von seinem Zuhause entfernt hatte Ich habe alles verloren Alles verloren Alles Nein Mordman schüttelte den Kopf Ich habe ihr kein Haar gekrümmt Das hat sie sich selbst angetan Sie lügen Stieß Will hervor und bewegte sich vorwärts Die Konturen der leuchtenden Seraphklinge in seiner Hand Boten ihm ein beruhigendes und vertrautes Bild in einer Welt Die sich um ihn herum wie eine Traumlandschaft beständig zu verändern schien Haben Sie auch nur eine Vorstellung davon, was passiert, wenn ich eines dieser Schwerter in menschliches Gewebe ramme? Fragte er mit rauer Stimme und hohe Piramil Es ätzt sich durch die Muskelschichten Sie werden unerträgliche Schmerzen erleiden, förmlich von innen nach außen verbrennen, ehe sie endlich sterben Sie glauben, sie würden um sie trauern, Will Herrendale, brachte Mordman gequält hervor Ihr Kummer wiegt nichts im Vergleich zu meinem Jahre der Arbeit, Träume, Mühen, mehr als sie sich jemals vorstellen können, alles umsonst Dann darf ich sie trösten Ihr Kummer wird nur von kurzer Dauer sein, knurrte Will und stürzte sich mit ausgestreckter Waffe auf Mordmane Er spürte, wie die Klinge das Gewebe von Mordmans Mantel streifte, dann aber auf keinerlei Widerstand mehr traf Verwirrt taumelte er vorwärts, richtete sich auf und schaute sich verwundert um Irgendetwas klimperte auf dem Boden vor ihm Ein Messingknopf Sein Schwert musste ihn von Mordmans Mantel abgetrennt haben Der glänzende Knopf blinzelte ihm von den Steinplatten aus zu wie ein höhnisch blickendes Auge Bestürzt ließ Will die Seraphklinge fallen, die mit einem Klirren auf dem Boden landete und dort weiter brannte Mordmane war verschwunden Wie vom Erdboden verschluckt Er hatte sich verflüchtigt Wie ein Hexenmeister sich verflüchtigen würde Ein Hexenmeister mit jahrelanger Erfahrung in der Kunst der Magie Aber dass ein Mensch, und sei es auch ein Mensch mit Kenntnissen des Okkulten, so etwas zustande bringen konnte Doch das spielte nun keine Rolle, jedenfalls nicht in diesem Moment Es gab nur eines, an das Will jetzt denken konnte Tessa Erfüllt von einer Mischung aus Furcht und Hoffnung lief er durch den Raum zum Brunnen Das Quellwasser sprudelte mit einem widerlich beruhigenden Plätschern ins Becken Während Will sich niederkniete und Tessa in seine Arme hob Er hielt sie, wie er sie nur ein einziges Mal gehalten hatte Auf dem Speicher, in jeder Nacht, als sie die Quincy's Stadtvilla niedergebrannt hatten Die Erinnerung an diesen Moment hatte sich oft genug in sein Gedächtnis gedrängt Doch nun stellte sie die reinste Qual dar Tessas Kleid und Haare waren blutdurchtränkt Und auch auf ihrem Gesicht klebte Blut Will hatte genügend Verletzungen gesehen, um genau zu wissen, dass niemand einen derartigen Blutverlust überleben konnte Tessa, wisperte er Dann presste er sie fest an sich Seine Handlungen spielten jetzt keine Rolle mehr Und begrub sein Gesicht in ihrer Halsbeuge Am Ansatz zwischen Kehle und Schulter Ihre Haare, in denen das Blut bereits zu stocken begann Streiften seine Wange Und er konnte das Schlagen ihres Pulses unter ihrer Haut spüren Will erstarrte Ihr Puls? Sein Herz machte einen Sprung Vorsichtig hielt er sie ein wenig von sich weg, um sie auf den Boden zu legen Und entdeckte in dem Moment, dass sie ihn aus großen, grauen Augen anschaute Will, bist du das wirklich? Eine Wuge der Erleichterung erfasste ihn Vielleicht konnte sie ja gerettet werden Doch wie heilte man ein Schattenwesen? Dieses Wissen besaßen nur die Brüder der Stille Ein Verband, stammelte Will, halb an sich selbst gerichtet Ich muss Verbandszeug holen Er wollte gerade seinen Griff ein wenig lockern, als Tessa ihn am Handgelenk packte Will, du musst vorsichtig sein Mordman, er ist der Magister Er war hier Will spürte, wie sich ihm die Kehle zuschnürte Ganz ruhig, schon deine Kräfte Mordman ist fort, ich muss Hilfe holen Nein Tessa verstärkte den Griff um sein Gelenk Nein, das brauchst du nicht, Will Es ist nicht mein Blut Was? Fragte er und starrte sie sprachlos an Vielleicht fantasierte sie ja bereits, überlegte er Aber ihre Hand und ihre Stimme schienen überraschend stark für jemanden, der eigentlich längst hätte tot sein müssen Was Mordman dir auch angetan haben mag, Tessa, ich Das war ich selbst Ich habe mir das selbst angetan, Will Es war die einzige Möglichkeit, ihn zum Verlassen des Instituts zu bringen Er hätte mich sonst niemals hier zurückgelassen Nicht solange er davon überzeugt war, dass ich noch lebe Aber Ich habe mich verwandelt In dem Moment, in dem das Messer meine Haut durchbohrte, habe ich meine Gestalt gewandelt Ich verstehe es nicht Meinst du das Blut? Die dunklen Schwestern haben mich einmal gezwungen, die Gestalt einer Frau anzunehmen, die durch einen Pistolenschuss gestorben war Und als ich mich in sie verwandelte, war ich plötzlich blutüberströmt Von ihrem Blut überströmt Habe ich dir das nie erzählt? Jedenfalls erinnerte ich mich an jene Frau und verwandelte mich in sie, nur einen winzigen Moment lang Und genau wie beim letzten Mal schoss mir das Blut aus allen Poren Und die Wucht der derartig schnell eingeleiteten Verwandlung sorgte dafür, dass ich in eine tiefe Ohnmacht fiel Um mich herum wurde alles schwarz Wahrscheinlich wäre er mir im Nu auf die Schliche gekommen, wenn du nicht hereingeplatzt wärst Tessa schaute an sich herab Und Will hätte schwören können, dass eine gewisse Genugtuung aus ihrer Stimme sprach, als sie verkündete Ich habe den Magister hereingelegt, Will Das hätte ich niemals für möglich gehalten Er war sich seiner Überlegenheit so sicher Lächelnd schaute sie zu Will auf Und dieses Lächeln brach auch den letzten Rest seines Widerstands Er hatte seine Deckung aufgegeben, als er Tessa für tot gehalten hatte Und nun war keine Zeit mehr, den Schutzwall wieder aufzubauen Hilflos zog er Tessa an sich Und einen Moment lang klammerte sie sich fest an ihn, warm und lebendig in seinen Armen Ihr Haar streifte seine Wange Die Welt hatte ihre Farben zurück erhalten Und er konnte wieder atmen Und für die Dauer dieses Augenblicks atmete er tief ihren Duft ein Sie roch nach Salz, Blut, Tränen und Tessa Will öffnete den Mund Die Worte waren da Und er wollte sie gerade aussprechen, als er plötzlich von Entsetzen gepackt wurde Das Entsetzen eines Wanderers im Nebel Der nach kurzem Innehalten auf dem Weg schlagartig erkennen muss Das ihn nur wenige Zentimeter von einem gähnenden Abgrund trennen Die Art und Weise, wie Tessa ihn nun ansah Sie konnte lesen, was in seinen Augen stand Es musste dort deutlich geschrieben stehen, wie die Worte auf einer Buchseite Er hatte keine Zeit, keine Gelegenheit gehabt, es zu verbergen Will? Will, sag doch etwas Doch es gab nichts zu sagen In seinem Inneren war nur diese schreckliche Leere So wie seit vielen Jahren zuvor und wie in alle Ewigkeit Ich habe alles verloren, dachte Will Alles Rote Runenmale galten den Schattenjägern als Zeichen der Trauer Doch die Farbe des Todes war weiß Tessa hatte dies nicht gewusst Und auch nichts im Kodex darüber gelesen Daher beobachtete sie mit einiger Verblüffung vom Fenster der Bibliothek aus Wie die fünf Schattenjäger des Instituts aus dem Gebäude traten Und die Trauerkutsche bestiegen Allesamt in weiß gekleidet, wie eine Hochzeitsgesellschaft Bei der Ausräucherung von de Quincy's Vampirnest hatten mehrere Mitglieder der Brigade ihr Leben verloren Und das Begräbnis fand nun in ihrem Namen statt Aber gleichzeitig wurden auch Thomas und Agatha zu Grabe getragen Charlotte hatte Tessa erklärt, dass Nephilim Bestattungen im Allgemeinen den Schattenjägern vorbehalten waren Aber in besonderen Fällen eine Ausnahme gemacht werden konnte für diejenigen, die in Ausübung ihres Dienstes für den Rat gestorben waren Andere Institutsbewohner durften dagegen nicht an der Totenfeier teilnehmen Sophie hatte gegenüber Tessa geäußert, dass dies auch besser sei Weil sie ohnehin nicht zusehen wollte, wie Thomas verbrannt und seine Asche in der Stadt der Stille verstreut wurde Die Brigade hatte eine Wache zurückgelassen Mehrere Schattenjäger, die sich freiwillig gemeldet hatten und nun das Institut sicherten Es würde eine ganze Weile dauern, bis die Nephilim das Gebäude jemals wieder unbewacht ließen, überlegte Tessa Sie hatte die Gedanken an die vergangenen Ereignisse gerade abgeschüttelt und sich auf ihr Buch konzentriert Mit dem sie sich während der Abwesenheit der Nephilim die Zeit vertreiben wollte Als sich die Tür öffnete und Charlotte den Raum betrat So schnell waren sie zurück? Tessa hatte vollkommen die Zeit vergessen Ich habe mir schon gedacht, dass ich dich hier finden würde War es schrecklich? Ja, ich hasse Begräbnisse, obwohl ich bereits an Dutzenden teilgenommen habe Charlotte schwieg einen Moment und biss sich auf die Lippe Jetzt klinge ich schon wie Jessamine Vergiss einfach, was ich gesagt habe, Tessa Verzicht und Tod sind Teil eines jeden Schattenjägerlebens Und ich habe das seit jeher akzeptiert Ich weiß Eine seltsame Stille breitete sich aus Und Tessa glaubte, ihr Herz dumpf und hohl schlagen zu hören Tessa Ich weiß, was du sagen willst, Charlotte, und es ist schon in Ordnung Charlotte blinzelte verwirrt Du weißt Und es ist in Ordnung? Du möchtest, dass ich gehe Ich weiß, dass du vor dem Begräbnis eine Unterredung mit dem Rat hattest Gem hat es mir erzählt Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nephilim es gutheißen würden Wenn du mir erlaubst, zu bleiben Nach all dem Schrecken und Kummer, den ich euch bereitet habe Nate Thomas und Agatha Der Rat interessiert sich nicht für Thomas und Agatha Na, dann das Entwenden der Pöksis Das schon eher Tessa Ich glaube, du hast eine völlig falsche Vorstellung Ich bin nicht gekommen, um dich zum Gehen aufzufordern Ich möchte dich vielmehr bitten, zu bleiben Zu bleiben? Tessa hörte die Worte Doch sie ergaben für sie keine Bedeutung Charlotte konnte sie unmöglich ernst gemeint haben Aber der Rat Die Schattenjäger Sie müssen doch schrecklich wütend sein Oh ja, das sind sie auch Aber auf Henry und mich Wir haben uns von Mordmain täuschen lassen Er hat uns benutzt und zu seinen Werkzeugen gemacht Und wir haben es ihm gestattet Nun ja, die Hinweise waren schon sehr überzeugend Versicherte Tessa Charlotte eilig Die Plakette in Mirandas Körper Die Glockwerk-Kreaturen auf der Brücke Charlotte schnaubte bitter Alles nur Figuren in einem Spiel Das Mordmain für uns inszeniert hat Hast du gewusst Dass wir trotz größter Bemühungen Keinen einzigen Hinweis darauf finden konnten Welche anderen Schattenwesen Mit der Führung des Pandemonium-Clubs befasst waren Keines der irdischen Mitglieder Hat auch nur die leiseste Ahnung Und seit wir die Quincy's Clan vernichtet haben Misstrauen die Schattenwäldler uns mehr denn je Aber es sind doch erst wenige Tage vergangen Will hat sechs Wochen gebraucht Bis er die dunklen Schwestern aufgestöbert hatte Wenn ihr einfach weiter sucht So viel Zeit haben wir aber nicht Wenn Nathaniel Jem gegenüber nicht gelogen hat Und Mordmain tatsächlich beabsichtigt Die Dämonenenergie im Inneren der Pyxis Zur Belebung seiner Glockwerk-Kreaturen zu verwenden Dann bleibt uns nur die Zeit Die er benötigt, um herauszufinden Wie man das Behältnis öffnet Natürlich denkt der Rat, das sei unmöglich Die Pyxis lässt sich nur mit Hilfe von Runen öffnen Und Runen können nur von Schattenjägern gezeichnet werden Aber andererseits hätte der Zugang zum Institut Auch nur einem Schattenjäger möglich sein dürfen Mordmain ist sehr schlau Ja, Charlotte hielt die Hände fest im Schoß verschränkt Der Rat ist dabei, einen Untersuchungsausschuss einzuberufen Dabei wird meine und Henrys Leitung des Instituts auf den Prüfstand gestellt Und anschließend darüber abgestimmt Es ist durchaus möglich, dass wir das Institut verlieren Tessa starrte sie entsetzt an Aber du führst das Institut doch großartig So wie du alles und jeden organisierst Und dich um alles kümmerst Charlottes Augen glitzerten feucht Danke, Tessa Aber Tatsache ist, dass Benedikt Lightwood Den Posten des Institutsleiters schon immer für sich selbst wollte Oder für seinen Sohn Ich will alles dafür tun, um diesen Posten zu behalten Wenn du mir dabei helfen würdest Ich? Aber was kann ich denn tun? Ich weiß doch überhaupt nichts über Schattenjägerpolitik Die Bündnisse, die wir mit Schattenweltland schließen Zählen zu unseren wertvollsten Gütern, Tessa Nur meine guten Verbindungen zu Hexenmeistern Wie Magnus Bain und Vampiren wie Camille Belcourt Sind der Grund dafür, dass ich noch Leiterin des Instituts bin Und du? Du bist ein großer Gewinn für uns Deine Fähigkeiten haben der Brigade schon einmal gute Dienste geleistet Die Unterstützung, die du uns zu bieten vermagst Könnte von unschätzbarem Wert sein Und wenn bekannt würde, dass du auf meiner Seite stehst Würde mir das sehr helfen Tessa zögerte Aber das Gesetz Was ist mit dem Gesetz? Es gibt kein Gesetz, das untersagen würde, dich als unseren Gast weiter hier zu behalten Ich habe gründlich nachgeforscht und in unserem Archiv lässt sich nichts finden, das dich daran hindern würde, zu bleiben Falls du einverstanden bist Also frage ich dich jetzt Bist du einverstanden? Wirst du bleiben? Tessa stürmte die Stufen zum Speicher hinauf Zum ersten Mal seit einer halben Ewigkeit war ihr fast leicht ums Herz Bis zum Einbruch der Dämmerung würde es nicht mehr lange dauern Auf dem Fußboden lag ein umgestoßener Metallkübel, dem Tessa geschickt auswich Während sie zu der schmalen Stiege eilte, die aufs Dach hinaufführte Wenn ihn etwas aufgewühlt hat, findet man ihn in der Regel dort oben, hatte Charlotte gesagt Und ich habe Will selten so aufgewühlt erlebt Der Tod von Thomas und Agatha hat ihn offenbar stärker mitgenommen, als ich gedacht hätte Die Stiege endete in einer quadratischen Klapptür mit seitlichem Scharnier Tessa stieß sie mit Schwung auf und kletterte hinaus aufs Dach des Instituts Langsam richtete sie sich auf und schaute sich um Sie stand in der Mitte eines breiten Flachdachs Das von einem hüfthohen, schmiedeeisernen Geländer eingefasst war Die Gitterstäbe des Geländers endeten in scharfen Spitzen Die an die Fleur de Lis, die französische Wappenlilie, erinnerten Will lehnte am hinteren Ende des Dachs am Geländer Er drehte sich nicht um Nicht einmal, als die Klapptür hinter Tessa mit einem Knall zu fiel Zögernd ging sie einen Schritt auf ihn zu Will? Doch er reagierte nicht Hinter ihm ging die Sonne in einem purpurroten Feuerball unter Und am anderen Themseufer stießen hohe Fabrikschornsteine dicke Rauchwolken aus Die sich wie dunkle Finger über den roten Himmel ausbreiteten Will! Was machst du hier? Doch Will schaute sie noch immer nicht an Er starrte hinaus über die Dächer der Stadt Eine schwarze Silhouette vor dem rötlichen Himmel In der schmutzigen Luft zeichnete sich verschwommen die Kuppel der St. Paul's Cathedral ab Und tief unter ihr strömte die Themse wie ein breites Band aus dunklem, kräftigem Tee, das hier und dort von den schwarzen Konturen der Flussbrücken eingefasst wurde Ich hätte es wissen müssen Sagte Will unvermittelt Ich hätte wissen müssen, dass es nur ein Trick war Dass Mordmann gelogen hat, als er uns hier aufsuchte Charlotte rühmt so oft meine taktischen Fähigkeiten Aber ein guter Taktiker hätte niemals blindlings vertraut Ich war ein Narr Charlotte glaubt, dass das Ganze ihre Schuld ist Henry denkt, es sei seine Schuld Und ich bin davon überzeugt, dass es meine Schuld ist Aber wir können uns nicht alle den Luxus erlauben, uns selbst die Schuld zu geben, oder? Deine Schuld? Weil Mordmann von dir besessen ist? Das ist ja wohl kaum dein Verschulden Weil ich Nathaniel hierher gebracht habe Weil ich euch gedrängt habe, ihm zu vertrauen Du hast ihn geliebt, er war dein Bruder Das ist er immer noch Und ich liebe ihn noch immer Aber jetzt weiß ich, wie er ist Im Grunde habe ich das die ganze Zeit gewusst Es aber nicht wahrhaben wollen Vermutlich belügen wir alle uns gelegentlich selbst Ja Will klang angespannt und distanziert Vermutlich Tessa holte tief Luft und wechselte rasch das Thema Ich bin hier raufgekommen, weil ich gute Neuigkeiten habe, Will Soll ich dir nicht erzählen, worum es sich dabei handelt? Erzähl es mir Seine Stimme wirkte tonlos Charlotte sagt, dass ich hierbleiben kann Hier im Institut Will schwieg Sie sagt, dass kein Gesetz dagegen sprechen würde Fuhr Tessa fort Nun ein wenig verwirrt Das heißt also, dass ich nicht fortzugehen brauche Charlotte hätte dich auf gar keinen Fall zum Gehen aufgefordert, Tessa Sie kann es nicht einmal ertragen, eine Fliege in einem Spinnennetz zappeln zu sehen Sie hätte dich niemals im Stich gelassen Wills Stimme klang lieblos und ohne jedes Gefühl Ich dachte Ich dachte, du würdest dich wenigstens ein bisschen freuen Ich dachte, wir würden Freunde werden Sie sah, wie sich sein Adamsapfel bewegte, als er ruckartig schluckte Sah, wie seine Hände das Geländer umklammerten Vorsichtig streckte Tessa die Hand aus, um seine Finger zu berühren Zog sie aber hastig zurück, als sie seine angespannte Haltung sah Und die weiß hervortretenden Knöchel seiner Hände Die Trauermale stachen scharlachrot von der weißen Haut ab Als wären sie mit einem Messer eingeritzt worden Ich dachte, vielleicht Endlich sah Will sie direkt an Der Ausdruck auf seinem Gesicht bestürzte Tessa zutiefst Und die Schatten unter seinen Augen waren so dunkel, dass diese förmlich hohl wirkten Schweigend stand sie da und schaute ihn eindringlich an Versuchte, ihm die Worte zu entlocken, die der Held in einem Roman jetzt gesagt hätte Tessa, meine Gefühle für dich sind über die einer bloßen Freundschaft weit hinausgewachsen Sie sind so viel stärker und kostbarer Komm her, sagte Will stattdessen Weder in seiner Stimme noch in seiner Haltung lag irgendetwas Einladendes Tessa unterdrückte ihren ersten Impuls, zurückzuweichen Und bewegte sich vorsichtig vorwärts, bis sie so dicht vor ihm stand, dass er sie berühren konnte Er streckte beide Hände aus und strich ihr die Locken aus dem Gesicht Tess Tessa schaute zu ihm hoch Seine Augen besaßen dieselbe Farbe wie der rauchverhangene Himmel Und selbst sein zerschundenes Gesicht war wunderschön Sie sehnte sich danach, ihn zu berühren Sehnte sich auf eine erwachende, instinktive Weise danach Die sie weder erklären noch kontrollieren konnte Als er sich zu ihr hinabbeugte, um sie zu küssen Konnte sie sich gerade lange genug zurückhalten, bis seine Lippen ihre berührten Sein Mund streifte ihren Die sie zu zerquetschen, zu zermalmen und zerreiben drohte, bis sie ganz weich war So wie das Meer eine Muschel zu Sand zermalt Sie streckte die Hände aus, um seine Schultern zu berühren Doch er zog sich zurück und schaute auf sie hinab Seine Atmung ging stoßweise, seine Augen leuchteten und seine Lippen wirkten rot und geschwollen Eine Folge seiner Verletzungen wie auch des Kusses Vielleicht sollten wir dann jetzt darüber sprechen, welches Arrangement wir zu treffen gedenken Tessa, die immer noch das Gefühl hatte, jeden Moment zu ertrinken, wisperte Arrangement? Wenn du hier im Institut bleibst, würde sich ein diskretes Vorgehen empfehlen Vielleicht wäre es am besten, wenn wir dein Zimmer nutzen Jem neigt dazu, in meinem Zimmer ein- und auszugehen, wie es ihm gefällt Und er könnte sich wundern, wenn er die Tür eines Nachts verschlossen vorfinden würde Deine Räumlichkeiten hingegen Mein Zimmer nutzen? Wozu nutzen? Will verzog den Mund zu einem kalten Lächeln Jetzt tu doch nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine So naiv kannst du doch nicht wirklich sein, Tessa Nicht bei solch einem Bruder Will Tessa spürte, wie das warme Gefühl in ihrem Körper abebbte So wie sich das Meer vom Ufer zurückzieht Trotz der schwülen Sommerbrise wurde ihr kalt ums Herz Ich bin nicht wie mein Bruder Ich bedeute dir etwas und du weißt, dass ich dich bewundere So wie alle Frauen es wissen, wenn ein Mann sie bewundert Erwiderte Will kühl und selbstsicher Und nun kommst du daher und erzählst mir, dass du hier im Institut bleiben wirst Für mich erreichbar sein wirst, solange wie ich nur will Ich biete dir lediglich etwas an, von dem ich dachte, dass du es dir wünschst Das kann nicht dein Ernst sein Und du kannst nicht ernsthaft geglaubt haben, dass ich etwas anderes gemeint hätte Für Schattenjäger, die mit Hexenwesen herumtendeln, gibt es keine Zukunft Man kann sie einstellen und sich sogar mit ihnen anfreunden, aber nicht heiraten, ergänzte Tessa Inzwischen sah sie vor ihrem inneren Auge ein deutliches Bild Das Meer hatte sich vollständig von der Küste zurückgezogen Und sie konnte die kleinen Lebewesen erkennen, die nun zappelnd und zuckend auf dem nackten Sandboden lagen Und qualvoll erstickten Wie erfrischend unverblümt, spürtelte Will Am liebsten hätte Tessa ihm das Grinsen aus dem Gesicht geschlagen Was hast du denn erwartet, Tessa? Ich habe nicht erwartet, dass du mich derart beleidigen würdest Tessa spürte, wie ihre Stimme zu brechen drohte Doch irgendwie gelang es ihr, sie festklingen zu lassen Die unerwünschten Folgen einer Tendelei können nicht der Grund für deine Bedenken sein Schließlich sind Hexenwesen nicht in der Lage, Kinder zu bekommen Was? brachte Tessa entsetzt hervor und wich zurück, als hätte er ihr einen Stoß versetzt Der Boden unter ihren Füßen schien plötzlich zu schwanken Wills Blick streifte ruhig über ihr Gesicht Falls du also an meinem Angebot nicht interessiert bist Hör auf, unterbrach Tessa ihn Dieser Moment fühlte sich an wie die Kante einer Glasscherbe, dachte sie Klar und scharf und schmerzhaft Jem sagt, du würdest lügen, um dich in einem besonders üblen Licht dastehen zu lassen Und vielleicht stimmt das ja auch Oder er möchte das einfach nur von dir glauben Aber es gibt keinen Grund und keine Entschuldigung für eine derartige Grausamkeit Einen Augenblick lang wirkte Will aufrichtig betroffen, als hätte sie ihn ernsthaft erschreckt Doch im nächsten Moment war der Ausdruck wieder verschwunden Wie die flüchtige Kontur einer Wolke am Himmel Dann bleibt mir wohl nichts mehr zu sagen übrig Oder, meinte er Ohne ihn auch noch eines Wortes zu würdigen Machte Tessa auf dem Absatz kehrt und marschierte zur Stiege, die hinunter zum Dachboden führte Und da sie sich nicht mehr nach ihm umschaute, entging ihr, wie er ihr hinterherblickte Eine reglose schwarze Gestalt vor der verlöschenden Glut des rötlichen Abendhimmels Liliths Kinder, auch als Hexenwesen bezeichnet Sind genau wie Maultiere und ähnliche Mischlinge unfruchtbar Sie können keine Nachkommen hervorbringen Eventuelle Ausnahmen von dieser Regel wurden bisher nicht verzeichnet Tessa schaute vom Kodex auf und starrte aus dem Fenster des Musikzimmers Obwohl es draußen bereits zu dunkel war, um noch irgendetwas erkennen zu können Sie hatte sich in diesen Raum geflüchtet Weil sie nicht in ihr eigenes Zimmer zurückkehren wollte Wo Sophie oder schlimmer noch Charlotte sich schließlich niedergeschlagen vorfinden würden Die dünne Staubschicht auf den Möbeln des Musikraums schenkte ihr die beruhigende Gewissheit Dass man sie hier nicht so schnell suchen würde Sie fragte sich, wie ihr eine solch wichtige Tatsache über Hexenwesen bisher hatte entgehen können Zugegeben, diese Informationen hatten nicht im Abschnitt über Hexenwesen gestanden Sondern im hinteren Anhang zum Thema Schattenwelt-Mischlinge wie Halbelben und Halbwehrwölfe Aber offenbar gab es keine Halbhexen oder Halbhexenmeister Hexenwesen konnten keine Kinder bekommen Dann hatte Will also nicht gelogen, um sie zu verletzen Er hatte die Wahrheit gesagt Was in gewisser Hinsicht noch viel schlimmer war Er musste gewusst haben, dass seine Worte ihr nicht nur einen leichten Schock versetzen würden Der sich mühelos beseitigen ließ Sondern sie bis ins Mark treffen würden Aber vielleicht hatte er ja recht Was hatte sie sich denn auch sonst vorgestellt? Will war Will Und sie hätte kein anderes Verhalten von ihm erwarten dürfen Ein schwaches Rascheln riss sie aus ihren düsteren Gedanken Dann ertönte ein lautes Ticken an der Fensterscheibe Tessa erhob sich, durchquerte den Raum und entdeckte Dass sich auf der anderen Seite des Fensters tatsächlich etwas bewegte Eine dunkle, geflügelte Gestalt Wie ein kleiner Vogel, der ins Haus zu gelangen versuchte Sie hiefte die Scheibe nach oben Als die dunkle Gestalt durch das geöffnete Fenster flatterte Steuerte sie direkt auf Tessa zu Die die Hände hob Und die Gestalt im Flug einfing Sie konnte spüren Wie die scharfkantigen Metallschwingen Gegen ihre Handflächen streiften Und sich anschließend schlossen Und dann schloss die Gestalt die Augen Und versank wieder in tiefe Ruhe Die Hände über dem langen Schwert verschränkt Es schien, als wartete sie darauf Erneut zum Leben erweckt zu werden Tick, tick Pochte das Glockwerkherz in Tessas Händen Mein Engel Tobias Von Glockwerkherz in Tessas Händen Die Hände über dem Blatt Von Glockwerkherz in Tessas Händen Der Glockherz in Tessas Händen Von Glockherz in Tessas Händen Kanno B accämmelt Wann